Noch 20 Sekunden. 5 Sekunden. Herzlich willkommen zur Fachkonferenz Teilgebiete, meine Damen und Herren. Als Moderator dieser Veranstaltung hätte ich mir wahrlich was anderes gewünscht, als hier in einem großen Raum zu stehen und diese Veranstaltung pandemiebedingt komplett virtuell gestalten und moderieren zu müssen. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir haben viel auf die Beine gestellt, um trotzdem sowohl die Beteiligungs- als auch die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Ihnen, soweit das technisch möglich ist, zu fördern und zu forcieren. Wir hatten diesen Raum gebucht, wo wir gesagt haben, Riesenraum, hohes Interesse und jetzt, Sie werden es nachher nochmal sehen, sitzen hier vielleicht 30 Leute, die mit Technik beschäftigt sind, aber keine Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden später noch einen Blick in diesen Raum werfen. Lassen Sie mich sagen, worum es geht. Heute und morgen haben wir die Auftaktveranstaltung für die Fachkonferenz Teilgebiete im Rahmen der Endlagersuche für hochradioaktiven Abfall in Deutschland. Diese Fachkonferenz insgesamt dient dazu, den Zwischenbericht, den die Bundesgesellschaft für Endlagerung vorgestellt hat, vor etwa drei Wochen, den zu erörtern. Der Auftakt heute und morgen dient vor allen Dingen dazu, Sie darüber zu informieren, also was ist Gegenstand des Zwischenberichts, wie ist er zustande gekommen und darüber mit Ihnen in Diskussion zu kommen. Und der morgige Tag hat den Schwerpunkt, die Arbeitsweise für die nächsten Monate zu klären. Denn diese Veranstaltung heute ist ja nur der Auftakt, wie Sie wissen. Es gibt weitere Termine und zwar im Februar, im April und im Juni nächsten Jahres. Das Programm finden Sie, wenn Sie sich eingeloggt haben, rechts als Agenda in Ihrem Bildschirm für Tag 1 und Tag 2 und Sie werden sehen, es ist verdammt dicht gepackt, was den heutigen Tag angeht. Also eine echte sportliche Herausforderung für diejenigen von Ihnen, die sagen, Sie wollen von Anfang an alles verfolgen. Das müssen Sie nicht, können Sie gerne, wir freuen uns drüber. Aber es geht mehr darum, dass Sie die Chance haben, den Teil zu sehen, wo Sie sagen, da möchten Sie sich einschalten, wann immer das ist. Und deshalb werden wir uns bemühen, den Zeitplan, so wie er angekündigt ist, auch sehr korrekt einzuhalten, sodass Sie sagen, ich schalte mich beispielsweise erst um 13.10 Uhr wieder ein, wenn der erste Beitrag tatsächlich über den Zwischenbericht kommt und bis dahin machen Sie, was auch immer Sie machen wollen. Also sprich, Sie können sich immer wieder einschalten und wieder verlassen. Das ist auch mit dem Link, den Sie bekommen haben, kein Problem. Zusätzlich, wissen Sie, wird diese Veranstaltung bei YouTube gestreamt und das bedeutet, die Teilnehmenden, die sich nicht angemeldet haben, nicht mitwirken wollen, aber passiv das verfolgen wollen, können das sowohl live heute und morgen tun, als auch im Nachgang sich das nochmal angucken. Das heißt, wenn Sie sagen, Mensch, da ist doch noch was Interessantes, das möchten Sie vielleicht noch ein zweites Mal sehen oder das erste Mal, kein Problem. Das ist in der nächsten Zeit möglich. Sollten Sie technische Probleme haben, schon bei der Anmeldung möglicherweise, dann gucken Sie bitte in die Mail, die Sie bekommen haben, dort ist eine Hotline für technische Fragestellungen enthalten, das heißt, rufen Sie an oder melden sich per E-Mail, Sie werden angerufen und die Kollegen in der Technik versuchen Ihnen zu helfen, damit Sie dieser Veranstaltung die ganze Zeit folgen können. So, nun habe ich einiges zu den Zielen gesagt der Veranstaltung. Ich habe was zum Programm gesagt, möchte Ihnen noch etwas zu sagen, wer ist denn eigentlich im Raum, weil im Raum natürlich im Virtuellen und ich habe hier auf meinem Monitor eine Übersicht und möchte die Regie bitten, diese Übersicht einmal einzublenden, damit Sie verfolgen können, wer ist eigentlich da. Meine Übersicht sagt, dass im Moment auf der Plattform dieser Veranstaltung 136 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, 91 Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen, 61 Vertreter und Vertreterinnen der Wissenschaft und 46 Vertreterinnen und Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen. Das sind also über 300 Personen, die im Moment hier live dabei sind. Das freut mich, würde mich freuen, wenn es noch mehr wird, weil es gab eine ganze Reihe von Mehranmeldungen, aber der Tag ist noch lang und auch morgen besteht ja die Gelegenheit, sich zu beteiligen. Meine Bitte an Sie ist, dass Sie bei den Beiträgen, die ich Ihnen nachher näher erläutern werde, wie Sie Beiträge verfassen können, an die üblichen Anstandsregeln denken, also an Etikette. Wir werden keine Beiträge von Ihnen in irgendeiner Form redaktionell bearbeiten, es sei denn, Sie verstoßen diese Grundsätze. Dann werden wir es im Zweifel auch löschen müssen. Falls Sie etwas zu kritisieren haben, werde ich Ihnen nachher noch sagen für Lob und Kritik, wo Sie genau das platzieren können, denn wir sind natürlich darauf gespannt, wie beurteilen Sie diese Veranstaltung, was in Teilen wegen der komplexen Technik sicherlich auch ein Experiment ist. Ich kenne nichts Vergleichbares, was es in den letzten Jahren in Deutschland in dieser Form gegeben hat. So, jetzt genug meiner Vorworte. Sie wissen, das veranstaltende Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, das BASE, gehört zum Geschäftsbereich der Bundesumweltministerin und der nächste Beitrag, den wir haben, das ist ein Videostatement von Ministerin Svenja Schulze. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachkonferenz Teilgebiete, sehr geehrte Damen und Herren, die sichere Entsorgung von hochradioaktiven Abfällen wird uns in Deutschland noch viele Jahre lang beschäftigen. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe und sie bedeutet eine große Verantwortung für die Sicherheit der Bevölkerung heute und viele Generationen nach uns. Unser gemeinsames Ziel ist es, für das erforderliche Endlager den Standort auszuwählen, der die bestmöglichste Sicherheit bietet, für einen Zeitraum von einer Million Jahre. Das Auswahlverfahren, wie es vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossen wurde, läuft wissenschaftsbasiert und transparent nach vorab festgelegten Kriterien ab. Und das bedeutet, dass das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in das Suchverfahren einbezogen wird. Die Grundlage und der einzig entscheidende Fraktor für die Frage, ob ein Gebiet als Endlager geeignet ist, das sind wissenschaftliche Befunde. Insbesondere geologische Daten über die Beschaffenheit des Gesteins, politische Erwägungen oder Bundesländergrenzen, die spielen keine Rolle. Und nun trägt dieses Verfahren erste Früchte mit dem Zwischenbericht Teilgebiete, der von der BGE vorgestellt wurde. Dieses Zwischenergebnis birgt eine sehr gute Nachricht, nämlich die Voraussetzungen für das Finden eines sicheren Endlagers sind in Deutschland gegeben. Mehr als die Hälfte der Bundesrepublik wurden als sogenannte Teilgebiete von der BGE ausgewiesen, sind also potenziell geeignet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind aber noch keine Fakten geschaffen worden. Im Gegenteil, die jetzt vorgestellten Ergebnisse müssen sich nun der öffentlichen Diskussion stellen. Und genau dazu sind Sie heute zusammengekommen, zumindest virtuell. Und ich lade Sie ausdrücklich ein, hinterfragen Sie die Ergebnisse der BGE, überprüfen Sie diese, tragen Sie Ihre Argumente vor und stellen diese zur Diskussion. Denn genau davon lebt dieses Auswahlverfahren, dass jeder und jede die eigenen Perspektiven und auch die eigene Expertise einbringen kann. Gerade auch die Menschen vor Ort, die ein ganz eigenes Wissen über die Besonderheiten ihrer Region mitbringen. Ich kann gut nachvollziehen, dass sich niemand ein Endlager in seiner näheren Umgebung wünscht. Aber Deutschland braucht ein Endlager. Das ist gesellschaftlicher Konsens und das ist die einzig vernünftige Option zum Umgang mit den hochradioaktiven Abfällen, die in den vergangenen Jahrzehnten durch die Nutzung der Atomenergie angefallen sind. Entscheidend ist, dass wir ein Verfahren haben, das strikt darauf abzielt, den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit zu finden. Deutschland ist damit bei der Lösung des Problems bereits weiter als die meisten anderen Länder. Es liegt nun an uns allen, den Bürgerinnen und Bürgern in den ausgewiesenen Gebieten, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den politisch Verantwortlichen auf lokaler wie überregionaler Ebene und allen anderen beteiligten Akteuren uns einzubringen und einen Teil zu einem erfolgreichen Standortauswahlverfahren beizutragen. Gemeinsam können wir unserer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen gerecht werden und eine Lösung für die Entsorgung der hochradioaktiven Abfälle finden, die fair ist und die bestmögliche Sicherheit bietet. Ich wünsche Ihnen spannende und faire Diskussionen und uns allen eine erfolgreiche Fachkonferenz. Ja, Sie merken, meine Damen und Herren, normalerweise wäre das jetzt ein Saal mit Beifall für die Ministerin Svenja Schulze. Jetzt war ich der Einzige, der geklatscht hat. Ich hoffe aber, Sie zu Hause schätzen auch diesen Beitrag der Ministerin. Wenn Sie Feedback geben wollen, können Sie das auch jetzt schon tun auf der Plattform unter dem kleinen Reiter Feedback rechts in den Balken beim rechten Teil des Fensters die drei Balken anklicken. Dann finden Sie die Möglichkeit, Feedback zu geben. Aber darum geht es jetzt nicht primär. Und ich möchte Ihnen den nächsten kurzen Redebeitrag ankündigen. Neben mir steht als Vertreter des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung deren Präsident, Wolfram König, der die Situation etwas einordnen möchte in die Standortauswahl. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Klaus. Ja, ich darf auch Sie ganz herzlich willkommen heißen. Insbesondere möchte ich diejenigen willkommen heißen, die neu hinzustoßen zu diesem Thema. Es sind, glaube ich, Möglichkeiten, die einmalig sind und die erst nach und nach den ganzen Charme entfalten werden, die dieses Verfahren hat. Denn das, was uns heute zusammenbringt, ist eben etwas, was einmalig in der Entstehung war und auch in der Gesetzbildung. Es ist nämlich das Standortauswahlgesetz. Und dieses Standortauswahlgesetz hat das Ziel, dass am Ende eines sehr komplexen und durchstrukturierten Verfahrens wir zu einem Standort kommen, der die Sicherheit, die bestmögliche Sicherheit bietet für die gefährlichsten Stoffe, die wir mit produziert haben, für die hochradioaktiven Abfälle. Der Rahmen ist durch dieses Gesetz gesetzt und gelegt. Es geht jetzt darum, ihn auszugestalten. Und das ganze Vorhaben ist gekennzeichnet von Prinzipien, die sich von Anfang an durch das gesamte Verfahren ziehen. Es ist das Prinzip der Wissenschaftlichkeit. Es ist das Prinzip der Nachvollziehbarkeit. Es ist ein selbstlernendes Verfahren. Das heißt, alle sind aufgefordert, immer wieder ihre Erfahrungen, neue Erkenntnisse in das Verfahren einzubringen. Es ist die wiederholt Übernahme der politischen Verantwortung des Gesetzgebers. Und es ist das, was uns ab heute natürlich in dem ersten formalen Verfahren besonders beschäftigt, nämlich eine umfassende und frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung. Sehr geehrte Damen und Herren, nach drei Jahren intensivster Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vorhabenträgers der Bundesgesellschaft für Endlagerung, für dessen Engagement ich mich schon an dieser Stelle bedanken möchte, hat diese am 28. September dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung einen Bericht Teilgebiete übergeben. Sie haben damit eine zunächst vollständig weiße Karte bunt eingefärbt. Und ich sage für mich und für viele und ich glaube eventuell sogar für alle viel bunter, als wir alle erwartet haben. Mit diesem Schritt ist der Startschuss gegeben für das erste formelle Beteiligungsformat, nämlich dieser Fachkonferenz Teilgebiete, zu dem wir Sie herzlich eingeladen haben. Die bis zum Juni nächsten Jahres laufende Fachkonferenz gibt die Möglichkeit, einen sehr tiefen Einblick in den Arbeitsstand des Unternehmens auf dem Weg dorthin zu gelangen, der eigentlich dann entscheidend ist, nämlich die Ausweisung von Standortregionen. Und dieser Weg dorthin ist eben jetzt vorzubereiten, indem möglichst schon viele mit auf diesen Weg mitgenommen werden hinsichtlich seiner Fachlichkeit. Diese Standortregionen werden dann noch ganz andere Beteiligungsmöglichkeiten ermöglichen. Denn auch dieses ist in dem Gesetz schon verankert. Um auf diesem Weg schon frühzeitig Anregungen, Hinweise und auch Kritik für den laufenden Arbeitsprozess des Vorhabenträgers zu erhalten, sind Sie alle eingeladen, diese einzubringen. Und sehr geehrte Damen und Herren, es wäre nicht der Standortauswahlgesetz, wenn nicht schon dieser erste formale Schritt der Beteiligung einen sehr ungewöhnlichen und bisher einmaligen Weg geht. Er hat zur Aufgabe gemacht, alle Interessierten einzuladen, die an dem Thema mitarbeiten wollen, die interessiert sind. Also alle diese Interessierten sollen nicht nur die Möglichkeit haben, mitzudiskutieren, sondern sie bilden selber die Fachkonferenz. Diese Fachkonferenz hat die Aufgabe, sich auch selbst zu organisieren. Und es kommen hier Personen zusammen, die auf der einen Seite vielleicht gerade ein paar Tage von diesem Thema berührt worden sind, in dem plötzlich ihre Heimat in einem Teilgebiet auftauchte. Und auf der anderen Seite sind es Menschen, die schon seit 40 Jahren intensivst sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es sind Menschen, die aus ihrer ganzen Expertise, ihrer Fachlichkeit, ihrer Wissenschaftlichkeit daran teilnehmen. Und es sind Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, die die Interessen der Regionen zu vertreten haben. Einschließlich der Regionen, die derzeit mit Zwischenlagern belegt sind. Das heißt die Kommunen, die eine Erwartung haben, dass dieses Problem in einer vertretbaren Perspektive gelöst wird. Um eine gemeinsame Grundlage zu schaffen für eine derartige, ja sehr heterogen zusammengesetzte Fachkonferenz, habe ich dafür geworben, dass wir nicht nur drei inhaltliche Diskussionsrunden anbieten in diesen sechs Monaten, wie es im Gesetz vorgesehen ist, sondern dass wir mit dieser Auftaktveranstaltung Grundlagen legen für alle, die sich beteiligen wollen, in Form von einer gemeinsamen Fachlichkeit, aber eben am morgigen Tag auch hinsichtlich der ersten Schritte zur Selbstorganisation. Hierfür hat das Amt eine Geschäftsstelle eingerichtet, die für die Unterstützung dient und ebenso eine Reihe von organisatorischen anderen Maßnahmen. Und es wird uns begleiten mit Rat und Tat das Nationale Begleitgremium. Ein Gremium, was ja die Aufgabe hat, gerade die Öffentlichkeitsbeteiligung kritisch immer mitzuverfolgen und Anregungen zu geben, Hinweise zu geben, Kritik zu geben, wenn Beteiligungsmöglichkeiten nicht aus ihrer Sicht vollständig oder unzunügend ausgereizt werden, aber eben uns auch zu loben, wenn es in besonderer Weise uns gelingt, diesem selbstgestellten Anspruch zu genügen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe in dieser Halle und hier können eigentlich tausend Personen teilhaben, unmittelbar, doch die Pandemie zwingt uns zu dieser digitalen Form der Auftaktveranstaltung. Wir alle erleben im privaten Umfeld, aber auch natürlich insbesondere im Arbeitsumfeld, wie sich unser Arbeitsalltag, unser Lebensalltag im letzten Jahr verändert hat. Er hat uns Kommunikationswege möglich gemacht, die wir für unmöglich gehalten haben bisher. Es hat aber auch deutlich gemacht, dass diese Kommunikationswege nur sehr bedingt den persönlichen Kontakt, den persönlichen Austausch ersetzen können. Das sind die Grenzen, die uns gesetzt werden und wir versuchen damit umzugeben. Und so gab es auch Forderungen, diese Veranstaltung gänzlich zu verschieben, abzusagen. Ja, es gab auch Forderungen, diesen Bericht erst gar nicht zu veröffentlichen. Spannender finde ich, zu versuchen, kreativ neue Wege zu suchen, wie Beteiligung nicht nur trotz Corona, sondern welche ganz anderen Reichweiten durch derartige digitalen Formate für wichtige politische Prozesse ermöglicht werden. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg ausprobieren, im Wissen, dass Fehler passieren, aus denen wir lernen, also ganz im Sinne des Gesetzes. Sehr geehrte Damen und Herren, Das Standortauswahlgesetz ist von der gemeinsamen Überzeugung getragen, dass die Frage nach der dauerhaften Sicherheit von den hochradioaktiven Abfällen nicht allein in wissenschaftlichen Elfenbeintürmen, in Vorstandsetagen von Unternehmen oder Behördenstuben beantwortet werden kann. Es braucht Ihr Wissen. Machen Sie mit und bleiben Sie dran. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auch das ist wieder der Moment, wo es seltsam leer ist. Vielen Dank, Herr König. Meine Damen und Herren, die nächste Fragestellung nach diesem Input von Herrn König ist die Frage, wie arbeitet diese Fachkonferenz? Und ich muss da so ein bisschen aus der Vorbereitung Ihnen mal berichten, wie haben wir uns dem genähert? In der langjährigen Erfahrung als Moderator ist es üblich, dass ich eine Gruppe oder eine Person habe, die mir sagt, was sie erwartet. Die sagt so, das und das habe ich als Ziel festgestellt. Ich möchte ein bestimmtes Programm haben, da müssen bestimmte Leute drin vorkommen und so weiter und so weiter. Jetzt ist es in diesem Fall so, dass wenn Sie in das Gesetz gucken, genauer gesagt in das Standortauswahlgesetz, dann führt das schnell dahin, dass Sie den Satz finden, die Fachkonferenz organisiert sich selbst. Das heißt, wir standen in der Vorbereitung vor der Aufgabe, eine Konferenz zu organisieren mit Teilnehmenden, die wir nicht kannten, wo wir nicht wussten, wie viele es sind und wo wir die Erwartungen im Detail natürlich nicht kennen. Das heißt, in der Antizipation all dieser Möglichkeiten haben wir uns vorbereitet auf das, was üblicherweise in vergleichbaren Veranstaltungen passieren könnte. Also wir sind auf alle möglichen Eventualitäten technisch vorbereitet und haben dem Ganzen in Beratung mit diversen anderen Gruppen und Personen eine Struktur gegeben, die ich Ihnen gerade schon grob gesagt habe. Also erster Tag vor allen Dingen der Zwischenbericht, zweiter Tag die künftige Arbeitsweise. Und um zu sagen, alle Eventualitäten vorbereiten, was heißt das? Also normalerweise melden sich Leute zu Wort. Das können Sie in diesem Fall schriftlich tun. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal, wie das funktionieren wird. Das heißt, Sie können Ihre Fragen oder Ihre Hinweise schriftlich während der gesamten Veranstaltung in ein Textfenster eingeben. Das Zweite ist, dass ich gewohnt bin, dass es kritische Stimmen gibt und sagt, das könnte man doch anders machen, hier fehlt was oder was auch immer. Und auch für diese Art und Weise von Anmerkungen, also für Feedback, besteht während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, dass Sie Ihr Feedback eingeben. Letzteres übrigens auch anonym. Und ich habe zwar gerade von kritischen Punkten gesprochen, aber klar, wir freuen uns auch, wenn Sie Lob haben und das eine oder andere möglicherweise gelungen finden könnten. Und schließlich ist natürlich wichtig, wie ist es denn mit Wortmeldung? Also neben dem schriftlichen, also die Frage, kann ich denn auch ein Statement abgeben, einen Vorschlag machen? Und das wird morgen möglich sein, also heute nur auf dem schriftlichen Weg, aber morgen ist auch vorgesehen, weil es ja um die Arbeitsweise der Fachkonferenz geht, dass Sie sich tatsächlich per Videotelefonat oder per Telefon zu Wort melden und dann live in diese Veranstaltung geschaltet werden und etwas sagen können. Sie sehen eine ganze Menge Technik. Ich habe gerade schon gesagt, in Teilen ein Experiment. Ich bitte um Verständnis, wenn es hin und wieder vielleicht mal irgendwelche technischen Schwierigkeiten gibt, ich bin sicher, wir kriegen das hin. Wenn Sie die haben, ich erinnere noch mal, gibt es in der Anmeldemail, die Sie bekommen haben, eine Hotline, die Sie anrufen können. Und die Kollegen werden Ihnen technisch helfen, was denn der Stand der Dinge ist, wie Sie weiterkommen. Wie diese Konferenz ansonsten technisch arbeitet, beziehungsweise wie Sie das machen, haben wir in einem kleinen Film vorbereitet. Und ich möchte die Regie jetzt bitten, diesen kurzen Film einmal einzuspielen. Wenn Sie auf der rechten Seite neben dem Menüpunkt Agenda auf die drei waagerechten Striche klicken, öffnet sich das komplette Menü. Drücken Sie innerhalb des aufgeklappten Menüs auf den Menüpunkt, den Sie sich genauer ansehen wollen. In der Agenda sehen Sie den aktuellen Programmpunkt und das weitere Programm des Tages. Über Tag 1 und Tag 2 wechseln Sie zwischen den beiden Veranstaltungstagen hin und her. Um etwas zu Fragen oder Hinweise zu den Inhalten des Programmpunktes zu geben, klicken Sie zunächst auf das Menü mit den drei Strichen, dann auf Ihre Fragen und Hinweise, geben die Frage oder den Hinweis ein und drücken auf Abschicken. Bitte beachten Sie, dass Ihre Beiträge mit Ihrem Namen verbunden werden. Klicken Sie auf Alle Fragen und Hinweise ansehen, um sich alle bislang gestellten Fragen und Hinweise zum jeweiligen Programmpunkt anzusehen. Über den Befehl Feedback können Sie Lob oder Kritik äußern. Geben Sie Ihr Feedback ein. Bestätigen Sie über Abschicken. Ihr Feedback wird anders als Ihre Beiträge nicht mit Ihrem Namen verbunden, sodass Sie das Feedback anonym abgeben können. Unter dem Button Abschicken können Sie sich das komplette Feedback noch einmal ansehen. Alle eingegangenen Fragen, Hinweise und das gesamte Feedback können Sie sich auch noch einmal über den Reiter Beitragsübersicht ansehen. Zudem finden Sie unter Feedback auch den Link zur Umfrage der wissenschaftlichen Begleitung der Fachkonferenz. Über die Teilnahme daran würden wir uns freuen. Am zweiten Tag können Teilnehmende auch Redebeiträge via Video oder Telefon beisteuern. Klicken Sie im Menü dazu auf Redebeitrag. Nun werden Sie aufgefordert, Ihre Telefonnummer und Mailadresse anzugeben, damit wir Sie erreichen und zur Auftaktveranstaltung zuschalten können. Drücken Sie auf Abschicken und wir melden uns bei Ihnen. Über die Schaltfläche Redebeiträge einsehen können Sie die Redeliste all jener sehen, die sich für einen Redebeitrag angemeldet haben. Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe, weil etwas technisch nicht einwandfrei funktioniert? Gehen Sie bitte auf den Reiter Technische Hilfe und beschreiben kurz Ihr Problem. Das Technikteam wird sich bei Ihnen melden. Unter Downloads können Sie Dokumente wie die Geschäftsordnung und das Programm der Fachkonferenz einsehen und herunterladen. Ihr Browser ist abgestürzt oder Sie haben versehentlich ein Fenster geschlossen? Kein Problem. Klicken Sie einfach erneut auf den Link oder geben ihn in Ihrem Browser ein und geben erneut Ihr Passwort ein. Sie möchten die Veranstaltung verlassen? Dann melden Sie sich bitte über den Knopf mit Ihrem Namen ab. Sie finden ihn ganz links oben über dem Videobild. Zu den technischen Einführungen. Wir werden immer wieder im Detail sagen, was Sie tun können, um aktiv sich an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Jetzt habe ich Ihnen vorhin schon eine Übersicht über die Beteiligten in diesem Raum versprochen. Ich möchte die Kamera einmal bitten, zu sagen, was ist denn, ich weiß nicht, ob man den Raum insgesamt mal sehen kann. Nach dem Motto, wie groß ist hier diese Veranstaltungshalle, das Stadtpalais in Kassel? Gerade schon deutlich, also über 1000 Leute würden hier reinpassen. Wäre es nicht eine Pandemie und jetzt sehen Sie eine ganze Reihe von Personen, die sich um Technik und Redaktion kümmern. Ich fange mal an bei ganz hinten die Phalanx von Monitoren und Menschen. Die kümmern sich darum, dass ihre Beiträge ins Internet gestreamt werden und das von Ihnen kommende bei uns ankommt. Also sprich die Verbindung von Technik. Außerdem ist da Bildregie, die Steuerungsregie der Kameraleute und Ton für diese Veranstaltung und für Sie zu Hause. Das heißt, Sie sehen eine ganze Menge an technischem Aufbau, auch wenn mir einige gesagt haben, das geht noch, es geht auch mehr. Kann schon sein, ich finde es ziemlich gewaltig. Dann sehen Sie eine Gruppe von Leuten, die aus der Geschäftsstelle kommt. Vielleicht können Sie gerade mal so einmal die Hände heben hier vorne. Geschäftsstelle, Redaktionsteam. Einmal das Redaktionsteam, die Hände heben, wäre gut. Danke. Das sind die, die Ihre Fragen in Empfang nehmen. Und das wird ja so funktionieren, dass Sie Ihre Fragen, wie ich vorhin schon erläutert habe, per Textfenster abschicken. Und dieses Redaktionsteam sortiert diese Fragen in verschiedene Cluster. Das wiederum kriege ich hier auf meinen kleinen Monitor, sodass ich weiß, was Sie fragen. Aber nicht fortlaufend, sondern wie gesagt sortiert nach Themenschwerpunkten. Die Kollegen und Kolleginnen da in der Geschäftsstelle werden Ihre Anmerkungen und Fragen jedoch nicht ändern. Das heißt, das wird im Original so weitergegeben. Ich bitte Sie um Kürze. Das macht es mir leichter, wenn ich Ihre Fragen dann hinterher an diejenigen weitergeben kann, die es auch tatsächlich angeht. So, jetzt vielleicht wieder zur Frage, wie arbeiten wir denn hier heute und morgen weiter an welchen Fragestellungen. Ich muss so einen kleinen Ausblick machen, was morgen passiert, damit Sie sich das vielleicht durch den Kopf gehen lassen. Ich habe Ihnen gerade geschildert, dass unsere Aufgabe war, eine Konferenz zu konzipieren, wo wir versucht haben, Ihre Erwartungen im Vorfeld zu erahnen und das in eine Struktur zu gießen. Für die nächsten Beratungstermine, es gibt ja drei, wiederhol nochmal, im Februar, im April und im Juni nächsten Jahres, hätten wir das gerne anders. Also nicht wir als Moderationsteam in Abstimmung mit dem Veranstalter und anderen möchten das Programm entwerfen, sondern Sie sollen das selbst organisiert tun als Fachkonferenz. Damit das schon für den Februar funktionieren kann, werden Sie morgen Meinungsbilder, Vorentscheidungen zu einer Reihe von Fragestellungen treffen können, inklusive eigener Vorschläge. Ich möchte Ihnen diese Fragen heute schon mal nennen. Vielleicht lassen Sie sich die am Rande durch den Kopf gehen. Morgen werden wir die natürlich im Detail beantworten. Die erste Frage ist, wie strukturieren sich diese drei Beratungstermine eigentlich? Das heißt, passiert auf jedem Beratungstermin dasselbe? Gibt es einen logischen Aufbau? Kann der Aufbau des Zwischenberichts möglicherweise eine Grundlage sein oder gibt es ganz andere Vorschläge? Also was passiert auf den drei Beratungsterminen, ist die eine Frage, die wir als erstes stellen wollen. Die zweite ist, und wie kommt die Fachkonferenz zu einem Programm? Also wer und wie kann ein Programm für die Konferenz entstehen? Soll das aus einer Vorbereitungsgruppe zum Beispiel passieren? Soll das online passieren oder wie auch immer? Wir sind für Vorschläge offen. Wir werden diese Frage morgen als zweite stellen. Wir haben dann zu klären, wie lange genau und wann genau der erste Beratungstermin stattfinden wird. Der ist im Moment auf vier Tage gebucht, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie wirklich sagen, Sie möchten vier Tage oder Sie möchten nur drei, nur zwei, nur einen. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, haben Sie auch die Möglichkeit zu sagen, an welchen der Wochentage wird das denn sein, zwischen Donnerstag und Sonntag. Also wann genau soll der erste Beratungstermin stattfinden? Die nächste Frage ist, wie wird dazu eingeladen und wer macht das eigentlich? Sie wissen, dass die Einladung zu dieser Veranstaltung über das BASE, das Bundesamt für die Sicherheit der kerntechnischen Entsorgung, gelaufen ist. Das ist sicherlich eine Option. Es gibt aber vielleicht auch weitere für die Einladung. Und wir haben die Frage, falls es dann möglich sein sollte, wieder eine Präsenzveranstaltung zu machen oder eine teilweise virtuelle, teilweise Präsenzveranstaltung, sogenannten Hybrid. Wie wird entschieden, wer Präsenz dabei sein kann? Wir hatten für dieses Mal ja ein Losverfahren ursprünglich vorgesehen. Bleibt es dabei? Gibt es andere Vorschläge? Auch das ist etwas, was wir morgen erörtern möchten. So, das sind die Fragen, die, wie gesagt, morgen drankommen und für die wir diese Techniken nutzen werden, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, inklusive der Möglichkeit, dass Sie sich persönlich zu Wort melden. So, wir haben für heute vor allen Dingen ja inhaltliche Fragen, aber ich möchte Ihnen, bevor wir diese Stellung der Fachkonferenz in einem weiteren kleinen Film zeigen, noch Frau Weiß auf die Bühne bitten. Christine Weiß ist Juristin und ist während dieser Veranstaltung eine Art Notariat für diese Fachkonferenz. Frau Weiß, was ist Ihre Aufgabe? Ja, schönen guten Tag. Wir haben den Begriff des Notariats zur Veranschaulichung gewählt, um deutlich zu machen, es geht um eine unabhängige juristische Beratung der Fachkonferenz. Die Fachkonferenz hat ja das Ziel, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das Standortauswahlverfahren mitzugestalten und einen Beitrag dafür zu leisten, dass das Verfahren dann am Ende auch erfolgreich läuft. Nun haben sich viele gefragt, wie soll das gehen bei einer selbstorganisierten Konferenz, gibt es da nicht Schwierigkeiten zu erwarten, damit man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und in dieser Situation bin ich gebeten worden, die Fachkonferenz juristisch zu unterstützen, das tue ich natürlich gerne. Und meine Richtschnur dabei ist, was würde das Standortauswahlgesetz sagen, wenn es zu uns sprechen könnte? Ja, aber haben Sie eine Idee, wo das statt, also was so ein Thema sein könnte, wo Sie sagen könnten, das geht nicht? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn jetzt Themen diskutiert werden sollten, die nicht sich auf den Zwischenbericht konzentrieren. Hierfür mag es andere Orte und Räume geben, aber die Fachkonferenz, so denken wir, ist das Gesetz zu verstehen, sollte sich darauf konzentrieren, tatsächlich Ihre Anmerkungen zum Zwischenbericht an die BGE zu übermitteln, damit die dann damit weiterarbeiten kann. Okay, nun kann ich mir ja vorstellen, dass Sie irgendwann, wenn Sie die Diskussion verfolgen, sagen, Moment mal, da habe ich was zu sagen. Das wäre dann der Moment, wo Sie wahrscheinlich sich zu Wort melden und deutlich machen, dass da eine Schwierigkeit besteht, sagen wir es mal so, oder vielleicht sogar eine Grenze überschritten wird. Genau, so rum könnte es laufen oder aber auch, wenn Sie als Moderator das Gefühl haben, da ist vielleicht etwas ein Grenzfall, dann können Sie uns gerne einschalten. Die Kolleginnen und Kollegen stehen bereit, um die Lage zu prüfen. Ich wünsche mir, dass wir das gar nicht brauchen und dass wir eine konzentrierte Erörterung des Zwischenberichts haben, aber schön, dass Sie da sind. Danke, Frau Weiß. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen gerade einen weiteren Film angekündigt und zwar kann man natürlich, wenn man sich vor allen Dingen, wie Herr König das sagte, diejenigen, die sich nicht seit Jahren mit dem Thema befassen, sondern relativ neu sich um die Endlagersuche kümmern, nicht unbedingt nachvollziehen, wie läuft eigentlich dieses Standortauswahlverfahren im Detail und noch wesentlicher, welchen Stellenwert hat dabei die Fachkonferenz? Und auch dazu bitte ich die Regie jetzt um einen kleinen Film. Die Fachkonferenz Teilgebiete. Was ist sie? Sie ist eine der Lehren aus der Vergangenheit. Mangelnde Transparenz und Beteiligung führten jahrzehntelang zu harten Konflikten. Beim Atomausstieg war allen Beteiligten klar, die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle kann nur gemeinsam gelingen. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE, lädt alle Interessierten ein, die Endlagersuche mitzugestalten. Die Fachkonferenz wurde intensiv vorbereitet. Im Dialog mit Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Kommunen. Die Fachkonferenz bildet den Auftakt für ein Beteiligungsverfahren noch bevor Entscheidungen getroffen werden. Sie arbeitet eigenverantwortlich, bundesweit und mit verschiedenen Perspektiven, unter Berücksichtigung von Fairness. Ein solches offenes Format hat es bei Großprojekten noch nicht gegeben. Was ist das Ziel? Wenn 2022 die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet sind, werden rund 1900 Castor-Behälter mit hochradioaktiven Abfällen in den Zwischenlagern stehen. Die Abfälle sollen in tiefen geologischen Schichten dauerhaft sicher entgelagert werden. Das haben Bundestag und Bundesrat mit breiter Mehrheit beschlossen. Dabei soll die Suche nach einem Endlagerstandort ergebnisoffen, wissenschaftsbasiert und unter Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden. Wo stehen wir heute? Am Ende des ersten von mehreren Schritten. Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, die die Suche durchführt, einen Zwischenstand ihrer Arbeit veröffentlicht. Nach Aktenlage hat sie auf Basis gesetzlich festgelegter geologischer Kriterien Gebiete identifiziert, die aus ihrer Sicht günstige geologische Eigenschaften für die Endlagerung erwarten lassen. Alle Interessierten können nun den Zwischenstand mit der BGE diskutieren, um verstehen zu können, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Die Kritiken und Anmerkungen muss die BGE bei der weiteren Arbeit berücksichtigen. Die Fachkonferenz bietet Ihnen so die Möglichkeit, sich in das Thema einarbeiten und mitwirken zu können. Die Fachkonferenz ist ein offenes Forum, bei dem viele und verschiedene Stimmen gleichberechtigt Gehör finden sollen. Der gesetzliche Rahmen ermöglicht, dass die Fachkonferenz ihre Arbeit eigenverantwortlich festlegen kann. Die Aufgabe des BAYs ist es, sie dabei zu unterstützen. Die Fachkonferenz ist eine Chance, sich einzubringen, noch bevor es zu weiteren Festlegungen an konkreten Orten kommt. Was kommt nach der Fachkonferenz? Der gesamte Such- und Beteiligungsprozess besteht aus drei Phasen. Wir befinden uns in der Mitte der ersten Phase. Erst an deren Ende wird die BGE konkrete Regionen vorschlagen, in denen es weitere Untersuchungen geben soll. Dort richtet das BAYs dann Regionalkonferenzen ein. Stellungnahmeverfahren und Erörterungstermine finden statt. Nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung und Prüfung des Vorschlages durch das BAYs entscheidet der Bundestag darüber, wo weiter erkundet wird. Ähnliche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es auch in der zweiten und dritten Phase. An deren Ende legt der Bundestag den bestmöglichen Endlagerstandort fest. Die Fachkonferenz ist ein Schritt von mehreren für die Gemeinschaftsaufgabe Endlagersuche. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. So, wenn Sie diesen Film nochmal nachsehen möchten, können Sie das auf der Infoplattform nachholen. Er ist bei YouTube natürlich dann auch eingebunden und auch da besteht die Gelegenheit, sich das anzugucken. Bevor wir zum nächsten Programmpunkt kommen, meine Damen und Herren, möchte ich gerne einmal den Anmeldestand mir angucken. Oder sagen wir mal die Zahl der Personen, die im Moment online sind. Ich bitte die Regie mal die entsprechende grafische Darstellung einzublenden. So, ich sehe jetzt vor mir ein Bild mit 161 Bürgerinnen und Bürgern, die im Moment online sind. 98 Personen aus Kommunen, 68 Personen aus der Wissenschaft und 54 Personen aus gesellschaftlichen Gruppen. Das macht 250, 350 grob roundabout Personen, die im Moment hier online sind. Der nächste Programmpunkt dreht sich das erste Mal jetzt um den Zwischenbericht selber, aber da mehr um den Rahmen. Bevor ich da hinkomme und Ihnen die Personen vorstelle, möchte ich Ihnen gerne einen Grundsatz dieser Veranstaltung deutlich machen. Und zwar werden wir jetzt eine halbe Stunde hier haben für ein Gespräch mit verantwortlichen Geschäftsführern. Und wir werden danach genauso lange Zeit haben, genauer gesagt Sie, auch eine halbe Stunde für Fragen und Antworten. Das zieht sich durch das Programm so durch. Das heißt, das wird auch morgen der Fall sein, heute Nachmittag der Fall sein bei den diversen Referaten aus der BGE, dass die Vortragszeit und die Diskussionszeit immer die gleiche sein soll. Auch dann wird es vielleicht nicht möglich sein, alle Fragen zu beantworten, aber es ist, vergessen Sie es nicht, eine Auftaktveranstaltung, keine Abschlussveranstaltung. Es kann also in den nächsten Monaten ja noch viel passieren, sowohl was die Fragestellung als auch was die Beantwortung angeht. Kommen wir aber, wie gesagt, jetzt zur Frage Zwischenbericht, wo stehen wir heute? Und ich darf Ihnen zwei Personen neben mir hier auf der Bühne vorstellen. Das ist zunächst Stefan Stutt. Herr Stutt ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung im BRH. Ich frage Sie gleich nochmal, was das eigentlich ist. Und daneben haben wir Steffen Karnitz, der auch Mitglied der Geschäftsführung der BGE, also der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist. Das ist eine bundeseigene Firma, habe ich gelernt, Herr Stutt. Also Sie gehört der Bundesregierung oder dem BMU, das wissen Sie besser als ich. Wem gehört sie und wie wird da reinregiert? Also die Firma, die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist 2017 gegründet worden, auch als eine der Folgen der langjährigen Diskussion um die Neugestaltung der Endlagersuche. Sie gehört der Bundesregierung, sie gehört dem Bund und damit natürlich eigentlich der Gesellschaft allen, die tatsächlich dann auch den Bund und seine Verwaltung und eben damit auch die Bundesgesellschaft für Endlagerung finanzieren. Und das ist auch der wesentlich neue Punkt, dass die Gesamtverantwortung für diese Endlagersuche auf den Bund übergegangen ist und dafür eben sowohl die BGE als Bundesgesellschaft für Endlagerung, die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, die BGZ, aber auch das BES neu gebildet worden sind um neue Strukturen, neue Verantwortlichkeiten, neue Aufsichtsstrukturen unterhalb des Bundesumweltministeriums. Das ist dann wiederum die Gesellschafterrolle, die dort wahrgenommen wird und die uns dann auch durch diesen Prozess führt. Ich komme nochmal zu der Frage zurück, wird da reinregiert? Sagt Ihnen die Bundesregierung, was Sie rauskriegen sollen, Herr Stutt? Nein, das sagt sie ganz deutlich nicht, sondern was wir rauskriegen sollen, das sagt uns allein das Gesetz, das Standortauswahlgesetz, das 2017 vom Deutschen Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht worden ist, nach einer sehr intensiven Erarbeitung, 2011, 2012 der erste Entwurf, dann eine sehr umfassende Kommissionsarbeit, die über mehrere Jahre unter Beteiligung vieler Experten stattgefunden hat und dann eben die Finalisierung gefunden hat im Mai 2017 mit der Verabschiedung dieses Gesetzes. Und das ist für uns in der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit all seinen normativen Vorgaben, Schrittfolgen und Inhalten, über die wir ja den ganzen Tag noch hören werden, der einzige Maßstab, an dem wir uns orientieren. Okay. Kleiner Zwischenhinweis von mir an die Teilnehmer online. Sie haben natürlich jetzt schon die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen in dem Beitragsfenster. Sie können das nachher noch tun. Wir werden auch eine Pause dazwischen einschalten, dass Sie sich vielleicht etwas sortierter überlegen können, was ist Ihnen besonders wichtig. Aber das muss nicht sein. Auch jetzt können Sie Ihre Fragen stellen. Ich sehe und beantworte. Ich sehe Sie dann aber erst nach der Pause und die Beantwortung erst danach. Aber nur zu, wenn Ihnen aufgrund der Fragestellung schon was einfällt. Herr Stutt, gucken wir uns das Ergebnis doch mal an. Ich möchte die Regie einmal bitten, die Karte einzublenden. Das heißt, Sie sehen diese Karte, weil es vom Format her sonst ein bisschen schwierig ist, in zwei Teilen. Wir haben sie genau in der Mitte durchgeschnitten und haben jetzt erst mal einen nördlichen Teil der Ergebniskarte. In einem Überblick würde mich interessieren, wie lese ich diese Karte? Also diese Karte, wenn Sie die in Gänze sicherlich jetzt als interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon gesehen haben, zeigt in der Tat 90 Teilgebiete. Sie zeigt, dass 54 Prozent des Bundesgebietes tatsächlich aus unserer Sicht jetzt zur weiteren Erkundung geeignet sind. Und was wir eben sehen können und was wir farblich hier hinterlegt haben, sind die unterschiedlichen Gesteinsformationen, in denen wir gesucht haben. Sie wissen, dass wir in Steinsalz, in Tongestein und Kristallin suchen. Man kann auf dem nördlichen Teil sehen sehr ausgeprägte tertiäre Tongebiete, die aus unserer Sicht weiter zu untersuchen sind. Ein großes Teilgebiet zum Beispiel, das sich von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern erstreckt. Man kann sehen, wenn man genau hinschaut und das können Sie sicherlich, wenn Sie das online zu Hause auch verfolgen, dass wir viele Salzstöcke ausgewiesen haben, die gerade auch im norddeutschen Bereich liegen, Salz steil, Salz flach an der Stelle und dass wir eben tatsächlich auch bis in die neuen Länder hinein, bis Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen-Anhalt auch sehr geprägt durch Salzstrukturen, dann eben auch im Norden eine außerordentlich geeignete Geologie erkennen können. Ja, jetzt gibt es ja weiße Bereiche auf der Karte. Das sind dann die Gebiete, so wie ich es verstanden habe, die sich nicht als Standort für ein Endlager eignen. Kann man sagen, dass das sozusagen Ihr Ergebnis auch heißt, das ist eine Übersicht der Gebiete, die rausgefallen sind? Herr Karnitz? Na ja, ganz grundsätzlich liegt diese Karte genau das nahe. Sie liegt nahe, dass 46 Prozent der Bundesrepublik nach Anwendung der Kriterien nicht geeignet scheinen. Was wichtig ist, es ist ein Zwischenbericht, den wir hier vorstellen. Das heißt, es hat noch keinen verbindlichen Charakter. Den Grad der Verbindlichkeit, den schafft der Bundesgesetzgeber nach Abschluss des nächsten Schritts, des Schritts 2. Und dort wird verbindlich geklärt, welche Standortregionen dann übertägig zu erkunden sind. Insofern bietet diese Teilgebietkarte einen wichtigen Indiz darüber, welche Regionen wir uns im weiteren Verfahren anhand von Daten näher anschauen und wo wir günstige geologische Voraussetzungen erwarten oder vermuten, die wir uns eben in der Tat für die Entlarung näher anschauen werden. Das heißt, Sie gucken sich die weißen Flächen nicht mehr an in Zukunft oder doch? Ganz grundsätzlich konzentrieren wir uns natürlich auf die Teilgebiete, das ist klar. Aber diese Fachkonferenz ist ja auch dafür da, um Input von außen zu bekommen und den erwarten wir uns auch. Wir erwarten schon, dass es Hinweise gibt der geologischen Landesämter oder möglicherweise auch von Regionalgeologen, die sagen, ich habe hier noch Daten, die konntet ihr noch gar nicht haben. Wenn ihr die gehabt hättet, hättet ihr entdeckt, dass es hier möglicherweise auch noch interessante Konfigurationen gibt. Wir sind sehr abdeckend unterwegs. Das zeigt auch die 54 Prozent der Deutschlandkarte. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass wir hier ganz großräumig das abgedeckt haben, was wir unter potenziell untersuchungswürdigen Wirtsgesteinskonfigurationen verstehen. Wenn man diese Karte sieht, in der Tat, dann kann man sagen, okay, verdammt viele Möglichkeiten. Das ist wahrscheinlich eher eine gute Nachricht, wenn man sagt, Deutschland braucht ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Die Frage, die sich natürlich auch für mich als Laie stellt, wie viel Fläche braucht man denn oberirdisch eigentlich? Also wie groß muss man sich so ein Lager vorstellen? Naja, das Ganze ist schon groß. Das Gesetz sieht gewisse Mindestflächenbedarfe vor. Drei, sechs oder zehn Quadratkilometer, je nachdem, in welchem Wirtsgestein wir unterwegs sind. Das beschreibt natürlich insbesondere den untertägigen Bereich, den wir benötigen, um Hohlräume aufzufahren, um die radioaktiven Abfälle unterzubringen. Aber es ist so, dass wir an der Oberfläche unterschiedliche Anlagen brauchen. Wir brauchen einen Schacht, den wir abtäufen oder eine Rampe, je nachdem. Das Endlagerkonzept steht noch nicht fest. Mit dem wir die Abfälle von Übertage nach Untertage transportieren. Wir brauchen ein Eingangslager, wir brauchen möglicherweise Konditionierungseinrichtungen. Das heißt also, es geht schon um einen industriellen Komplex mit mehreren Anlagen, die dazu geeignet sind, die Abfälle anzunehmen, sie endlagergerecht zu konditionieren, um zu verpacken und dann nach Untertage einzulagern. Okay, also ich merke mir jetzt mal die Zahl drei, sechs oder neun was? Zehn Quadratkilometer. Zehn Quadratkilometer, was als Größenordnung im Moment einem Gefühl gibt, um was es denn eigentlich geht. Gut, nun haben Sie ja vor ungefähr drei Wochen diese Karte vorgestellt, wo wir auch den unteren Teil sicherlich nochmal sehen sollten in der Darstellung. Die Frage, was ist an Sie denn herangetragen worden seitdem? Also ich habe natürlich Zeitungen gelesen, Zeitungsauswertungen gelesen und einiges an Kritik gefunden, auch an Lob. Was steht für Sie im Vordergrund? Was kommt bei Ihnen an? Lassen Sie uns vielleicht noch einen ganz kurzen Blick auf den Süden werfen, wenn wir den Norden schon kurz beschrieben haben, dass wir auch den südlichen Teil noch einmal kurz darstellen in den Farbgebungen. Man sieht sehr viel ausgeprägte Kristallinflächen, die dann von Baden-Württemberg über Bayern, über Thüringen bis nach Sachsen reichen. Man sieht aber auch Tongestaltungen, die sich in Baden-Württemberg und in Bayern in kleinerer Ausprägung ergeben. Und wenn man das jetzt mal wieder zusammenfügt zu einer Karte nochmal, kann man erkennen, dass es eben sehr gut geeignete Geologie in Deutschland gibt, die eben tatsächlich uns auch jetzt schon mit relativer Sicherheit sagen lässt, dass wir dem Ziel, das die Frau Ministerin vorhin definiert hat, einen Standort mit der bestmöglichen Sicherheit zu finden auf der Zeitachse, dann auch realisieren lassen wird. Was ist uns begegnet? Da kann man in der Tat ganz vielschichtig darstellen. Lassen Sie mich jetzt gerade nochmal dazwischen, sorry, weil mit dem Begriff Kristallin, Herr Stuth, haben Sie für mich nochmal so eine Frage aufgeworfen, die würde ich ganz gerne mal thematisieren. Als Nicht-Geologe, bin kein Geologe, kann ich nicht sofort mit dem Begriff Kristallin was anfangen. Ton kann ich mir vorstellen, kennt man, Salz, Gestein habe ich auch schon gesehen. Kristallin, habe ich das zu Hause? Da gehen wir dann nochmal weiter an Herrn Karnitz, den ressortzuständigen Geschäftsführer, der wird das sehr kompetent ausführen. Okay, das kann durchaus sein, Herr Klaus, dass Sie Kristallin in Form von Granit zu Hause haben, beispielsweise bei Bodenfliesen, also ist bekannt als sehr hartes Gestein, das eben insofern eine hohe Standfestigkeit garantiert. Das ist für den Bergmann gut zu erschließen. Einerseits kann, wenn es erdgeschichtlich abgeschlossen ist, für sehr, sehr lange Zeiträume gute, stabile Voraussetzungen bieten. Es kann klüftig sein, es muss aber nicht klüftig sein. Und das ist genau der Grund. Wir blicken nach Nordeuropa, nach Finnland und nach Schweden. Dort bauen unsere Nachbarländer Endlager, die langzeitsicher sind, in genau diesem kristallinen Wirtsgestein. Und das zeigt, dass alle drei Wirtsgesteine grundsätzlich geeignet sind. Wir müssen sie uns jedenfalls näher anschauen. Und klüftig sind Bereiche dazwischen, wo das Gestein nicht vorhanden ist, wo irgendwas anderes ist. Ist das richtig? Wo es Wasserwegsamkeiten geben könnte, ganz genau. Was natürlich eine wichtige Rolle spielt. So, danke für die Erklärung zwischendurch, was kristallin ist. Aber jetzt kommen wir zu der Frage zurück. Welche Kritik, welches Lob haben Sie in den letzten drei Wochen gehört? Also ich glaube, erstmal Anerkennung für das Verfahren, wie es die Bundesgesellschaft für Endlagerung durchgeführt hat. Ich sage es nochmal, auf Basis eines sehr intensiv und gut beratenden und dann am Ende auch beschlossenen Gesetzes, das uns genau diese Arbeiten ermöglicht, in einem sehr konstruktiven Dialog. Und das will ich hier einmal an dieser Stelle auch sagen, mit dem Base in der Diskussion, die es natürlich immer gibt, aus der rechtsaufsichtlichen Diskussion, die wir miteinander haben, der Begleitung. Das ist etwas, was für uns wichtig ist. Nach dem 28. September haben wir natürlich erfahren, durchaus auch politische Rückmeldungen, wenn wir hier auf den Süden blicken, dann sicherlich eher in einer, sag mal, polemischen Drastigkeit, die dem Prozess nicht zugetan ist, der ja eben gerade darauf ausgelegt ist, sich wissenschaftlich, sich gründlich, geologisch, fachlich mit der Thematik zu beschäftigen. Insofern haben wir auch als eine, also meine ganz persönliche Reaktion an dem Tag gesagt, lass uns diesen Dialog, diesen kontroversen Dialog durchaus führen. Das ist ja hier schon mehrfach zum Ausdruck gebracht worden. Und dieser Prozess lebt von der kritischen Auseinandersetzung mit unseren Ergebnissen. Aber bitte fachlich und sachlich, da hilft es relativ wenig, all das im Bausch und Bogen dann irgendwie zu verwerfen. Das hilft weder für das Verfahren, das hilft weder der Akzeptanz, die wir ja auf der langen Strecke brauchen. Es hat viele fachliche Hinweise gegeben, weil natürlich der ein oder andere sagt, ja mein Gott, ich kenne doch meine Geologie, auf der ich lebe und finde mich da gar nicht so richtig wieder in eurem Bericht. Das ist aber genau der Diskurs, den wir jetzt nach vorne hin auch wollen. Die Auseinandersetzung, die Diskussion, auch die Einlassung, die heute Ihnen allen, die heute zuhören, die zuschauen, auch möglich ist in diesem Prozess, jetzt über die drei Fachkonferenzen, die ja dann im Februar, April, Juni nächsten Jahres stattfinden, genau diese Auseinandersetzung entweder dort zu führen oder uns auch einzuladen, vor Ort zur Diskussion oder in diesen virtuellen Formaten miteinander ins Gespräch zu kommen. Also insofern aus meiner Sicht konstruktive Kritik bisher, wenige verfahrenshindernde Einlassungen an der Stelle, aber ich glaube, auch da ist eine gewisse Beruhigung wieder eingetreten, sodass wir eben auch da in den fachlichen Dialog kommen. Ja, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja so mal laienhaft gesagt die Frage, sind die Daten, die Sie benutzt haben, eigentlich richtig oder vollständig? Also wissen Sie genug, um eine solche Karte zu machen? In dem Zusammenhang ist in der Vorbereitung mir natürlich auch aufgefallen, dass von einigen Personen beklagt wird, dass diese Daten nicht alle öffentlich zugänglich sind. Also das nähert bei einigen den Zweifel nach dem Motto, kann das eigentlich stimmen? Haben die das vernünftig gemacht? Wie gehen Sie damit um? Das ist erst einmal ein völlig berechtigter Hinweis, mit dem wir umgehen, denn wir haben ja dieses Verfahren so aufgesetzt, dass nicht nur die Ergebnisse vorgelegt werden müssen, dass es nicht nur Beteiligungsformate und Informationsformate gibt, sondern dass auch die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindung gewährleistet werden kann. Und das tun wir auf unterschiedlichen Wege. Zum einen darüber, dass diese Fachkonferenz-Teilgebiete ja zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem noch keine Fakten geschaffen worden sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls, auch jetzt festzustellen, wer Teilgebiet ist, ist nicht Endlagerstandort, sondern die Informationen, die wir über die Geologie haben, zeigen uns an, dass es dort interessante Wirtsgesteinskonfigurationen gibt. Zweitens haben wir auf dem Weg hin zu den Teilgebieten schon sehr viel Beteiligungsformate gemacht. Die Methodik, die wir entwickelt haben, wurde online konsultiert. Das heißt, wer sich beschäftigen wollte mit dem Sachverhalten, konnte wissen, wie wir beispielsweise die Ausschusskriterien, die Mindestanforderungen oder die Abwägungskriterien anwenden. Da hat es schon einen sehr intensiven Dialog und auch einen kritischen Diskurs gegeben. Und in der Tat, wir verwenden ja Daten, an denen es Rechte Dritter gibt. Das heißt, wir fahren nicht durch die Republik und können eigene Erkundungsbohrungen vornehmen. Das folgt erst in den nächsten Phasen, sondern wir benutzen Daten, die aus der Rohstoffgewinneindustrie entwickelt wurden, um beispielsweise nach Rohstoffvorkommen zu suchen. Das sind sehr viele. Deutschland insgesamt ist sehr, sehr gut geologisch erkundet. Aber man kann sich gut vorstellen, dass daran eben auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse hängen. Vor dem sogenannten Geologie-Datengesetz hätten diese Daten gar nicht veröffentlicht werden dürfen. Es haben sich viele, die das Standortauswahlgesetz geschaffen haben, viele, die das Standortauswahlverfahren begleiten, intensiv dafür eingesetzt in den letzten drei Jahren, dass es eine Rechtsgrundlage zur Veröffentlichung von Daten gibt, an denen es Rechte privater Dritter gibt. Dieses ist das sogenannte Geologie-Datengesetz. Das Geologie-Datengesetz setzt eine Aufgabenteilung voraus zwischen der Bundesgesellschaft für Entlagung einerseits und den geologischen Landesämtern, bei denen diese Daten liegen und lagen. Und da sind wir jetzt, das Geologie-Datengesetz ist am 30.06. in Kraft getreten. Da sind wir schon einen guten Schritt vorangeschritten. Das heißt also, wir haben eine Kategorisierung der Daten vorgenommen und die Landesämter stellen jetzt per Bescheid fest, ob diese Kategorisierung nachvollziehbar ist. Und damit erlangt das Ganze Rechtskraft und daraus kann man ableiten eine Veröffentlichungsfähigkeit. Teile der Daten sind jetzt schon öffentlich, insbesondere die 3D-Modelle der Länder und Teile werden sukzessiv öffentlich. Wir haben vereinbart, dass wir unsere Datenberichte revisionieren, sehr regelmäßig. Gerade in diesen Tagen kommt die erste Revision unseres Datenberichtes auf den Markt, sodass wir eine Nachvollziehbarkeit über die Daten auch schrittweise und sukzessive sicherstellen können. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Sie sagen, es wird Schritt für Schritt werden die Daten zugänglich gemacht. Ich habe verstanden, es hängt auch an Ihren Absprachen und die Zuarbeit der geologischen Landesämter. Können Sie zusagen, dass das während der Arbeit der Fachkonferenz passiert oder ist das fraglich? Es hängt nicht an den Absprachen mit den Landesämtern, sondern es hängt an dem Gesetz, am Geologiedatengesetz. Das Geologiedatengesetz hat gewisse Fristen zur Veröffentlichung vorgesehen und daran müssen wir uns halten. Wir sind uns einig mit den geologischen Landesämtern, dass wir sicherstellen müssen, im Rahmen der Fachkonferenz, dass die Nachvollziehbarkeit gewährleistet wird. Das geht einerseits über die Methoden, andererseits über die Daten. Auch heute schon kann man über die dreidimensionalen Ländermodelle sehr viel nachvollziehen von den Wirtsgesteinskonfigurationen, die wir haben. Und ich gehe davon aus, die Fachkonferenz hat ja drei reguläre Termine im nächsten Jahr, dass wir im Rahmen dieser Termine auch die Nachvollziehbarkeit über die Daten gewährleisten können. Okay, dann verlassen wir mal das Thema Daten und Datentransparenz. Ein weiteres Thema, was kritisch aufgeworfen wurde in den letzten Wochen, ist das Aus für Gorleben, also den jetzigen Standort. Das war ja sozusagen die erste Nachricht, vor der Nachricht, dass es jetzt einen Zwischenbericht gibt. Also Gorleben nicht mehr dabei. Und der Vorwurf, dann sagen wir so, es gibt da Lob und Kritik. Also es gibt natürlich viele Leute, die sagen, super, die Arbeit der letzten Jahrzehnte hat sich gelohnt, endlich wurden unsere Argumente gehört, der Standort ist raus. Dann gibt es andere, die sagen, das gefährdet das weitere Verfahren, es nährt Zweifel an einer sachlichen und nicht politischen Vorgehensweise. Es gibt den Vorwurf, mit zweierlei Maß gemessen zu haben. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Lassen Sie mich mal, Herr Klaus, ganz abstrakt sagen an der Stelle, was wir gemacht haben und das will ich hier nochmal deutlich betonen, ist die Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung anhand der Kriterien, die das Standortauswahlgesetz uns vorgibt. Die sogenannten Ausschlusskriterien zu prüfen, die Mindestanforderungen zu prüfen, die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien vorzunehmen und dann Ergebnisse zu erzielen. Diese Ergebnisse haben wir skizziert. Wir haben 181 identifizierte Gebiete, da gehört der Bereich Gaulleben noch dazu. Wir haben auf diese identifizierten Gebiete dann die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien angelegt. Da sind 90 Teilgebiete herausgekommen, da gehört Gaulleben nicht mehr dazu. Das ist einzig der Maßstab, an dem die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihrer Arbeit und ihr Arbeitsergebnis misst. Alles, was vorher dazu gesagt wurde, ob 40 Jahre, ja, nein, oder ob das das Verfahren jetzt irgendwie mit Zweifeln nähert, ja, nein, das ist nicht das Thema der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und im Einzelnen, Steffen Karnitz vielleicht nochmal mit Ergänzung in der Fachlichkeit. Ja, gerne. Die Rückmeldungen zu Gaulleben sind ja genauso mannigfaltig wie zum gesamten Zwischenbricht-Teilgebiet. Im Übrigen, glaube ich, freut das die Mütter und Väter des Standortausfallgesetzes, die alle gehofft haben, dass mit dem Zwischenbricht-Teilgebiete eine Diskussion entsteht, zu einem Zeitpunkt, wo noch Beteiligung möglich ist. Und das ist bei Gaulleben natürlich genauso der Fall, dass es hierzu Diskussionen gibt. Ich glaube, man muss immer differenzieren zwischen dem alten und dem neuen Verfahren. In der Vergangenheit ging es darum, zu untersuchen, ob Gaulleben ein geeichneter Standort sein könnte, um die hochradioaktiven Abfälle dauerhaft und sicher einzuschließen. Daran ist intensiv geforscht worden. Die Tatsache, dass wir heute feststellen, dass Gaulleben die Mindestanforderungen erfüllt, legt ja zumindest nahe, dass diese Untersuchungen nicht umsonst waren. Gleichzeitig ist das Ziel des heutigen Standortausfallgesetzes ein anderes. Es geht nicht darum, einen geeigneten Standort zu finden, sondern es geht darum, den bestmöglichen Standort zu finden. Und um den bestmöglichen Standort zu finden, haben wir eine Methodik entwickelt, die sich ganz bewusst an dem Gesetz orientiert, und zwar eins zu eins und buchstäblich. Das heißt, Gaulleben nicht als Referenzstandort zu verwenden. Das haben wir gemacht. Diese Methodik haben wir intensiv diskutiert. Wir haben sie fachlich diskutiert, im Unternehmen, aber auch darüber hinaus extern. Wir haben sie zur Anwendung gebracht und das Ergebnis ist, dass Gaulleben kein Teilgebiet geworden ist. Genauso im Übrigen, wie Stefan Stutt hat es erwähnt, etwa 40 andere steilstehende Salzstrukturen auch. Das liegt in Gaulleben insbesondere an der Struktur des Deckgebirges, an Komplikationen, die es da gibt. Es gibt einfach bessere steilstehende Salzstrukturen, die uns sicherstellen können, dass wir im weiteren Verfahren dieses bestmögliche Endlager finden. Und insofern ist es ein Ausfluss der Anwendung des Gesetzes, dass Gaulleben jetzt nicht Teilgebiet geworden ist. Und im Übrigen glaube ich, Vertrauen in das Verfahren entsteht eben in der Tat nur, indem wir uns nicht an Erwartungshaltung orientieren, sondern das Gesetz abarbeiten. Und das haben wir auch in Bezug auf Gaulleben getan. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis von Ihnen, Herr Kahn, ist, dass Sie sagen, es muss nicht nur geeignet, sondern es muss der bestmögliche, unter Sicherheitsaspekten bestmögliche Standort gesucht werden. Ich bin sicher, das wird während der Fachkonferenz noch mehrfach Thema werden. Deshalb für den Moment erst mal so weit zum Thema Gaulleben. Lassen Sie mich noch andere Fragen stellen, jetzt zur Wirksamkeit dieser Fachkonferenz. Also das Standortausfallgesetz sagt, dass Sie die Ergebnisse innerhalb einer bestimmten Frist bekommen sollen, im Juni, Juli nächsten Jahres und dass Sie dann die Ergebnisse berücksichtigen sollen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was heißt das? Also heißt das, Sie gucken da einmal drauf, sagen, interessiert mich nicht und machen weiter oder wie gehen Sie damit um? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir gemeinsam zu einem Verständnis kommen, dass das Gesetz uns vorgibt, diese Ergebnisse zu berücksichtigen. Es liegt also nicht in der Hand der BGE, selbstständig zu entscheiden, ob wir diese Ergebnisse berücksichtigen, sondern es ist sehr klar vorgegeben, dass wir sie berücksichtigen müssen. Das heißt, für uns ist klar, dass wir uns mit den Ergebnissen intensiv auseinandersetzen und dort, wo es fachlich geboten ist, sie übernehmen. Dort, wo wir sie nicht übernehmen, wir das aber begründet tun und zwar fachlich begründet tun. Und das ist dann ein Wunsch an die Fachkonferenz. Die Fachkonferenz ist selbstständig und kann das entscheiden, ob sie das tut oder nicht. Aber je deutlicher die Ergebnisse der Fachkonferenz sind, je klarer sie an uns adressiert werden, desto einfacher ist es für uns auch damit umzugehen. Oder ich mache mal ein Gegenbeispiel. Wenn wir einfach nur den Livestream übergeben bekommen von den zukünftigen drei und der heutigen Veranstaltung und morgen, dann wird das für uns natürlich extrem schwierig, hier eine Gewichtung vorzunehmen. Was ist der Fachkonferenz? Aber gleichzeitig das Versprechen, wir werden diese Ergebnisse sehr, sehr klar berücksichtigen und ich glaube, wir werden in den nächsten drei Terminen auch noch gemeinsam einen Modus erarbeiten, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fachkonferenz am Ende wissen, was konkret wir mit den Ergebnissen tun. Also sollte es zu Empfehlungen kommen, so habe ich Sie verstanden, Herr Karnitz, werden Sie im Einzelfall das entweder aufgreifen oder wenn Sie es nicht aufgreifen, begründen, warum Sie es nicht tun. Okay, sodass das wieder eine Grundlage für das weitere Vorgehen ist. Das Gesetz sagt ja auch, dass Sie jetzt schon weiterarbeiten, also sprich schon in der Phase 1 an den nächsten Schritten drehen. Da geht es ja um die Abgrenzung von Standortregionen. Wie muss man sich das vorstellen? Was wird das sein? Die Standortregionen sind weniger und kleiner als die Teilgebiete. Wie viel weniger und wie viel kleiner, das kann man jetzt logischerweise noch nicht sagen. Das sind Regionen, die wir dann übertäglich erkunden im weiteren Schritt, nachdem sowohl die Rechtsaufsicht drüber geschaut hat, als auch der Bundestag darüber ein Bundesgesetz gemacht hat. Und das zeigt schon, dass wir jetzt, wenn man so möchte, in einem anderen Pfad weiterarbeiten, der mit der Fachkonferenz erst einmal nichts zu tun hat, sondern wir arbeiten weiter, die Voraussetzungen zu schaffen, den Schritt 2 ordnungsgemäß abzuarbeiten. Ich will mal sagen, was wir da tun. Wir müssen die sogenannten repräsentativen, vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen durchführen und noch mal die geowissenschaftlichen Kriterien, aber auch erstmalig die planungswissenschaftlichen Kriterien. Und die Voraussetzung dafür ist eine Verordnung, die gerade erst auf den Markt gekommen ist. Das, was wir jetzt tun, in den nächsten Monaten, ist es, Konzeptionen zu entwickeln, wie wir diese repräsentativen, vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, also im Prinzip näher zu untersuchen, ob wir in einer konkreten Region ein Endlager errichten können, das den langzeitsicheren Verschluss der radioaktiven Abfälle gewährleistet, wie wir das konkret ausgestalten können. Das heißt also, die Arbeit der Fachkonferenz wird erstens berücksichtigt und es ist zweitens richtig, dass wir jetzt in einem anderen Handlungsstrang weiterarbeiten, der mit der Fachkonferenz originär nichts zu tun hat, weil wir die Voraussetzungen für die dann nächste Beteiligungsformate schaffen. Das heißt, die Beteiligten dieser Konferenz müssen sich keine Sorgen machen, dass das keine Rolle spielt, weil sie sowieso schon einen Schritt weiter sind. Dieser Schritt ist ein anderer und insofern gibt es da keine Abhängigkeiten. Ganz genau. Gut zu sagen. Trotzdem die Frage natürlich, wann werden Sie diese Standortregionen denn etwa vorstellen? Ich weiß, dass Sie jetzt am liebsten gar keine Antwort geben möchten. Doch? Ja, dann sagen Sie mal. Wir geben immer auf alles eine Antwort. Keine Frage bleibt bei uns ohne Antwort. Nein, aber in der Tat, wir haben jetzt am 28.09. nach großem und intensiven Engagement unseres gesamten Teams den Zwischenbrechteilgebiete vorgelegt und dieser Zwischenbrechteilgebiete mit den 54 Prozent der Bundesrepublik und mit den 90 Teilgebieten determiniert ja jetzt den Rahmen für den Schritt zwei. Wir sind jetzt intensiv dran, erstens die Fachkonferenz ernst zu nehmen, das heißt also mit einer großen Man- und Women-Power diese Fachkonferenz zu unterstützen und zweitens den Zeitplan zu entwickeln. Insofern können wir jetzt noch keine Aussage machen zu der Frage, wie umfangreich ist das. Das hängt auch an den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, wie umfangreich müssen sie durchgeführt werden. Ich erwarte, dass wir im Laufe der Fachkonferenz hierzu aussagefähiger werden. Die tagt ja dann noch dreimal, aber da können wir in der Tat heute noch keine Aussage zu machen. Wird es denn für das, was Sie da methodisch entwickeln, Sie haben ja gesagt, dass Sie gerade an konzeptionellen Fragen arbeiten, wird es da Beteiligungsangebote von Ihrer Seite geben? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im Rahmen der Fachkonferenz auch dazu eine eigene Session machen und mal erklären, wo wir gerade stehen, was wir uns vorgestellt haben, was sind repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen, wie gedenken wir, die durchzuführen. Selbstverständlich, die Fachkonferenz tagt ja bis Juni des nächsten Jahres. Das können wir uns gut vorstellen. Wenn die Fachkonferenz sich entscheidet, das nicht aufgreifen zu wollen, würden wir sicherlich auch eigene Formate anbieten. Kommen wir noch mal zum aktuellen Punkt. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Das eine ist, ganz schlicht, in der Vorbereitungsveranstaltung wurde mal gesagt, das Ganze muss ja möglichst einfach dargestellt werden. Gut, für meinen Geschmack ist das in dem Zwischenbericht der Fall, aber noch einen Schritt weiter, so die Frage, leichte Sprache. Also für Personenkreis, die darauf angewiesen sind, gibt es das schon, wird es das geben, eine Darstellung? Das wird es in den Darstellungen geben, das ist uns auch wichtig. Also erst mal, es ist eine normative Erwartung, tatsächlich ja etwas zu produzieren, auch im Zwischenbericht Teilgebiete, das verständlich, das nachvollziehbar ist und zwar nicht nur für die Experten, die uns gemeinhin auf diesem Weg schon begleitet haben, sondern für die vielen Menschen, die betroffen sind. Also insofern wird sukzessive auch die Übersetzung in einfache Sprache stattfinden. Wir haben versucht, dann auch sofort mit dem 28. September ja durch eine interaktive Karte eine einfache Postleitzahlensuche zu ermöglichen, also zumindest mal den Blick zu gewinnen, bin ich in einem Teilgebiet mit meinem Wohnort oder bin ich in keinem Teilgebiet mit meinem Wohnort. Wir werden weitere Formate anbieten, jetzt in Anschluss an diese Veranstaltung. Wir haben jetzt zu jedem einzelnen Teilgebiet kleine Videosequenzen aufgenommen, wo wir nochmal die Ergebnisfindung und die Ergebnissicherung beschreiben. Das wird dann im Laufe dieser Woche, also im Laufe der kommenden Woche online gestellt, sodass da jeder nochmal auch die Abgriff- und Zugriffsformate dann finden kann. Wir werden beginnend am 26. Oktober bis zum 4. November jeden Tag, jeden Werktag von 17 bis 21 Uhr auch einmal durch alle Teilgebiete hindurchradeln, wo wir sagen, zu jedem Teilgebiet eine Stunde, eine erste interaktive Auseinandersetzung im virtuellen Format. Und wir sind natürlich bereit, und ich habe es schon gesagt, auch in der Lage, dann danach auch vor Ort dann diese Dinge vielleicht auch nochmal etwas plastischer im direkten Dialog auch zu erklären, um wirklich einem jedem zu ermöglichen, nachzuvollziehen, auf welcher Basis haben wir welche Ergebnisse erzielt und wie kommen wir darüber dann auch miteinander ins Gespräch. Bieten Sie auch lokale Informationsveranstaltungen an? Also wenn die Gebietskörperschaft sagt, kommt doch mal zu uns, erklärt uns das genauer, sagt uns, was ihr weiter machen wollt und gibt es dazu schon eine Nachfrage? Also es gibt eine beginnende Nachfrage zu diesen Veranstaltungsformaten. Das werden jetzt keine BGE-eigenen Veranstaltungen sein, sondern wir folgen gerne den Einladungen der Gebietskörperschaften oder anderer interessierter Gruppen, unsere Ergebnisse dort dann darzustellen, zu präsentieren und zu diskutieren. An der Stelle herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier nochmal darzustellen und tatsächlich die Möglichkeit aufzuzeigen. Gut, ja, ich bin mit meinen Fragen durch, aber ich möchte Sie jetzt nicht von der Bühne lassen, ohne dass Sie sagen, was erwarten Sie von der Fachkonferenz, also zumindest von der Auftaktveranstaltung heute und morgen? Also ich ganz persönlich würde sagen, Dank an all die, die uns jetzt schon zuhören, die uns jetzt schon begleiten auf diesem Weg. Das ist genau das, was wir immer gesagt haben. Wir brauchen für diesen langjährigen Diskurs aktive Begleitung, wir brauchen Interesse der Bürgerinnen und Bürger, wir brauchen Interesse der kommunalpolitisch und landespolitisch verantwortlichen Personen und Persönlichkeiten. Und insofern ist dieses Auftaktformat unter diesen Corona-Bedingungen, die Sie ja beschrieben haben, Herr Klaus, denke ich, ideal gelöst in der Situation, dass wir tatsächlich hier auf der Bühne stehen können und eigentlich uns vorstellen, Sie alle säßen jetzt vor uns und würden mit uns diesen Weg gemeinsam gehen. Und wir müssen diese Formate fortsetzen. Ich hoffe sehr, dass morgen gelingen wird, dass diese Fachkonferenz sich selbst so konstituiert, dass wir genau in diesen konstruktiven Dialog dann in den nächsten Monaten dann auch einsteigen können. Und dann wissen wir alle gemeinsam, haben wir noch eine lange Wegstrecke vor uns über die Teilgebiete, die Standortregion, die Standorte und schließlich die Standortentscheidung, die Anfang der 30er Jahre getroffen werden sollen. Ja, zunächst einmal finde ich es richtig gut, dass die Fachkonferenz stattfindet. Die Alternative, sie abzusagen, wäre aus unserer Sicht keine gewesen. Es ist ja so, dass wir einfach auch jetzt mal mit unseren Ergebnissen öffentlich werden wollten und dass die Informationsasymmetrie zwischen der Öffentlichkeit und der BGE immer größer wird. Und insofern sind wir dankbar, dass wir diesen Raum bekommen, auch die Ergebnisse zu präsentieren. Ich hatte ja zweitens als Wunsch vorhin geäußert, es wäre hilfreich, wenn die Fachkonferenz sich selber einen Modus gibt, mit dem auch die BGE hinterher arbeiten kann, je spezifischer die Ergebnisse sind, desto einfacher können wir damit auch umgehen. Ja, ansonsten bin ich dankbar für diejenigen, die jetzt in diesem ungewöhnlichen Format am Bildschirm sitzen, sich auch mehrere Stunden lang die Vorträge anhören. Ich glaube, dass wir sie interaktiv und interessant genug gestaltet haben, dass es sich auch lohnt. Aber ansonsten bin ich erst mal dankbar fürs Zuhören und natürlich auch für die konstruktive und kritische Kritik. Ja, dankeschön. Wir werden ja nach der Pause weiter diskutieren. Also nicht, dass ich Ihnen die Fragen von mir stelle, sondern dann die Fragen der Online-Teilnehmenden. Bis dahin erst mal Dankeschön. Und an Sie, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt drei Minuten ein Fenster, wo Sie sich Gedanken machen können, ja, was sind meine zentralen Fragen? Schicken Sie das ab, falls Sie das noch nicht getan haben. Und daran schließt sich eine Pause an. Und wir wollen dann nach der Pause in die Beantwortung der Fragen einsteigen. Das ist vorgesehen für 11.25 Uhr. Also zwischendurch auch Zeit für Sie, sich einmal die Beine zu vertreten oder einen Kaffee zu holen. Bis gleich. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Ich hatte etwas Mühe. Vielen Dank. Zum Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. die blau markieren, damit Sie so einen Eindruck haben, welche Fragen sind schon mal gestellt worden, welche sind offen. Der Umgang mit den offenen Fragen ist natürlich unbefriedigend, wenn Sie eine Frage stellen und Sie kriegen keine Antwort, aber Sie werden sie bekommen. Nur nicht heute, nicht live, sondern Sie werden sie im Nachgang, im Internet in so einem Frage-Antwort-Format selbstverständlich finden. Das kann je nach Umfang der Fragestellung sehr schnell gehen oder auch ein paar Tage dauern. Aber bitte vertrauen Sie uns da, dass wir uns darum kümmern, dass die Fragen Ihre Antworten tatsächlich finden werden. Zur Beitragsübersicht, wenn Sie da mal draufgehen in Ihrem Fenster rechts, also die drei Balken und dann Beitragsübersicht, dann sehen Sie eine Reihe von Kategorien. Also das Redaktionsteam hat gesagt, worum geht es eigentlich bei den Fragen und hat die Fragen, so wie sie gekommen sind, inklusive Autorin oder Autor verschoben. Und das, was ich jetzt hier auch auf diesem kleinen Pad sehe, ist die Kategorisierung. Zwischenbericht, da gibt es einige Fragen. Und die werden wir im Wesentlichen auf den Nachmittag schieben, denn da ist ja die Vorstellung des Zwischenberichts im Detail und werden Sie an der passenden Stelle dann wieder aufrufen. Die sind nicht weg. Sie werden nur nicht jetzt in der Diskussion mit den Herren von der Geschäftsführung diskutiert. Stand- und Auswahlverfahren ist sicherlich ein Thema, was wir hier und da berühren. Technische Fragen sagt der Kollege dazu und auch das, was so weitere Beiträge und die BGE selber angeht, also die Bundesgesellschaft. Das werden wir hier zum Thema machen. Und Kollege, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist, darf ich Ihnen vorstellen neben mir, mein Kollege Gregor Schnittger. Gregor Schnittger ist die Verbindung zwischen dem Redaktionsteam und der Arbeit hier vorne und mir. Und er hat in der letzten Dreiviertelstunde geguckt, was kommt denn an Fragen und Anmerkungen so rein und möchte mal so eine kurze Übersicht geben. Wie sieht es denn aus? Guten Morgen auch von meiner Seite. Wichtig, glaube ich, vorab ist, dass wir einmal über die Technik sprechen. Da gab es früh am Vormittag mal einmal ein kurzes Problem mit dem Signal, was wir hier in Kassel raussenden. Das war aber wirklich nur eine kurze Phase, aber dann wundern Sie sich zu Hause sicher auch, Mensch, bin ich jetzt schuld? Sind die schuld? Wer ist schuld? Und wir waren schuld. Wir haben genau da Abbitte zu leisten, aber es war ein Mini-Zeitfenster und dann hilft aktualisieren, dass man also einmal auf den Pfeil drückt und sein Programm neu lädt, seine Seite neu lädt und dann müssten die technischen Probleme, was uns angeht, ehrlich gesagt behoben sein. Dieses kurze Problem wurde behoben, die Bandbreite wird überwacht. Wir haben ja hier Techniker, wir haben vorhin ja mal die Kulisse vorgestellt, da sitzen Menschen, die sind vom Fach, die achten jetzt darauf, dass das, was wir rausgeben, stabil rausgeht. Wenn Sie aber Probleme haben, dafür gibt es dann einen eigenen Button, oben in die Beitragsübersicht klicken oder daneben rechts die drei Flächen anklicken und dann sehen Sie, da gibt es die Option, vorletzter Punkt, technische Hilfe. Und das wird direkt hier an uns adressiert, also an Menschen, die dann versuchen, Ihnen an den Geräten direkt zu helfen. Also eigener Button, technische Hilfe und dann sollte das Signal auch stabil laufen, dass zwischen YouTube und der anderen Plattform hier und da eine Verzögerung entsteht, und das ist normal. Ja, ansonsten, wie ist denn die Bilanz bisher? Die ist sehr ambivalent, sehr durchmischt, also es gibt sehr viele fachliche Fragen, die am Nachmittag noch en detail geklärt werden und da ist so eine gewisse verständliche Ungeduld zu diesen fachlichen Fragen, dass man sagt, ich würde doch jetzt gerne schon mal wissen, warum verläuft eine Grenze so und nicht anders? Es wurde doch gesagt, wir betrachten unterirdisch, jetzt sind oberflächlich doch betrachtet auch Grenzen erkennbar. Woran liegt das eigentlich? Es wurde auch darauf hingewiesen oder wurde nachgefragt, inwiefern es beispielsweise einen internationalen Austausch gibt, nimmt man Erkenntnisse aus anderen Ländern zur Kenntnis und verarbeitet sie dementsprechend Dinge, die also am Nachmittag sicherlich noch eine Rolle spielen dürften. Schön fand ich auch den Hinweis, erst mal Kompliment und Lob, dass auch kritische Fragen und auch kritische Themen hier am Vormittag direkt angesprochen wurden. Wir haben ja auch ein Feedback-Button, da wurde gesagt, klasse, dass ihr direkt auch Finger in Wunnen legt und da, wo es eben Anlass zu Skepsis oder auch Kritik gibt, das wird hier nicht unter den Teppich gekehrt. Insofern fand ich das interessant. Auch den Hinweis, ein sicheres Endlager gibt es nicht. Also man sollte doch bei der Formulierung bitte aufpassen. Auch da fühlen sich also Menschen, wie ich finde, aus gutem Grund bemüht, das reinzuspielen, zu sagen, was ist eigentlich ein sicheres Endlager. Also es gibt den bestmöglichen Standort, wie das Herr Karnitz vorgestellt hat, den besten, aber sicher ist so absolut, dass niemand sagt, das gibt es. Genau. Und das ist ja auch Sinn dieses Formats, was in Pandemiezeiten anders ist, als wenn wir uns in Präsenz treffen. Und da gibt es auch Hinweise, warum sollten wir eigentlich den Behörden vertrauen? Gorleben hieß es doch immer. Das sei doch ein sicherer Standort, der ist jetzt als erstes rausgeflogen. Wo kommt denn jetzt eigentlich mein neues Vertrauen, sagt der Nutzer her, dass es jetzt um den besten Standort gibt, wenn doch der vorherige Standort schon immer als der beste kommuniziert wurde. Ich finde, das ist eine Frage, mit der man umgehen sollte. Verständliche Reaktion. Absolut. Und auch das Misstrauen an handelnde Personen. Warum sind es die und keine anderen? Was qualifiziert eine Person, dass sie entscheiden kann, was diese Zukunftsfrage angeht? Ich finde, auch das ist eine Sache, mit der man sich sensibel auseinandersetzen muss. Das ist soweit der erste Blick auf den Vormittag. Ja. Ja. Dann kommen wir vielleicht mal tatsächlich zu ersten Fragen. Und ich habe ja gesagt, die Zwischenberichtsfragen verschieben wir auf den Nachmittag. Aber da gibt es natürlich ein paar Fragen konkret an die Bundesgesellschaft. Und erst mal denke ich auch zum Verständnis sinnvoll. Es geht ja um den Umfang hochradioaktiven Abfalls. Die Frage ist, wie viel ist das eigentlich? Sind das die Kastoren, also die Kastorbehälter? Und wie viele davon, also um eine Vorstellung von der Menge zu haben? Ja, das können wir ganz gerne beantworten. Wir reden im Moment über 1.900 Kastoren, die jetzt hochradioaktive Abfälle beinhalten als Transport- und Lagerbehälter. Lagerbehälter, das ist ungefähr 5% der Gesamtmenge radioaktiver Abfälle. Wir differenzieren ja zwischen schwach-, mittel- und hochradioaktiven Abfällen. Die allergrößte Menge quantitativ sind schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Aber, und das ist immer wichtig zu sagen, 99% der Radioaktivität der Gesamtabfälle gehen von den hochradioaktiven Abfällen von den Kastoren aus. Und das ist auch der Grund, warum wir hier dann auch ein besonderes Suchverfahren im Standort-Auswahlverfahren niedergelegt haben. Kann man diese Menge irgendwie noch ein bisschen für Laien greifbar machen? Sich vorstellen, wie viel ist das eigentlich? Ja, das kann man. Das ist ein Würfel der Kantenlänge von 30 Metern in etwa. Also das entspricht 27.000 Kubikmetern knapp. Wichtig ist, das hängt vom Endlager-Konzept ab am Ende. Das heißt also, diese 30 Meter Würfelkantenlänge sind nicht absolut. Aber um mal eine Vorstellung zu bekommen, darum geht es. Eigentlich nicht so wahnsinnig viel, aber sehr, sehr gefährlich. Die 99% der Radioaktivität stecken da drin. Und das zeigt auch, warum wir hier eben einen Standort finden, der für sehr lange Zeit diese Abfälle sicher einschließt. Ja, und Sie würden es auch nicht so dicht packen wollen, ne? Auch das ist richtig, ja. Okay, gut. Aber trotzdem, dass man ein Gefühl kriegt, um was geht es eigentlich? Herr Karnitz, an Sie richtet sich eine der Fragen. Da beklagt jemand, dass Sie die Frage nach dem oberirdischen Flächendabedarf nur unzureichend beantwortet haben. Also unterirdisch haben Sie ja diese drei, sechs und zehn Quadratkilometer genannt, die gefordert sind. Und die Frage ist, wie viel Hektar würde man oberirdisch benötigen, ist insofern offen. Aus meiner Sicht haben Sie es auch als noch nicht klar fassbar beschrieben. Nein, das stimmt. Das liegt einfach an dem frühen Stadium. Das liegt daran, dass es unterschiedliche Endlagerkonzepte gibt, die man sich in unterschiedlichen Wirtsgesteinen vorstellen kann und vorstellen muss. Und wir werden erst in den nächsten Schritten weiter detaillieren. Ich habe insofern versucht, darüber zu erklären, welche Komponenten ein oberirdisches Endlagerbergwerk hat. Es hat einen Schacht, wo wir sicherstellen müssen, dass die Abfälle runterkommen. Es hat eine Halle, in der die Endlagerbehälter gelagert werden, in der andererseits aber auch die Transportbehälter ankommen. Das ist eine große industrielle Halle. Es hat eine Konditionierungseinrichtung, wiederum eine eigene Halle. Also es ist ein abgeschlossener Bereich von verschiedenen Hallen, die am Ende dieses Endlagerbergwerk in Gänze ergeben. Insofern kann man im Moment noch nicht sagen, es ist eine Größe von 1000 mal 1000 Metern. Das hängt in der Tat davon ab, an welcher Stelle wir es errichten. Und das werden wir im weiteren Verfahren konkretisieren. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Also vielleicht, ich kenne den gesetzlich vorgegebenen Zeitplan, der sagt ja 2031 Entscheidung und 2050 Beginn der Einlagerung. Also bis dahin ist noch ein bisschen hin, um dann konkret sagen zu können, was ist der Stand der Dinge. Ja, wir sind ja hier sehr fachlich unterwegs mit Fremdwörtern, mit Begriffen, die für Ingenieure kein Problem sind, für Geologen auch nicht, für Politiker und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Behörden auch nicht. Aber es gibt eben Menschen, die sitzen zu Hause am PC und fragen sich mitunter, Mensch, was genau ist da eigentlich Thema? Die wollen dann Referentenbeiträge, die wir am Nachmittag ja erleben werden, nochmal in Ruhe studieren wollen, nochmal nachlesen wollen. Und da sei dann, glaube ich, von mir auch der Hinweis gegeben, die werden nicht verschriftlich dargeboten, aber sie werden auch dokumentiert. Das heißt, die Veranstaltung wird über die Filme und das Streaming on Demand abrufbar sein und sie werden auf der Seite endlagersuche-info-plattform umfangreiche Informationen erhalten zu dem, was hier heute auch noch ausgeführt wird an fachlichen und nicht immer so einfachen Dingen. Und wenn man die Suchmaschine anwirft, bei mir war das vorhin im Experiment so, an drei habe ich direkt endlager-info-plattform.de gefunden und da, glaube ich, wird man allumfassend informiert. Und wenn nicht, auch während der Veranstaltung, nehmen Sie also Ihr Herz in die Hand und adressieren Sie bitte Ihre Fragen, Hinweise, Ihre Kritik, Ihr Lob und was auch immer Ihr Feedback ist und Ihre Resonanz zur Veranstaltung direkt hinein hier in den Raum nach Kassel. Und was die fachlichen Dinge angeht, finden wir vielleicht hier auch pass pro toto noch Gelegenheit, mal eine Frage zu beantworten von Ihnen. Vielleicht Herr Karnitz, wie sind denn eigentlich die Bordmittel, wie viele Mitarbeiter, wie viel Invest wird eigentlich in diesen langen Prozess hineingegeben, um zu einem richtig guten Ergebnis zu kommen? Da spielt natürlich auch das Stichwort Misstrauen ins Verfahren eine Rolle. Und vielleicht auch speziell, wie viele Experten, also Geologen wahrscheinlich in erster Hinsicht, aber auch andere. Ja, ich will vielleicht ganz kurz noch auf den ersten Hinweis zurückkommen und auf die erste Frage, nämlich die Frage der Allgemeinverständlichkeit. Wie können wir oder wie schaffen wir einen leichten Einstieg in das Thema? Wir haben auf unserer Homepage bge.de sogenannte Story Maps erstellt, wo wir die einzelnen Kriterien allgemeinverständlich formulieren mit Einbindung von Videos. Das heißt also, auch dort können Sie sich nochmal anschauen, was die einzelnen Kriterien bedeuten und wie wir zu diesen Teilgebieten gekommen sind. Die zweite Frage, die Frage, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten eigentlich an diesem Thema? Die BGE in Gänze hat etwa 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich den unterschiedlichen Endlagerprojekten widmen. Der Bereich Standortauswahl, der sich zualler vorderst um den Zwischenbericht Teilgebiete gekümmert hat, hat etwa 70 Kolleginnen und Kollegen, die natürlich in allererster Linie geowissenschaftlichen Hintergrund haben. Die werden unterstützt von weiteren Bereichen und Abteilungen aus dem Unternehmen. Wir reden etwa von 100 Kolleginnen und Kollegen, die sich innerhalb der BGE und damit auch mit geowissenschaftlichem Sachverstand mit diesem Zwischenbericht Teilgebiete auseinandergesetzt haben. Wir werden begleitet von wissenschaftlichen Institutionen. Wir haben Kooperationsvereinbarungen beispielsweise mit der Bundesanstalt Figurwissenschaften und Rohstoffe der BGR. Wir haben Kooperationen mit Universitäten, die uns unterstützen und es gibt auch sogenannte fachliche Qualitätssicherung, das heißt also externe Ingenieurbüros, die wiederum die Methodik überprüfen, die wir entwickelt haben. Also insofern ist es ein Konglomerat aus vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich an der Erarbeitung dieses Zwischenberichtes Teilgebiete beteiligt haben. Und was kostet das? Was kostet das Ganze? Das ist eine gute Frage, die noch nicht abschließend zu beantworten sein wird. Es ist so, dass der Bund in der letzten Legislaturperiode ja nicht nur die Neuordnung der Zuständigkeiten geklärt hat, also eine klare Rechtsaufsicht im Verfahren und einen Betreiber, einen Vorhabenträger andererseits, sondern auch die Finanzierung klar geklärt hat, indem er den Energieversorgungsunternehmen, die diese Abfälle ja maßgeblich mit verursacht haben, die Rückstellung abgenommen hat, die sie gebildet haben, zuzüglich eines Risikozuschlages. Das sind insgesamt 24 Milliarden, die in einem öffentlich-rechtlichen Fonds beim Bundeswirtschaftsministerium liegen. Diese 24 Milliarden verzinsen sich erstaunlich gut, sodass wir uns daraus maßgeblich finanzieren und davon ausgehen können, dass es auch reicht. Wir gehen davon aus, 2031 einen Standort gefunden haben, ein Endlager 2050 in Betrieb zu nehmen, das mehrere Jahrzehnte in Betrieb ist. Es geht also mindestens bis 2090 oder 2100 und dafür soll dieses Geld reichen. Es kann reichen, auch mit Blick auf andere internationale Projekte. Sichergestellt ist das im Moment noch nicht. Was ich auch spannend finde, ist so das Paradigma, die Annahme, da ist ein Standort betroffen. Kann man sofort nachvollziehen, dass das Wort betroffen häufig gewählt wird. Wie ist denn Ihre Betrachtung dazu, wenn ich jetzt Bezug nehme zu einem Feedback, was wir erhielten, warum so negativ? Die Annahme ist, dass Kommunen und Landkreise doch auch profitieren könnten im Sinne einer Zukunftssicherung, einer zusätzlichen Investition an den Standort. Muss man am Ende einen Standort feiern dafür, dass er das Glück hatte, die Abfälle zu bekommen? Ich glaube, das ist in der Tat eine der gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten, die wir haben jetzt mal. Gerade auch in unserer Generation für das, was seit Anfang der 60er Jahre an Abfällen produziert worden ist. Tatsächlich auch mit einer entsprechenden Entscheidung dann durch den Deutschen Bundestag finalisiert. Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, es ist nicht die BGE, die final über einen Standort entscheidet, sondern das ist ein sehr abgestuftes Verfahren hin zu einer parlamentarischen Entscheidung. Und natürlich wird es an dem Standort so sein, dass der, Herr Karnitz hat es gerade ausgeführt, über eine Perspektive aus heutiger Sicht von bis zu 80 Jahren. Natürlich eine Infrastruktur erhält, einen Betrieb, eine Arbeitsplatzsicherheit in einer Situation, die natürlich auch ein Faktor ist. Also die sogenannten sozioökonomischen Aspekte, die mit einer solchen Standortentscheidung verbunden sind, die müssen nicht zwingend dann eine Betroffenheit auslösen, sondern sie können natürlich auch eine Perspektive bieten. Und erlauben Sie mir einen kurzen Blick, wir haben das Internationale ja schon kurz gestreift, nach Schweden, wo man sich tatsächlich aktiv, um dann auch einen solchen Standort bewirbt, um auch eine Fortsetzungsperspektive an einem Kernkraftwerkstandort zu haben. Um dort dann auch über die nächsten Jahrzehnte eben entsprechende Arbeitsplatzsicherheit bieten zu können. Und natürlich mit einer Infrastruktur, die auch dann eine Verkehrsanbindung ermöglicht, die auch einen Antransport an der Stelle ermöglicht, also sprich auch Bahnlinien, die dort errichtet werden müssen an der Stelle. Also insofern hat es natürlich Wirkungen und auch viele Nebenwirkungen an der Stelle, wirtschaftliche, infrastrukturelle, aber natürlich auch gesellschaftliche. Kommen wir mal auf die Datentransparenz zurück. Wir haben vorhin darüber diskutiert. Auch, dass das Geologie-Datengesetz einiges auf den Weg bringt und noch dauert. Und hier gibt es zwei Bemerkungen, die ich Ihnen mal schildern möchte. Also eine ist eine Frage. Eine Bemerkung ist, wo jemand sagt, vollständige Offenlegung aller Fakten, Methoden und Ergebnisse unabdingbar. Sonst gibt es kein Vertrauen. Hinweise auf Betriebsgeheimnisse sind kontraproduktiv. So, das ist Punkt eins. Und jemand anders sagt, können denn Fachleute aus Geologiefirmen, aus Baugrundingenieurbüros oder von wem auch immer noch Daten an Sie senden? Also, es ist so, dass wir Daten einsammeln, so sieht es das Standortausfallgesetz vor, die schon öffentlich vorliegen. Das heißt, bei den geologischen Landesämtern oder auch den Bundesinstitutionen, die dafür zuständig sind, selbstverständlich werden wir keine Daten abwehren, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das ist völlig klar. Da sind wir also dankbar, auch im Rahmen der Fachkonferenz, wenn es diese Daten gibt. Der erste Punkt, die Hinweise zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Naja, der Punkt ist folgender. Ich wollte nochmal deutlich machen, wie ist der Unterschied zwischen der bisherigen Rechtslage und dem Geologiedatengesetz? In der bisherigen Rechtslage ist es so gewesen, dass im Rahmen des Standortausfallverfahrens so gut wie gar keine Daten hätten veröffentlicht werden dürfen. Das Geologiedatengesetz bezeichnen wir in der Tat als großen Wurf, weil es differenziert und sagt, die Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Standortauswahl einerseits und dem schutzwürdigen Interesse von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geht in der Regel zugunsten des öffentlichen Interesses der Standortauswahl aus. Und dieses in der Regel wird in dem Gesetz kodifiziert. Das heißt also, wenn dann eben Daten als solche klassifiziert sind, dürfen sie auch veröffentlicht werden. Wir sind auf dem Weg der Klassifizierung. Die BGE hat Vorschläge gemacht. Die Landesämter müssen die aber jetzt entweder übernehmen oder auch nicht und daraus dann Bescheide machen. Das heißt also, wir sind einen guten Schritt weiter, einen sehr, sehr guten Schritt weiter gekommen, sodass ich davon ausgehe, dass die Teilgebiete, warum ist ein Gebiet Teilgebiet geworden? Und das ist die relevante Frage, dass wir das auch mit Daten unterlegen können. Und ich glaube, da ist der Bundesgesetzgeber in der Tat sehr, sehr weit gegangen mit dem Geologiedatengesetz. Okay, das ist die Transparenz. Die andere Frage, darf man Ihnen Daten schicken? Ja, darf man. Okay, gut. Ja, schnelle Antwort. Eine andere Frage würde ich noch aufgreifen, die sich an Sie auch persönlich richtet. Das ist die Frage, ab wann würden Sie eigentlich in den Kommunen vor Ort, in Infoveranstaltungen Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten? Ich will es gerne noch mal erläutern, dass wir tatsächlich jetzt ja in der Abfolge vorgesehen haben, zu den jeweiligen Teilgebieten Infofilme anzubieten, dass wir vom 26. Oktober bis zum 4. November in sogenannten Online-Sprechstunden dann mal in einstündigen, kurzen Einstiegsdiskussionen dann jedes Teilgebiet einmal betrachten. Und im Anschluss an diese Phase, nämlich ab dem 10. November, stehen wir tatsächlich dann für die örtlichen Veranstaltungen zur Verfügung. Also sprechen Sie uns gerne an, laden Sie uns ein an der Stelle und wir werden dann, Herr Karnitz und ich und auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Standortauswahl Ihnen dort dann Rede und Antwort stehen. Und ich will ganz kurz ergänzen, wir haben jetzt schon zwei Dialogmöglichkeiten, auf die wir selbstverständlich auch antworten. Es gibt eine allgemeine Hotline, die bei uns auf der Homepage geschaltet ist und dort steht die Telefonnummer und Sie können über die E-Mail-Adresse der BGE ebenfalls uns erreichen. Darüber haben uns schon mehrere hundert Bürgeranfragen erreicht, die von uns jetzt so schnell wie möglich auch beantwortet werden. Prima. Ja, es gibt auch eine Resonanz, die nochmal sehr bedauert darüber, dass man sich nicht in Natura treffen kann, in Präsenz, aber die Räume, die diese Distanz permanent zulassen würden oder die Achtung der aktuellen Corona-Regelung lässt es eben nicht zu, aber dort wird eben nochmal hingewiesen, wie schade es sei, dass Gestik, Mimik, nonverbale Signale unter den Tisch fallen müssen. Wir sehen das exakt genauso, bedauern das auch. Ich habe aber auch noch eine Frage an den Kollegen Dr. Frank-Klaus. Da ist ja berechtigterweise dann eben auch die Frage gekommen, Selbstorganisation in digitalen Zeiten, wie soll das funktionieren, wenn ich nicht auf dem Flur oder zwischendurch mit Menschen Kontakt aufnehmen kann, um mich mit ihnen zu kümmern, die nächste Fachkonferenz vorzubereiten. Dazu haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie soll das eigentlich funktionieren, Selbstorganisation, wenn jeder an seinem PC sitzt. Ja, verständliche Bemerkung, wir bedauern das auch, dass diese Randgespräche auch mit Teilnehmenden, die jetzt online sind, nicht so einfach möglich sind und natürlich ist dieses Fragen stellen, Kommentare machen was anderes als beim Kaffee über etwas zu sprechen. Das ist ein Mangel, also da müssen wir nicht drum herum reden. Für die weitere Arbeit der Fachkonferenz wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, Arbeiten in Gruppen auszulagern. Wir reden da morgen drüber, also die Bildung von Arbeitsgruppen ist vorgesehen, die Möglichkeit für die Vernetzung auch auf einer regionalen oder lokalen Ebene ist vorgesehen und natürlich kann man auch das zum Teil online und vielleicht künftig auch wieder als Präsenz- oder Hybridveranstaltung organisieren. Das heißt, wir kümmern uns drum, aber ich kann nur sagen, es hat nicht die gleiche Qualität, die es hätte, wenn wir hier alle gemeinsam miteinander sitzen und diskutieren würden. Da muss man nicht drum herum reden. Wir tun so ein Bestes, aber mehr haben wir nicht auf der Falle. Ja und mit Blick auf die Uhr, glaube ich, haben wir noch fünf Minuten, dann gehen wir in die Mittagspause, die wir insbesondere damit verbringen werden, weiter zu wühlen im Redaktionsteam, was Ihre Botschaften sind. Die eine oder der andere wird sagen, wo war denn jetzt eigentlich meine Frage und mein Hinweis, nichts geht verloren, versprochen, wir gucken drauf, damit wir möglichst viele Dinge hier adressieren können. Und das Fachliche, deshalb sind wir nicht noch tiefer reingegangen am Nachmittag, damit die Bitte um Geduld, dass Sie am Nachmittag sich die Zeit nehmen, eine gute Tasse Kaffee oder Tee und dann eben erst mal hören, was gesagt wird, damit der Bericht plausibel wird oder damit Sie eben kritisch hinterfragen können. Es gibt noch zehn Minuten, also bis zwölf. Prima. Ja, also ein bisschen mehr. Und ich steige noch mal ein in Fragen, die zum Thema Standortauswahl kommen. Also jetzt nicht zur BGE direkt, aber Sie haben natürlich damit zu tun. Da fragt jemand, ob eigentlich bereits entschieden ist, dass es nur ein Standort wird, also könnten es auch mehrere werden. Sind auch mehrere kleinere möglich oder ist es nur der eine mehr oder weniger große mit den Quadratkilometern, die wir vorhin gehört haben? Und gibt es dafür im Zweifel eine Begründung für einen oder mehrere? Ja, die gibt es. Es gibt einen Standort, weil es nur einen bestmöglichen geben kann. Es kann nicht zwei oder drei bestmögliche geben. Also das Narrativ, das richtig ist, dass wir teilen, wir suchen den bestmöglichen Standort, um die radioaktiven Abfälle, die hochradioaktiven Abfälle dauerhaft und sicher von Mensch und Biosphäre abzutrennen. Das kann nur einen Standort geben. Und insofern ist es eben in der Tat so. Ich habe die Volumina ja auch genannt. Das ist auch machbar. Es handelt sich also nicht um riesengroße Volumina, die das überhaupt rechtfertigen würden. Und die Idee, den besten Standort zu finden, das bedeutet, es ist nur einer. Und genau danach wird gesucht. Okay. Weitere Frage, die ein bisschen auf Zusammenhänge mit Klimawandel zielt. Ein interessantes Thema. Da fragt jemand, ob der Klimawandel betrachtet wird, also Szenarien des möglichen, nicht des möglichen, des Klimawandels, der ist nicht möglich, der findet statt. Die Frage ist nur, wie sehr erwärmt sich die Erde und was bedeutet das für die Region Deutschland? Und die Frage ist, heißt das zum Beispiel in den Küstenregionen gibt es irgendwelche besonderen Überlegungen, was Standortauswahl angeht? Ja, das wird grundsätzlich berücksichtigt. Das ist ja einer der Gründe, warum wir in die tiefe Geologie schauen und nicht an der Oberfläche bleiben. Einer der Gründe ist eben in der Tat und daraus resultiert die Mindestanforderung, mindestens 300 Meter tief zu gehen, dass wir, wenn wir für eine Million Jahre Sicherheit gewährleisten wollen, damit rechnen müssen, dass es Einwirkungen von außen gibt. Beispielsweise in Form von Überschwemmungen, beispielsweise in Form von Erdbeben, beispielsweise in Form von Eiszeiten und Gletschern, die sich bilden. Wenn sich Gletscher bilden, führt das zu einer Auflast. Die Erde wird zusammengedrückt. Das ist also das Endlager, das sich in großer Tiefe befindet, darf dadurch keinen Schaden nehmen. Wenn der Gletscher abschmilzt, kann es zur Rinnenbildung kommen. Diese Rinnen dürfen nicht an den Einlagerungsbereich heranreichen, denn das wäre eine potenzielle Wasserwegsamkeit. Die Barriere wäre dauerhaft geschädigt. Das heißt also, der Gesetzgeber hat sehr bewusst gesagt, geht in große Tiefen, in denen ihr unabhängig seid von geologischen, aber vor allem von klimatischen Veränderungen. Das ist ja einer der Gründe, warum es auch die sogenannten Ausschlusskriterien gibt, wie Seismizität, also wo die Erde wackelt, wo es Erdbeben oder wo es auch Vulkanismus gibt. Da suchen wir nicht weiter nach einem Endlager und der Gesetzgeber hat also im Standortauswahlgesetz diesen klimatischen Veränderungen Rechnung getragen. Ja, da gibt es, das verweist ja schon auf nächste Schritte. Also die Auswahl möglicher Regionen und dann auch Fragen der planerischen Abwägung, die dann irgendwann auftauchen. Einige hat es irritiert, als sie den Zwischenbericht veröffentlicht haben, dass sie nicht gesagt haben, hier ist eine Stadt. Also sozusagen auch unter Großstädten oder Städten generell haben sie ja die Geologie abgebildet und keine Rücksicht genommen. So verstehe ich es, ob da jetzt oben was bebaut ist oder nicht. Und natürlich stellt sich die Frage, ist es denn denkbar, dass unterhalb einer bebauten Region, Fläche, ein Endlager errichtet werden könnte? Also denkbar ist das, wenn, das ist ja genau die Definition, die Herr Karnitz gerade dargestellt hat, aus dem Gesetz abgeleitet, wenn das der Standort wäre, der einzige mit der bestmöglichen Sicherheit für dann die langzeitsichere Unterbringung und Endlagerung. Aber das ist ein Prozess, der ist natürlich noch lang an der Stelle, weil Sie haben die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien angesprochen. Das sind ja die Abwägungskriterien, die dann zum Tragen kommen, wenn ich gleich gute Standortregionen zum Beispiel dann im Blick habe, da dann abzuwägen, wo ist tatsächlich dann eine Bebauung, wo ist eine Überschwemmungssituation, wo sind gegebenenfalls andere naturschutzrechtliche Naturschutzgebiete ausgewiesen. Diese Abwägungskriterien kommen dann zum Tragen. Wie gesagt, wenn ich gleich gut geeignete Miteinander dann im Topf habe, um zu sehen, die einen nehme ich raus und die anderen lasse ich dann in der weiteren Verfolgung im Topf an der Stelle. Also insofern ist das kein absolutes Kriterium, diese planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, sondern ein Hilfskriterium in dem Vergleich von gleich guten Situationen. Aber das ist genau das, was wir jetzt im nächsten Schritt oder ab dem nächsten Schritt in der ersten Phase immer wieder betrachten durch die nächsten beiden Phasen, Phase 2 und Phase 3 hindurch, um dann am Ende zu einem Standortvorschlag zu kommen. Ja. Ja, ich finde, also für mich ist es spannend, ihn zuzuhören. Parallel versuche ich auf so einer Metaebene zu gucken, was kommen denn eigentlich für Nachrichten rein. Herr Karnitz schreibt hier, eine Zuschauerin, ein Zuschauer erläutert zwar richtig, also die Menge des hochradioaktiven Abfalls, aber im Stand AG sind auch leicht- und mittelradioaktive Abfälle benannt. Wenn man die nach Prüfung dort nicht auch hinbringen könnte, müssten Sie logischerweise woanders hin. Haben Sie da ad hoc eine Haltung zu? Wie ist das zu verstehen? Ja, natürlich haben wir da eine ad hoc Haltung zu. Das Standortausfallgesetz macht sehr deutlich, welche Abfälle unter dem Primat der Sicherheit zu betrachten sind und zwar insbesondere zu betrachten sind. Das sind mit Recht die hochradioaktiven Abfallstoffe, weil sie mit Abstand die gefährlichsten sind. Das heißt also, wir suchen den bestmöglichen Standort allein unter der Maßgabe, wo können wir den Langzeitsicherheitseinschluss und damit auch Nachweis für die hochradioaktiven Abfallstoffe gewährleisten. Gleichzeitig schauen wir, ob an diesem bestmöglichen Standort und auf dem Weg dahin schon bei den Standortregionen und der untertägigen Erkundung, ob es dort ausreichend Volumen gibt, um dort ebenfalls noch weitere schwachen mittelradioaktive Abfälle zu verpacken. Nicht an dem gleichen Standort, nicht in dem gleichen Hohlraum. Sondern, wenn man so will, in der geologischen Situation, die sich uns dann bietet. Wir haben bei 54 Prozent der Bundesrepublik gute Erkenntnisse und gehen fest davon aus, dass das gelingen kann. Aber der Nachweis wird erst im weiteren Verfahren gebracht. Also mitgedacht werden die schwachen mittelradioaktiven Abfälle immer, aber immer unter dem Primat der hochradioaktiven Abfallstoffe, für die wir den bestmöglichen Standort suchen. Lassen Sie mich das vielleicht noch ganz kurz in der Menge einordnen. Ich habe vorhin gesagt, die hochradioaktiven Abfälle machen fünf Prozent aus. Das heißt also bei 30.000 Kubikmeter, die der Herr Karnitz vorhin benannt hat, haben wir ungefähr 600.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu erwarten. Wir sind dabei, den Endlagerstandort Schacht Konrad zu errichten für ungefähr 300.000 schwach- und mittelradioaktive, 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktivem Abfalls, insbesondere aus dem Rückbau der Kernkraftwerke, die sich jetzt entsprechend ergeben werden. Aber wir wissen, dass wir den Auftrag haben, die Abfälle aus der Asse zurückzuholen. Und wir wissen, dass wir darüber hinaus noch gewisse Abfallmengen zu erwarten haben, sodass wir tatsächlich ein Delta haben zwischen dem, was der Schacht Konrad ab 2027 wird aufnehmen können und am Ende der absoluten Menge von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Und das ist in diesem Prozess ein Nebenprodukt, das mitgedacht wird, aber das nicht im zentralen Fokus der Betrachtung steht. Also wenn es denn sich als günstig erweisen würde, könnte es noch eine weitere Einlagung weiterer Abfälle geben. Es ist ja das, was Herr Kahn jetzt gerade gesagt hat, wichtig zu differenzieren zwischen den Standorten. Wir suchen jetzt einen Standort für hochradioaktive Abfälle mit der bestmöglichen Sicherheit und das ist auch ein gesondertes, getrenntes Erkundungsbergwerk oder ein Einlagerungsbergwerk an der Stelle. Und wenn die Gesamtgeologie in der Region weiterhin dann günstige Voraussetzungen in einem weiteren Gebiet ergeben sollte, wäre es sinnhaft, in dem Kontext auch dann darüber nachzudenken, ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle mitzudenken, die über die Einlagerungskapazität von Schacht Konrad hinausgehen. Ich muss nochmal auf Gorleben zurückkommen. Ich glaube, hier gab es ein Missverständnis und ich glaube, wir klären das am besten aus, auch wenn es nicht nur eine Person war, weil da fragt ein Herr, was heißt, Gorleben sei kein Präferenzstandort. Präferenz. Ja, das ist die Ableitung aus dem Gesetz. Gorleben darf kein Referenzstandort sein. Das heißt, die Tatsache, dass es über Gorleben schon Erkundungsergebnisse gibt, die Tatsache, dass es in Gorleben schon Infrastruktur für die Erkundung gibt, darf keine Rolle spielen, darf also nicht dazu führen, dass dieser Standort oder an diesem Standort man sich orientiert. Das heißt also, die Methodenentwicklung ist nicht am Standort Gorleben entstanden, sondern eben auf Basis der gesamten Geologie der Bundesrepublik. Einerseits, Gorleben ist nicht Teilgebiet geworden. Das Standortausfallgesetz sieht im Paragraf 36 eine sehr klare Rechtsfolge vor. Wenn Gorleben nicht Teilgebiet wird, dann scheidet es aus dem Standortausfallverfahren aus, wird also in Schritt 2 der Phase 1 nicht näher betrachtet. Ja, okay, und um noch ein paar Dinge möglicherweise hier in Kürze auch zu beantworten, da fragt jemand, ob man Ausschlusskriterien ergänzen oder verändern kann, wenn man dafür wissensbasierte Gründe hat. Also was wir machen, das haben wir mehrfach gesagt, ist ein normenbasiertes Verfahren an der Stelle. Also insofern ist die Standortauswahlgesetzgebung das, was für uns maßstäblich ist. Aber auch da gilt natürlich auch für den Gesetzgeber, dass das ein selbst hinterfragendes und lernendes Verfahren ist. Wenn es also tatsächlich dann wissenschaftlich andere, bessere, veränderte Erkenntnisse gibt, ist es dem Gesetzgeber unbenommen, das Standortauswahlgesetz in seinen Kriterien, seien es die Ausschlusskriterien, die Mindestanforderungen oder sonstige Bereiche, entsprechend anzupassen. Ein Aspekt, den wir im Moment ja durchaus verfolgen, ist zum Beispiel die Ausweisung der Seismizität. Also dort finden gerade Überprüfungen und Aktualisierungen statt. Das kann dann zum Beispiel etwas sein, wo ein Gesetzgeber auch reagiert. Wo es um Erdbeben geht, ne? Wo es um den aktuellen statischen Verweis dann zu ergänzen geht, um die neuen Erkenntnisse. Also Erdbeben, Gefahren und was das im Detail bedeutet. Okay, die Antwort ist ja, man kann es ergänzen, aber nicht individuell, sondern letztlich ist der Bundestag gefragt. Das ist natürlich schon eine hohe Hürde. Ja, also es ist nicht im Belieben der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Okay, ja, das ist eine wichtige Aussage. Sie machen das nicht, Sie setzen um. Okay, und meine letzte Frage, ich gucke mal auf die Uhr, die ich Ihnen gerade noch mitgeben würde. Das ist, ob Sie im nächsten Schritt, da gucken wir in die Zukunft, also bei der Ausweisung der Standortregionen, Zwischenstände veröffentlichen werden oder ob wir irgendwann auf einen weiteren Tag X warten, wo Sie sagen, jetzt stellen Sie das Ergebnis vor. Also das Gesetz ist da klar und sagt, wir haben einen Standortregionenbericht zu erarbeiten, den wir jetzt ja, was die Methodik anbelangt, vorbereiten. Uns ist wichtig, genauso wie wir auf dem Weg zum Zwischenbericht Teilgebiete schon Formate angeboten haben, wie die Methodenentwicklung, dass wir das fortsetzen. Also es wird Formate geben, in denen wir Methoden vorgehensweise erläutern, auch nach der Fachkonferenz Teilgebiete, um hier sicherzustellen, dass es nicht zu einem Fadenriss mit der Öffentlichkeit kommt, sondern wir sukzessive diese Beteiligung auch ermöglichen. Okay. Ja, meine Damen und Herren, dann sage ich mal Danke, also zunächst mal an Sie alle, die Sie online dazu beitragen, dass hier eine muntere Diskussion in Gang gekommen ist und an Sie natürlich, Herr Stutt und Herr Karnitz, dafür, dass Sie einen ersten Überblick auch über Ihre Einschätzungen, Fragen, Antworten gegeben haben. Der weitere Nachmittag wird, glaube ich, sehr viel fachlicher, als das wir jetzt gemacht haben. Herzlichen Dank an Sie. Für das weitere Vorgehen, meine Damen und Herren, jetzt ist ja Mittagspause, aber wir haben eine kleine Bitte an Sie während der Mittagspause. Die Mittagspause geht, wie Sie sehen können, bis 13.10 Uhr. Und in der Zeit möchten wir von Ihnen gerne wissen, was Ihre Erwartungen eigentlich an die Termine der Fachkonferenz sind. Dazu wird eine entsprechende Frage auf Ihrem Beteiligungstool scharf geschaltet. Das heißt, Sie kriegen die Frage auf dem Bildschirm, haben nicht allzu viel Platz, um Ihre Antworten einzugeben und wir werden nach der Pause gemeinsam drauf gucken, was denn die Vielfalt dieser Erwartungen angeht, in welche Richtung das geht. Natürlich ist das auch ein bisschen Vorbereitung, sowohl auf den heutigen Nachmittag, aber auch auf die nächsten Termine, Beratungstermine der Fachkonferenz. Ich bedanke mich soweit bei Ihnen, wünsche Ihnen erstmal eine Stunde Pause und bis später. Vielen Dank. 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 Ja, zurück aus der Mittagspause. Was Sie hier vor mir sehen. Da steht groß. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann Liebe drauf. Drin war mein Lunchpaket. Drin war mein Lunchpaket. Corona-Bedingungen und Mittagessen bei so einer Veranstaltung läuft im Moment über Lunchpakete für alle. Ich weiß nicht. Die Details will ich Ihnen ersparen. Ich bin satt. Und leider war Liebe nicht drin, wie versprochen, aber zumindest Nahrung. Jetzt geht es weiter mit dem Programm. Jetzt geht es weiter mit dem Programm, aber bevor wir in die Inhalte sehr detailliert einsteigen werden, möchte ich noch ein paar übergreifende Fragen und Informationen loswerden. Zunächst mal, ich hatte vorhin ja darauf hingewiesen, dass wenn Sie sich die Fragenübersicht angucken, also die Beitragsübersicht, dass wir da bestimmte Fragen blau markieren. Und um das deutlich zu sagen, das sind die Fragen, die wir stellen, weil manche haben kritisiert, ist ja blau, aber nicht so richtig beantwortet. Das mag im Einzelfall sein. Wichtig ist jetzt, dass Sie wissen, blau bedeutet, wir haben die Frage gestellt. Wir werden die Antworten ja dokumentieren in der Dokumentation dieser Veranstaltung. Sie bekommen natürlich auch, wie schon versprochen, die Antworten auf die nicht gestellten Fragen, für die die Zeit hier nicht reichte. Sie werden alles komplett finden auf der Informationsplattform zur Endlagersuche. Das heißt, dort sehen Sie alle Fragen, alle Antworten, ob sie nun hier gestellt worden sind oder nicht. Das Zweite, wir haben vorhin ein Feedback bekommen zur Frage, welche Nachteile hat ein solches virtuelles Format für die Veranstaltung. Wir haben kurz darüber gesprochen, dass es da selbstverständlich Nachteile gibt, über die wir nicht drum herum reden müssen. Aber es gibt dazu auch Äußerungen, die sagen, naja, es gibt auch Vorteile und die sollte man nicht übersehen. Vorteile bestehen natürlich darin, dass Leute, die weit weg wohnen von diesem Standort oder Verpflichtungen haben, denen sie am Rande nachgehen müssen, trotzdem die Gelegenheit haben, auf diese Art und Weise an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Auch das sollte man nicht unterschätzen und die Breite der Mitwirkung bei dieser Veranstaltung unterstreicht das ja ein wenig. Also sprich, wir hatten vor der Mittagspause ungefähr 500 Teilnehmende auf der Konferenzplattform und ungefähr 100 Beobachter, Beobachterinnen bei YouTube. Bei YouTube bleibt es ja länger, da wird sich die Zahl auf Dauer sicherlich noch erhöhen. Aber so, dass wir auf eine Summe von ungefähr 600 Personen heute Morgen gekommen sind, die diesen Teil verfolgt haben. Ich würde jetzt gerne von der Regie wissen, wie das im Moment ist mit der Teilnahme zumindest auf der Konferenzplattform und würde Sie bitten, das gleich mal einzublenden. So, da ist es vor mir. Das ist aus meiner Sicht nicht wesentlich verändert. Wir haben 184 Bürgerinnen und Bürger, die online sind, 117 kommen aus Kommunen, 97 aus der Wissenschaft, großer Block und 61 sind Personen aus gesellschaftlichen Gruppen. Ja, vielen Dank dazu an die Regie. So, dann hatten wir Sie ja in der Mittagspause darum gebeten, Ihre Erwartungen an die Fachkonferenzen, also nicht nur an heute, sondern auch an die drei Beratungstermine schriftlich in Stichwortform auszudrücken. Und dazu gibt es eine Wolke, die ich Ihnen jetzt gerne zeigen möchte, also eine Wortwolke, aus der das so hervorgeht, wo auch deutlich wird, was ist das denn, also was wird denn da eigentlich gefordert. Und Sie sehen, das ist eine sehr breite Übersicht von allen möglichen Themen. Aber wenn ich mal gucke, was zieht sich so durch, dann sind so Geschichten wie Information, Klarheit, Transparenz, Diskussion, Beteiligung werden immer wieder genannt oder Fakten, Methoden, fachliche Reflexion. Also das heißt, das, worauf diese Konferenz laut Gesetz auch orientiert ist, nämlich auf eine fachliche Erörterung des Zwischenberichts. Ich glaube, das kommt ganz gut und passt ganz gut mit den Erwartungen zusammen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Damit kommen wir jetzt zu einer innerlichen Vertiefung. Und zwar haben wir die Vorträge ja prinzipiell so aufgebaut, wie es im Zwischenbericht auch der Fall ist. Das heißt, wir beschäftigen uns als erstes mit den Ausschlusskriterien, also den Kriterien, wenn die dazu führen, dass bestimmte Gebiete nicht in Frage kommen, dann mit den Mindestanforderungen und zum Schluss mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Für den Einstieg, also die Ausschlusskriterien, steht neben mir Herr Dr. Reicher. Herr Reicher hat gesagt, er braucht ungefähr mit seinen Folien und auch einen kleinen Film eine gute Stunde. Und damit das für Sie nicht zu viel auf einmal wird, haben wir gesagt, wir teilen das in zwei Teile. Also nach ungefähr einer halben Stunde machen wir einen kurzen Break, wo Sie Ihre Fragen stellen, also wo wir Ihre Fragen aufnehmen und Herr Reicher schon mal ein paar grundsätzliche Fragen erörtern. Aber natürlich bleibt es auch bei der Gesamtdiskussion zum Abschluss. Auch die wird es geben und insofern bleiben wir letztlich im Zeitplan. Es gab ja heute Vormittag schon einige fachliche Fragen zum Zwischenbericht und die, die sich auf dieses Thema Ausschlusskriterien beziehen, haben wir schon in eine neue Sortierung, also neue Kategorie auf der Übersicht der Seite rübergezogen. Und Sie können da diese Fragen schon mal sehen. Ergänzen Sie nur munter in dem Textfeld die Fragen schon während des Beitrags oder auch dann in einer kurzen Pause, nachdem der gesamte Block von Herrn Dr. Reicher fertig ist. Herr Dr. Reicher, bitteschön. Dankeschön, Herr Klaus. Meine Damen und Herren, die BGE hat in diesem ersten Schritt der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens Teilgebiete ermittelt. Um das zu tun, kamen im Wesentlichen drei Gruppen von Kriterien und Anforderungen zur Anwendung. Und die erste dieser drei Gruppen sind die Ausschlusskriterien. Und genau über diese Ausschlusskriterien möchte ich in den nächsten zwei Stunden sprechen und mit Ihnen auch ins Gespräch kommen. Und ich zeige Ihnen mit der nächsten Folie einmal eine grobe Übersicht über die inhaltliche Ausgestaltung von meinem Vortrag. Ganz zu Anfang möchte ich etwas sagen zur Datengrundlage. Wo kamen die Daten überhaupt her? Was haben wir damit gemacht? Um dann überzugehen zu dem größten Block dieser Präsentation, der sich dann den Ausschlusskriterien widmet. Und Sie werden sehen, dass wenn ich durch diese sechs Ausschlusskriterien führe, dass ich dabei in einem gewissen inhaltlichen Rhythmus folge. Und zwar beginne ich immer mit der gesetzlichen Grundlage, setze dann fort mit einer kurzen fachlichen Erläuterung der jeweiligen Ausschlusskriterien. Ich stelle Ihnen die Datengrundlage vor und komme dann, was für mich ein bisschen das Herzstück ist der Ausschlusskriterien, nämlich zu der Anwendungsmethode. Wir stecken in diese Methode die Daten rein und heraus kommt ein Ergebnis, was ich Ihnen dann ganz am Ende vorstellen möchte. Sie sehen auf dieser Karte neben den Teilgebieten, die viele von Ihnen wahrscheinlich schon in dieser farblichen nach Würzgesteins Typ sortierten Darstellung schon mal gesehen haben, auch im Prinzip das vorweggenommene Ergebnis von meiner Präsentation, nämlich die ausgeschlossenen Gebiete. Wie gesagt, auf dem Weg zu den Teilgebieten finden drei Gruppen von Kriterien und Anforderungen Anwendung und die erste Gruppe sind die Ausschlusskriterien. Wir starten bei der Weißen Landkarte, was Sie am linken Rand der Folie sehen und kommen dann durch Anwendung der Ausschlusskriterien zu ausgeschlossenen Gebieten. Das sind die Gebiete, die nicht geeignet sind für die Entlagerung hochradioaktiver Abfälle und damit nicht Gegenstand des weiteren Verfahrens sind. Das heißt, die Mindestanforderungen, die dann auf die Ausschlusskriterien folgen, werden auf die verbleibenden Gebiete angewandt. Aus der Anwendung der Mindestanforderungen ergeben sich identifizierte Gebiete. Sie sehen das auf der dritten Kartendarstellung, die dann wiederum Gegenstand der geowissenschaftlichen Abwägung sind und sich entweder zu Teilgebieten oder eben nicht entwickeln. Ja, wo kommen die Daten her, die die BGE nutzt in dieser ersten Phase des Standortauswahlverfahrens? Die Daten sind welche, die es schon gibt. Die BGE erkundet den Untergrund in dieser Phase des Standortauswahlverfahrens nicht, sondern greift zurück auf bereits existierende Daten. Und die liegen in allererster Linie bei den staatlichen geologischen Diensten und bei den Bergämtern, wo sie verwaltet werden und dort haben wir sie abgefragt. Die rechtliche Grundlage ist da das Standortauswahlgesetz. Die Daten sind der BGE zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob an diesen Daten Rechte Dritter bestehen. Und diese Datenabfragen gehören im Prinzip seit 2017 zu unserem Tagesgeschäft. Es gab knapp 300 Stück solcher Datenlieferungen, natürlich ganz unterschiedlich im Volumen. Also wir hatten die großen Datenabfragen zu den Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien, aber auch ganz viele kleinere, spezifische Abfragen, Nachfragen. Und diese Datenabfragen haben uns begleitet bis zum 1. Juni diesen Jahres, wo wir umgangssprachlich formuliert so eine Art Kassenschluss hatten und gesagt, okay, alles was bis dahin kam, können wir verwenden für die Ermittlung von Teilgebieten und was danach kommt, ist dann eher was für Schritt 2 der Phase 1. Diese Datengrundlage, die natürlich laufend gewachsen ist, bei uns spielte eine ganz, ganz wichtige Rolle auch bei der Entwicklung der Anwendungsmethoden. Es ist wichtig, dass die Art und Weise, wie wir methodisch vorgehen, natürlich auch zu den Daten, die wir zur Verfügung haben, passt. Auf diesem Schaubild sehen Sie den Weg, den diese Daten innerhalb der BGE nehmen. Das Ganze fängt an mit Datenlieferungen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von den Bundes- und Landesbehörden. Das ist der erste Pfeil oben in der Ecke und diese Daten, dieser Pfeil führt jetzt in so einen Container. Wir sammeln diese Daten. Insgesamt, wie ich sagte, knapp 300 solcher Datenlieferungen. Sie können sich vorstellen, die Bandbreite an Daten, die wir bekommen, ist sehr, sehr divers. Wir haben insgesamt 450 verschiedene Dateiformate, wobei man sagen muss, ein Großteil der Daten beschränkt sich auf etwa 10 Prozent dieser Dateiformate. Wir archivieren diese Daten, wir organisieren sie und speichern sie in Datenbanksystemen und im ersten Schritt findet so eine inhaltliche Gruppierung statt. Wir packen die Daten, die wir bekommen, in inhaltliche Gruppen, die wir dann wiederum in vier verschiedene Schubladen packen und das sehen Sie auf diesem Tortendiagramm. Denn je nachdem, in welche dieser vier Schubladen die Daten landen, nehmen Sie unterschiedliche Bearbeitungswege bei uns intern, bevor sie dann am Ende, und darum geht es ja letztendlich, ausgewertet werden zur Anwendung der Kriterien und Anforderungen. Wir haben die Gruppe der sogenannten GIS-Dateien. GIS steht hier für geografische Informationssysteme. Das sind Daten, die können Sie in Karten darstellen. Wir haben den großen Block der Rasterkarten. Das sind zum Beispiel TIF-Dateien, das sind geologische Karten, die wir da sehen, thematische Karten. Wir haben sehr umfangreich, was wir da bekommen haben. Wir haben den kleinen Block, aber sehr wichtigen Block der 3D-geologischen Modelle und wir haben eine Schublade für sonstige Dateien, die jetzt nicht so automatisch in einen dieser Auswertungs- oder Homogenisierungswege passen, erstmal dort reinsortiert und dann geguckt, was machen wir jeweils mit denen. Je nachdem, in welchem Tortenstück diese Daten jetzt liegen, nehmen Sie unterschiedliche Aufbereitungswege. Sie können sich vorstellen, wir fragen diese Daten ja bei den Landesbehörden letztendlich bundeslandspezifisch ab. Die Daten liegen nicht einheitlich vor. Das ist klar und das kann auch so nicht sein. Das ist dann unsere Aufgabe, diese Daten zum Beispiel im Hinblick auf ihre Koordinatensysteme, im Hinblick auf ihre Attributbeschreibung zu vereinheitlichen. Das haben wir getan und haben da einen großen Aufwand reingesteckt, am Ende letztendlich diese Daten in ein einheitliches Zielsystem, insbesondere für die GIS-Daten zu überführen. Am Ende, nach diesen Aufbereitungs- und Homogenisierungspfaden, landen die Daten in erster Linie entweder in der 2D-Welt, das ist dieser Container, wo Sie diese Kartenscheiben sehen, zur weiteren Auswertung oder in der 3D-Welt, das ist dort, wo die 3D-geologischen Modelle landen. Von dort aus können die Daten ausgewertet werden, zur Anwendung zum Beispiel der Ausschlusskriterien. Ich möchte Ihnen mit den nächsten zwei Folien einmal grob die Datengrundlage für die Anwendung der Ausschlusskriterien vorstellen. Wir haben Datenabfragen getätigt seit August 2017. Mit den Ausschlusskriterien fing das Ganze an. Das war eine Abfrage, die bundesweit verschickt wurde, wo wir große Datenvolumina bekommen haben. Wir haben das Anfang 2018 nochmal konkretisiert, aber das hat nicht aufgehört danach. Wir haben dann immer wieder spezifisch nachgefragt, waren da im engen Austausch auch mit den Bundes- und Landesbehörden. Da haben sich Fragen ergeben, das ist ganz klar bei diesen Datenmengen, sodass sich da am Ende über 200 Dateneingänge bei uns registrieren haben lassen in den Datenbanken. Und die Informationen, die wir abgefragt haben, das waren für die Ausschlusskriterien in allererster Linie sogenannte GIS-Daten, also Daten, die sich kartografisch darstellen lassen, zur Lage zum Beispiel von aktiven Störungszonen, zur Lage von Bohrpunkten und zum räumlichen Verlauf dieser Bohrpfade im Untergrund. Daten zu Bergwerken, da haben wir Kartenblätter bekommen, das sind so Beispiele, die möchte ich Ihnen mit der nächsten Folie noch einmal zeigen, genau was ist bei uns eingegangen. Im Wesentlichen das, was wir abgefragt haben, natürlich aber in einer sehr, sehr großen Bandbreite. Also wir haben Flächenlinien, Punktdaten bekommen, wir haben Daten bekommen, geologische Karten zum Beispiel ist da ein sehr prominentes Beispiel, aber in unterschiedlichen Formen. Manchmal waren das Gänsen zu geologischen Karten, aber manchmal waren diese Karten auch vollständig digital verfügbar, sodass Sie auch die einzelnen Objekte innerhalb dieser Karten digital ansteuern können. Wir haben Tabellen bekommen mit Bohrinformationen, Datenbanken, viel Kartenwerk zu bergbaulicher Tätigkeit, sogenannte Rissblätter, Sie sehen ganz unten auf der Folie, so eine sehr komplexe Kartendarstellung, die dann später in meinem Vortrag auch noch einmal auftaucht als Beispiel. Und wir haben auch schon zu den Ausschlusskriterien teilweise Extrakte aus 3D-geologischen Modellen bekommen, zum Beispiel Störungsflächen, wo wir dann den räumlichen Verlauf von sogenannten Störungen im Untergrund auch sehen konnten. Ja, das Thema Datentransparenz ist für uns ein wichtiges Thema, das Standortauswahlgesetz regelt, dass letztendlich die für die BGE zur Ermittlung von Teilgebieten entscheidungserheblichen Daten und Tatsachen zu veröffentlichen sind. Und die gesetzliche Grundlage für diese Veröffentlichung wiederum ist ein sehr junges Gesetz, nämlich das Geologie-Daten-Gesetz, was seit Ende Juni diesen Jahres in Kraft getreten ist. Das Geologie-Daten-Gesetz sieht vor, dass die Daten in sogenannte Kategorien eingeteilt werden und die Kategorien, die heißen Nachweisdatum, Fach- und Bewertungsdatum. Damit kann man jetzt vielleicht nicht unmittelbar was anfangen, aber Sie können sich das so vorstellen, dass diese Kategorien letztendlich unterschiedliche Schutzstufen für diese Daten sind. Und das Verfahren auf dem Weg zur Veröffentlichung der entscheidungserheblichen Daten ist das, dass die BGE verpflichtet ist, in einem ersten Schritt sogenannte Kategorisierungsvorschläge. Also einen Vorschlag über die Daten, die wir verwendet haben, zur Einteilung in eine dieser drei Schubladen an die staatlichen geologischen Dienste zu verschicken, die das dann wiederum bearbeiten und eine amtliche Kategorisierung durchführen, die uns dann erreicht und eine gesetzliche Grundlage bildet, um die Daten zu veröffentlichen. Das ist viel zu tun, weil die Datenmenge groß ist. Die BGE hat diese Kategorisierungsvorschläge etwa eine Woche nach Inkrafttreten des Geologie-Datengesetzes verschickt. Uns erreichen seitdem laufend Rückmeldungen mit amtlichen Kategorisierungen. Das passiert immer noch, sodass auch die Datenverfügbarkeit stetig voranschreiten wird. Die Daten selbst können Sie im Zusammenhang mit dem Zwischenbericht Teilgebiet in sogenannten Datenberichten finden. Und wenn uns neue Rückläufer mit diesen amtlichen Kategorisierungen erreichen, haben wir wiederum die Möglichkeit, diese Datenberichte zu revisionieren. Die sind an den Stellen, wo uns die Rechtsgrundlage fehlt, gerade weiß. Die Seiten sind zwar da, sodass Sie sehen, dass das Volumen sich nicht verändert, aber wir können diese Seiten peu à peu abdecken. Das passiert in Revisionen und gestern wurde der Datenbericht zu den Ausschlusskriterien erstmals revisioniert und auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Ich habe bei der Erklärung der letzten Folie den Begriff entscheidungserhebliche Daten benutzt. Sie mögen sich fragen, was sind denn entscheidungserhebliche Daten eigentlich? Und die Erklärung möchte ich mit dem folgenden Video nachliefern. Was sind entscheidungserhebliche Daten? Entscheidungserhebliche Daten sind die Daten, die der Nachvollziehbarkeit unserer Ergebnisse dienen. Man kann sich das so vorstellen. Die BGE nutzt in dieser ersten Phase des Standortauswahlverfahrens Daten, die wir bei den staatlichen geologischen Diensten und Bergämtern abfragen. Wir bekommen da sehr, sehr große Datenmengen. Die gucken wir uns an, organisieren sie in verschiedenen Datenbanksystemen. Ein Teil dieser Daten ist jetzt entscheidungserheblich. Und das sind besonders die Daten, anhand derer man nachvollziehen kann, warum jetzt ein Gebiet als geologisch geeignet gilt und ein anderes Gebiet ausgeschlossen wird vom weiteren Standortauswahlverfahren. Beispiele solcher entscheidungserheblichen Daten sind zum Beispiel geologische Karten. Man sieht auf solchen geologischen Karten den Verlauf von Störungszonen. Einige dieser Störungszonen sind aktiv und erfüllen damit ein Ausschlusskriterium. Ein anderes Beispiel sind Bohrungen. Man kann aus solchen Bohrdaten Gesteinsinformationen des Untergrunds extrahieren und damit im Prinzip auch Gebiete abgrenzen, die günstige geologische Voraussetzungen erfüllen. Das sind Beispiele für entscheidungserhebliche Daten. Was folgt daraus jetzt für das weitere Standortauswahlverfahren? Die Unterscheidung zwischen entscheidungserheblichen Daten und nicht entscheidungserheblichen Daten kommt eigentlich aus dem Standortauswahlgesetz. Die BGE geht mit einer sehr, sehr großen Datenmenge um und am Ende veröffentlichen wir mit unseren Ergebnissen und Berichten den Teil, der entscheidungserheblich ist, auf Basis des Standortauswahlgesetzes. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung dieser Daten bildet das Geologiedatengesetz. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem Video möchte ich den Block, den ersten Block dieser Präsentation zur Datengrundlage und zum Umgang mit den Daten verlassen und mich jetzt auf die Ausschlusskriterien konzentrieren. Ein Gebiet ist nach Standortauswahlgesetz nicht als Endlagerstandort geeignet, wenn mindestens eines von sechs Ausschlusskriterien erfüllt ist. Sie sehen diese sechs Ausschlusskriterien auf der Folie noch einmal dargestellt. Das sind großräumige Vertikalbewegungen, aktive Störungszonen, Einflüsse aus gegenwärtiger und früherer bergbaulicher Tätigkeit. Das ist seismische und vulkanische Aktivität und das Grundwasseralter. Und wenn Sie sich diese Kriterien angucken, dann steckt in vielen dieser Kriterien letztendlich die Dynamik der Erde ein Stück weit drin. Also plattentektonische Bewegung und deren Konsequenzen steckt drin in dem Kriterium großräumige Vertikalbewegung, aktive Störungszonen und seismische und vulkanische Aktivität. Es gibt Kriterien, die heben letztendlich ab auf eine Veränderung der Gebirgseigenschaften im Untergrund. Entweder menschgemacht durch Einflüsse gegenwärtiger und früherer bergbaulicher Tätigkeit oder durch tektonische Prozesse wie bei aktiven Störungszonen. Diese Kriterien enden in ausgeschlossenen Gebieten, die für das weitere Suchverfahren nicht weiter relevant sind, also nicht mehr Gegenstand der Anwendung der Mindestanforderung sein werden. Ich möchte, bevor ich zu den einzelnen Ausschlusskriterien gehe, ganz kurz über Verfahrensgrundsätze sprechen, die meiner Meinung nach helfen, um die Anwendungsmethoden, die wir letztendlich entwickelt haben, ein bisschen besser zu verstehen. Und ein wichtiger Verfahrensgrundsatz, und der steckt im Prinzip bei dieser Folie sowohl in Punkt 1 als auch in Punkt 3, ist, dass wir ausgeschlossene Gebiete flächenmäßig nicht überschätzen wollen. Den Fall, den wir damit vermeiden wollen, ist, dass wir sagen, naja, wir gehen da jetzt mal großräumig ran. Und später lernen wir aber, naja, wir haben jetzt eigentlich einen neuen Erkenntnisgewinn und merken, wir haben das ausgeschlossene Gebiet komplett überschätzt. Wir haben damit vielleicht potenziell geeignete Gebiete aus dem Standortauswahlverfahren herausgenommen. Und deswegen der Grundsatz, mehr Informationen sollen tendenziell zu größeren ausgeschlossenen Gebieten führen. Ein weiterer Verfahrensgrundsatz ist, dass alle Ausschlusskriterien unabhängig voneinander bundesweit angewendet werden. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, naja, da ist jetzt schon seismische Aktivität, was greift, da müssen wir nach Bohrungen nicht mehr gucken. Nein, wir wenden die Ausschlusskriterien alle sechs unabhängig bundesweit voneinander an. Und wir verfolgen dabei auch das Ziel, dies bundesweit möglichst einheitlich zu tun, soweit die Datengrundlage das zulässt. Aber das ist ein wichtiger Grundsatz für uns auch bei der Entwicklung der Anwendungsmethoden. Ich möchte über die Online-Konsultation der Ausschlusskriterien berichten. Ich sagte zuvor schon, das Herzstück ist ein bisschen die Anwendungsmethode, weil die maßgeblich bestimmt, was für ein Ergebnis am Ende rauskommt. Und wir haben diese Anwendungsmethoden für alle sechs Ausschlusskriterien zur Diskussion gestellt, in Form von Steckbriefen, die wir geschrieben haben. Wir haben ein Forum entwickelt und diese Steckbriefe dort für mindestens sechs Wochen zur Diskussion gestellt. Angefangen hat diese, bei uns läuft das unter dem Begriff Online-Konsultation, hat das über den Jahreswechsel 1920 und ging dann im Prinzip bis in den Sommer rein. Die Beteiligung haben wir als sehr, sehr konstruktiv erlebt. Da waren viele gute, konstruktive Fragen, Hinweise und Vorschläge dabei, die in zwei Fällen auch dazu animiert haben, unsere Anwendungsmethodik nochmal zu überdenken und an der einen oder anderen Stelle anzupassen. Ja, das bringt mich zum ersten Ausschlusskriterium, was die großräumigen Vertikalbewegungen sind. Wenn eine großräumige geogene Erhebung von im Mittelmeer als ein Millimeter pro Jahr über den Nachweiszeitraum von einer Million Jahre vorhanden ist, dann führt dies zu einem ausgeschlossenen Gebiet. In anderen Worten heißt das, die Erdoberfläche müsste sich heben um mehr als ein Kilometer innerhalb der nächsten eine Million Jahren. Das ist viel, aber es gibt auch Prozesse, Erdprozesse, die zu solchen Hebungsbeträgen tatsächlich führen können. Und was das für Prozesse gibt, die letztendlich Vertikalbewegungen der Lithosphäre und mit Lithosphäre meine ich den starren Teil der Erde, bestehend aus der Erdkruste und dem obersten Starnteil des Mantels. Es gibt solche Prozesse, die eben zu Vertikalbewegungen der Lithosphäre führen und die sind auf diesem Schaubild einmal sehr schematisch dargestellt. Das sind, und das fällt einem da sicherlich in dem Zusammenhang auch als erstes, ein plattentektonische Prozesse. Immer wenn zwei tektonische Platten miteinander interagieren, insbesondere wenn sie aufeinander zudriften, kommt es zu Vertikalbewegungen an der Erdoberfläche. Gebirgsbildungsprozesse sind das zum Beispiel, wie wir sie auch von den Alpen kennen. Es gibt aber auch Prozesse, die tiefer in der Erde stattfinden und auch die Hebung und die Senkung an der Erdoberfläche prägen. Das sind Mantelprozesse, zum Beispiel Temperaturanomalien im Erdmantel, die dazu führen, dass dort Material, was vielleicht eine höhere Temperatur hat als das Umgebungsmaterial, aufsteigt. Stichwort sind da sogenannte Mantelplums, das ist dieses weiße, pilzförmige Gebilde, was man auf dieser schematischen Grafik sieht. Auch das kann dazu führen, dass die Erdoberfläche sich hebt. Dann gibt es Prozesse, die die Auflast an der Erdoberfläche oder letztendlich die Masse der Lithosphäre an sich beeinflussen, Erosionsprozesse nehmen Material weg, führen dazu, dass die Lithosphäre so ein bisschen korkenartig, da sie sich auf dem plastischen Erdmantel bewegt, aufsteigt. Schmelzprozesse von Gletschern haben da einen ähnlichen Effekt, auch das wiederum induziert Vertikalbewegung. Jetzt steckt ja in diesem Ausflusskriterium auch dieser Prognoseaspekt. Also es reicht nicht einfach nur zu sagen, naja, wir haben hier einen Millimeter Hebung aktuell und das führt jetzt zu einem ausgeschlossenen Gebiet. Es geht darum auch zu gucken, naja, wie geht denn das weiter jetzt über den gesamten Nachweiszeitraum von einer Million Jahren. Und wir haben Daten abgefragt und auch Daten bekommen, aber erwartungsgemäß, weil solche Daten eben nicht vorliegen, haben diese Daten den Prognoseaspekt nicht mit abgedeckt, sodass wir im Rahmen der Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe dort eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben haben, die die Prognosemöglichkeiten abklopft. Und dort, und für uns ist diese Studie eine wesentliche Grundlage auch zum Umgang mit diesem Ausschlusskriterium, dort enthalten ist auch eine sehr systematische Beurteilung verschiedener möglicher, ich nenne es mal Erdprozesse, die zu Vertikalbewegungen führen und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit im Hinblick auf die im Standortauswahlgesetz definierten Hebungsbeträge. Und das Ergebnis ist, dass wir davon ausgehen, nach dem aktuellen Prozessverständnis, was wir haben, dass eine Hebung von mehr als tausend Meter innerhalb der nächsten eine Million Jahren in Deutschland nicht wahrscheinlich ist. Sie ist möglich, sie ist nicht auszuschließen, aber denken Sie an unsere Verfahrensgrundsätze, dass in dem Fall der aktuelle Wissensstand einfach nicht reicht, um zu sagen, okay, das tritt wahrscheinlich ein, man geht eher davon aus, dass das nicht wahrscheinlich ist, dass solche Hebungsbeträge eintreten werden innerhalb des Nachweiszeitraums, weshalb es hier nicht zu einem Ausschluss kommt, das heißt in dem Fall sehen Sie weiterhin die weiße Landkarte. Das nächste Ausschlusskriterium sind aktive Störungszonen und Sie werden im Verlauf meines Vortrags sehen, dass hier zwei aus geowissenschaftlicher Sicht unterschiedliche Aspekte drin stecken. Da stecken tektonische Störungen drin, also solche, die auf letztendlich geodynamische Prozesse zurückzuführen sind und da stecken aber auch sogenannte atektonische Vorgänge drin, die ebenfalls zu einer bruchhaften Verformung der obersten Erdkruste führen können, die aber nicht auf tektonische Prozesse zurückgehen. Und wir haben diese beiden Aspekte getrennt behandelt, wohl wissend, dass es am Ende zu dem gleichen Ausschlusskriterium gehört. Deswegen beginnen wir jetzt erstmal mit dem tektonischen Anteil der aktiven Störungszonen und was man eigentlich unter einer Störungszone versteht und ab wann eine Störungszone aktiv ist, das zeigt Ihnen das folgende Video. Was ist eine geologische Störungszone? Eine geologische Störungszone bezeichnet einen Bereich im Untergrund, wo die Gesteine durch einen Bruch gegeneinander versetzt wurden. Und zwar ist es so, dass entlang von einer Störungszone die angrenzenden Gesteinseinheiten sich gegeneinander bewegt haben. Warum sind Störungszonen wichtig für die Endlagersuche? Ja, das folgt aus dem Standortausfallgesetz. Nach dem Standortausfallgesetz ist eine Region für ein Endlager nicht günstig, wenn in dieser Region aktive Störungszonen auftreten. Und aktive Störungszonen sind deswegen ungünstig, weil sie ein Endlagersystem und seine Barrieren negativ beeinflussen können. Und ab wann gilt eine Störungszone als aktiv? Das ist eigentlich eine Frage des Zeitraums, den man betrachtet. Also über einen kurzen Zeitraum gesehen, zum Beispiel über die Spanne eines Menschenlebens, ist es so, dass die meisten Störungen in Deutschland sich nicht bewegen und nicht aktiv sind. Aber über einen längeren Zeitraum ist es so, dass zum Beispiel, wenn man sich Tausende oder Millionen Jahre anguckt, dass schon Störungszonen immer wieder reaktiviert werden und sich bewegen können. Und deswegen folgt aus dem Standortausfallgesetz, dass alle Störungszonen als aktiv definiert sind, die sich innerhalb der letzten 34 Millionen Jahre bewegt haben. Sie haben gehört, die Definition, ab wann eine Störungszone als aktiv und ab wann als nicht aktiv gilt, kommt aus dem Standortausfallgesetz. Mit dieser Folie möchte ich noch einmal mit diesen Blockbildern veranschaulichen, wie so Störungszonen sehr, sehr schematisch dargestellt aussehen können. Es handelt sich also um Brüche in der Erdkruste, Gesteinskörper werden gegeneinander versetzt, auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist mit diesen vier Blockbildern dargestellt. Und das, welche Art von Störungstyp man am Ende hat, hängt auch vom Spannungsfeld maßgeblich ab und am Ende beeinflusst eine Störungszone. Naja, die Gebirgseigenschaften zum Beispiel kann das dazu führen, dass die hydraulischen Eigenschaften verändert werden. Deutschland liegt auf der Eurasischen Platte relativ weit weg von aktiven Plattengrenzen, ist aber dennoch betroffen durch die Fernwirkung aktiver Plattengrenzen, die im Zusammenhang mit der Entstehung der Alpen steht. Und deswegen gibt es in Deutschland durchaus eine ganze Menge aktiver Störungszonen, in dem Sinne, als dass eine Bewegung innerhalb der letzten 34 Millionen Jahren stattgefunden hat. Und wo das in erster Linie der Fall ist, zeigt Ihnen dieses vielleicht auf den ersten Blick etwas wilde Bild. Ich hoffe, Sie können in etwa, man hat jetzt eine Perspektive, die ein bisschen über die deutschen Landesgrenzen hinaus geht, können Sie erkennen, wo wir uns da geografisch etwa befinden. Wir sehen in hellbraun dargestellt Strukturen, die zum sogenannten kinozoischen Grabensystem gehören. Dunkelbraun drumherum, das sind Aufschlüsse vom Grundgebirge, vom baristischen Grundgebirge. Und gerade durch eben diese Entwicklung der Alpen kam das in diesen Grabenstrukturen zu einer Entwicklung der Strukturen selbst, zu einer seismischen Aktivität und natürlich auch zur Entstehung aktiver Störungszonen, auch im Molassebecken, was Sie ebenfalls auf der Folie sehen, haben sich durch die Gebirgsbildung der Alpen aktive Störungszonen entwickelt. Das sind Strukturen, die werden Sie im weiteren Verlauf der Präsentation auch noch ein kleines bisschen wiedererkennen können, nämlich dort, wo wir tatsächlich dann auch aktive Störungszonen ausweisen. Wir haben viele und diverse Daten zur Datenabfrage zu diesem Ausschlusskriterium enthalten. Der mit Abstand gängigste Datentyp waren geologische Karten. Und Sie sehen auf dieser Folie einmal so eine geologische, tektonische Karte dargestellt. Wir haben hier in unterschiedlichen Farben Gesteinseinheiten unterschiedlichen Alters dargestellt. Vielleicht erkennen Sie auf dieser Folie auch so kleine schwarze Linien. Das sind kartierte Störungsspuren, die ebenfalls in dieser geologischen Übersichtskarte von Deutschland im Maßstab 1 zu 250.000 drinstecken. Aber nicht nur aus geologischen Karten kamen solche aktiven und aber auch nicht aktiven Störungszonen, sondern auch aus 3D-Modellen wurden uns diese zur Verfügung gestellt. Wir haben Störungsspuren aus Berichten und aus Dissertationen, also Doktorarbeiten, übermittelt bekommen. Und das Ganze endete in einem sehr, sehr großen, sehr heterogenen Datensatz von insgesamt 600.000 Störungsspuren beziehungsweise segmentierten Störungsspuren, weil in der digitalen Form der Übermittlung war manchmal zusammenhängende Störungsspuren in Einzelsegmente unterteilt. Die Herausforderung unsererseits bestand jetzt darin, aus diesen großen Datenmengen erstmal ein homogenes Datenvolumen zu schaffen und dann methodisch aktive Störungszonen zu ermitteln. Und wir haben da letztendlich drei methodische Ansätze verfolgt, auch mit dem Ziel, dass wir am Ende zu einem möglichst bundesweit einheitlichen Ergebnis kommen und nicht zum Beispiel an Bundeslandgrenzen größere Sprünge von aktiven Störungszonen oder einfach ein Aufhören der Aktivität haben. Das war ein Aspekt, den haben wir hier von vornherein mitgedacht. Der erste methodische Ansatz ist der, dass wir gesagt haben, wenn sich eine Störungsspur, die geologisch kartiert wurde, in Gesteinseinheiten ausgebildet hat, die jünger als 34 Millionen Jahren sind, dann muss die Störungsspur selbst das auch sein. Das heißt, wir haben aus dieser geologischen Übersichtskarte, die Sie hier auf der Folie sehen, diejenigen Flächen selektiert, die eben jünger sind als 34 Millionen Jahren. Das ist jetzt hier in Grau dargestellt, alles was weiß ist, ist älter und ebenfalls dargestellt ist das gesamte Störungsinventar aus dieser geologischen Übersichtskarte. Und wenn sich jetzt so eine Störungsspur, also eine schwarze Linie innerhalb von diesen grauen Bereichen befindet, dann gilt die Störungszone als aktiv. In Blau dargestellt ist, was übergeblieben ist. Das war der erste methodische Ansatz. Wir haben den ergänzt um einen weiteren Ansatz, der jetzt sehr stark auf diese tektonische Entwicklung Deutschlands abstellt, wie Sie ihn wenige Folien zuvor gesehen haben. Wir haben nämlich sogenannte tektonische aktive Großstrukturen ausgewiesen. Das sind die hier in hellgrün transparent eingefärbten Bereiche und Sie erkennen jetzt wieder, was Sie zuvor auch schon gesehen haben. Da ist das Molassebecken, da ist der Oberrheingraben, die Niederrheinische Bucht sehen Sie auch in NRW. Das sind Strukturen, wo wir sagen, die haben sich entwickelt, die waren derart aktiv während der letzten 34 Millionen Jahre, dass die Störungszonen, die da drin liegen, ebenfalls aktiv gewesen sein müssen. Und das erweitert das Inventar um folgende Störungszonen, die wir ebenfalls als aktiv ausgewiesen haben. Zuletzt haben wir zahlreiche Hinweise auch im Rahmen der Datenabfragen von den staatlichen geologischen Diensten erhalten zur Aktivität von Störungszonen. Am Ende ist es die Interpretation der BGE. Wir haben uns diese Störungszonen sehr gründlich angeguckt und dort, wo eine Aktivität sichergestellt werden konnte, aufgrund der Dokumentationslage, haben wir diese Störungsspuren ebenfalls hinzugefügt. Und Sie sehen hier die Ergebniskarte, wo Sie sicherlich auch die Regionen, die eben wie zuvor dargestellt waren, aktiv erhalten haben, während der letzten 34 Millionen Jahren auch wiedererkennen. Die Ausschlussmethode im Umgang mit diesen Störungszonen war die, dass wir einen Sicherheitsabstand beidseitig von Störungsspuren von jeweils einem Kilometer angewendet haben. Dieser eine Kilometer kommt aus der Begründung vom Standortauswahlgesetz, den wir jetzt in dieser ersten Phase und in dem ersten Schritt davon pauschal angenommen haben. Wenn die Raumlage einer Störungszone bekannt war, zum Beispiel weil sie aus einem 3D-geologischen Modell stammte, dann wurde dieser Sicherheitsabstand der Störungsfläche folgend parallel dazu angewandt. Wenn die Raumlage nicht bekannt war und das war in den meisten Fällen so, dann sind wir hier erstmal vereinfacht davon ausgegangen, dass die Störungsfläche vertikal orientiert ist und haben den Sicherheitsabstand entsprechend beidseitig dieser vertikal angenommenen Störungszone angewandt. Sie sehen die ausgeschlossenen Gebiete hier dreidimensional dargestellt in dieser hellblau-weißen Schraffur. Eine Besonderheit im Umgang mit dem Ausschlusskriterium aktive Störungszonen sind sogenannte Scheitelstörungen, die sich oberhalb von Salzstöcken befinden und deren Entwicklung maßgeblich auf den Salzaufstieg selbst zurückging. Diese Störungsspuren versetzen Gesteinseinheiten im Deckgebirge oberhalb des Salzstockes, haben aber keinen Effekt auf die Gesteinseigenschaften oder voraussichtlich, das wäre natürlich dann eine Einzelfallprüfung, aber wir haben hier erstmal mit der Annahme gearbeitet, dass die Barriereintegrität vom Salzstock selbst dadurch nicht betroffen ist. Insofern führten solche Scheitelstörungen nicht zu einem Ausschluss des Salzstockes selbst. Das Ergebnis der Anwendung des Teils der aktiven Störungszonen vom Ausschlusskriterium, also der tektonischen Störungszonen vom Ausschlusskriterium aktive Störungszonen sehen Sie hier. Etwa 5% der insgesamt 600.000 Störungssegmente, mit denen wir umgegangen sind, haben wir als aktiv identifiziert. Sie können in dieser Karte beobachten, dass eben hier besonders diese tektonisch aktiven Großstrukturen eine Rolle spielen, Oberrheingraben, Niederrheinische Bucht und diese Vorgehensweise eher mit überregionalen Strukturen und Datengrundlagen zu arbeiten, hat dazu geführt, dass wir hier bundesweit in meinen Augen ein sehr konsistentes Ergebnis gewonnen haben. Bevor wir zu dem Frageblock kommen, möchte ich Ihnen noch kurz den zweiten Teil des Ausschlusskriteriums aktive Störungszonen vorstellen. Das sind die sogenannten a-tektonischen Vorgänge. Und wenn die zu ähnlichen Konsequenzen für die Sicherheit eines Endlagers wie tektonische Störungen führen, laut Standortauswahlgesetz, sind diese auch so zu behandeln. Ja, was kann man sich darunter vorstellen unter diesen a-tektonischen Vorgängen? Das sind in erster Linie Lösungsprozesse, die zu bruchhaften Strukturen geführt haben. Da steckt aber noch mehr drin. Da stecken zum Beispiel auch Meteoriteneinschlagskrater drin, wie das Nördlinger Ries, was viel von Ihnen sicherlich ein Begriff ist, oder das Steinheimer Becken. Sie sehen so ein Beispiel für so ein Gebiet, was sehr stark durchsetzt ist von Lösungsstrukturen, im Prinzip eine Karstlandschaft, auf dieser Folie abgebildet und es kann eben oberhalb dieser Lösungshohlräume immer wieder auch zu Bruchstrukturen kommen, die teilweise auch signifikante Tiefen erreichen können. Auch hier hatten wir eine reiche und diverse Datenquelle von insgesamt etwa 200.000 lagebezogenen Einzelstrukturen. Oft wussten wir aber die Entstehungstiefen bei diesen Strukturen nicht. Es ist so, dass der Großteil dieser 200.000 Strukturen sehr oberflächennahe Strukturen sind, die den endlagerrelevanten Bereich, der zwischen 300 und 1500 Meter sich befindet, also unseren Suchraum, nicht beeinflussen würden. Die Daten kommen aus geologischen Karten, aus Publikationenberichten und aus länderspezifischen Subbrosionskatastern. Wir haben, um mit diesen Daten methodisch umzugehen, die Daten hinsichtlich ihrer Tiefe einsortiert und zwar nur diejenigen Daten zu ausgeschlossenen Gebieten ermittelt, wo wir wussten, dass der Entstehungshorizont tiefer als 300 Meter war. Das hat damit zu tun, dass eben die meisten Strukturen sehr oberflächennah sind und wenn wir den Nachweis hatten, dass es sich um Strukturen handelt, die tiefer als 300 Meter sind, haben wir hier wieder diesen Sicherheitsabstand von einem Kilometer um die Struktur angelegt und für sämtliche endlagerrelevanten Tiefen ausgeschlossen. Das ist das untere Blockbild mit der blau-weißen Schraffur und das Ergebnis der Anwendung der artektonischen Vorgänge sehen Sie in dieser Karte dargestellt. Etwa 600 Strukturen führen zu ausgeschlossenen Gebieten. In allererster Linie sind das Lösungsstrukturen über Seilstöcken. Sehr prominent in Süddeutschland sehen Sie das Nördlinger Ries, das ist der große blaue Punkt. Daneben das Steinheimer Becken. Das sind Meteoriteneinschlagskrater vor etwa 15 Millionen Jahren vermutlich zeitgleich entstanden. Das bringt mich zum Ende des Ausschlusskriteriums aktive Störungszonen und etwa zur Hälfte von meinem Vortrag und ich übergebe an Herrn Klaus für die erste Fragerunde. Ja, gerne. Danke, Herr Dr. Reiche. Meine Damen und Herren, Sie merken, warum diese Veranstaltung Fachkonferenz heißt, es ist fachlich. Das soll es sein, ein Glück. Nicht politisch, sondern fachlich. Aber ich denke, es ist für Laien nicht so ganz einfach zu sagen nach dem Motto, worüber redet der Herr jetzt eigentlich? Ich will jetzt nicht kritisieren, Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das anschaulich darzustellen, aber der eine oder andere Begriff macht es dann doch schwer. Tja, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt so eine kurze Unterbrechung, fünf bis zehn Minuten, um so ein paar grundlegende Fragen vielleicht zu klären und dann sind Sie im zweiten Teil dran und dann haben wir danach wieder eine Diskussion darüber, wie es weitergeht. Ich muss zwischendurch aber sagen, also eine der grundlegenden Fragen, die bei mir angekommen ist, hier auf dem Tablet ist, wird eigentlich, werden diese Vorträge veröffentlicht, also die Charts. Selbstverständlich. Ja, also selbstverständlich finden Sie all das, was hier gezeigt wird, die Filme, also die kleinen Videos und die PowerPoint-Präsentationen auf der Informationsplattform, so wie es hier auch vorgestellt worden ist. So, aber zu den Daten, ich fange mal gerade an. Da war die Frage, wenn es ein Problem mit Daten gibt, nach dem Motto, es gibt nicht viele zu einer Region, also schlechte Datenlage, gibt es das überhaupt und wie gehen Sie damit um? Und ich mache gleich die zweite Frage von jemand anderem gleich mit dazu, wenn ein Gebiet viele Daten hat, steigt das dann gleich in der Priorität, weil man es so gut kennt? Ja, ich beantworte den ersten Teil der Frage und das Thema zu wenig Daten, das ist ja auch ein Thema, was im Standortauswahlgesetz unter Gebiete mit nicht hinreichender Datengrundlage, ich glaube, so etwas ist der Wortlaut steht. Die Frage ist, ab wann ist es nicht hinreichend? Also für die Ausschlusskriterien gesprochen, sehe ich diese Situation nicht. Es gibt natürlich Gebiete, wo die Datengrundlage besser ist als in anderen, das ist so, Deutschland ist nicht homogen erkundet, aber ich würde sagen, was hier nicht der Fall ist, dass wir für Gebiete ja so wenig Informationen hatten, dass wir sagen konnten, hier können wir ja eigentlich gar nichts machen. Hier können wir die Ausschlusskriterien gar nicht anwenden, aber mir ist ebenfalls bewusst, dass da datentechnisch Luft nach oben ist. Wir wissen nicht alles und wir wissen auch, dass wir nicht alles wissen. Der zweite Teil der Frage stellte darauf ab, ob wir Gebiete, je nach Datendichte, Datendichte, wo Sie mehr wissen, genau. Genau, nein, das tun wir nicht. Insbesondere bei diesen Ausschlusskriterien verfolgen wir immer einen bundesweiten Ansatz. Also wir nehmen da ganz Deutschland in Blick, wir nehmen natürlich die Daten, die wir haben, mit unterschiedlicher Datendichte, das liegt in der Natur der Sache, aber am Ende ist das Herzstück dieser Anwendungsmethode, da stecken wir die Daten rein und am Ende generieren wir damit ein bundesweites Ergebnis und da steckt jetzt keine prioritäre Behandlung von Gebieten drin, wo die Datendichte höher ist. Ja, ich muss zu Daten noch ein bisschen nachlegen, also das sind ein paar grundlegende Fragen, wie Sie merken. Dann ist so die Frage, geht es bei dem, was Sie über Daten geschildert haben, nur um Daten, die Sie für die Ausschlusskriterien genutzt haben oder ist das eine generelle Aussage zum Umgang mit Daten, die Sie hier gemacht haben? Also in dem Vortrag hatte ich ein paar Folien, die würde ich jetzt für alle Anwendungs-, also für alle Kriterien und Anforderungsgruppen als allgemeingültig bezeichnen, das ist der Weg der Daten, dieses Tortendiagramm, was wir damit machen, dass wir die Daten homogenisieren, dass wir die Daten in Datenberichten veröffentlichen, das ist was, das gilt auch für die Mindestanforderungen und für die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Ansonsten hatte der Vortrag natürlich schon dann auch bei den Datenbeispielen einen starken Fokus auf die Ausschlusskriterien. Ja, letzte Frage zum Thema Datengrundlage, dann gebe ich an den Kollegen Gregor Schnittker weiter, und zwar Datenzugang. Also wir haben ja heute Vormittag schon darüber gesprochen, dass Sie aus Gründen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen manche Daten nicht zugänglich machen können, die haben Sie zwar benutzt, aber Sie dürfen sie anderen nicht zugänglich machen, im Moment noch, und trotzdem ist die Frage, wo und wie kann man denn in Ihre Daten gucken? Das, genau, also was Sie sagen, ist richtig. Wir sind bestrebt, den Teil der entscheidungserheblichen Daten öffentlich zu machen, sobald wir dafür die Rechtsgrundlage haben. Das ist für nicht alle Daten der Fall aktuell, aber wir arbeiten daran, indem wir eben die Datenberichte fortlaufend revisionieren. Wo finden Sie die Daten? Daten, Sie finden die in den sogenannten Datenberichten, das ist zu den Ausschlusskriterien, zum Beispiel ein Dokument, was sechs Anlagen hat, wo die Daten abgedruckt sind, Sie können sich im Prinzip stecken da die Koordinaten von den Störungszonen mit drin, von den Bohrungen und den Bohrlauchverläufen. Das sind bei den Mindestanforderungen, finden Sie sogenannte Schichtenverzeichnisse, die Informationen über Bohrlochdaten erhalten, aber die Stelle, wo die Daten hinterlegt sind, das sind die Datenberichte. Ja, das heißt, wenn jemand sagen will, ich habe da eine ganz spezielle Frage, man wendet sich an Sie als BGE? Das würde ich sagen, wäre der richtige Weg. Ja, also weil ich glaube, es geht jetzt teilweise um sehr spezielle Fragestellungen, was jemand da sehen oder nutzen möchte, wo ich sage, das möchte ich im Einzelnen machen, aber Sie sind offen für Anfragen und gucken dann, was rechtlich erlaubt ist. Absolut, und ich glaube, das müssen wir auch sein, weil erst mal kennen wir die Daten und wir kennen aber auch den Stand der amtlichen Kategorisierung, die uns erreichen. Das heißt, insofern sind wir das sehr gern. Gregor. Ja, ich habe so ein bisschen den Blick gehabt auf das, was an Resonanz reinkam während Ihres Vortrags. Was sind eigentlich Dinge, die adressiert werden? Das eine sind dann sehr fachliche Fragen, die haben wir jetzt durch dich, Frank, durch Sie schon beantwortet bekommen. In Teilen. In Teilen und damit verknüpft sich ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, Dinge, die auch heute Vormittag schon angesprochen wurden, die auch schon sehr fachlich waren, die werden vom Redaktionsteam, das wir ja hier im Raum haben, neu zugeordnet. Das heißt, wir sind ja jetzt in den drei verschiedenen Bereichen von Fachreferaten, von Vorträgen am Nachmittag und wenn eine Frage, die am Vormittag uns schon zugeschoben wurde, jetzt für Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr entdeckt wird, dann liegt das schlicht daran, dass wir sie jetzt neu zuordnen in die jetzt bestehenden Cluster und Unterkategorien, also nichts geht verloren, es wird aber gegebenenfalls verschoben und es wird geklastert und ganz wichtig ist uns auch zu sagen, hier wird auch nicht gefiltert, sondern es wird tatsächlich so, wie es reinkommt, betrachtet und nicht an Formulierungen rumgeschraubt. Es sind auch kritische Stellungnahmen in den Raum gekommen, das sei eine PR-Veranstaltung, Fragen seien gefiltert, mangelnde Neutralität, mehr Nachhaken bitte, all solche Dinge erwähne ich deshalb, weil ich Ihnen sagen möchte, es ist eben keine PR-Veranstaltung, sondern es ist durchaus ein Beteiligungsformat und so kam zum Beispiel eben auch die Botschaft rein, offenbar kann man nur Fragen und Hinweise zum aktuell behandelten Tagesordnungspunkt stellen, auch das ist nicht ganz richtig, Sie können also auch Dinge jetzt schon adressieren und loswerden mit Blick auf die Agenda des heutigen Tages und des morgigen Tages, die dann fachlich noch beantwortet und erläutert werden und wenn sie nicht ausreichend beantwortet werden, dann können Sie die eigentlich im Grunde jederzeit ab sofort in den verschiedenen Kategorien online hinterlegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir darauf einmal hinweisen und dass wir auch nochmal hinweisen auf die Internetseite endlagersuche-info-plattform.de denn dort, und das ist ja auch wirklich eine Art Versprechen, werden alle Fragen und Botschaften im Rahmen der Dokumentation angesprochen, also nicht persönlich beantwortet, aber dann doch eben angesprochen, sodass eigentlich nichts offen bleiben sollte. Das ist für den Moment also so die Resonanz auf der Ebene Feedback und ansonsten gilt ja Daten, 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 ganz viele fachliche Fragen dazu, die Sie ja jetzt entweder schon beantwortet haben oder im zweiten Teil Ihrer Ausführung sicherlich noch angreifen werden. Sollen wir noch ein paar Fragen nehmen oder was meinen Sie, Herr Doktor? Würden Sie lieber weiter im Vortrag vorgegeben? Wir können gerne noch ein paar Fragen nehmen. Ja, dann gucken wir mal. Also das Thema Seismik und so weiter, Störungszonen hat auch einiges an Fragen aufgeworfen. Wir werden nachher sicherlich noch mal tiefer reingucken. Erste Frage, die da kam, war, wo sind eigentlich tektonische Platten, adriatischer Sporn der afrikanischen Platte und so weiter? Mir sagt das nichts, aber Ihnen bestimmt. Und tektonische Terrane berücksichtigt? Wo ist Erdbebengefahr berücksichtigt? Auf Stichwort Alfred Wegener. Also wo sind die tektonischen Platten und die tektonischen Terrane berücksichtigt? Genau, also letztendlich spielt das Thema Plattentektonik übergeordnet mit rein in mehrere Ausschlusskriterien, in aktive Störungszonen, in Vulkanismus, in seismischer Aktivität. Da steckt das alles mit drin. Es ist jetzt, genau, also ich glaube, das kann man erstmal so vorweg sagen. Insbesondere war da noch ein Aspekt in dieser Frage, die seismische Aktivität, das ist ja ein eigenes Ausschlusskriterium, was ich jetzt im Folgenden vorstellen werde. Also auch da werden Sie sehen, dass die seismische Aktivität, wie sie im Standortausfallgesetz eben dargestellt ist, ebenfalls berücksichtigt wird. Naja, und insbesondere eben diese Grenze zwischen der eurasischen und adriatischen Platte, das ist eine wichtige Grenze für den Gebirgsbildungsprozess der Alpen. Das führt zu aktiven Störungszonen, das führt zu Seismizität und steckt eben implizit in diesen Kriterien drin. Dann fragt jemand nach Spannungsfeldern, also mit dem Hintergrund haben Sie Daten zu Spannungsfeldern nachgefragt, abgefragt? Für diesen Schritt des Standortauswahlverfahrens nein, haben wir nicht gemacht. Zum Beispiel noch nicht, das heißt, noch nicht, das kommt noch. Genau, und ich glaube, da steckt auch eine wichtige Botschaft drin, wenn wir solche Fragen, haben Sie das berücksichtigt, haben Sie das berücksichtigt, manchmal auch verneinen aktuell. Der Detaillierungsgrad steigt, also damit auch die Diversität der Daten, die wir in dieses Verfahren mit einfließen lassen und die Flächen, die wir betrachten, werden mit der Zeit weniger und das ist so ein bisschen was, was auch Hand in Hand geben wird. Störungsdaten ist ja jetzt so der Oberbegriff, wenn ich das richtig verstanden habe. Fragt noch jemand, ob die aus den BGR-Unterlagen, also Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, glaube ich, BGR, auf den BGR-Unterlagen zum Geothermie-Atlas verwendet wurden. Meines Wissens ja. Okay, gut. So, eine noch, weil hier ist eine Frage, wo ich vorhin auch beim Zuhören gestutzt habe nach dem Motto, was will mir Herr Weiche eigentlich sagen? Da ging es um das Stichwort hydraulische Eigenschaften. Also für Sie ist das wahrscheinlich was, wo Ihnen ein Kronleuchter aufgeht, für andere Leute nicht unbedingt. Und dann ist die Frage, was sind hydraulische Eigenschaften und wie können die durch aktive Störungen negativ beeinflusst werden? Also ein Stichwort, was ja letztendlich auch eine Mindestanforderung ist, ist da die Gebirgsdurchlässigkeit. Die muss sehr, sehr, sehr gering sein, damit der... Gebirgsdurchlässigkeit für Wasser. Bitte, genau. Für Wasser. Genau, also genau. Darum geht es, dass es durch den Parameter Gebirgsdurchlässigkeit definiert, wie gut eben Wasser durch das Gebirge dringen kann. Ich meine, da gibt es jetzt verschiedene Endlagerkonzepte, aber für das Konzept, dass man einen einschlusswirksamen Gebirgsbereich belastet, also einen, ja, letztendlich einen Gesteinsverband, der dicht ist, da spielt diese Gebirgsdurchlässigkeit eine entscheidende Rolle. Und wenn man da jetzt eine aktive Störungszone durch hätte, dann kann es sein, das ist aber einzelfallabhängig, dass entlang dieser Störungszone eben der Gebirgsbereich dahingehend verändert wird, dass die Durchlässigkeit für Wasser oder Gase erhöht wird. Also sprich, der kann eher mal Wasserwege nehmen, die es nicht nehmen sollte. Das kann sein. Und was man zumindest bei der Sicherheit von Endlagern als negativ bezeichnen müsste. Korrekt. Okay. Gut. Herr Dr. Reich, ich denke, fürs Erste, ja, ein kleiner Einschub von Fragen und Antworten. Ich habe nur noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob ich mich missverständlich ausgedrückt habe, was sein kann, was immer sein kann, oder ob ich missverstanden wurde. Auf der Infoplattform werden die Fragen allesamt beantwortet. Sie werden halt nur nicht persönlich adressiert an die Person, die sie reingeschickt hat. Aber natürlich werden alle Fragen beantwortet. Und übrigens, das vielleicht auch noch als Motivation, es kommen auch Komplimente. Hervorragender Vortrag, Herr Reiche. Also viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Ja, und danach geht es mit der Diskussion weiter. Bitte schön, Herr Dr. Reicher. Ja, herzlichen Dank für den Kommentar. Es geht weiter, sobald ich die Folien sehe. Ja, wir setzen die Präsentation fort mit dem nächsten Ausschlusskriterium und das sind die Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit. Auch hier haben wir ähnlich wie bei den aktiven Störungszonen zwei Aspekte da drin, die wir wiederum methodisch unterschiedlich behandeln, wohl wissend, dass es das gleiche Ausschlusskriterium ist und das sind die Aspekte Bohrung und Bergwerke. Ich beginne gleich mit den Bohrungen, dann gefolgt von den Bergwerken. Doch bevor ich das tue, möchte ich in das Ausschlusskriterium allgemein mit einem Video einführen. Warum sind Bergwerke und Bohrungen nicht als Endlagerstandort geeignet? Bergwerke und Bohrungen sind gewissermaßen künstlich geschaffene Hohlräume im Untergrund. Einerseits beeinträchtigt dies die Stabilität des Gebirges. Sie können sich das vorstellen, als würde man einem Mauerwerk Ziegelsteine entnehmen. Die benachbarten Ziegelsteine werden gelockert, es können sich Risse im Mauerwerk bilden und mit der Zeit kann der gesamte Hohlraum sogar einstürzen. Andererseits stellen diese Hohlräume gute Bedingungen für Wasser dar, sich nun ungehindert im Gebirge von einem Ort zu einem anderen bewegen zu können. Also nun auch an Stellen, an denen unter den vorherigen Bedingungen Wasser nicht hätte fließen können. Man bildet sozusagen Kurzschlüsse zwischen verschiedenen geologischen Schichten. Für das Endlager besteht somit die Gefahr, dass in Folge dieser Fließwege nun Wasser unkontrolliert eindringen und mit den radioaktiven Stoffen im Gepäck auch wieder ausdringen kann. Ein Endlagerstandort ist doch auch ein Hohlraum. Ja, Bergwerke werden normalerweise errichtet, um Rohstoffe zu gewinnen. Ein Hohlraum entsteht also, weil man der Erde Stoffe entnimmt. Bei einem Endlager hingegen sollen radioaktive Abfallstoffe in einem unbeeinträchtigten beziehungsweise unbeeinflussten Gebirge über einen Zeitraum von mindestens einer Million Jahre sicher verwahrt werden. Das sind zwei grundlegend verschiedene Aspekte mit dementsprechend auch verschiedenen Anforderungen an zum Beispiel den Standort oder eben auch die baulichen Maßnahmen. Und was ist mit Tagebau in übertägigen Bergwerken? Diese werden auch berücksichtigt. Es werden grundsätzlich alle Bergwerke betrachtet, die bis in den in den inlagerelevanten Tiefenbereich von mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche reichen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass dadurch die meisten in Deutschland befindlichen Tagebaue nicht weiter berücksichtigt werden, da diese einfach nicht tief genug sind. Das gilt übrigens auch für zum Beispiel zu flachen Bohrungen oder auch flache untertägige Bergwerke. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen auch bei dem Ausschlusskriterium bergbauliche Tätigkeit spielen hydraulische Veränderungen der Gebirgseigenschaften eine Rolle. Sie haben mit dem Video einen Überblick erhalten, wie die BGE in Schritt 1, Phase 1 mit diesem Ausschlusskriterium umgeht. und ich möchte da jetzt noch ein kleines bisschen tiefer mit den folgenden Folien einsteigen. Zuerst der Teil zu Bohrungen. Dort geht es darum, dass vorhandene alte Bohrungen die Barrieren eines Endlagers, die den sicheren Einschluss gewährleisten, in ihrer Einschlussfunktion nachweislich nicht beeinträchtigen dürfen. Die Auswirkungen, die eine Bohrung hat auf das Gebirge oder um das Bohrloch selbst, die entstehen erst mal durch den Bohrprozess. Dabei kommt das schon zu einer Beeinflussung. Klar, das ist ein invasiver Eingriff in den Untergrund. Oft ist es auch so, dass man in der Regel eine Bohrspülung benutzt, die in das Gebirge eindringt und dort auch zu Veränderungen der Gebirgseigenschaften führt. Aber auch dann später die Nutzung der Bohrungen, wenn das Förderbohrungen zum Beispiel sind oder Bohrungen, die hydraulisch stimuliert werden, das kann relativ weitreichende Einflüsse haben, die den Zustand des Gebirges verändern. Es kommt also zu Veränderungen der hydraulischen Gebirgseigenschaften. Auch im Spannungsfeld verändert sich was. Und wie stark das passiert, das hängt eben von der Art und der Nutzung der Bohrungen selbst ab. Wir haben Daten abgefragt zu Bohrungen und wir haben viele Daten bekommen. Die erste Abfrage zielte darauf ab, Bohrungen, die tiefer sind als 100 Meter, zu erhalten von den staatlichen geologischen Diensten und Bergbehörden. Da haben wir eine Viertelmillion Bohransatzpunkte und Bohrlochverläufe bekommen. Diejenigen Bohrungen, die den endlagerrelevanten Tiefenbereich beeinflussen, hier steht jetzt die Zahl größer als 275 Meter, was es damit auf sich hat, zeigt die nächste Folie nochmal ein bisschen deutlicher, sind etwa 50.000 Bohrungen und zu einem vergleichsweise kleinen Teil davon haben wir auch Informationen neben dem Ansatzpunkt an der Erdoberfläche, wo diese Bohrung niedergebracht wurde, zum Bohrlochverlauf selbst. Denn so ein Bohrlochverlauf muss nicht geradewegs nach unten sein, sondern hat teilweise ganz, ganz spektakuläre Formen im Untergrund bei sogenannten abgelenkten Bohrungen. Ja, die Daten, die kamen aus landesspezifischen Datenbanken. Wichtig zu nennen ist da die Kohlenwasserstoffdatenbank, die vom Elbeck, dem geologischen Dienst in Niedersachsen, bundeslandübergreifend für einen Teil der Bundesländer in Deutschland verwaltet wird. Wir haben Tabellen, Excel-Tabellen mit Informationen bekommen und solche Sachen und haben hier, ähnlich wie Sie das bei anderen Ausschlusskriterien auch schon gehört haben, wieder eine methodische Trennung vorgenommen zwischen denjenigen Bohrungen, die sehr, sehr flach sind. Da sind ja auch teilweise Bohrungen dabei gewesen, die tatsächlich wirklich ganz oberflächennah niedergebracht wurden, zu denjenigen Bohrungen, die wirklich den endlagerrelevanten Tiefenbereich beeinflussen und der Sicherheitsabstand, den wir hier um den Bohrlochverlauf angelegt haben, wurden hier in diesem ersten Schritt der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens pauschal auf 25 Meter festgelegt. Was hat das jetzt mit diesen 25 Meter auf sich? Wir wollen mit diesen 25 Metern, und ich weiß, das ist erstmal wenig, gemäß unserer Verfahrensgrundsätze, wir wollen damit den Bereich abfangen, wo das Gebirge direkt durch den Bohrprozess geschädigt ist und auch eine gewisse Lageungenauigkeit des Bohrlochverlaufs an sich. Wir sind uns bewusst, dass diese 25 Metern in vielen Fällen stark, bis zu stark unterschätzend wirken können, doch Sie haben auf der vorherigen Folie auch die Datenmengen gesehen, 50.000 Stück, sind es, wir haben da, wie gesagt, in diesem Schritt jetzt keine Einzelfallabwägung vorgenommen, sondern erstmal gesagt, okay, wir gehen damit jetzt pauschal um, wohl wissend, dass da der Detaillierungsgrad im Verlauf des Verfahrens steigen muss. Das Blockbild zeigt Ihnen einmal, wie dieser Ausschluss generiert wurde, Sie sehen da ganz vorne zwei Beispiele einer Bohrung, die geradewegs nach unten geht durch den gesamten endlagerrelevanten Tiefenbereich und blau-weiß schraffiert ist das ausgeschlossene Gebiet da drum gemalt, das haben wir dann an der Erdoberfläche entsprechend auch so dargestellt und dann gibt es den Fall und das ist ein bisschen analog zu den aktiven Störungszonen, da ist eine Bohrung nicht einfach gerade runter, da hat die eine Raumlage, das sehen Sie bei der abgelenkten Bohrung, der Ausschluss passiert wieder entlang des Bohrlochverlaufs, ganz analog zu vertikalen Bohrungen oder solchen, die als vertikal angenommen wurden, weil die Informationsgrundlage nicht anders war, aber bei diesen abgelenkten Bohrungen haben wir im Prinzip den gesamten Bohrpfad an die Erdoberfläche projiziert und den flächenhaft ein bisschen anders eingefärbt, Sie sehen das in unseren Kartendarstellungen oft als ein bisschen hellblauere eingefärbtere Fläche, das heißt so viel in diesem Gebiet, was wir hier zeigen, passiert nicht überall in allen sämtlichen endlagerrelevanten Tiefen ein Ausschluss, sondern in dem Gebiet passiert ein Ausschluss, der letztendlich eine dreidimensionale Form hat und an der Karten, also an der Erdoberfläche in Kartendarstellung eben nicht vollständig dargestellt werden kann. Im Ergebnis sieht das Ganze dann so aus, wobei ich bei dieser Kartendarstellung klar darauf hinweisen muss, dass die Punktgröße, die Sie hier für diese ganzen Bohrungen sehen, nicht maßstäblich ist. Hätten wir hier eine maßstäbliche Darstellung dieser 25 Meter gewählt, dann würden Sie hier eine weiße Karte sehen, weil es eben sehr, sehr klein ist, das heißt, das ist jetzt ein bisschen hochskaliert. Von diesen knapp 250.000 Bohrungen, die wir übermittelt bekommen haben, führten knapp 50.000 zu ausgeschlossenen Gebieten. Man sieht an der Verteilung dieser Bohrpunkte sehr gut, dass das Rohstoffvorkommen sich eher in der nördlichen Hälfte Deutschlands konzentriert. Und das ist hier das Ergebnis von dem ersten Teil des Ausschlusskriteriums bergbauliche Tätigkeit. Ich gehe weiter zu den Bergwerken und hier geht es darum, den Bereich auszuschließen, der durch, wo bergbauliche Tätigkeit zu einer Veränderung Spannungs- oder Permeabilitäts, also letztendlich in den hydraulischen Eigenschaften des Gebirges geführt hat. Ich führe auch hier kurz ein in das Thema. Fachlich könnte man jetzt unterscheiden in Untertagebau, Tagebau und Kavernenspeicher. Genau, Tagebaue sind Ihnen allen bekannt. Untertagebau ist das, was unter der Erdoberfläche passiert. Sie sehen das vereinfacht dargestellt. hier auf der Skizze, das ist im Prinzip ein Querschnitt durch so ein vereinfacht dargestelltes Bergwerk. Sie sehen oben, die schwarze Linie ist die Erdoberfläche, dann haben wir da so einen blauen Körper drin, das ist das Rohstoffvorkommen und das wird eben abgebaut durch verschiedene Sohlen, also Stockwerke, die dieses Bergwerk bilden. Das Bergwerk hat zwei Verbindungen zur Erdoberfläche, zur Tagesoberfläche, einmal ein Schacht und einmal ein Stollen, der dann so seitlich die Tagesoberfläche schneidet. Das war hier die wesentliche Datengrundlage, waren letztendlich Bergwerke, Tagebauer haben wir am Ende nur einen drin, aufgrund dieser Teufenbegrenzung von 300 Litern, die wir auch hier angewandt haben. Kavernenspeicher spielen vereinzelt eine Rolle, die liegen in Seilstöcken und dienen letztendlich der Speicherung von Rohstoffen, zum Beispiel von Gas. Ja, die Datengrundlage bei diesem Kriterium oder diesem Teil des Kriteriums war kunterbunt, muss ich sagen, wir haben hier wirklich einiges an verschiedenen Datentypen erhalten, nicht nur die Form analog versus digital war unterschiedlich, sondern auch die inhaltliche Aussagekraft dieser Daten war unterschiedlich. Teilweise haben wir Umringe bekommen um das Grubengebäude an sich, manchmal haben wir den Bereich ausgewiesen bekommen, in dem das Gebirge beeinflusst ist, im Sinne von es passiert eine Absenkung der Artoberfläche in diesem Bereich. Manchmal haben wir Gebiete ausgewiesen bekommen, die Bergbauberechtigungsgrenzen darstellen, also die haben nicht unbedingt was mit dem eigentlichen Hohlraum zu tun, sondern zeigen nur, wie weit darf denn ein bestimmter Besitzer hier Abbau betreiben. Das war so die Bandbreite hier auf der Folie dargestellt. Sehen Sie so ein Rissblatt, das ist eine Kartendarstellung, einer Sohle, Sie gucken jetzt da von oben drauf und sehen hier eine relativ komplexe Geometrie, wie die Hohlräume sich da im Untergrund orientieren und uns hat hier in erster Linie der Außenbereich interessiert, also wie groß ist der Hohlraum, wenn man da jetzt aus der Vogelperspektive drauf guckt und wenn wir das wissen, wie weit ist das Gebirge drumherum tatsächlich durch diese bergbauliche Tätigkeit beeinflusst. Ein wichtiges Thema, was ich im Zusammenhang mit bergbaulicher Tätigkeit ansprechen möchte, weil das wirklich speziell für dieses Kriterium ein Sonderfall war, ist das Vorhandensein von digitalen Daten. Ein Großteil dieser Daten liegt nicht digital bei den Bergbehörden vor oder nur teilweise, sodass wir hier digitalisierend aktiv geworden sind in den meisten Bundesländern. Sie sehen das als zweiten Bullet Point auf der Folie. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Wir haben da einen erheblichen Aufwand betrieben, um Daten zu gewinnen, Daten zu vervollständigen. Natürlich war der Aufwand in jedem Bundesland unterschiedlich, je nach Datenmenge, ob es da Bergbaugebiete gab und je nach Informationslage, die auch schon digital vorhanden waren. Manchmal waren das einfach Tiefenangaben, die wir ergänzt haben, aber manchmal wurden auch einfach Papierkarten gescannt und mussten dann im Prinzip nachträglich digitalisiert werden. Wir haben insgesamt über dreieinhalb tausend Objekte angefasst durch diese Arbeiten und das ist auch wichtig hier zu erwähnen, das ist auch nicht fertig. Also wir wissen, das ist ein kleinerer Teil, der nicht fertig ist, aber wir wissen, dass es bergbauliche Tätigkeiten gibt, dass es Objekte gibt, die sich im endlagerrelevanten Tiefenbereich befinden, zu denen wir keine digitalen Daten gewinnen konnten. Wir haben die im Zwischenbericht Teilgebiete, insbesondere im Bericht zu den Ausschlusskriterien als sogenannte vorgemerkte Gebiete bezeichnet, das heißt, wir wissen, da ist was, wir haben aber momentan nicht die Daten, um mit unserer Anwendungsmethode die dort umzusetzen. Genau, das ist auch noch ein Aspekt, der in dem Zusammenhang wichtig ist, zu nennen. Unsere Ausschlussmethode ist an sich erstmal schnell erklärt, es geht darum, den Beeinflussungsbereich zu quantifizieren. Sie sehen an diesem schematisch dargestellten Blockbild wieder so ein vereinfachtes Bergwerk, Sie sehen zwei Schächte, Sie sehen die Sohlen dargestellt und Sie sehen mit diesem blau-weiß schraffierten ausgeschlossenen Bereich, dass dieser über die Erstreckung letztendlich der Hohlräume hinausgeht, denn letztendlich ging es darum, diese Beeinflussungsbereiche zu ermitteln und dann, wenn wir sie dann haben, in sämtlichen endlagerrelevanten Tiefen auszuschließen, wenn sich der Beeinflussungsbereich zwischen drei und 1500 Metern Tiefe befindet. Die Herausforderung lag jetzt darin, Informationen über diese Beeinflussungsbereiche zu erhalten. Das haben wir auf zweierlei Art und Weise getan. Wir haben einmal von den Bergbehörden diese Informationen direkt übermittelt bekommen. In erster Linie beruht da die Ausweisung von Beeinflussungsbereichen auf der Einwirkungsbergverordnung. Das sind dann letztendlich Gebiete, in denen sich die Erdoberfläche minimal, aber gleichmäßig absenkt über einem Hohlraum. Das sind aber auch Informationen, die auf detaillierteren bergschadenkundlichen Analysen beruhen. Wir hatten aber für viele Bundesländer diese Beeinflussungsbereiche nicht vorliegen. Das heißt, da hat die BGE dann Beeinflussungsbereiche abgeschätzt. Dabei sich wieder an den Verfahrensgrundsätzen orientiert, diese Beeinflussungsbereiche erstmal tendenziell eher zu unter als zu überschätzen. Die Datengrundlage war da letztendlich die maximale Ausdehnung von dem Hohlraum. Und Sie sehen da so eine Grafik am rechten Rand der Folie. Da ist wieder ein Schacht und da sind drei Sohlen. Und ganz unten bei der untersten Sohle, da gehen so zwei Linien hoch mit einem bestimmten Winkel. Das ist ein Vorgehen, das geht auf die Einwirkungsbergverordnung zurück. Dieser Grenzwinkel, den haben wir sehr steil gewählt. Sie sehen, das ist jetzt also der Bereich der maximalen seitlichen Erstreckung des Bergwerks wird, indem man halt mit einem gewissen Winkel nach oben an die Erdoberfläche geht, vergrößert. Und dann haben wir letztendlich diesen Bereich als ausgeschlossenes Gebiet ermittelt. Wir haben hier sicherlich auch wieder tendenziell eher unter als überschätzt, aber das war eben einer der Verfahrensgrundsätze im Umgang mit den Ausschlusskriterien im Allgemeinen. Das Ergebnis sehen Sie auf dieser Karte dargestellt. Sie erkennen sicherlich Gebiete wieder, von denen Sie wissen, dass dort Bergbau stattgefunden hat. Das sind knapp 700 Bergwerke und Kavernen insgesamt, die wir als ausgeschlossene Gebiete ermittelt haben. Das ist alles unter Tagebergbau bis auf den Tagebau Hambach. Das war der einzige Tagebau, der tiefer war als 300 Metern. Die restlichen Tagebaue waren teilweise sehr, sehr viel Oberflächen näher. Damit schließe ich das Kriterium Einflüsse aus gegenwärtiger und früherer bergbaulicher Tätigkeit ab und gehe weiter zu dem nächsten Ausschlusskriterium seismische Aktivität. Und in das Thema seismische Aktivität möchte ich einführen, wieder mit einem Video, was Sie mit der folgenden Folie sehen. Was sind denn eigentlich Erdbeben? Erdbeben sind Erschütterungen des Untergrundes, die in erster Linie durch Bewegungen der Erdkruste infolge von Verschiebungen der Erdplatten entstehen. Dabei verschieben sich Gesteinsblöcke ruckartig entlang von Störungszonen, sodass es zum Bruch an einer Stelle der Störung kommt. Und von dort, dem sogenannten Hypozentrum, breiten sich dann die Bodenschwingungen im Untergrund aus. Wieso ist das Erdbebenrisiko in Deutschland wichtig für die Endlagersuche? Im Standortauswahlgesetz ist festgelegt, dass Gebiete nicht als Endlagerstandort geeignet sind, wenn die Erdbebengefährdung größer ist als in Erdbebenzone 1. Das bedeutet, dass Gebiete, in denen ein Erdbeben mit einer Intensität von 7 oder mehr mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit entstehen kann, vom Verfahren ausgeschlossen werden. Bei einer solchen Intensität können merkliche Schäden an Gebäuden entstehen, wie zum Beispiel Risse im Mauerwerk. Generell ist die Erdbebengefährdung in Deutschland vergleichsweise gering. Dennoch ist sie in einigen Regionen, wie zum Beispiel dem Alpenvorland, dem Vogtland oder der Niederrheinischen Wucht erhöht. Und wie wird das Erdbebenrisiko berechnet? Dies passiert auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Mit Hilfe verschiedener Eingangsdaten, zum Beispiel einem Katalog der Erdbebenrisiken der letzten 1000 Jahre, wird berechnet, welche maximale Erdbebenintensität mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent innerhalb der nächsten 50 Jahre erreicht wird. Vielen Dank! Sie haben in diesem Video bereits den Begriff der Erdbebenzone gehört und das Standortauswahlgesetz verweist hier statisch auf eine Norm, auf eine DIN für Hochbauten. Und hier geht es darum, Gebiete zu ermitteln, in denen die Erdbebengefährdung größer ist als Erdbebenzone 1. Das ist in einer Erdbebenzonenkarte, die in dieser Norm enthalten ist, dargestellt. Sie erkennen auf dieser Karte, die die Verteilung der Erdbebenereignisse auf Basis des aktuellen Erdbebenkatalogs zeigt, die Gebiete wieder, die Sie vielleicht auch schon bei den aktiven Störungszonen gesehen haben. Wir haben also Seismizität im Bereich nördlich der Alpen, im Bereich des Oberrheingrabens, der Niederrheinischen Bucht und auch im Bereich des Vogtlands im Osten Deutschlands. Im restlichen Bundesgebiet ist die Seismizität als diffus und gering zu bezeichnen, aber eben an diesen Strukturen lokal erhöht. Die Datengrundlage, das ist hier einfach erklärt, gibt uns das Standortauswahlgesetz letztendlich direkt vor. Wir haben dazu Daten abgepackt. Wir haben auch gebietspezifische Extrakte dieser Erdbebenzonen erhalten, einige davon an letztendlich Verwaltungsgrenzen orientiert und haben uns daher entschlossen, hier die Erdbebenzonenkarte selbst zu digitalisieren und auf Basis derer ausgeschlossene Gebiete zu ermitteln. Und Sie sehen an dieser Karte schon, wo die Erdbebenzonen liegen, die größer sind als Erdbebenzone 1. Das sind die orangen und rötlichen Gebiete. Die Ausschlussmethodik ist jetzt schnell erklärt. Immer dort, wo es auf der Karte orange und rot ist, entstehen ausgeschlossene Gebiete und der Ausschluss erfolgt vertikal für sämtliche endlagerrelevanten Tiefen. Und das Ergebnis der Anwendung dieses Ausschlusskriteriums ist kein überraschendes, wenn man sich die Erdbebenzonenkarte zuvor angesehen hat. Das sind jetzt letztendlich die Gebiete mit Erdbebenzonen 2 und 3. Die befinden sich zum Beispiel in NRW bei der Niederrheinischen Bucht, im Vogtland, an der Grenze Thüringen-Sachsen, im Alpenvorland, sowie in der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Ich setze fort mit dem vorletzten Ausschlusskriterium, das der vulkanischen Aktivität. Und da geht es darum, dass Quatera Vulkanismus vorliegt. Vulkanismus, der in den letzten etwa zweieinhalb Millionen Jahren passiert ist oder das zukünftige vulkanische Aktivität zu erwarten ist. Und hier haben wir jetzt eine ähnliche Situation wie beim Ausschlusskriterium großräumiger Vertikalbewegung, dass hier nämlich eine Prognose wieder drinsteckt, nicht nur zu gucken, wo gibt es jetzt Quateren Vulkanismus, sondern auch, wo erwarten wir erneute vulkanische Aktivität. Kurze Übersicht zur Situation in Deutschland. Hier sehen Sie in erster Linie dargestellt Tertiärn Vulkanismus, der von 66 bis vor zweieinhalb etwa Millionen Jahren stattgefunden hat und den Quatern Vulkanismus auf der Karte ist der Tertiäre, der ältere Vulkanismus in Form von diesen blau-lila Gebieten dargestellt, während der Quatern Vulkanismus sich jetzt nicht den gesamten Ost-West orientierten Gürtel über Mitteldeutschland durchzieht, sondern konzentriert ist in der Eifel-Region und in der Region Vogtland-Oberpfalz. Nicht der jüngste, wie es auf der Folie steht, sondern vielleicht der jüngste, heftigste Vulkanausbruch ist der des Lacher See-Vulkans, den, das ist vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff, der ist vor knapp 13.000 Jahren ausgebrochen. Wir haben Daten dazu abgefragt und gleichzeitig wegen diesem Prognoseaspekt, der hier drin steckt, im Rahmen der Zusammenarbeitsvereinbarung mit der BGR eine wissenschaftliche Studie über Prognosemöglichkeiten in Auftrag gegeben. Sowohl die Datengrundlage, die wir übermittelt bekommen haben, als auch dieser Bericht sind für uns eine wichtige Grundlage im Umgang mit diesem Ausschlusskriterium. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Datengrundlage vervollständigt werden kann, dass dort nicht alle Quatern Eruptionszentren enthalten sind. Wir haben deswegen ein gründliches Literaturstudium in wissenschaftlichen Berichten und Büchern durchgeführt und die Datengrundlage im Hinblick auf den Quatern Vulkanismus nochmal ergänzt. Bezüglich der Prognose der vulkanischen Aktivität für den Nachweiszeitraum hilft uns die Studie der BGR, wo schon mal so eine qualitative Unterteilung von Eintrittswahrscheinlichkeiten drinsteckt. Und zwar kann man ein Wiederaufleben der vulkanischen Aktivität innerhalb des Nachweiszeitraums in der Eifel und in der Region Vogtland-Oberpfalz erwarten. Es ist wahrscheinlich, dass das passiert. Es ist weniger wahrscheinlich, aber möglich in den Gebieten der tertiären Vulkanfelder und es ist unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen in großräumigen Gebieten um die tertiären Vulkanfelder herum. Analog zum Vorgehen bei den großräumigen Vertikalbewegungen haben wir uns hier auf die wahrscheinliche erneute Aktivität konzentriert, also dort, wo es auch Quatern-Vulkanismus gibt in der Eifel und in der Region Vogtland-Oberpfalz. Und die Methodik, die wir hier zur Anwendung gebracht haben, war die, dass wir Quartere-Eruptionszentren, also da letztendlich Punktkoordinaten von Vulkanausbrüchen gesammelt haben und durch Literaturstudien ergänzt. Und um jeden dieser Eruptionspunkte haben wir einen Sicherheitsabstand von zehn Kilometern gelegt, wieder wissend dabei, dass das tendenziell unter als überschätzend wirkt und haben dann dieses dadurch ermittelte Gebiet für sämtliche entlagerrelevanten Tiefen ausgeschlossen. Das ist in dem untersten, blau-weiß schraffierten Blockbild dargestellt. Das Ergebnis der Anwendung dieses Ausschlusskriteriums sehen Sie auf dieser Folie. Es ist ein relativ großes Gebiet als Ausschlussgebiet ermittelt in der Eifel. Dort liegen die allermeisten dieser Quartieren Eruptionspunkte, in der Regel eher in der West- als in der Osteifel. Vier Eruptionspunkte wurden auf tschechischer Seite identifiziert, die aber durch diesen zehn Kilometer Radius auch ausgeschlossene Gebiete in Deutschland generieren. Letztendlich ist das hier das System des Eger-Grabens. Zuletzt möchte ich noch über unseren Umgang und die Ergebnisse mit dem Kriterium Grundwasseralter berichten. Das greift, wenn in den Gebirgsbereichen, die als einschlusswirksamer Gebirgsbereich oder Einlagerungsbereich in Betracht kommen, junge Grundwässer nachgewiesen worden sind. Ja, aber was bedeutet das, wenn man jetzt junges Grundwasser nachweist? Das bedeutet, dass an der Stelle, wo man diesen Nachweis geführt hat, letztendlich eine Teilnahme des Grundwassers am hydrologischen Kreislauf passiert, also dass das Grundwasser in Interaktion mit der Biosphäre steht. Das ist natürlich aus Sicht eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle zu vermeiden und deswegen ja auch ein Ausschlusskriterium. Wie kriegt man das raus, ob das sich um junges Grundwasser handelt? Das passiert auf Basis des Vorhandenseins der Konzentration der radioaktiven Isotope Tritium und 14c. Das sind Isotope, die zerfallen relativ schnell. Tritium kann so nach 50 Jahren nicht mehr nachgewiesen werden, Kohlenstoff 14, Pi mal Daumen 50.000 Jahre. Das heißt, wenn man einen Nachweis führt, dass diese Isotope im Grundwasser enthalten sind, kann man sagen, okay, das handelt sich hier um relativ junges Grundwasser. Der Umkehrschluss wiederum, dass wenn kein Nachweis geführt werden kann, dass es sich dabei um sehr altes Grundwasser handelt, ist natürlich nicht zulässig aufgrund dieser relativ geringen Datierungszeiträume. Wir haben die Daten abgefragt. Uns interessieren hier in erster Linie ja auch die Probepunkte, die im endlagerrelevanten Tiefenbereich liegen. Dazu gibt es nicht allzu viel Informationen, weil die meisten Probepunkte Oberflächen näher liegen. Wir haben Tabellen mit Lageinformationen und natürlich Messanalysen zur Konzentration von Tritium und 14c erhalten und sind methodisch damit so umgegangen, wie Sie auf diesem Blockbild sehen, wann immer wir punktuell einen Nachweis hatten, dass Tritium oder 14c in der Konzentration über der Nachweisgrenze, also in der Menge, dass man sie belegen kann, vorliegt, dann kommt es erstmal nur punktuell zu einem ausgeschlossenen Gebiet. Warum nur punktuell? Sie können jetzt zu Recht sagen, naja, das wird ja irgendwie auch dahin gewandert sein und eigentlich ist doch ein viel größeres Gebiet betroffen. Das ist richtig und das muss auch im weiteren Verfahren dann für die betroffenen Gebiete ermittelt werden. Nur ist es so, dass im jetzigen Verfahrensschritt ja letztendlich eine genaue Darstellung, wo jetzt Grundwasserleiter, Grundwassernichtleiter dieses ganzen hydrogeologischen Systems noch nicht vorgesehen war. Deswegen ist das ein punktueller Ausschluss, der da passiert und letztendlich sind diese Probenahmenpunkte ja immer dort, wo man entweder eine Bohrung hat oder ein Bergwerk. Insofern sind diese Gebiete zusätzlich auch durch das Kriterium bergbauliche Tätigkeit ausgeschlossen. Es kommt also, kann man sagen, durch die Anwendung des Ausschlusskriteriums Grundwasseralter nicht zu einem zusätzlichen Ausschluss. Ich zeige Ihnen zuletzt noch die Ergebniskarte. Sie sehen hier die Verteilung an Punkten einfach mal in Kartenform, wo wir im Endlager relevanten Tiefenbereich Nachweise hatten für das Vorhandensein von Tritium und 14c. Das sind gut 150 solcher Punkte und alle diese gut 150 Punkte sind korreliert mit Bohrungen, die ebenfalls als ausgeschlossenes Gebiet ermittelt worden sind. Die letzte Folie von meinem Vortrag ist die Ergebniskarte, die Sie ganz zu Anfang schon mal gesehen haben, wo jetzt sämtliche ausgeschlossenen Gebiete aggregiert, zusammengeführt, dargestellt sind und Sie mögen sich jetzt fragen, wo sind denn die Bohrungen hin? Hier haben wir jetzt eine maßstäbliche Kartendarstellung gewählt. Die Bohrungen sind da drin, Sie sehen sie nur nicht aufgrund der kleinen Radien. Wir wollten hier wirklich die Gebiete auch so ein bisschen maßstäblich darstellen und ins Verhältnis setzen. Deswegen sind hier die Bohrungen und einige ganz kleine Bergwerke nicht erkennbar. Wir haben alle sechs Ausschlusskriterien bundesweit angewandt. Wie wir das getan haben, konnte ich hoffentlich in der letzten Stunde ein bisschen erklären. Wir haben im Vorfeld die Anwendungsmethoden, die für mich das Herzstück sind, der Ausschlusskriterien öffentlich diskutiert, einen großen Aufwand betrieben, die Daten zu homogenisieren, in eine einheitliche Struktur zu überführen und damit bundesweit zu einem konsistenten, möglichst einheitlichen Bild ausgefüßener Gebiete für alle sechs Ausschlusskriterien zu gelangen. Herr Klaus, damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und übergebe an Sie. Danke, Herr Dr. Reicher. Meine Damen und Herren, kurzer Überblick, wie es weitergeht, was Stand der Dinge ist. Es gibt viele fachliche Fragen und diesen fachlichen Fragen werden wir uns nach einer Pause dann ausführlich widmen. Bis 15.30 Uhr haben wir dann Zeit. Die erfreuliche, wie ich finde, erfreuliche Geschichte ist, dass einige Teilnehmende in diesem Fragebereich untereinander diskutieren. Das heißt, der eine sagt, was der andere entgegnet. Das heißt, da findet etwas statt, was sonst persönlich wäre. Das finde ich sehr erfreulich, auch wenn ich manchmal persönlich überfordert bin, was das im Einzelnen heißt. Aber gut, ich werde nach der Pause, wir haben eine Viertelstunde, das heißt, wir sehen uns um fünf vor, wieder hier, machen weiter, rufen die Fragen auf, gute halbe Stunde Zeit für die Debatte. Danke, bis dahin. Sehr gerne, danke. Vielen Dank. 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 Ja, wir sind zurück aus der Pause und der zweite Teil der Diskussion des Vortrags von Herrn Dr. Reiche über Datengrundlagen und Ausschlusskriterien steht an. Ich habe gesagt, es gibt auf der Plattform eine Menge an Fragestellungen aus sehr unterschiedlichen Richtungen und ich habe gedacht, fangen wir mal an mit dem Thema Datengrundlage, was wir zwischendurch schon mal angesprochen haben, Herr Dr. Reich, aber zwei Dinge würde ich gerne noch kurz ansprechen. Das eine ist, dass mehrere Nachfragen nach einer GIS-Darstellung, also GIS ist ein grafisches Informationssystem, so viel weiß ich, ARC-GIS wird noch erwähnt, ich gehe mal davon aus, das ist dasselbe oder zumindest nah dran, da bin ich mir nicht sicher und die Frage ist, gibt es sowas, gibt es sowas online, kann man sozusagen die Daten abgebildet in einem grafischen Informationssystem jetzt oder irgendwann sehen? Ja, das gibt es online, genau, ARC-GIS ist letztendlich ein Programm, mit dem wir tatsächlich die Daten auch bearbeiten und in einem Online-Web-GIS-System darstellen. Es gibt so ein GIS-System zu den Teilgebieten, es gibt dieses Web-GIS-System auf der Internetseite der BGE und das wurde jetzt letzte Woche zum Beispiel nochmal dahingehend erweitert, dass die ganzen Teilgebiete jetzt nochmal einzeln ansteuerbar sind. Aber ich habe ja über die Ausschlusskriterien gesprochen und ich denke mal, das Interesse geht auch in die Richtung, die Ausschlusskriterien in diesem Web-GIS-System zu sehen. Zum Beispiel Störungszonen und Daten und sowas alles. Genau, das finde ich richtig und auch wichtig. Wir haben diese Daten und wir werden die in Kürze, ich kann jetzt keine genaue Zeit versprechen, aber es ist unsererseits geplant, die Daten zu den Ausschlusskriterien ebenfalls in diesem Web-GIS-System darzustellen. Okay, also in nächster Zeit tatsächlich online verfügbar, prima. Ja, und zwar, wenn ich dazu vielleicht noch, und zwar wichtig ganz zu Anfang wirklich diesen Fokus auch sehr stark in diesem Web-GIS-System erstmal auf die Teilgebiete zu legen, dass man jetzt nicht aus Versehen eine Störungszone vielleicht ansteuert, sondern dass es klar ist, das sind die Teilgebiete. Aber wir haben jetzt angefangen, Informationen spezifischer hinzuzufügen und das wird möglich sein, das auch weiterhin zu tun. Zweite Frage mit Bezug auf Datengrundlagen ist die Frage, ob es ein Versionsmanagement gibt. Also das ist, ich verstehe das so nach dem Motto, Sie kriegen zusätzliche Daten und Informationen, dadurch verändert sich vielleicht irgendwas und das muss sichtbar sein, dass das so ist. Machen Sie sowas? Ja, wir entwickeln das gerade. Genau das stellt, denke ich, ein bisschen auf die Revisionierung von dem Datenbericht zu den Ausschlusskriterien ab. Wir bekommen laufend diese amtlichen Kategorisierung, die wir von den zuständigen Behörden erhalten und haben damit peu a peu immer mehr, also eine Rechtsgrundlage, um immer mehr Daten in diesen Datenberichten auch zu zeigen. Dementsprechend werden die Daten revisioniert und wir haben das jetzt das erste Mal gemacht und arbeiten jetzt parallel daran, uns auch so aufzustellen, dass wir wirklich auch da ein Versionsmanagement haben. Das ist wichtig, das sehe ich auch. Also es erkennbar ist, auf welchem Stand ist jeweils was, das ist ja der Hintergrund. Genau, und wir müssen auch für uns in der Lage sein, dann wieder zurückzuspringen zum Beispiel. Und genau, das entwickeln wir gerade letztendlich angekoppelt an das Datenbanksystem, was auch die Gesamtdatenmenge verwaltet. Okay, von Daten zu anderen methodischen Fragen. Zunächst mal, ein Thema ist da die Tiefe oder vielleicht heißt es auch Teufel, da bin ich immer nicht so sicher, wenn es nach unten geht. Und zwar gibt es eine Debatte darum, wie weit geht man, um nach geeigneten Gesteinen zu suchen oder eben auch Ausschluss vorzunehmen. 1.000, 1.500 oder 2.000 Meter verstanden haben die Teilnehmenden, dass sie sich auf eine bestimmte Zahl, ich glaube 1.500, aber korrigieren Sie mich bitte, verständigt haben. Aber es fehlt eine Begründung. Es gibt stattdessen so ein Wort wie endlagerrelevante Tiefe. Vielleicht können Sie den Zusammenhang mal darstellen. Genau, also der endlagerrelevante Tiefenbereich, ich habe den ja jetzt mehrmals im Zusammenhang mit den Ausschlusskriterien angesprochen, der fängt bei 300 Meter unter Geländeoberkante an, also unter der Erdoberfläche. Das geht aus dem Standortauswahlgesetz hervor, letztendlich aus den Mindestanforderungen und geht und das kommt jetzt nicht direkt aus dem Standortauswahlgesetz bis 1.500 Meter Tiefe. Das ist tatsächlich eine Festlegung unsererseits, den Suchraum eben dahingehend zu begrenzen. Klar, die Begründung dazu ist zum einen Temperaturaspekte, irgendwann wird es... Es wird zu warm da unten. Es wird irgendwann zu warm, genau, das ist der eine Aspekt kombiniert, aber auch mit bergbaulichen Aspekten. Es wird halt mit größeren Tiefen immer schwieriger, so ein Bergwerk zu errichten. Wenn wir es mal hypothetisch diskutieren, Herr Reicher, wenn die Tiefe weiter ginge, sagen wir mal bis 2.000 Meter, würde sich an der Frage von Ausschluss irgendwas ändern? Ja, die Ausschlusskriterien, die sind da... Naja, ja, also wenn man jetzt über eine Erweiterung des Suchraums nachdenkt im Zusammenhang mit den Ausschlusskriterien, dann würde ich sagen, würde sich in den meisten Fällen nichts ändern. Man könnte dann vielleicht noch dezidierter die Diskussion führen und das ist auch eine Diskussion, die wir geführt haben. Naja, wenn Sie jetzt ein Bergwerk haben, das ist, sagen wir, nur 500 Meter tief. Bisher schließen Sie in sämtlichen endlagerrelevanten Tiefen aus. Das war eine Frage, die habe ich in dem Zusammenhang, glaube ich, auch gerade gesehen. Warum sagt man denn nicht, naja, wir hören jetzt hier mal, wir packen vielleicht noch einen kleinen Puffer drauf, 600 Meter und lassen aber das Gebirge unterhalb von diesem Bergwerk drin. Und diese Diskussion könnte man natürlich verstärkt führen, je größer der Abstand wird, wenn man die Suchtäufe letztendlich auf 2000 Meter erhöht. Der Grund, damit würde ich dann diese Frage zu den Bergwerken mit beantworten. Wir haben tatsächlich, haben wir darüber intensiv, intern diskutiert und der Grund ist letztendlich, dass, naja, es eben zu Spannungsumlagerungen auch relativ weitreichend unterhalb der Bergwerke kommt und wir einfach in dem Zusammenhang ehrlich davon ausgehen, dass man sagt, also unter so einem Bergwerk wird sich nicht der bestmögliche Standort für ein Endlager, für hochradioaktive Abfälle befinden. Ja, vielleicht, ich weiß nicht so genau, ob es eher eine methodische oder eine Frage ist, die sich um das Kriterium der Seismik dreht, irgendwo, glaube ich, dazwischen. Und zwar sagt eine Person, dass sie die Kontroverse, die in der Endlagerkommission zu diesem Kriterium stattgefunden hat, nicht abgebildet haben. Also sprich, es gibt offensichtlich, es gab in der Endlagerkommission, Grundlage für Standortausfallgesetz nach Aussage dieses Teilnehmers, eine Infragestellung des Kriteriums Seismik. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Können Sie dazu was sagen? Naja, das Kriterium seismische Aktivität ist letztendlich wie jedes Ausschlusskriterium auch eins, mit dem wir uns natürlich inhaltlich auseinandergesetzt haben, intensiv, aber nicht dahingehend, dass wir jetzt eine Kontroverse aus der Endlagerkommission damit aufgenommen haben, sondern es steht im Standortauswahlgesetz. Und das ist erstmal ganz klar unsere verbindliche Handlungsgrundlage. Ich möchte aber die Gelegenheit, wo Sie auf dieses Kriterium ansprechen, vielleicht trotzdem noch einmal nutzen, weil es ist in der Tat ein Kriterium, was gerade diskutiert wird und ein Aspekt ist zum Beispiel die Tatsache, und das haben wir in unseren Berichten auch so dargestellt, dass der nationale Anhang zu dieser Baunorm letztendlich auf Daten beruht, die man jetzt aus wissenschaftlicher Sicht als veraltet bezeichnen kann. Also der Erdbebenkatalog ist ein neuer, die Methoden haben sich weiterentwickelt und tatsächlich befindet sich dieser nationale Anhang aktuell auch in einem Überarbeitungsverfahren. Es gibt dafür einen Entwurf, den kann man sich angucken und das macht einen Unterschied, wenn man jetzt sagt, da ändert sich was. Das haben wir auf dem Schirm. Gleichwohl haben wir einen statischen Verweis im Standortauswahlgesetz auf die aktuell gültigen nationalen Anhang. Der ist eingeflossen in den Zwischenbricht Teilgebiete, aber solche Dinge beobachten wir natürlich sehr, sehr genau und arbeiten parallel auch daran, eine Übertragungsmöglichkeit zu entwickeln, weil Sie werden sehen, in dem neuen nationalen Anhang ist plötzlich gar nicht mehr die Rede von Erdbebenzonen. Da heißt das jetzt auf einmal spektrale Antwortbeschleunigung. Wie kommt man denn von dem einen zu dem anderen? Das sind Fragen, damit haben wir uns schon jetzt beschäftigt, um dann darauf entsprechend reagieren zu können. Auf die Veränderungen vorbereitet, den Vorwurf habe ich auch gesehen, nach dem Motto, dienen als Grundlage, nicht mehr aktuell und so weiter. Wenn wir noch bei der Problematik von seismischen Störungen, Erdbeben und sowas mal bleiben, da war eine ganz konkrete Frage oder zwei waren es, ob Sie die Erdbeben auf der Linie Wien-Basel mit eingebunden haben oder die in Italien 2012, Norditalien? Darauf würde ich, das ist natürlich jetzt spezifisch, aber ich glaube, ich kann auf die Frage dahingehend antworten, dass das Ausschlusskriterium seismischer Aktivität eben gerade uns die Freiheit jetzt nicht lässt zu sagen, ich nehme mal das Erdbeben mit rein und das nehme ich mit rein, sondern wir haben da eine Erdbeben-Gefährdungskarte, die steckt in so einem nationalen Anhang und da sind die Grenzen fix und das ist die Basis, auf der wir ausgeschlossen haben. Seismizität trotzdem jetzt aus strukturgeologischer, wissenschaftlicher Sicht zu berücksichtigen, haben wir dahingehend getan, dass bei dem Ausschlusskriterium aktive Störungszonen, vielleicht erinnern Sie sich, wir diese tektonisch aktiven Großstrukturen entwickelt haben, die waren so ein bisschen hellgrün eingefärbt, das waren die Strukturen, wo wir sagen, okay, die sind auf jeden Fall aktiv gewesen und das sind Strukturen, da haben wir uns Erdbebenereignisse auch angeguckt, das sind Strukturen erhöhter seismischer Aktivität, ob jetzt genau dieses Erdbeben sich innerhalb so einer Struktur befindet, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. Okay, wir können es klären in der schriftlichen Beantwortung, nehme ich mal. Selbstverständlich. Ja, okay. Erdbeben in Zukunft, wenn wir so vorhersagen könnten, wären wir, glaube ich, alle froh, das ist schwierig. Es gibt aber offensichtlich einen Zusammenhang, so in dem ich einer frage, dass Eiszeiten zu Spannungen führen können, die Erdbeben später, also nach der Eiszeit auslösen. Also ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. So, und dann ist die Frage, inwieweit betrachten Sie diesen Effekt, also dass durch mögliche Eiszeiten während der eine Million Jahre solche Spannungen entstehen und dann Erdbeben auftreten? Das ist ein Thema, das ist natürlich im Zusammenhang mit der Standortsuche ein wichtiges Thema. Das ist aber kein Thema, was jetzt direkt in die Ausschlusskriterien reingeht, die ja vordefiniert sind gesetzlich. Für mich ist das ein Thema, was, aber da mag Herr Rühak mich sonst auch korrigieren, was im Prinzip im Zusammenhang mit den Sicherheitsuntersuchungen eine Rolle spielen wird. Ja, okay. Das heißt, das ist schon ein Punkt für die nächste Stufe, wo Sie Standortregionen ausweisen und wo Sicherheitsuntersuchungen gemacht werden müssen. Genau. Also, ich glaube, das kann man einfach so bejahen. Ja, okay. Wunderbar. Ich komme nochmal zurück zur Methodik. Ich habe das ja ein bisschen so leicht verlassen, aber einen Punkt habe ich noch. Und zwar stellt jemand die Frage, was denn die Meinung von Experten für die Endlagersuche oder spezielle geologische Fragen aus angrenzenden Ländern zu ihrer Methodik sind. Haben Sie es auf den Prüfstand gestellt? Gibt es da irgendeinen Peer-Review mit den Kolleginnen und Kollegen aus den angrenzenden Ländern? Also angrenzend interpretiere ich. Jetzt steht da nicht in der Frage nach dem Motto, da ist die Geologie nicht völlig anders, nur weil da eine Ländergrenze ist und von daher gibt es ähnliche Betrachtungen. Also einen Peer-Review in diesem Sinne hat es dazu nicht gegeben. Die BGE ist natürlich aktiv auf sowohl nationalen als auch auf internationalen Tagungen, wo wir unser Vorgehen regelmäßig darstellen und dann kommt es natürlich auch zu Diskussionen dazu. Ja, ich glaube, das kann man erstmal, also das ist das, was wir gemacht haben, aber Sie werden jetzt nicht irgendwie für den aktuellen Schritt der ersten Phase ein schriftliches Gutachten, zumindest meiner Kenntnis nach, nicht finden. Aber ich komme noch auf die Frage zurück. Die Frage war ja auch nicht ausdrücklich Peer-Review, sondern Meinung. Also wenn Sie sagen, Sie haben das da zur Diskussion gestellt, Sie diskutieren das und es gibt unterschiedliche Meinungen. Wie sieht denn das Spektrum von Meinungen, Expertenmeinungen, ich betone das zu Ihrer Methodik aus? Also ich glaube, da könnte ich jetzt mehr meine Erfahrungen im Austausch mit nationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Ihnen teilen, als jetzt meinen persönlichen Austausch. Der ist jetzt nicht so ausgeprägt gewesen in den letzten 15, oder wie viele waren es, 18 Monaten, die ich für die BGE jetzt tätig bin, war ich eher national. Aber dann sagen Sie mal national was, wie sieht denn da das Echo aus? Auch das ist ja interessant. Genau, also wir haben eine Veranstaltung, die da zum Beispiel zu nennen ist, waren die Tage der Standortauswahl, die in Braunschweig im Dezember letzten Jahres stattgefunden haben. Das war eine Veranstaltung, wo ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren. Naja, und da gibt es unterschiedliches Echo. Also wir haben unsere Methoden dargestellt und dann diskutiert man zum Beispiel über das Ausschlusskriterium seismische Aktivität. Da gab es einen Beitrag von einem Seismologen, wo eben gesagt wurde, naja, das ist eigentlich eine Baunorm, aber ihr sucht doch ein Endlager. Also da werden die Kriterien natürlich an sich diskutiert. Und dann sind das ganz ähnliche Fragen, wie Sie mir jetzt auch gestellt haben. Warum braucht man einen Kilometer links und rechts von der Störungszone? Müsste das nicht kleiner sein? Warum diese 25 Meter bei Bohrung? Das ist so das Spektrum. Das ist auch das Spektrum, was wir in der Online-Diskussion letztendlich erlebt haben. Ja, also was ich raushöre, dass es im Detail verschiedene Auffassungen und natürlich auch Möglichkeiten gibt, das zu betrachten. Gibt es denn auch so einen generellen Widerspruch? Also ich sage es jetzt mal flapsig, so könnt ihr das nicht machen? Also das wäre mir jetzt so nicht bekannt. Ich meine, in der wissenschaftlichen Community diskutiert man natürlich alles irgendwie kontrovers, aber ich glaube, man hat auch, ja, das gehört dazu. Und ich glaube, man hat auch immer auch so ein bisschen so einen Konsens, der mitschwingt, dass natürlich, man kann es so machen, man kann es auch so machen. Da können auch verschiedene Wege so ein bisschen gleichberechtigt nebeneinander stehen, denke ich. Okay, gut, ich komme mal zu anderen Fragen. Eine Frage bezieht sich auf das Thema Salz und Störungen. Aber die Frage, kann das eigentlich sein? Salzgestein gilt doch als plastisch und selbstheilend, also nach dem Motto, wenn man lange genug wartet, dann verschwinden Klüfte und vielleicht auch andere Dinge, das weiß ich nicht. Kann es da überhaupt Störungen geben? Ja, genau, das ist auch ein wichtiges Thema, weil wir haben hier die Situation, dass wir die aktiven Störungszonen einmal bei Salzstöcken als Scheitelstörung bezeichnen und sagen, naja, hier wird letztendlich die Barrierefunktion des Seilstocks selbst durch die Scheitelstörung, die ja an sich eine Konsequenz der Entwicklung des Seilstocks ist, nicht verletzt. Und deswegen markieren wir die hier als Scheitelstörung und ein ausgeschlossenes Gebiet entsteht letztendlich nur oberhalb des Seilstocks. Aber wir haben ja nicht nur Salz in Form von Salzstöcken, sondern wir haben auch flachlagernde Salze und da kann man das jetzt natürlich kontrovers diskutieren und unsere Methode hat vorgesehen, dass wenn wir eine Störungszone hatten und wir wussten, naja, irgendwo ein paar hundert Meter Tiefe liegt jetzt aber salzflach, dass wir das ausgeschlossene Gebiet durch die flachlagernde Salzschicht durchgezogen haben. Und man wird da keinen Vorschlag entwickeln, der irgendwie sortenrein ist. Das ist immer teilweise richtig und teilweise falsch. Es ist nicht nie falsch, weil wenn man, also oft sind, das sind ja keine Scheitelstörungen mehr in dem Sinne, sondern da gehen dann wirklich tektonische Strukturen dadurch, die eben sich bewegt haben in den letzten 34 Millionen Jahren und das macht schon auch was mit einer flachlagernden Salzstätte, je nachdem wie dick das Salz ist. Auch davon hängt es wieder ab. Das kann zum Beispiel erstmal die Mächtigkeit vom Salz entlang dieser Störung per se verändern. Insofern, ja, das ist so ein bisschen so ein Grenzfall, aber ich denke, dass mit unserer Vorgehensweise wir hier schon einen Weg gefunden haben, um letztendlich diese Strukturen im Zusammenhang mit Salz zu berücksichtigen. Ich mag Ihnen ein Beispiel nennen aus meiner Promotionszeit, wo ich mich mit Salz beschäftigt habe, was gar nicht in Deutschland ist, sondern im östlichen Mittelmeer ganz, ganz dickes Salz, 1,5, 2 Kilometer, was letztendlich durch Öl- und Gasexploration ganz toll aufgelöst ist. Und man sieht daran, dass fluide, also Gaswässer, ihren Weg auch finden können durch so mächtige Salzlagerstätten, dass Störungen auch da eine Rolle spielen können. All das kann man zum Beispiel von anderen Gebieten lernen und dann auch, naja, letztendlich auf unser Suchverfahren ein Stück weit übertragen. Okay, Selbstheilung hat also Grenzen bei Salzgesteinen. Ja, oft ist das ja auch wiederum nicht ganz sortenrein an sich. Also das ist ja eine Abfolge von verschiedenen Gesteinstypen und einige davon Gips brechen dann auch eher spröde und da spätestens kommt dann die Salzheilung schon an ihre Grenzen. Ein anderes heißes Eisen, was auch zu mehreren Fragen und Aussagen geführt hat, ist das Thema Fracking. Hier speziell mal in Niedersachsen angesprochen, der Hinweis, dass da ja Bohrungen existieren und B, auch Chemikalien in den Untergrund injiziert worden sind und so weiter und so weiter. Die Frage ist, wird das ausgeschlossen? Also Fracking und wenn ja, in welchem Umfang? Ja, also ganz klar, dass wenn durch die Art und Weise der Nutzung der Bohrung oder was damit gemacht wurde, also das ist ja letztendlich dann eine Art von hydraulischer Stimulation, die da stattgefunden hat und das verändert das Gebirge sehr weiträumig um die Bohrung an sich. Ja, das erfüllt ein Ausschlusskriterium. Haben wir das jetzt ausgeschlossen? Bedingt, weil wir mit diesem 25 Meter Radius, den wir pauschal für jede Bohrung verwenden, natürlich sowas momentan, muss man ehrlich sagen, nicht abfangen. Also das heißt, da geht der Gebirgsschädigungsbereich zum Beispiel durch eben Fracking deutlich über den Bereich hinaus, der von uns als ausgeschlossenes Gebiet ermittelt wurde. Das wissen wir. Um das abzufangen, muss man sich die Bohrung einzeln angucken. Da kommen Sie nicht drum rum. Das heißt, das ist eine Detailstufe wieder tiefer im weiteren Prozess, wo Sie genau hingucken würden. Und jetzt nochmal zur Nachfrage, wenn Sie dann bei diesen vertiefenden Untersuchungen feststellen, ja, hier gibt oder gab es Fracking, dann wäre das ein Ausschlussgrund? Ja. Okay. Genau. Dann wird der Bereich ausgeschlossen, der das benachbarte Gebirge um diesen Bohrpfad rum beeinflusst. Und benachbart, können Sie das nochmal so ein bisschen umreißen? Was heißt benachbart in Metern? Da bin ich jetzt kein Experte, aber das kann schon relativ große Distanzen, also hunderte Meter betreffen. Also es geht mir nur um eine Größenordnung. Ich will Sie gar nicht festlegen, aber das ist nicht einfach trennscharf, sozusagen hier Fracking, da keins, sondern es hat einen Auswirkungsbereich. Okay, Geothermie ist ja so ähnlich, also sprich auch bei Geothermie wird gebohrt und Wasser nach unten geschickt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so viel an Chemikalien. Gleiche Frage, was bedeutet Geothermie für Ausschluss? Kommt ein bisschen, genau, letztendlich eine ganz ähnliche Antwort. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Geothermie zu betreiben und je nachdem, wie man das macht, ist auch das Gebirge unterschiedlich stark und weit weg von der eigentlichen Bohrung beeinflusst. Und die Antwort ist die gleiche. Auch hier, wenn diese Bohrungen in Gebieten liegen, die im Suchverfahren weiter sind, muss man das präziser eingrenzen als mit 25 Metern. Das ist klar und das wissen wir auch. Okay, also auch das ist ein Grund, wirklich genau hinzugucken und gegebenenfalls Nein zu sagen. Richtig. Dann hat jemand von Bohrungen im Rahmen der Endlagersuche gesprochen. Nach meinem Kenntnisstand ist das eine Fehlinformation, korrigieren Sie mich. Ich habe irgendwie gehört, während der jetzigen, also bis heute, Endlagersuche, hat es keine Bohrungen gegeben. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie selber jetzt sozusagen für Probleme sorgen, indem Sie bohren. Nein. Das wird doch später stattfinden. Definitiv, ja. Heißt das, dass man später dann besonders bohren muss, um sich nicht selber auszuschließen oder was bedeutet das für spätere Bohrungen? Ja, also Bohrungen, das ist letztendlich auch im Standortauswahlgesetz abgefangen. Bohrungen und letztendlich auch Bergwerke, die zu Erkundungszwecken für ein Endlager niedergebracht, errichtet worden sind, und erfüllen nicht das Ausschlusskriterium bergbauliche Tätigkeit, weil sonst passiert ja genau das, was Sie sagen, dass man sich selbst aus dem Verfahren nimmt. Aber natürlich wird da technisch, auch da bin ich jetzt kein Experte, anders mit umgegangen, indem solche Bohrungen zum Beispiel langzeitsicher auch verschlossen werden. Okay, gut. Jetzt höre ich auch auf mit Details. Zum Thema Bergbau, das wäre mein nächstes, da sind wir ja gerade schon fast gelandet, da fragt jemand, heißt das, alle Bergbaustandorte sind komplett raus? Und jemand anders sagt, ja Mensch, könnte man es nicht rumdrehen und sagen, es müsste für Bergbaustandorte eine Möglichkeitsprüfung geben? Also eher zu sagen, haben wir hier eine Chance. Aber Sie sagen, Bergbau heißt automatisch, ist draußen. Genau, also vielleicht der erste Teil Ihrer Frage, sind alle Bergwerke komplett raus? Nein, das hätten wir natürlich gerne. Ich hatte das vorhin angesprochen, das ist das Thema der vorgemerkten Gebiete. Und das sind ja diejenigen Gebiete, wo wir wissen, dort gibt es Bergwerke im Untergrund. In einigen Fällen können wir sie sogar relativ präzise geografisch lokalisieren, aber wir kennen nicht den Beeinflussungsbereich. In anderen Fällen wissen wir, naja, in dem Bundesland, da gibt es schon noch ein paar, wo genau die aber sind, das wissen wir nicht. Und dann, auch das muss man sagen, gibt es sicherlich auch Objekte des Altbergbaus, wo wir nicht wissen, dass sie existieren und wo sie liegen. Also haben wir nicht vollständig erfasst, aber wir haben einen sehr, sehr großen Teil erfasst und den restlichen Teil, den haben wir eben in diese vorgemerkten Gebiete qualifiziert. Aber dieser Kenntnisstand, den wir haben, entspricht schon dem, was auch bei den Bergbehörden verortet worden ist, weil da haben wir ja diese Informationen herbekommen. Ja, das ist ganz interessant, weil genau auf dieses Thema, es gibt Altbergbau, der, wie eine Teilnehmerin schrieb, eher so in Geschichtsbüchern zu finden ist, aber nicht in anderen Akten. Angesprochen ist hier ein sehr alter Kupferschieferabbau bei Georgenthal. Ich weiß zwar nicht, wo Georgenthal liegt, aber das ist ja rauszukriegen. Und dann die Frage ist, haben Sie sowas auf dem Schirm? Und Frage zwei ist, an wen können Bürgerinnen und Bürger solche Hinweise eigentlich geben, damit das bei Ihnen auftaucht? Genau, also wir haben das Thema Altbergbau absolut auf dem Schirm. Das ist ja auch das, was uns zu einem sehr großen Teil bewegt hat, eben diese ganzen Digitalisierungsarbeiten durchzuführen. Wir haben auch auf dem Schirm, dass es möglicherweise Altbergbau gibt, der nicht bekannt ist, der uns auch nicht bekannt ist. Und deswegen finde ich das eine ganz tolle Frage, weil solche Hinweise sind natürlich ganz, ganz wichtig für uns und die nehmen wir auch sehr, sehr gern entgegen. Es gibt zum Beispiel auf der Webseite der BGE, was gemeinsam mit dem Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht wurde, so ein Feld, wo man eben explizit Hinweise eintragen und sogar auch geografisch verorten kann. Also insofern bin ich ganz dankbar, wenn uns solche Hinweise auch erreichen. Also BGE-Webseite, Hinweisfenster mit geografischen Daten, wenn es geht, oder mit Rückrufnummer und Sie kümmern sich drum. Ja. Wunderbar. Zum Thema Bergbau noch weitere Fragen. Zunächst mal sagt jemand, dass es aus den typischen Kohlebergbauländern NRW und Saarland nach seiner Einschätzung mangelhafte Daten gegeben habe. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe das auch nicht gehört, aber vielleicht stimmt es. Nach dem Motto, was bedeutet das für Ihre Arbeit? Genau, also wir haben für den Steinkohlebergbau im Saarland, haben wir das bekommen, was wir brauchen, um damit methodisch umzugehen, nämlich Bergbau-Beeinflussungsbereiche, die überlagern sich sehr stark. Deswegen ist es letztendlich eine größere Fläche, die den Steinkohlebergbau im Saarland abdeckt. Und die Informationen, die wir da vorliegen haben, die sind letztendlich mit unserer Anwendungsmethode absolut vereinbar. Also insofern würde ich da jetzt nicht von einer mangelhaften Datengrundlage sprechen. Für Nordrhein-Westfalen war der Weg ein kleines bisschen ein anderer. Sie müssen sich vorstellen, dass in dem Gebiet enorme Mengen an Steinkohlebergbau-Daten vorliegen und zwar auch analog vorliegen. Also Tabellen sozusagen wahrscheinlich, Zeichnungen, sowas. Solche Kartenblätter, letztendlich in Papierformen, wie sie ganz ähnlich auch auf einer meiner Folien gezeigt wurden. Und es gibt aber tatsächlich auch digitale Informationen dazu. Und das sind sogenannte Rissplatzumhöhlenden, also Sie können sich vorstellen, Sie haben jetzt so ein Kartenblatt, das zeigt einen Teil von so einem Grubengebäude einer Sohle und davon ist die Außenkante des Kartenblatts digital verfügbar. Diesen Datensatz haben wir bekommen für das gesamte Ruhrgebiet. Und jetzt ist die Frage, ist das ein mangelhafter Datensatz oder können wir damit eigentlich umgehen? Es ist auf jeden Fall ein besonderer Datensatz. Reicht das oder müssen wir in die Archive und im Prinzip diese wahnsinnig großen Datenbestände erstmal alle ganz genau hohlraumspezifisch abklicken? Wir haben uns diese Daten angeguckt und wir haben gleichzeitig für eine Auswahl von Bergwerken uns auch mal das ganz detaillierte Kartenwerk übermitteln lassen und haben dann geguckt, naja, wenn wir jetzt nur diese Außenkanten bekommen, überschätzen wir dann eigentlich die ausgeschlossenen Gebiete? Wenn wir sagen, das ist es jetzt. Das ist ja die Frage, ne? Das ist die Frage. Also wollen dann Flächen raus, die vielleicht sich eignen könnten? Genau, das ist die Frage und mit der haben wir uns auseinandergesetzt. Wir haben gebirgsmechanische Berechnungen angestellt und haben festgestellt, nein, in der Regel überschätzen wir den beeinflussten Gebirgsbereich insbesondere für so eine Region wie das Ruhrgebiet nicht. Und es ist in Ordnung, mit dieser Außenkante der Kartenblätter hier zu arbeiten und zu ausgeschlossenen Gebieten zu kommen. Insofern würde ich sagen, das ist ein besonderer Weg. Ich würde hier nicht von einer mangelhaften Datengrundlage sprechen, wo uns Daten momentan noch fehlen. Das ist der Nichtsteinkohlebergbau in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir auch diese Kartenränder bekommen, aber da würden wir sagen, nee, da funktioniert es nicht. Das ist nicht das Ruhrgebiet. Da sind teilweise eher letztendlich langgezogene, bergbauliche, zum Beispiel für Erzabbaugebiete, die aber letztendlich von großen Kartenwerken erfasst sind. Da müssen wir präzisere Daten haben und haben die so gesehen erst mal als vorgemerktes Gebiet qualifiziert, stehen mit NRW im Austausch, die detaillierten Daten auch zu bekommen. Ich habe noch zwei Punkte zum Thema Bergbau. Da werden Sprengungen in Tagebauern angesprochen, nach dem Motto, wie wirken die sich eigentlich aus, was bedeutet das für Einbeziehung oder Ausschluss? Und noch ein bisschen konkreter die Frage ist, so ein Politikum in Deutschland, Tagebau Hambach, nach dem Motto, eignet sich der nun als Standort oder nicht? Der nicht, der ist ausgeschlossen und darunter auch nicht mehr. Gut. Das war einfach. Die zweite Frage ist schwieriger. Also wenn man jetzt tiefere Tagebauer hat und man sprengt dort, dann ist es was, was momentan mit unserer aktuellen Ausschlussmethodik noch nicht abgegriffen wird. Wir sind, das glaube ich, zieht sich durch alle Ausschlusskriterien durch, in diesem ersten Verfahrensschritt schematisiert vorgegangen. Wir haben jetzt keine methodische Abzweigung gewählt, um zu gucken, naja, was machen eigentlich die Sprengungen mit dem Gebirge? Ich kann das pauschal so einfach nicht beantworten. Das ist aber was, was wir uns angucken müssen. Ja, okay. So, dann habe ich hier noch Fragen. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen auf meinem Tablet gucken, weil das ist in der Zwischenzeit hier aufgelaufen zum Thema Grundwasseralter. Und dann haben wir noch ein paar Minuten und damit schließen wir das dann, glaube ich, ab. Da sagt jemand, ich kann nicht nachvollziehen, wie das Alter eines Grundwasserleiters von mehreren hunderttausend Jahren ermittelt wird. Die genannten Kriterien, die erlauben doch nur eine Feststellung bis zu 50.000 Jahren. Richtig. Man könnte jetzt andere Isotope bemühen, die über diese Zeiträume deutlich hinausgehen. Das ist schon möglich. Im Gesetz geht es aber jetzt erstmal darum, junge Grundwässer zu ermitteln und zu sagen, okay, das ist ein Ausschlusskriterium. Hier haben wir wirklich junge Grundwässer. Wir gehen davon aus, die sind irgendwie im Austausch mit der Biosphäre. Das ist ein Ausschlusskriterium. Jetzt zu gucken, ist ein Grundwasser hunderttausend Jahre alt, ja oder nein. Das ist in diesem Ausschlusskriterium in meinen Augen jetzt erstmal methodisch nicht unbedingt mit erfasst, aber es wäre möglich, das wissenschaftlich zu erfassen. Ja, geht ein bisschen der Blick in die Zukunft, ja nach dem Motto, was kommt denn noch an Untersuchungen? Mehrere der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen da auch Fragen. Also zum Beispiel ist es vorgesehen, das Ausschlusskriterium Wasser durch Beprobungen erneut anzuwenden bei den weiteren Schritten, also dass sie Proben ziehen oder wann erfolgt denn die Beprobung der jungen Grundwässer für Gebiete, aus denen bislang keine Daten vorliegen, wie ist der Ihr Plan? Genau, also das ist ja definitiv ein ganz wichtiges Thema für die Phase 2 des Standortausfallverfahrens. Wenn dann zum Beispiel auch Bohrlochdaten gewonnen werden, dass man dann, also dass dann auch die BGE wirklich solche Daten akquiriert und sie dann labortechnisch auch auswerten lässt. Also das ist, ja. Ja, Phase 2 und 3 dauert noch ein bisschen, wir sind in der Mitte von Phase 1. So ist es. Und es war heute Morgen nicht so ganz klar, wann denn Phase 1 abgeschlossen werden könnte. Herr Karnitz hat dazu deutlich gemacht, das wird sich in den nächsten Monaten zwar klären, aber im Moment könnte man es noch nicht sagen, das heißt, wir sind dann erst in ein paar Jahren wahrscheinlich. Genau. Also was immer das konkret denn heißt. Ja, ich denke mal, wir haben eine ganze Reihe Fragen beantwortet, wie immer nicht alle. Wie immer werden Sie weitere sehen. Oder hatten Sie beim Durchgucken noch irgendwas, wo Sie darauf eingehen wollen, Herr Dr. Reiche? Nein, das waren jetzt sehr viele Fragen, die ich da so in kurzer Zeit gesehen habe. Ich glaube, Sie haben da die wesentlichen Frageblöcke rausgesucht. Ich werde mich mit diesen Fragen ja im Nachgang sowieso noch auseinandersetzen. Insofern glaube ich, für jetzt. Gut, dann sage ich herzlichen Dank an Sie. Danke auch. Ja, das war der erste Teil von mehreren detaillierten Vorträgen über die Vorgehensweise und die Ergebnisse zum Zwischenbericht Teilgebiete. Und wir haben jetzt sozusagen den zweiten Teil bis zu einer Pause zur Erläuterung der Anwendung der Mindestanforderungen. Also von Ausschlusskriterien zu Mindestanforderungen. Und bei diesen Mindestanforderungen habe ich jetzt die Aufgabe, mehrere Personen vorzustellen. Wenn Sie vielleicht auf die Bühne kommen würden und Sie muss ich wegschicken, Herr Dr. Reiche? So, wir werden auch diesen, kann ich schon mal sagen, auch diesen Teil in zwei Teile zerhacken. Das heißt, irgendwann einen kurzen Break machen für eine erste Fragerunde, dann zu Ende führen, Pause und dann den zweiten Diskussionsblock. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, who is who? Ich weiß, dass hier auf der Bühne stehen sollen Julia Rienecker-Burschild. Das sind Sie, wunderbar, willkommen. Daneben, das müsste Frau Dr. Nadine Schöner sein, ist das richtig? Und ganz außen steht Herr Dr. Matthias Bauer. Ja, für die Diskussion gibt es später noch eine Frau Dr. Dorothee Reier, habe ich gehört. Ist das richtig? Ja, wunderbar. Aber für die Diskussion, nicht für den Vortrag. Wie immer Sie sich den Vortrag aufteilen, ich darf Sie nur bitten, achten Sie darauf, dass wirklich Diskussionszeit am Ende überbleibt und nicht zu viel für den Vortrag. Und Sie fangen an. Herzlichen Dank. Bitteschön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Vortrages. Ich habe gerade schon die Anmoderation bekommen, es geht jetzt um die Anwendung der Mindestanforderungen. Meine Kollegen und ich verteilen uns den Vortrag ein bisschen auf und ich merke gerade, dass ich selber weitermachen muss. Genau. Der Vortrag ist in zwei Teile aufgeteilt. Ich werde Ihnen jetzt erstmal allgemein erklären, was die Anforderungen sind und unsere Anforderungsmethode allgemein erklären. Und ich und meine Kollegen werden dann im Nachgang an realen Beispielen im Detail erklären, wie wir das gemacht haben, damit vor allem Sie auch genau verstehen, wie es gemacht wurde. Genau, hier diese Abbildung haben Sie gerade auch schon beim Vortrag von Herrn Dr. Reiche gesehen. Für die, die den Vortrag nicht gehört haben, ich fasse nochmal zusammen. Wir sind mit dem Verfahren gestartet mit einer weißen Landkarte. Wir haben die Gebiete, die prinzipiell für die Endlagerung nicht in Frage kommen, ausgeschlossen durch die sogenannten Ausschlusskriterien. Und jetzt wenden wir auf die verbleibenden Gebiete die sogenannten Mindestanforderungen an. Ergebnis dieser Anforderungen, das sehen Sie in der dritten Karte, sind die sogenannten identifizierten Gebiete und diese werden dann der geowissenschaftlichen Abwägung zugeführt. Was sind diese Mindestanforderungen? Sie sind erläutert in § 23 des Standortauswahlgesetzes. An dieser Grafik auf der linken Seite haben wir Ihnen versucht, das grafisch ein bisschen näher zu bringen. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen Gesteinsbereich, der besonders dicht und undurchlässig ist. Wir haben dazu auch eine Kennzahl aus dem Gesetz, die lautet 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunde. Dann brauchen wir einen Bereich, der mindestens 100 Meter mächtig ist. Und dieser 100 Meter mächtige Bereich, der bezieht sich auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich, kurz EWG, muss mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche liegen. Zusätzlich benötigen wir Ihnen auch genügend Fläche, um ein Endlager zu realisieren und aber auch, um die Rückholung und die Bergung möglicherweise realisieren zu können. Dazu habe ich Ihnen noch eine Vergleichsgrafik mitgebracht, damit Sie sehen können, dass wir für die verschiedenen Wirtsgesteine, nach denen wir suchen, unterschiedliche Flächenbedarfe haben. Als letztes prüfen wir den sogenannten Erhalt der Barrierewirkung. Das heißt, wir schauen, ob wir über Kenntnisse verfügen, die zu Prozessen führen, die die Erhalt oder die Integrität der Barriere für eine Million Jahre zweifelhaft erscheinen lassen. Ganz besonders wichtig bei den Mindestanforderungen ist, dass alle erfüllt sein müssen, damit wir sagen, die Mindestanforderungen sind erfüllt und es ist ein identifiziertes Gebiet geworden. Ich hatte es gerade schon angesprochen, das sind die drei Wirtsgesteine, nach denen wir suchen. Ich fange oben an, das kristalline Wirtsgestein, darunter verstehen wir zum Beispiel Plutonite oder hochgradig regional metamorphe Gesteine. Wir hören sehr häufig, dass wir nach Granit suchen, aber wir schauen tatsächlich noch nach ein paar mehr Gesteinstypen. Dann schauen wir nach Steinsalz. Das ist ein Gestein, was hauptsächlich aus Halit besteht und wir im Verfahren schauen wir uns eben verschiedene Lagerungstypen an. Einmal die sogenannte stratiforme Lagerung, auch flache Lagerung genannt oder die Salz in steiler Lagerung. Das sind dann zum Beispiel Salzstöcke oder Salzmauern. Das letzte Wirtsgestein, was wir suchen, wird als Tongestein bezeichnet. Darunter verstehen wir Tonsteine und Tone. Bei der Beschreibung der Wirtsgesteine hatte ich einige Begriffe verwendet, die jetzt den meisten Menschen dort draußen nicht geläufig sind. Und die möchte ich hier an der Stelle nochmal an einer Grafik erklären. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Untergrund. Da, wo die Wölkchen abgebildet sind, da stehen quasi wir. Sie sehen, dass das Wirtsgestein der Bereich ist, wo wir dann den Einlagerungsbereich haben. Und der Einlagerungsbereich ist dann der Bereich, wo die radioaktiven Abfälle eingelagert werden. Und dieser Einlagerungsbereich befindet sich im sogenannten entschlusswirksamen Gebirgsbereich, den ich anfangs genannt habe, den wir häufig auch mit EWG abkürzen. Und das ist dann dieser Bereich, der dafür sorgt, dass die radioaktiven Abfälle oder das, was dann da rauskommt, auch wirklich da bleibt, wo es ist. Was ist unsere Datengrundlage? Wie im Vortrag vorher schon erläutert, ist unsere Datengrundlage für diesen Arbeitsschutz jetzt die Information, die bei den Bundes- und Landesbehörden vorliegen. Dazu haben wir im März 2018 und Juni 2019 Datenabfragen gemacht, um diese Daten zu bekommen. Insgesamt haben wir in einem iterierenden Prozess 88 Datenabfragen und Nachfragen gehabt. Was haben wir gefragt? Wir haben gefragt, wo sind denn in Deutschland diese Wirtsgesteine verbreitet mit einer Mächtigkeit von mehr als 100 Metern? Was gibt es für Bohrungsinformationen? Gibt es geologische 3D-Modelle oder sogenannte thematische Karten? In diesem Schaubild möchte ich Ihnen zeigen, was wir dann im Endeffekt mit diesen Daten gemacht haben. Das bedeutet, wir haben dann von den Bundes- und Landesbehörden zum Beispiel Bohrungen mit Schichtenverzeichnis bekommen. Diese konnten wir untersuchen und schauen, wo gibt es denn zum Beispiel diese 100 Meter des Wirtsgesteins. Dann haben wir thematische Karten ausgewertet, geologische 3D-Modelle und natürlich auch die Erfahrung von unseren Fachexperten hat dazu geführt, dass wir dann diese Information eben zu identifizierten Gebieten zur Ausweisung dafür genutzt haben. Wie wenden wir die Mindestanforderungen im Detail an? Auch wir haben sogenannte Anwendungsprinzipien für uns definiert, die ganz besonders wichtig sind für unsere Arbeit. Gerade eben sprachen wir auch schon über den Suchraum, den wir als Vorhabenträgerin selbst auf 1500 Meter festgelegt haben. Der ist gerade für die Bearbeitung sehr wichtig, denn wir müssen ja definieren, in welchen Bereichen werten wir denn die Daten aus. Weiterhin haben wir die Wirtsgesteine definiert. Im Gesetz selbst steht Steinsalz, Tongestein und Kristallin. Aber was genau befindet sich denn hinter diesen Begriffen? Und auch das haben wir uns als BGE selbst definiert. Ein weiteres Anwendungsprinzip haben wir direkt aus dem Gesetz abgeleitet. Das bedeutet, wenn Daten zu einem jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen für die Bewertung, wir aber glauben, dass in einem späteren Arbeitsschritt diese Daten noch erhoben werden können und die Daten, die wir bereits haben, darauf schließen lassen, dass die Mindestanforderung erfüllt ist, dann gilt sie auch jetzt schon als erfüllte. Ein letztes Anwendungsprinzip ist, dass wir die Mindestanforderung auf sogenannte stratigraphische Einheiten anwenden. Meine Kollegin wird dann dazu in ihrem Vortrag nachher noch ein Beispiel nennen, wo man nochmal versteht, was damit gemeint ist. Diese Übersicht zeigt jetzt sehr schematisch, wie wir bei der Bearbeitung vorgegangen sind. Insgesamt haben wir unsere Anwendung in drei Arbeitsschritte unterteilt, die wir sequenziell nacheinander für jedes Wirtsgestein abgearbeitet haben. Der sogenannte Arbeitsschritt 0 ist eher ein vorbereitender Arbeitsschritt. Dort haben wir die benötigten Informationen, die wir brauchten, gesammelt und uns quasi zurechtgelegt. Im Arbeitsschritt 1 haben wir bundeslandspezifisch die Informationen ausgewertet und haben erste Gebiete ausgewiesen. Im Arbeitsschritt 2 kam dann die Zusammenführung dieser Einzelbearbeitungen und die Zusammenführung mit den ausgeschlossenen Gebieten. Im Detail erläutere ich Ihnen jetzt jeden Arbeitsschritt. Arbeitsschritt 0 startet mit der Datenabfrage. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Im Anschluss haben wir eine sogenannte Inventarisierung vorgenommen. Was bedeutet das? Inventarisierung bedeutet, wir haben uns eine stratigraphische Tabelle in Deutschland angeschaut. Das ist diese Abbildung auf der rechten Seite, wo man nicht wahnsinnig viel erkennt. Das Einzige, was Sie mitnehmen sollten, ist, es ist wahnsinnig bunt und da sind wahnsinnig viele Informationen drin. Und so ist es in Deutschland. Wir haben eine sehr abwechslungsreiche Geologie. Wir haben uns jedes Element in dieser stratigraphischen Tabelle angeschaut und haben geguckt, hat es denn die Möglichkeit, genügend Mächtigkeit zu haben? Ist die Gebirgsdurchlässigkeit, könnte die erfüllt sein? Und ist der Erhalt der Barrierewirkung gegeben? Zusätzlich haben wir uns Fachliteratur angeschaut und dann haben wir uns eine Art Katalog zusammengestellt mit Gestein, die wir im nächsten Arbeitsschritt detaillierter anschauen wollen. Jetzt habe ich verschiedene Begriffe verwendet, wie zum Beispiel Stratigraphie, die auch wiederum einem Nicht-Geologen wahrscheinlich nicht so viel sagen. Und dazu haben wir Ihnen auch ein Video mitgebracht, wo ein Kollege kurz erklärt, was man unter den Begriffen Lithologie und Stratigraphie verstehen kann. Liebe Regie, das Video bitte. Was ist Lithologie? Lithologie beinhaltet schon den griechischen Wortteil Lithos. Was so viel wie Stein bedeutet. Die Lithologie ist eine beschreibende Wissenschaft der Gesteine, vor allem von Sedimentgesteinen. Sie beinhaltet einerseits die Komponenten, aus denen das Gestein aufgebaut ist, aber andererseits auch das sogenannte Gefüge. Das heißt, wie diese Komponenten zueinander stehen. Es ist zum Beispiel möglich, dass es eine Schichtung aufweist oder dass es kleine oder große Hohlräume zwischen den einzelnen Komponenten gibt. Die sogenannte Porosität. Also Gefüge und Art der Komponenten ergeben gemeinsam die Lithologie. Was ist Stratigraphie und was hat sie mit der Lithologie zu tun? Die Lithologie ist wie gerade beschrieben eine Beschreibung von Gestein. Die Stratigraphie hingegen beschreibt Abfolgen von Gestein und wie diese miteinander in Beziehung stehen. Das Ziel der Stratigraphie ist es, Gesteinsabfolgen logisch einzuteilen und voneinander abzugrenzen. Die Stratigraphie ist sozusagen das Aktenordnersystem der Geologie. Eine einfache und schnelle Möglichkeit, Gesteine voneinander abzugrenzen, ist zum Beispiel anhand der Lithologie. Das heißt, können Sie sich ganz leicht vorstellen, Sie haben unten zum Beispiel einen Sandstein, darüber einen Tonstein und darüber wiederum einen Kalkstein. Das wäre dann die sogenannte Lithostratigraphie. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, Gesteinsabfolgen stratigraphisch zu gliedern? Es gibt jede Menge verschiedene Art und Weisen, Gesteinsabfolgen zu untergliedern. Es kommt immer auf die Fragestellung an. Je nach Fragestellung kann eine andere Einteilung sinnvoller sein. Ganz weit verbreitet und eine Wissenschaft für sich ist die sogenannte Chronostratigraphie. Das heißt, hier werden Gesteinsabfolgen untergliedert anhand ihres Entstehungsalters und werden dann den jeweiligen Erdzeitaltern zugeordnet. Eines dieser Erdzeitalters ist zum Beispiel das Jura. Das kennen Sie vielleicht von Jurassic Park. Wenn wir uns jetzt den Aktenordner Jura nehmen würden, sind dort alle Gesteine gelistet, die während des Juras entstanden sind. Und wenn wir uns die weltweite Verbreitung von diesen Gesteinen angucken, können wir zum Beispiel ein Bild zeichnen, wie die Erde vor 150 Millionen Jahren ausgesehen hat. Eine andere weit häufig verbreitete Methode ist die sogenannte Biostratigraphie. Biostratigraphie. Dabei werden Gesteine anhand ihres Fossiliengehalts unterschieden und eingeteilt. Sie können sich wie der Jurassic Park vorstellen. Sie haben Dinosaurier. Die treten an einer Stelle im Erdzeitalter auf und bilden Fossilien. Und irgendwann entwickeln sie sich weiter oder sterben aus und wir finden diese Fossilien nicht mehr. Dann wäre diese Abfolge sozusagen diesem Dinosaurierfossil zugeordnet. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, das Video konnte Ihnen diese beiden Fachbegriffe, mit denen wir uns dann tagtäglich beschäftigen müssen, näher bringen. Kommen wir zurück auf die Inventarisierung. Wie gesagt, die Datenrecherche und der Blick in die stratigraphische Tabelle war das, was unseren ganzen Arbeiten vorgelagert war und führte, wie ich eingangs schon erwähnte, zu einem Katalog an Gesteinsabfolgen, die potenziell für uns Endlager geeignet sind und die wir uns im Arbeitsschritt 1 dann näher anschauen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben für Bundesland die Daten gesammelt und haben mit Hinblick auf die Datenart verschiedene Bearbeitungspfade eingeschlagen. Das erkennen Sie hier an diesen drei Kästchen. Hatten wir zum Beispiel geologische 3D-Modelle, dann begann die Bearbeitung innerhalb der geologischen 3D-Modelle. Gab es Bereiche in einem Bundesland, in denen es keine 3D-Modelle gab, dann haben wir uns mit sogenannten thematischen Karten beholfen. Eine thematische Karte kann zum Beispiel eine geologische Karte sein, eine Mächtigkeitskarte oder eine Verbreitungskarte. Der mittlere Pfad zeigt so eine Art Mixture, also ein Mix aus beiden. Das heißt also, ich habe ein Bundesland, wo ich zum Teil ein 3D-Modell zur Verfügung hatte und zum Teil aber nicht. Und dann müssen wir diese Lücken, die dieses 3D-Modell hinterlässt, natürlich auffüllen und das haben wir eben auch mit diesen sogenannten thematischen Karten gemacht. Im Anschluss an diese bundeslandspezifische Bearbeitung haben wir dann immer nochmal überprüft die Mindestanforderungen 2 und 3, das heißt also die Mächtigkeit und die Tiefenlager. Am Ende haben wir diese ganzen Bearbeitungsergebnisse zum Beispiel aus der Tiefe dann an die Geländeoberfläche projiziert und haben damit weitergearbeitet. Für uns sind 3D-Modelle die präferierte Datengrundlage. Viele von Ihnen werden vielleicht gar nicht wissen, was ein geologisches 3D-Modell ist und auch dafür haben wir Ihnen einen kurzen Videobeitrag mitgebracht. Was ist ein geologisches 3D-Modell? Ein geologisches 3D-Modell kann man sich wie eine dreidimensionale geologische Karte vorstellen. Ein Abbild der natürlichen Realität, weil sie zu komplex ist, um sie einfach zu erfassen. Bei geologischen 3D-Modellen ist die Verbreitung der Gesteine im Untergrund und die tektonische Struktur dargestellt. Es sind wichtige Werkzeuge in der Geologie. Wie unterscheiden sich geologische 3D-Modelle? Prinzipiell können wir 3D-Modelle in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe sind die sogenannten Grenzflächenmodelle. In ihnen werden die geologischen Einheiten als Flächen im Raum dargestellt und immer der Wechsel von der einen zu der anderen Fläche. Sie sind relativ einfach zu erstellen und sind dementsprechend relativ weit verbreitet. Eine Weiterentwicklung der Grenzflächenmodelle sind die sogenannten Volumenmodelle. Sie sind die zweite Gruppe. In ihnen ist die Geologie als ein in sich geschlossener Körper dargestellt. Vergleichbar wäre das mit einem Marmorkuchen, in dem man die hellen und dunklen Bereiche sehr schön abgegrenzt voneinander beobachten kann. Wie erstellt man geologische 3D-Modelle? Für geologische 3D-Modelle braucht man sogenannte Geodaten. Das sind zum Beispiel Bohrungsinformationen, Verbreitungskarten oder geophysikalische Messungen. Mit sogenannter 3D-Modellierungssoftware werden diese Daten von Fachfrauen und Fachmännern interpretiert und zu einem konsistenten Gesamtmodell zusammengefügt. Was kann man aus geologischen 3D-Modellen lernen? Prinzipiell helfen uns 3D-Modelle, den geologischen Untergrund besser zu verstehen. Speziell für die Endlagersuche ist es besonders wichtig, diese Datengrundlage zu nutzen und sie für die Suche nach einem Standort mit der bestmöglichen Sicherheit einzusetzen. Wie im Beitrag gerade gehört, es wurde nochmal gesagt, warum geologische 3D-Modelle für uns so eine wichtige Datengrundlage darstellen. Ich habe selber früher 3D-Modelle erstellt in großen Gebieten und sie werden über viele, viele Jahre von vielen Fachleuten mit dem Input von vielen Daten erstellt. Und das ist etwas, was wir als Datengrundlage einfach sehr gerne heranziehen. Nun kommen wir zum finalen Arbeitsschritt der Anwendung der Mindestanforderungen, dem Arbeitsschritt 2. Der Unterschied zum ersten Arbeitsschritt ist jetzt, dass wir alle bundeslandspezifischen Bearbeitungen zusammenfahren, dass wir sie verschneiden mit den Ergebnissen der Ausschlusskriterien und dass wir dann nochmal die Mindestanforderungen 4 und 5 prüfen. Um das ein bisschen besser verständlich zu machen, habe ich Ihnen hier ein paar Grafiken mitgebracht. Wir fangen mal ganz oben links in dem Bild an. Die erste Grafik visualisiert sogenannte Ausschlussgebiete. Die zweite und dritte Grafik in der oberen Reihe zeigt Ihnen das Ergebnis der Bearbeitung in einem Bundesland für ein Wirtsgestein. Sagen wir einfach mal ein Tonstein. Und diese Sachen, diese drei Elemente in der oberen Reihe fügen wir zusammen. Und haben im Ergebnis das, was Sie in der unteren Abbildung sehen. Das heißt, die Ergebnisse der Bearbeitung aus Bundesland A und B verschnitten mit den ausgeschlossenen Gebieten. Am Ende folgt nochmal die Prüfung des Flächenbedarfes und die Prüfung der Barriereintegrität. Im Ergebnis haben wir identifizierte Gebiete, die alle Mindestanforderungen erfüllen und kein Ausschlusskriterium greift. An dieser Stelle möchte ich an meine Kollegin von Dr. Schöner übergeben, die Ihnen als erste die gesteinsspezifische Bearbeitung und ein Beispiel im Tonstein vorstellen wird. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt die Fragerunde zuerst machen wollten. Ja, jetzt hören Sie mich. Gut, danke schön. Ja, eine kurze Unterbrechung für eine erste Fragerunde, bevor Sie mit dem Vortrag fortsetzen. Ich habe parallel verfolgt, was denn so an Fragen reinkommt. Ich will das mal relativ kurz machen. Dann methodische Fragen. Das ist ja der Beginn nach dem Motto, Sie haben die Methodik ja aufgebaut. Die erste Frage ist, woher stammen eigentlich diese ganzen Grenzwerte, nennt es jemand. Ich glaube, es ist, also wie Gebirgsdurchlässigkeit, ich glaube, es sind eher Maßstäbe. Aber sei es drum, woher nehmen Sie das? Okay, also die Werte, an die ich mich jetzt erinnern kann, die ich genannt habe, waren einmal die Gebirgsdurchlässigkeit. Das sind alles Werte, die direkt aus dem Standortauswahlgesetz kommen. Also diese 10 hoch minus 10, die 300 Meter unter Gelände Oberkante, 100 Meter Mächtigkeit. All das, ne? Das alles kommt direkt aus dem Standortauswahlgesetz. Also Standortauswahlgesetz wahrscheinlich in irgendeinem Anhang ausführlich dargestellt, kann ich mir vorstellen, oder? Nein, also die Werte, die ich gerade nannte, sind direkt im Standortauswahlgesetz. Im Anhang selbst finden sich die exakten Werte zum Beispiel zum Flächenbedarf. Der wiederum ist nicht direkt mit Zahlen im Standortauswahlgesetz selbst hinterlegt, aber wie gesagt in der Begründung vom Gesetz und wir folgen dieser Empfehlung. Okay. Was vielleicht in diese Richtung geht, ich komme nachher zur Methode nochmal kurz zurück, ist so die Frage nach Gebirgsdurchlässigkeit, weil wir da gerade waren. Da schreibt jemand, dass kristallines Gestein immer klüftig ist und dass es dafür keine geologischen Gesetze gibt, also keine Regeln, wann ist es wie, wo klüftig, so verstehe ich es. Und klüftig heißt ja, da ist irgendwas anderes als das eigentliche Gestein und damit besteht die Möglichkeit, dass da Wasser durchfließt, so habe ich es verstanden. Das ist richtig. Und wenn jemand sagt, also A, das ist immer klüftig, B, man kann nicht so richtig vorher sagen, wo denn genau und in welchem Umfang, dann ist es auch nicht kalkulierbar. Das ist so die Voraussage. Insofern wird da die Eignung in Frage gestellt und jemand anders, anderer Beitrag geht in die ähnliche Richtung. Es gibt wohl aus dem Jahr 2007 eine Studie der BGR, also der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Ein Buchstabe, ein wichtiger Buchstabe. Ja, ja, 2007 gab es die BGE ja noch nicht. Also BGR und die haben geschrieben, dass ungeklüftete kristalline Gesteine ausreichend homogen in Deutschland nicht zu erwarten seien. Und da stellt jemand die Frage so, beide Punkte, wie kann es sein, dass Sie trotzdem kristallin untersuchen? Ich fange mal mit der ersten Frage an. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass es sowohl klüftige als auch nicht klüftige Bereiche gibt. Das erst mal als Statement im Kristallin. Was ich vorhin bei der Vorstellung der Mindestanforderungen leider nicht erwähnt habe, das hole ich jetzt noch nach, ist, dass es bei der Gebirgsdurchlässigkeit für Kristallinausnahmen gibt. Die sind auch im Gesetz formuliert, weil man kann eben auch die technische, geotechnische Barriere belasten bei der Gebirgsdurchlässigkeit. Aber der Kollege in seinem Vortrag nachher, speziell zum Kristallin, kann darauf ja auch noch mal... Kriegen wir nachher. Genau, kriegen wir nachher hin. Letzte Frage vielleicht und dann können wir auch mit dem Beitrag weitermachen mit der Kollegin. Und zwar geht es da um die Subjektivität bei der Beurteilung von entsprechenden Kriterien. Also sprich, da sagt jemand, ich versuche es mal sinngemäß, also Sie setzen da eine Person dran, die Soldaten auswerten, die kommt dann zu einem bestimmten Ergebnis und da mag eine subjektive Einschätzung eine Rolle gespielt haben. Deshalb die Frage, die die Person stellt, machen Sie immer noch eine zweite Person, die unabhängig von der ersten drauf guckt und fragen Sie, zu welchem Ergebnis kommt die und wenn es Probleme gibt, muss man gucken, woran liegt es. Wie gehen Sie vor? Also prinzipiell haben wir bei uns im Bereich Qualitätssicherungsmaßnahmen entwickelt über die Zeit. Ein ganz wichtiges Prinzip bei uns ist das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt also, wir arbeiten als Kollegen sowieso sehr eng zusammen und der eine guckt die Ergebnisse des anderen im Zuge einer Vier-Augen-Prüfung nochmal an. Ja, das ist aber was anderes, Vier-Augen-Prüfung als eine nochmal erneute unabhängige Betrachtung, oder? Das ist in dem Sinne nicht passiert. Die Geologen sind die Experten bei uns, die diese Fragen beantworten und die Vier-Augen-Prüfung innerhalb oder unter den Experten sorgt dann sicherlich für eine Sicherstellung der Ergebnisse. Mir geht es gar nicht um Beurteilung, ich wollte es nur klar herausarbeiten, was Sie tun und was Sie nicht tun. Alles klar. Okay, dann sage ich schönen Dank und dann machen wir jetzt mit dem Vortrag weiter, mit Teil 2 und ich weiß immer noch nicht, wer anfängt. Die Frau Dr. Schöner. Ja, Frau Dr. Schöner, bitte. Ich möchte Sie jetzt mit ins Tongestein nehmen. Tongestein, so wie das Standortauswahlgesetz den Begriff verwendet, beinhaltet sowohl noch nicht vollständig verfestigte Tone als auch verfestigte Tonsteine. Tongestein ist charakterisiert durch die sehr, sehr feine Korngröße, aber auch durch die mineralogische Zusammensetzung. Tongesteine bestehen nämlich zu einem überwiegenden Teil aus Tonmineralen. Diese Charakteristika bedingen gleichzeitig auch die Funktion als Barriere, also als Sperrschicht von Tongesteinen. Das liegt daran, dass Tongesteine eine sehr, sehr geringe Durchlässigkeit haben. Sie haben, jetzt habe ich vergessen weiterzumachen, ein hohes Rückhaltevermögen gegenüber Radionukliden. Das bedeutet, an den Kanten der Tonminerale, an den geladenen Kantenflächen der Tonminerale können Radionuklide sogar gebunden werden. Einige Tonminerale sind quellfähig und unter Wasseraufnahme bedeutet das, sie erhöhen ihr Volumen und das führt dazu, dass kleine Risse geheilt werden können. Ein Nachteil von Tongesteinen ist, dass unter höheren oder unter erhöhten Temperaturen es zu Mineralumbildungen kommt und diese gesteinsphysikalischen Eigenschaften, die ich gerade so als positiv oder als Vorteile herausgehoben habe, die verringern sich dadurch. Wie haben wir, bevor wir die Mindestanforderungen anwenden, mussten wir zunächst einmal feststellen, wo im Untergrund sich Tongesteine oder potenziell endlagerrelevante Tongesteine befinden. Das Vorgehen hat meine Kollegin vorher schon im Groben erläutert. Ich möchte nun eine schematisierte stratigraphische Abfolge, wie Sie sie hier rechts sehen, benutzen, um Ihnen das mal ein bisschen zu verdeutlichen. In dieser Tabelle sehen Sie die stratigraphischen Einheiten. Diese sind geordnet nach dem Alter ihrer Ablagerung. Das heißt, unten sehen Sie die älteren Gesteinsabfolgen und nach oben verjüngern wir uns. Das ist ein Ausschnitt aus dieser schematisierten stratigraphischen Abfolge von Süddeutschland. Hier sehen wir in mehreren Zeitscheiben Tongesteinsvorkommen oder potenziell endlagerrelevante Tongesteinsvorkommen. Das wären hier das Rotliegend im mittleren Jura und die Kandanformation im Oberjura. Das Rotliegend und die Kandanformation haben sich bei der Anwendung der Mindestanforderungen nicht als, diese beiden Tonformationen erfüllen die Mindestanforderungen nicht, Hingegen der mittlere Jura tut dies und wir konnten identifizierte Gebiete im mittleren Jura ausweisen. Den mittleren Jura möchte ich jetzt nutzen, um Ihnen die Anwendung der Mindestanforderungen im Tongestein einmal näher zu bringen. Dazu nehme ich Sie mit in den mittleren Jura. Zu Beginn des mittleren Jura waren weite Teile Europas von mehr bedeckt. Im Süden Deutschlands kam es zu mehreren Senkungsereignissen, wodurch sich große Wassertiefen bildeten. Große Wassertiefen bedeuten stille Ablagerungsbedingungen, sodass Tonpartikel sedimentieren konnten und eine Abfolge von Tongestein, von etwa 100 Meter Mächtigkeit, konnte sich bilden. Das ist die sogenannte Opalinus-Tonformation, wie Sie hier auch rechts in diesem schematischen geologischen Profil sehen können. Das heißt also, die Basis des mittleren Jura bildet die Opalinus-Tonformation. Die Opalinus-Tonformation kommt in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs vor und sie besteht aus Tongesteinen, aus Tonsteinen und Tonmergelsteinen. Tonsteine, das Besondere an der Opalinus-Tonformation ist, dass die Tonsteine horizontal relativ gleichmäßig in ihrer Art auftreten. Also es sind Tonsteine, die auch unter gleichen Fazies, also gleichen Ablagerungsbedingungen entstanden sind. Diese Ablagerungsbedingungen und diese Charakteristika bedingen nun, dass wir annehmen können, dass die Gebirgsdurchlässigkeit, also die erste Mindestanforderung, als erfüllt gilt zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, das war die erste Mindestanforderung. Was ist nun mit den weiteren? Dazu muss ich Sie ein bisschen mit in die Tiefe nehmen und dazu dient dieser geologische Schnitt, den Sie hier links auf der Folie sehen können. Das ist ein Profilschnitt. Im Norden sehen Sie die Schwäbische Alb dargestellt und im Süden das Molassebecken. In Blau sehen Sie die Abfolgen des mittleren Jura, also in kräftigen Blau. Das etwas dunklere Blau ist die Opalinus-Tonformation, die ja Teil des mittleren Jura ist. Und wir sehen schön, dass in der Schwäbischen Alb die Opalinus-Tonformation oder der mittlere Jura etwa in relativer Oberflächennähe ansteht, nicht ansteht, sondern sich in Oberflächennähe befindet und dann im Molassebecken abtaucht. Bis auf mehr als 2000 Meter Tiefe. Diese Tiefe haben wir jetzt hier im Profilschnitt sehr schön abgebildet, aber wie prüfen wir das Ganze in der Fläche? Das ist eine schöne Möglichkeit, dies zu tun ist, natürlich indem wir geologische 3D-Modelle benutzen. Baden-Württemberg, das ist hier mein erstes Beispiel, Baden-Württemberg hat ein flächendeckendes 3D-Modell und da ist auch der mittlere Jura abgebildet. Die Verbreitung des mittleren Jura sehen Sie hier rechts in der Karte. Der Umriss von Baden-Württemberg ist zu erkennen und alles, was blau dargestellt ist, ist die Verbreitung des mittleren Jura im Untergrund, unabhängig von Tiefe oder der Mächtigkeit des mittleren Jura. Das Ganze habe ich hier schematisch in einem Profilbildchen auch mal dargestellt. Da sehen Sie wieder den mittleren Jura in Blautönen mit der Opalinus-Tonformation in kräftigeren Blau an der Basis und der taucht wieder nach Süden relativ stark ab. Wie wir jetzt die Mindestanforderung Tiefenlage prüfen, das ist im Prinzip relativ einfach. Wir nehmen nämlich die Geländeoberfläche, dazu benutzen wir das digitale Geländemodell und versetzen es 300 Meter nach unten und 1500 Meter nach unten, um unseren Suchraum zu begrenzen. Das sehen Sie hier in dem Profilschnitt in Violett, das ist die Oberfläche auf 300 Meter versetzt und in Rot auf 1500 Meter versetzt. Alle Bereiche, die die Mindestanforderung, also unsere Suchraumtiefe, nicht erfüllen, sind in Grau dargestellt. Ganz schön rechts zu sehen, das ist auch ein Ausschnitt aus dem 3D-Modell, wieder in Violett die Geländeoberfläche versetzt auf 300 Meter und in Rot die Geländeoberfläche versetzt auf 1500 Meter und alle Bereiche, die jetzt unterhalb der roten Fläche herausstehen oder oberhalb der violetten Fläche sich befinden, erfüllen nicht die Mindestanforderung der Tiefenlage. Die Fläche, nicht die Fläche, sondern die Mächtigkeit können wir ebenfalls mithilfe des 3D-Modells prüfen. Dazu wird einfach die Distanz von der Basis zur Topfläche berechnet und Bereiche, die 100 Meter nicht erreichen, werden letzten Endes entfernt. Eine Plausibilitätsprüfung mit Bohrungen findet statt, sodass wir davon ausgehen können, dass die Opalinuston-Formation innerhalb dieser Fläche auch mit 100 Meter im Untergrund vorhanden ist. Allerdings nicht flächendeckend. Das Ergebnis sehen Sie hier in der Karte rechts dargestellt. Das wäre im Prinzip die Bearbeitung der Mindestanforderung Tiefenlage, Mächtigkeit und Gebirgsdurchlässigkeit des mittleren Jura in Baden-Württemberg. Ich erwähnte eingangs, dass die Verbreitung der Opalinuston-Formation oder des mittleren Jura in Baden-Württemberg und Bayern ist. In Bayern haben wir ebenfalls ein 3D-Modell verwenden können. Allerdings ist das 3D-Modell in Bayern nicht flächendeckend, sodass wir, das sehen Sie hier schon in Grau, das ist die Fläche des mittleren Jura. Im Norden ist sie etwas markant geradlinig abgesetzt. Das sind die nördlichen Begrenzungen des 3D-Modells. Da mussten wir uns, um Ihnen einmal die Art von Daten zu zeigen, die wir verwendet haben, da mussten wir uns Mächtigkeitskarten oder auch Bohrungen zur Hilfe nehmen. Hier sehen Sie beispielsweise eine Mächtigkeitskarte der Opalinuston-Formation. In Rot habe ich mal schematisch eingezeichnet. Das wäre die Linie, wo der Opalinuston 100 Meter mächtig ist. Das bedeutet jetzt, wir konnten Flächen, die nicht durch das 3D-Modell abgedeckt sind, mit dieser Mächtigkeitskarte der Opalinuston-Formation ergänzen. Und wir konnten zusätzlich den mittleren Jura weiter eingrenzen, nämlich auf das tatsächliche Vorkommen der Opalinuston-Formation. Im Prinzip haben wir jetzt die Ergebnisse beider Bearbeitungen auf die bereits ausgeschlossenen Gebiete oder mit den bereits ausgeschlossenen Gebieten verschnitten. Wir haben erneut den Flächenbedarf geprüft. Der ist im Tongestein etwa 10 Quadratkilometer oder der Flächenbedarf muss größer sein als 10 Quadratkilometer. Wir haben den Erhalt der Barrierewirkung geprüft und letzten Endes kamen wir dazu, dass wir ein identifiziertes Gebiet ausweisen konnten, das sich im Bereich, also mit zwei Teilen, eines im Oberrheingraben und eines im Bereich der Schwäbischen Alb. Ja, hier sehen Sie noch einmal zu guter Letzt nun das Ergebnis aller identifizierten Gebiete im Tongestein. Sie sehen, wir haben zwei wesentliche Ablagerungsräume. Einmal das norddeutsche Becken, wo wir abfolgen zwischen Unterjura und Terziere ausweisen konnten und im südlichen Teil Deutschlands, wo wir im Molassebecken, im Oberrheingraben, aber auch der Schwäbischen Alb. Sie erkennen die Opalinustonformation wieder. Ja, damit möchte ich auch den kleinen Block fürs Tongestein beenden und wir springen direkt in unseren nächsten Gesteinstyp, nämlich das Steinsalz. Genau, kommen wir zu unserem nächsten realen Beispiel im Steinsalz in steiler Lagerung. Wir hatten eingangs schon erwähnt, dass Steinsalz hauptsächlich aus dem Mineral Halit besteht und auch im Vergleich zum Tongestein möchte ich Ihnen ein paar Vorteile mitgeben. Steinsalz hat eine sehr geringe Durchlässigkeit, es verhält sich unter Druck plastisch, hat eine hohe spezifische Wärmeleitfähigkeit, was im Nahbereich von wärmeproduzierenden radioaktiven Abfällen auch als günstig einzustufen ist und die Herstellung großer Hohlräume, mal aus der bergmännischen Sicht gesprochen, ist auch relativ einfach. Einen Nachteil hat Steinsalz, das weiß jeder, der Kartoffeln kocht und dort Wasser reinmacht, das Speisesalz löst sich in Wasser auf. Eingangs hatte ich Ihnen erzählt, dass wir Steinsalz in der Bearbeitung in zwei große Gruppen einteilen. Einmal in das Salz in stratiformer Lagerung, dazu zählen wir auch die Salzkissen, wie Sie hier sehen können, und in Steinsalz in steiler Lagerung, dazu zählen wir Salzstöcke und Salzwände. In meinem folgenden Beispiel möchte ich Ihnen erläutern, wie wir ein identifiziertes Gebiet im Steinsalz in steiler Lagerung ausgewiesen haben. Hier habe ich Ihnen mal eine Karte mitgebracht, der Verbreitung von Salzkissen und Salzstöcken im norddeutschen Raum. Insgesamt haben wir über 400 Salzstöcke im Zuge der Anwendung der Mindestanforderungen überprüft und geschaut, welche unsere Mindestanforderungen alle erfüllen. Diese schematische Abbildung soll Ihnen verdeutlichen, wie wir das gemacht haben. Grundlage der Bearbeitung waren hier glücklicherweise zu fast 90 Prozent geologische 3D-Modelle. Das heißt, wir konnten die Modelle der Bundes- und Landesbehörden direkt als Datengrundlage nutzen. Dort sind diese Salzstöcke als sogenannte Hüllflächen integriert. Das heißt also die Oberfläche der Salzstruktur, wie Sie das in der Abbildung oben links vielleicht erkennen können. Dann gibt es eine Besonderheit, wenn wir Salzstrukturen in steiler Lagerung haben, gibt es eine besondere Mindestanforderung, dass wir 300 Meter Salzschwebe sicherstellen müssen. Das heißt, über dem möglichen einschlusswirksamen Gebirgsbereich müssen 300 Meter Wirtsgestein vorhanden sein. Das haben wir damit realisiert, dass wir die Oberfläche der Salzstruktur um 300 Meter in die Tiefe versetzt haben. Im nächsten Arbeitsschritt, hier unten links in der Abbildung zu sehen, haben wir die Mindestanforderung Tiefenlage geprüft beziehungsweise angewendet, indem wir Bereiche, die flacher sind als 300 Meter oder tiefer als 1500 Meter, die haben wir nicht weiter betrachtet. Und ganz unten rechts, die Abbildung zeigt Ihnen, dass wir dann auch wiederum den Flächenbedarf geprüft haben von drei Quadratkilometern und die Mächtigkeit von 100 Metern. Wie versprochen, ein Beispiel aus der realen Anwendung, hier gezeigt am Salzstock Wahn, der befindet sich im Westen von Niedersachsen. Die Abbildung links unten zeigt Ihnen schon am Ende des Bearbeitungszyklus und jetzt nehme ich Sie einmal wenigstens zum Teil in die Tiefe, indem ich Ihnen zeige, wie sieht denn so eine Salzstruktur aus. Ich versuche es Ihnen zu erklären, dass Sie mir folgen können. Ganz oben im Bild in Grau-Blau sehen Sie die Salzstruktur, so wie sie direkt aus dem 3D-Modell kommt. Dann sehen Sie da diese drei Flächen in einem Grünton. Die oberste Fläche ist das sogenannte digitale Geländemodell. Das hatten wir gerade schon von der Kollegin gehört, dass die Erdoberfläche quasi zeigt. Und das haben wir in 300 und in 1500 Meter in die Tiefe versetzt. Dann im zweiten Bild, beziehungsweise also im Bild in der Mitte, haben wir dann die Salzschwebe realisiert. Das heißt, wir haben die Oberfläche der Salzstruktur um 300 Meter nach unten versetzt. Am Ende, wie auch schon vorgestellt, werden dann alle Bereiche, die über 300 Meter liegen oder tiefer als 1500 Meter, werden entfernt. Und im Abgleich zu den Abbildungen rechts sehen Sie dann nochmal, wie das in der schematischen Abbildung aussah. Was wir im dreidimensionalen Raum auch sehr schön machen können, ist zu überprüfen, ob genügend Fläche da ist. Wie gesagt, in dem Falle sind es drei Quadratkilometer oder ob genügend Mächtigkeit vorhanden ist. Hier sehen Sie an der Hand der roten Farben, dass wir dort mehrere hundert Meter Mächtigkeit antreffen. Aus diesem Grund ist der Salzstockwahn auch ein identifiziertes Gebiet geworden. Zuletzt habe ich Ihnen noch eine Übersicht mitgebracht, beziehungsweise eine Karte, in der alle identifizierten Gebiete in Salz in steiler Lagerung abgebildet sind. Insgesamt konnten wir 139 Gebiete ermitteln. Und an dieser Stelle möchte ich an das nächste Beispiel übergeben, an meinen Kollegen Herr Dr. Bauer, der Ihnen das kristalline Würzgestein an einem Beispiel erklären wird. Dankeschön. Ich nehme Sie jetzt mit ins kristalline Würzgestein. Noch mal kurz zu Anfang. Was sind kristalline Würzgesteine? Wir bei der BGE definieren zwei Arten von kristallinen Würzgesteinen. Das sind zum einen Plutonite. Da fallen die oft erwähnten Granite darunter, aber auch andere weniger bekannte kristalline Gesteine wie Granodiorite, Gabros. Da gibt es eine ganze Bandbreite, da gibt es sehr viele davon. Und die zweiten, das sind metamorphige Steine. Wir definieren die als hochgradige, regionalmetamorphige Steine. Das sind Gesteine, die in einer Gebirgsbildung entstanden sind und sehr hohe Drücke und Temperaturen abbekommen haben und dabei noch nicht aufgeschmolzen worden sind. Und das bekannteste Beispiel sind Gneise letztendlich. Und wir zählen aber auch, das ist noch ein Extrapunkt hier, auch Migmatite dazu. Das heißt, das sind schon wieder metamorphige Steine, die schon teilweise wieder aufschmelzen und dann wieder kristallisieren. Was sind die Vorteile von kristallinen Gesteinen oder kristallinen Würzgesteinen für die Endlagerung? Wir wissen alle, die haben eine hohe Festigkeit. Wenn man dort einen Hohlraum anfertigt, ein Bergwerk anlegt, dann hat man eine sehr hohe Hohlraumstabilität. Die stehen oft schon, die Hohlräume, die Kammern stehen oft schon selbst, ohne eine Sicherung. Eine geringe Temperaturempfindlichkeit, das heißt, die Minerale, die diese Gesteine aufbauen, die werden durch ein paar hundert Grad, die sozusagen die eingelagerten radioaktiven Abfälle abgeben, nicht groß beeinträchtigt. Zusätzlich haben sie die Gesteine ein geringes Lösungsverhalten und im ungeklüfteten Zustand haben wir bei kristallinen Gesteinen eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Nachteil natürlich, wenn sie geklüftet sind, das heißt, wenn das Trennflächengefüge, das aus Rissen besteht, das Gestein sozusagen Bereiche schafft, in denen Wasser zirkulieren kann oder andere Fluide, dann haben wir dort sehr hohe Gebirgsdurchlässigkeiten. Welche Daten haben wir zur Ausweisung von kristallinen Wirtsgesteinen verwendet? Wir greifen natürlich auch, wie die anderen Gruppen, haben wir auf 3D-Modelle der Länder zurückgegriffen und dort, wo es die nicht gab, haben wir uns beholfen mit Karten und letztendlich abgeleiteten Oberflächenmodellen des kristallinen Grundgebirges und zusätzlich haben wir das natürlich abgeglichen mit Schichtenverzeichnissen von Tiefbohrungen und natürlich auch mit anstehenden oberflächlichen Lithologien von kristallinen Gesteinen und das waren sowohl recht große überregionale Karten wie die GÜG 250 der BGR, aber auch sehr kleinräumige regionale geologische Karten und natürlich haben wir auch in die Literatur geguckt. Und rechts sehen Sie hier diese Zusammenstellung, wo welche Oberfläche des kristallinen Grundgebirges durch welche Datengrundlage abgedeckt worden ist und dann sehen Sie, das sind recht unterschiedliche Datengrundlagen. Wir haben natürlich auch ganz Deutschland durchforstet und haben in die Literatur geguckt und inventarisiert, welche kristallinen Gesteine sind überhaupt vorhanden und wir haben das Ganze gegliedert in große strukturgeologische Einheiten oder tektonische Einheiten, die in der letzten großen Gebirgsbildungsphase entstanden sind und das ist die varistische Gebirgsbildung, die hat so ungefähr zwischen 400 und 300 Millionen Jahren stattgefunden und links sehen Sie so ein Abbild oder so ein Blockbild, wie das Ganze abgelaufen ist. Dort werden Lithosphärenplatten subduziert und nach unten sehen Sie sozusagen wieder eine Art vulkanischer Inselbogen in das Gebirge mit eingearbeitet wird und diese Gliederung rechts von Deutschland, rechts in der Abbildung sehen Sie in diesen Blautönen abgestuft, die verschiedenen Zonen und darauf geworfen in einer recht hellblauen Farbe die oberflächlich ausstreichenden kristallinen Gesteine oder recht oberflächennahen, also die sind oft nur unter 100 Meter Quartären sedimentären Überlagerungen bekannt. Wie haben wir die ganze Anwendungsmethodik bei den kristallinen Gesteinen durchgeführt? Das würde ich hier gerne an diesem Blockbild erläutern. Dort sieht man erstens einen Pluton im kristallinen Grundgebirge, das kann ein Granodiorit, ein Granit, ein Gabbro sein, der wird durchschlagen oder der ist intrudiert erstmal in das kristalline Grundgebirge und das sind hier Metamorphite, also das kann ein Gneis oder ein Granolith sein. Das ist sozusagen in der Gebirgsbildung haussiert oder im Anschluss an die Gebirgsbildung und das Ganze wird auch noch durchschlagen von einem magmatischen Gang, also auch sowas finden wir dort drin, das können felsische oder marfische Ganggesteine sein, aber die gehören zu diesem ganzen Gesteinskomplex oder zu dieser ganzen Gesteinskonfiguration. Man sieht aber auch, dass es in diesem generischen Blockbild wird, wir haben sozusagen auch Gesteine im Blick, wie hier eine Intrusion eines kristallinen Gesteins, die sozusagen verdeckt ist und die unter sedimentären Gesteinen verdeckt ist und man sieht dort, dass es dort durchaus in dem Beispiel hier Tongesteine das Ganze überlagern und mit der gestrichenen Linie sieht man hier ein Ausschlusskriterium, nämlich die aktiven Störungszonen oder ein Beispiel davon, die das ganze Blockmodell letztendlich versetzen oder die Gesteine darin versetzen. Wenn man hier nochmal sozusagen nochmal aufs Gesetz kommt, was wir vorher nicht sozusagen detailliert erläutert haben, dann kann man hier auch erkennen, dass natürlich, wir haben vorher erklärt, was ein EWG ist, ein einschlusswirksamer Gewerksbereich oder ein Einlagerungsbereich und ich wollte hier nochmal klarstellen, dass man natürlich in kristallinen Gestein sozusagen einen Einlagerungsbereich machen kann, aber das ganz klar im Paragraf 23 Absatz 5 unter Gebirgsdurchlässigkeit auch festgehalten, dass eine geologische Barriere auch ein anderes Gestein sein kann, also dass das EWG auch eine überlagernde Schicht sein kann und in dem Falle sind das hier zum Beispiel die Tongesteine, aber es kann auch Salz sein und das sieht man hier nochmal ganz gut erläutert. Und das Vorgehen, wie nun Gesteinskörper von kristallinen Wirtsgesteinen ausgewiesen worden sind, wie vorher auch bei den beiden Beispielen in Salz und Ton, es muss mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante sein, diese GOK, das sieht man hier in diesem grünen dargestellt, das heißt sozusagen diese Partien, die man vielleicht in Mittelgebirgen sozusagen aufgeschlossen hat und die jeder sozusagen vielleicht aus dem Steinbruch kennt, die sind sozusagen für uns nicht, so wie sie dort ausgebildet sind, sind sie für uns nicht interessant, sondern erst in 300 Meter Tiefe und dann muss man sich natürlich angucken, wie die Gesteinskonfiguration dort in der Tiefe ist. Wir suchen natürlich auch bis in eine Tiefe von 1500 Metern unter diese Geländeoberkante und das sieht man hier jetzt sozusagen die beiden, die Gesteinspartien, die ausgeschlossen sind in Orange und da wir oft sozusagen nur die Oberfläche des kristallinen Grundgebirges haben, haben wir letztendlich mit einer, wir sind sozusagen ein bisschen auf die sichere Seite gegangen und haben bei dieser Anwendung oder bei dieser systematischen Abarbeitung dieser Schritte sind wir erstmal von einer Mindestmächtigkeit von 200 Meter im Kristallingestein ausgegangen und das leiten wir mit einem zusätzlichen Sicherheitsabstand zu diesen 100 Metern her und was sich daraus ergibt ist, dass sozusagen die Oberkante des kristallinen Grundgebirges in unseren Karten bei 1300 Meter endet, aber natürlich ein Einlagerungsbereich bis 1500 Meter möglich ist, weil wir sozusagen 200 Meter Mindestmächtigkeit dort ausweisen. Hier sieht man sozusagen nach diesem Zuschnitt die Gesteinskörper im Untergrund, die diese Mindestanforderungen jetzt erstmal erfüllen und man sieht sozusagen, dass dort kleine Zwickel sozusagen abgeschnitten werden, wo die Mächtigkeit jetzt geringer ist als 200 Meter. Was man hier jetzt aber auch nochmal sagen muss, das Standardauswahlgesetz gibt ja durchaus bei Kristallingestein die Option auch unter der Mindestmächtigkeit für Kristallingestein sozusagen einen Sonderfall zu schaffen. Das heißt, falls jetzt natürlich dieser Plutonit stärker geklüftet ist, aber wir in diesen Plutonit Bereiche finden, die geringere Mächtigkeiten haben als diese 100 Meter, dann können die durchaus als EWG funktionieren innerhalb dieses Gesteinskörpers. Am Ende kommt natürlich wieder die Flächenprüfung und das haben wir auch schon gehört, es sind drei, sechs und zehn Quadratkilometer. Bei Kristallin sind es sechs Quadratkilometer. Alles, was kleiner ist, wird sozusagen dort herausgenommen und man sieht bei der Benennung, am Ende bleiben sozusagen identifizierte Gebiete in diesem Kristallin-Würzgestein übrig. Das können sozusagen Intrusionen sein, die unter Überdeckung von Sedimentgesteinen gefunden worden sind oder aber auch sozusagen großflächigere Bereiche von kristallinen Grundgebirge, die durch viele Ausschlusskriterien letztendlich zerstückelt werden, aber in denen die Einzelflächen immer noch sechs Quadratkilometer Fläche hergeben. Ein Beispiel dazu, wie das dann aussieht, in der Kartenprojektion sieht man hier die mitteldeutsche Kristallinzone. Das war vorher auch in dieser Gebirgsbildungsgrafik dargestellt. Man sieht in dunkelblau letztendlich das identifizierte Gebiet und man sieht, wie das durch viele, viele Ausschlusskriterien durchschnitten ist. In hellblau sind dort nochmal ein bisschen zur Orientierung kristallinige Steine projiziert, die an der Oberfläche ausstreichen. Also die gehören hier sozusagen nicht zu dem IG oder das ist sozusagen extra als Orientierungshilfe. Also man sieht zum Beispiel den Odenwald hier im Südwesten und sieht auch einen Teil vom Rula Kristallin in Thüringen. Und wenn man das jetzt abgleicht, diese blaue Fläche sind sozusagen alle Kristallin-Wirtgesteinseinheiten in dieser Zone, der mitteldeutschen Kristallinzone. Und das ist sozusagen die Oberfläche bis 1300 Meter unter der Geländeoberkante. Wenn man das abgleicht mit den tiefen Bohrungen, dann sieht man ganz gut in Rot, dass manche dieser Punkte sozusagen, das sind Bohrungen, die tiefer als 1500 Meter sind. Also das stimmt ganz gut überein. Im Saar-Nahe-Becken ist das kristalline Gestein zu tief, auch im Oberrheingraben oder im Thüringer Becken. Dort sind diese kristallinen Gesteine, die liegen alle tiefer als 1500. Aber als Umkehrschluss sieht man auch sozusagen die grünen Bohrpunkte. Da wurde überall kristallines Gestein erbohrt, das sozusagen flacher als 1500 Meter liegt. Und in der Gesamtübersicht wurden für kristallines Wirtsgestein letztendlich sieben identifizierte Gebiete ausgewiesen, von denen drei sehr, sehr groß sind. Das muss man hier dazu sagen. Und als Take-Home-Message, warum sind die so groß, muss man wirklich sagen, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Bayern oder Baden-Württemberg blickt, dass natürlich diese kristallinen Einheiten sich unter sedimentären Deckgebirgseinheiten fortsetzen. Deswegen sind diese Flächen hier noch so groß und in diesen Tiefen kann man immer noch kristalline Gesteine wie Granodiorite, Granite, Gneise erwarten, die möglicherweise einen Gebirgsbereich zur Einlagerung von hochradioaktiven Abfällen darstellen. Dankeschön. Prima. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt ja im zweiten Teil der Mindestanforderungen. Wir haben drei Beiträge über Wirtsgesteine und über Methodik gehört und ich habe eine Reihe von Fragen bekommen, aber ich muss schon sagen, es sind nicht so viele wie vorhin. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Sie waren super verständlich und es kommen kaum Fragen oder das Ganze ist vom Ergebnis her irrelevant oder, glaube ich eher nicht, oder eine gewisse Müdigkeit schleicht sich ein. Letzteres würde ich gut verstehen. Also das liegt nicht an Ihnen, sondern, glaube ich, an dem vollen Programm des heutigen Tages und von daher habe ich gedacht, okay, wir hatten sowieso eine Pause vorgesehen für diesen Zeitpunkt und ich würde vorschlagen, Sie können jetzt einmal um den Block gehen, weil wir treffen uns erst um 16.50 Uhr wieder für die Fragen und die Diskussion. Also 16.50 Uhr geht es weiter mit der Beantwortung von Fragen. Bis dahin können Sie natürlich weitere stellen, wie immer, oder andere Kommentare abschicken. Bis dann. Okay. Vielen Dank. 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 Seite endlagersuche-info-plattform.de, dort werden Anfang kommender Woche bereits die Charts der Vorträge dokumentiert, dass man also in Ruhe nochmal drauf gucken kann, im Selbststudium vieles lernen und die Filme auch, exakt, ja. Also es gibt über den Feedback-Button, den Sie auch finden auf der Plattform, finden Sie Gelegenheit, dort Ihre Resonanz zu hinterlegen. Es gibt dort auch einen Diskurs mit unterschiedlichen Betrachtungen zum Wesen und zum Charakter dieser Veranstaltung, dieser Auftakt, welchem Ziel folgt er eigentlich und damit auch so die Frage zum Beispiel verknüpft, wie nimmt Fachkonferenz Einfluss? Ja, und da ist dann die Frage, auch verknüpft mit der Frage, reden wir eigentlich Zuschauernde an, reden wir Gäste an, Teilnehmende, welchen Charakter hat diese Veranstaltung eigentlich? Frank-Klaus, da würde ich am liebsten Sie fragen, welchen Charakter ist das hier? Ist das Beteiligung? Ja, es gibt ja zwei Personengruppen, das ist ja deutlich geworden bei YouTube, das sind die sozusagen wie im Fernsehen, also das sind Zuschauerinnen und Zuschauer, da gibt es keine Beteiligungsmöglichkeiten und das hat mit Beteiligung zweifellos nichts zu tun, aber immerhin, es gibt ja genug Leute, die sagen, ich will mir das trotzdem angucken und warum nicht? Und die anderen, eher die meisten, das sind ja ungefähr 500 im Moment, die sich auf der Beteiligungsplattform tummeln mit Passwort und Namen angemeldet, die haben im Moment die Möglichkeit, immerhin Fragen, Kommentare loszuwerden, jetzt ist die Frage, ist das schon Beteiligung? Also es ist zweifellos mehr als nur zuzuschauen oder zuzuhören, das ist unbestritten, denke ich, und es ist heute ja eine Auftaktveranstaltung, es geht um Information und Information ist für mich der erste Schritt zur Beteiligung, also zweifellos nicht der letzte, aber der erste, erst mal, damit man weiß, worüber kann man denn später eigentlich streiten, wofür lohnen sich Empfehlungen, das kommt in den weiteren Beratungstermin, insofern ist das der Anfang von Beteiligung mit im Moment noch reduzierten Möglichkeiten, das ist so, aber das wird sich ändern. Alles klar. Ja? Ja. Okay. Ja, danke, Gregor. Ich komme zum fachlichen Teil zurück und es gibt eine Reihe an Fragen und ich fange mal an mit methodischen Themen, da ist eine Frage zum 3D-Modell, aus welchen geophysikalischen Anbesserungen stammen eigentlich die Daten, fragt da jemand. Wenn die Frau antwortet, das Gefühl, dass bei meinen Äußerungen nicht ganz klar geworden ist, dass die 3D-Modelle von uns nicht erstellt worden sind, sondern sie sind Teil der Datenlieferung der Bundes- und Landesbehörden. Das heißt, wir selbst haben keine 3D-Modelle erstellt, sondern haben die 3D-Modelle der Bundes- und Landesbehörden, die uns zur Verfügung gestellt haben, genutzt, um die Mindestanforderungen abzuprüfen. Dementsprechend haben wir keine detaillierte Kenntnis darüber, welcher Datensatz da jetzt in welcher Art und Weise eingeflossen ist. Okay, kommen wir mal zu einzelnen Wirtsgesteinen, die Sie ja dargestellt haben bei den Mindestanforderungen. Da ist zum einen mal so die Frage nach den Unterschieden von Lagerstätten für Toren. Sie haben ja sehr ausführlich an einem Beispiel für Opalinuston das dargestellt. Da sagt er, gibt es da Unterschiede in den Lagerstätten, was die Sicherheitsanforderungen oder die Qualität der Sicherheit angeht? Und jemand fragt auch, kommt eigentlich nur Opalinuston aus dem mittleren Jura, also einem gewissen Zeitalter, in Frage oder geht auch anderer? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich gerne antworte. Es ist im Untergrund so, wie ich versucht habe, mit der stratigraphischen Tabelle zu erklären, dass wir in unterschiedlichen Zeiteinheiten Tongestein vorhanden haben. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Laufe der Erdgeschichte immer mal wieder ein Marinaablagerungsraum dafür gesorgt hat, dass da ein Tonstein abgelagert wurde. Dann war es wieder, dann zog sich das Meer wieder zurück und man hat im Prinzip eine Flussebene gehabt oder es hat sich ein Gebirge gebildet. Also in verschiedenen Zeitscheiben finden wir Tongestein. Und Tongestein ist auch nicht gleich Tongestein. Also da gibt es ganz, ganz, ganz große Unterschiede, was die mineralogische Zusammensetzung angeht. Und diese Tongesteine haben auch unterschiedliche Eigenschaften, deshalb habe ich auch versucht zu betonen, einige Tonminerale sind quellfähig, nicht alle. Ja, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede, sodass es im Endeffekt so ist, nein, es ist nicht nur die Opalinuston-Formation, die wir ausgewiesen haben, sondern es sind verschiedene verschiedene Tongesteinsabfolgen, die in verschiedenen Becken abgelagert wurden. Also wenn wir in den Bereich Norddeutschland, an den Bereich Norddeutschland denken, über große Zeiträume war das norddeutsche Becken ein Senkungsgebiet, also eine Beckenstruktur, wo im Prinzip feinklastische Sedimente im Beckenzentrum zur Ablagerung kamen. Und das kam ja relativ häufig vor im Laufe der Erdgeschichte und deshalb finden wir dort auch verschiedene Tongesteinseinheiten, wie zum Beispiel den Unterjura, den Mitteljura, die Unterkreide oder auch das Tertiär. Also verschieden habe ich verstanden. Was ich nicht verstanden habe, ist, ob das Konsequenzen für die Suche nach dem Endlager hat. Also sprich, ist in all diesen Formationen grundsätzlich möglich, ein Endlager zu platzieren? In allen Tongesteins... Jetzt muss ich aufpassen. Grundsätzlich suchen wir nach Tongesteinsformationen. Die haben alle durch ihre feinkörnige Natur sozusagen geringe Durchlässigkeiten. Das heißt, sie wirken als Barriere. Das heißt, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Tongestein geeignet ist. Also alle diese Gesteinsformationen sind geeignet. Okay. Jetzt ist es aber anders als beim Salz. Salz fällt aus einer wässrigen Lösung aus. Tongestein ist ein klastisches Sediment, was im Prinzip ja auch aus einer Wassersäule, die Partikel sinken herab und es kommt zur Verzahnung mit gröberklastischen. Also es ist ein ganz, ganz, ich sage gerne ganz, ganz heterogenes Sedimentgestein. Und das macht es so schwierig, das jetzt zu pauschalisieren. Also das ich verstehe jetzt, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Grundsätzlich ja, im Detail muss man genau gucken. Hervorragend. Wunderbar. Danke. Dann werden Sie gebeten, vielleicht können Sie das Frau Dr. Schüter noch mal anschließen, eine Folge, hat eine Person gesagt, die Folge Kalkstein-Mergel-Ton vielleicht noch mal zu erläutern. Oder war das gerade dieses Absinken? Nein, nein. Das ist was ganz anderes. Nicht was ganz anderes, aber das rührt daher, dass wir, wie Frau Rieniker-Buschel vorhin erwähnt hat, dass wir für uns Tongestein definieren als Gesteinstyp. Und ich habe auch gesagt, es besteht dominant aus Tonmineralen. Jetzt können aber noch andere Minerale Teil dieses Tongesteins sein. Und da gibt es eine, wir nennen das ja Mischreihe, also die Endglieder wären Kalk und Ton. Und dazwischen gibt es alle Formen von Mischungen, also ein Ton-Mergel, ein Mergel-Ton. Und Sedimentgesteine mit einem überwiegenden Anteil an Ton definieren wir als Tongestein. Alles klar. Gut. Sehr schön. Also es gibt Mischungen, ich habe es verstanden. Ja gut, also im Detail können Sie mich, glaube ich, morgen nicht prüfen, aber das Wesentliche, glaube ich, kommt bei mir an. Danke. Wir haben ja noch ein paar Fachkontrollen. Ja, wir haben noch ein bisschen. An dem Beispiel, was Sie gezeigt haben, hat jemand Kritik geäußert, also ging es ja um Oberrheingraben unter anderem, Baden-Württemberg. Und da sagt jemand, naja, das ist vielleicht nicht so günstig, weil da gibt es ja Erdbebenaktivitäten und von daher eher Ausschluss. Was sagen Sie dazu? Genau, dazu muss ich sagen, der erste Schritt in Paragraph 13 ist die Anwendung der Ausschlusskriterien. Das heißt, Gebiete, die durch seismische Aktivität ausgeschlossen sind, sind nicht Teil der identifizierten Gebiete. Also da ist es dann egal, ob da Ton ist oder nicht? Wie bitte? Da ist es dann egal, ob da Tonvorkommen sind oder nicht? Also für die Qualität Endlager? Ganz genau, ganz unabhängig davon, was wir für Tongestein oder Salzgestein im Oberrheingraben finden. Okay, noch etwas zum Ton, bevor ich zu einem anderen Gestein komme. Und zwar ist da ja die Frage nach dem Flächenbedarf. Das kommt auch mehrfach. Wir hatten das heute Vormittag schon mal. Also ich habe mir gemerkt, es gibt Flächenbedarf je nachdem, drei Quadratkilometer, sechs oder zehn. Und ich habe jetzt den Eindruck, das hängt am Wirtsgestein. Das war mir nicht so richtig klar. Also je nach Wirtsgestein unterschiedlicher Flächenbedarf. Und bei Ton, so habe ich es verstanden, sind es zehn. Also größten Flächenbedarf wäre bei Ton so. Und dann sagt jemand, wie muss man sich das denn vorstellen? Also die Vorstellung, die die Person da äußert, sagt dreimal drei Kilometer, sind dann neun Quadratkilometer, also fast zehn. Und dann in der Mitte ein Endlager oder wie sieht das dann aus? Also wie kommt es zu diesem Flächenbedarf? Wie kann man sich die Einrichtung eines Endlagers in einem Gestein vorstellen? Zu dem Flächenbedarf grundsätzlich kommt es, dass es in der Gesetzesbegründung verankert. Und das hat natürlich, wie Sie schon gesagt haben, Bezug zum Gesteinstyp. Also ich habe erwähnt, dass Tongestein nicht ganz so gut auf hohe Temperaturen reagiert. Das kommt zur Mineralumwandlung. Deshalb brauchen wir im Tongestein mehr Fläche, um einzulagern. Und den Flächenbedarf im Prinzip, wie ich das vorhin in meinem Vortrag auch versucht habe darzustellen, prüfen wir ab, indem wir den Untergrund auf die Erdoberfläche projizieren und dann ganz einfach den Flächenbedarf, also die Fläche ausrechnen und dann prüfen, größer oder kleiner, zehn Quadratkilometer. Wo jetzt in diesem Bereich genau das Endlager sein könnte oder sein wird, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Okay, und das auf die Oberfläche projizieren, jetzt nochmal bildlich, also wenn Ton in dieser Lage wäre, dann ist das klar, dann ist das oben genauso wie unten, aber wahrscheinlich liegt es irgendwie so oder wie auch immer. Ja, das macht gar nichts, Sie würden trotzdem nach oben projizieren. Und dann projiziere ich nach oben und dann ist die Fläche ein bisschen kleiner oben, oder sehe ich das falsch? Die Fläche ist nicht kleiner, weil wir projizieren ja im Prinzip von den Kanten. Alles klar, gut. Zur Temperatur, wir haben gesagt, das reagiert, also Ton reagiert auf hohe Temperaturen, dann ändern sich die Eigenschaften und da fragt jemand ab, welcher Temperatur? Das ist eine super Frage, das ist eine super spezielle Frage. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ganz, ganz verschiedene Tonminerale und alle reagieren ein bisschen anders. Smectite wandeln sich im Prinzip bei relativ geringen, also fangen an, sich bei geringen Temperaturen in Elit umzuwandeln. Also die Meerschichtminerale wandern immer mehr hin zum Elit. Das passiert schon bei Temperaturen unter 100 Grad. Von wie vielen Grad? Das passiert schon bei Temperaturen unter 100 Grad. Unter 100 Grad? Ja, spezifischer kann ich da jetzt im Moment nicht werden, weil das halt, wie gesagt, vom Tonmineral und von der Zusammensetzung abgeht. Okay, das heißt also, für die späteren, detaillierteren Untersuchungen müsste man sich die Frage stellen, wie warm kann es denn werden? Also A, es gibt unten schon irgendeine Umgebungstemperatur, das sind nicht 0 Grad, sondern eher 30 und dann kommt noch die Wärmeabstrahlung aus den hochradioaktiven Abfällen drauf, die kann ich überhaupt nicht abschätzen, aber es gibt sie und da muss man gucken, welche Temperatur erreicht der Ton. Ungefähr so? Ja genau, da muss man sich angucken, das ist total komplex und jetzt kann ich recht weit ausholen, weil es nämlich, ich lasse es vielleicht, im Prinzip ist es so, dass man sich dann im Speziellen die Zusammensetzung anschauen muss und auch anschauen muss, wie viel hat denn der Ton mal gesehen an Temperatur und Druck, weil nicht unbedingt die heutige Tiefe, in der wir die Lagerstätte finden, ist die Maximaltiefe, die der Ton gesehen hat. Von daher ist es total komplex, diese Frage zu beantworten. Okay, okay, für heute ist keine einfache Antwort möglich. Möglich? Sorry, ich fange schon an zu stolpern. Kommen wir zu einem anderen Gestein, ich gehe mal zu Salz. Bei Salz war eine Frage, wieso Sie in Tiefen bis zu 1500 Metern suchen, obwohl die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, hatten wir vorhin schon mal, in einem Gutachten mal geschrieben hat, dass unter 1000 Meter Tiefe die Temperaturen so hoch sind, dass es schwierig wird. Hat sich da irgendwas geändert? Verfolgen Sie eine andere Linie? Woran liegt das? Also prinzipiell möchte ich darauf antworten, dass wir für alle Wirtsgesteine dieselbe maximale Suchtäufe festgelegt haben. Die 1500, ne? Genau, die 1500 und wenn im weiteren Schritt sich herauskristallisiert, dass man für das eine oder andere Wirtsgestein vielleicht eine geringere maximale Suchtäufe ansetzt, dann werden wir das in den nächsten Schritten prüfen. Okay, das heißt, Sie sagen, Sie gucken erstmal, ich versuche es mal zu übersetzen, Sie gucken erstmal großzügig? Großzügig? Genau, großzügig bis 1500 Meter Tiefe, beziehungsweise Sie erinnern sich vielleicht, unsere Datenabfragen gingen sogar noch tiefer, bis 2000 Meter Tiefe, damit wir einfach das gesamte geologische Bild haben, um zu bewerten, was eben in unseren Suchtäufen 300 bis 1500 Metern geologisch passiert. Und da gehört natürlich für uns Geologen immer auch das, was da drüber passiert und das, was da drunter passiert. Okay, dann kommen wir mal zum Thema Kristallinen, Herr Dr. Bauer. Die erste Frage ist gar nicht so richtig für Sie, aber vielleicht können Sie trotzdem was dazu sagen, weil da sagt jemand, wenn man über Kristallingestein spricht als mögliches Endlager, dann wird häufig von ergänzenden Sicherheitsmaßnahmen gesprochen, was immer das ist. Und da will ich aber gar nicht hin, was das ist, sondern die Frage ist, kann man so ergänzende Maßnahmen auch bei Salz und Ton machen? Natürlich, ja. Also es spricht nichts dagegen, dass man natürlich technische Lösungen auch im Salz und Ton sozusagen verstärkt und ähnlich, wenn man es zum Beispiel vergleicht, wie es die Skandinavier in Kristallingestein machen, sich sozusagen noch technisch weiterentwickelte Behälterkonzepte überlegt. Ja, können wir da gerade mal einen Blick hinwerfen, weil die Frage nach Finnland, die gibt es auch. Also für diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die das nicht wissen, in Finnland wird ein Endlager im Moment errichtet, also man baut es und man baut es in Kristallingestein. Genau. Wie genau, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das passiert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, können wir von den Erfahrungen profitieren? Was machen die eigentlich? Gibt es da sozusagen einen Know-how-Transfer? Wie sieht das aus, Herr Dr. Bauer? Das ist nicht ganz mein Fachgebiet zu diesen Behälterkonzepten und ich bin Geologe, also das ist wieder ein Ingenieur-Thema, aber natürlich, wir stehen auch im Austausch sowohl mit der Firma in Finnland, das ist Posiwa, als auch den Schweden, das ist SKB, glaube ich. Und wir schauen uns natürlich an, was die die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, welche Endbehälterkonzepte die entwickelt haben mit einer Kupferhülle und einer dicken Bentonitschicht. Also Bentonit ist wieder so ein Tonmineral, das sehr günstige Eigenschaften hat und wir lassen uns da durchaus inspirieren. Das heißt, die Barriere, um das mal so in Kurzform zu sagen, diese zusätzliche Sicherheitstechnik von der Intersprach heißt im Wesentlichen Behälter, in denen man den hochradioaktiven Müll lagert, der einen zusätzlichen Schutz bietet. Ja. Ja, okay. Gut. Ja, bitte. Also ich würde dazu noch ergänzen, dass die BGE auch in verschiedensten Gremien vertreten ist. Also wir sind international im Austausch mit den Amerikanern, mit den Schweizern und wir besuchen Untertagelabore, die in verschiedenen Wirtsgesteinen international schon existieren und sind dort, wie gesagt, mit den Fachexperten weltweit im regen Austausch. Und wohnen nicht auf einer Insel, sondern vernetzen sich mit allen. So sieht es aus. So, jetzt aber eher zum Thema Kristallin ein bisschen konkreter. Wir hatten vorhin schon mit Herrn Dr. Reich ja das Thema Klüftigkeit. Also sprich, es ist irgendwas anderes, was nicht kristallin ist dazwischen und das bietet das Risiko, dass da Wasser eindringen kann. Ungefähr so. Und die Frage ist, haben Sie bei der Ausweisung dieser großen Gebiete von kristallinem Gestein schon nach Klüften geguckt oder nicht? Wir haben das in den Datenabfragen, wurde das schon abgefragt. Also da gibt es auch schon Datenlieferungen dazu. Oftmals sind diese Daten nicht unbedingt in unserem Suchraum. Also das sind oft sehr sozusagen oberflächennahe Daten aus Bereichen, sozusagen bis 100, 200, 300 Meter und nicht in 800, 1000 Meter, wo man vielleicht von einer günstigen Täufe hin möchte für ein Endlager. Und wo hinaus wollte ich jetzt? Letztendlich die Klüftigkeit. Können Sie nochmal wiederholen? Naja, die Frage ist, haben Sie schon nach Klüften geguckt bei der Ausweisung der Teilgebiete? Bei der Ausweisung direkt jetzt noch nicht. Das gibt auch das Standortauswahlgesetz her. Also das sind wirklich dann sehr standortsspezifische Daten, die man sich wirklich dann in der Standortregion anschauen muss und wirklich dann dort vor Ort erkunden muss. Und das ist auch so im Stand AG verankert, dass man sozusagen spätestens zum Vorschlag der Standortregion oder dann sozusagen zu einem möglichen Endlagerstandort, den man erkunden will, muss man sozusagen auch diese geringe Gebirgsdurchlässigkeit nachweisen. Ich versuche es vor allem mit meinen Worten, Herr Dr. Bauer. Also ich verstehe jetzt, da wo Sie Informationen über Klüfte haben, hat das eine Rolle gespielt bei Ihrer Arbeit und Sie wissen, wo die ungefähr sind. Aber damit wissen Sie noch lange nicht, wo es überall Klüfte gibt. Wir gehen davon aus, dass es immer noch sozusagen eine Möglichkeit gibt, einen ungeklüfteten Bereich zu finden und zusätzlich ist ja im Stand AG auch verankert, dass sozusagen die Barriere-Schicht, das muss nicht unbedingt das Kristallin sein, sondern es können auch überlagernde Steinsalz sein oder Ton. Und das habe ich vorher auch sozusagen erläutert. Das findet sich auch im Paragraf 23. Okay, das waren so ein paar Fragen, nicht alle, aber einige zum Thema Kristallin. Muss man gerade auf die Uhr gucken, ein paar Minuten haben wir noch. Dann komme ich doch noch mal auf Salz zurück. Und zwar ist hier so die Frage, was ist das eigentlich? Also Salz, Sie haben ja auch gesagt, Salz ist nicht Salz, so wie Ton nicht Ton ist. Und jetzt die Frage hier ist, ob die Salzstöcke in Norddeutschland, die Sie betrachtet haben, nur aus Steinsalz, also Halit offensichtlich, bestehen oder ob es da auch andere Mineralien in diesen Lagerstätten gibt. Genau, also da kann ich gerne noch mal das Bild benutzen, was Frau Dr. Schöner vorhin schon einmal skizziert hat. Wir befinden uns gedanklich noch mal im norddeutschen Raum, in dieser Beckenstruktur. Und in einer etwas früheren Zeit, als Frau Schöner sie vorhin beschrieben hat, nämlich in der Zeit Zechstein, gab es dort ein Zechsteinmeer. Und aus diesem Meer sind eben diese Salze ausgefällt. Aber eben nicht nur Salze, sondern da gab es eben auch das Ausfallen von anderen, von anderen Stoffen, je nachdem, wie löslich sie sind. Und diese haben sich zyklisch abgelagert. Also Werra, Stassfurt, Leine, Aller sind so typische Zechsteinzyklen, die immer wieder mit einer ganz besonderen Abfolge anfangen. Und im Moment ist es aber so, dass wir zur Vereinfachung auch der Bearbeitung erstmal diese Salzstöcke als homogene Körper annehmen. Das heißt, wir postulieren im Moment, dass der Salzstock aus 100% Halit besteht, wohl wissend, dass es nicht so ist. Aber die Kenntnisse zum Internbau von Salzstrukturen benötigt sehr intensive Untersuchungen, um zu wissen, wie ist es denn da drin so? Das heißt, so weit sind wir wieder noch nicht? Genau, so weit sind wir wieder noch nicht. Okay, gut. Zu Salz gibt es noch konkrete Fragen zu zwei Salzstätten. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt außer aller Mengen beantworten können. Ich probiere es mal. Das eine ist, gibt es gar keine relevanten Störungen im Salzstock-Wahn, wird da gefragt. Genau, da möchte ich nochmal auf den Vortrag von Herrn Dr. Reiche verweisen und auf die Diskussion im Nachgang, wo wir gesagt haben, dass Störungen im Nahbereich von einer Salzstruktur nicht zum Ausschluss führen, weil wir auch da wieder das Postulat haben, dass die Salzstruktur von diesen nahegelegenen Störungen in dem Sinne nicht beeinflusst wird. Also das heißt, es kann sein, dass es Störungen gibt? Ich habe das Inventar jetzt nicht vor Augen, aber es kann sein, dass es dort Störungen gibt. Okay. So, und dann der Salzstock-Uchte. Die Frage ist, gehörte der zu dem identifizierten Endlagergestein und warum wurde er nicht zum Teilgebiet? Das würden wir dann im Nachgang beantworten. Wir haben ja relativ viele identifizierte Gebiete und Teilgebiete in Salzstai ausgewiesen, sodass ich die nicht alle parat habe. Gut. Ja, damit haben wir die meisten, nicht alle, die meisten Fragen beantwortet. Der Rest folgt, wie mehrfach gesagt, auf der Plattform zur Endlagersuche. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal für die Beiträge. Vielen Dank. Und bis die Tage. Dankeschön. Vielen Dank. So, wie es weitergeht. Wir haben den letzten inhaltlichen Block für heute, meine Damen und Herren. Und entsprechend der Logik, wir haben angefangen mit Ausschlusskriterien, wir haben weitergemacht mit Mindestanforderungen, sind wir jetzt bei der geowissenschaftlichen Abwägung. Das heißt, das ist ja der Schritt, also sprich, prinzipielle Eignung ist da. Jetzt geht man schon mal eine Stufe weiter und guckt sich das ein bisschen genauer an bei der Abwägung. Das ist auch der Schritt, bei deren Anwendung der Salzstock in Gorleben aus der Endlagersuche ausgeschieden ist. Also insofern auch ein interessantes, besonders interessantes Thema, denke ich, für diejenigen, die sich darum kümmern, nach dem Motto, wie konnte das sein. Und Herr Dr. Wolfram Rühag ist einer der beiden Referenten. Der zweite ist Herr Dr. Philipp Kreier. Herr Dr. Rühag hat mir auch gesagt, dass das Thema Gorleben auch als Beispiel Teil des Vortrags ist. Aber Sie fangen bestimmt nicht damit an, sondern sagen erst mal, worum es eigentlich geht. Sie haben das Wort. Genau. Ja, herzlich willkommen. Damit zum letzten Abschnitt jetzt dieser Vorträge, zu diesen Fachvorträgen, die sich dann mit der Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und wir kürzen die gerne auch mal als GeowKs ab mit Bezug zur Ausweisung von Teilgebieten im Rahmen der Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle beschäftigen. Ich steige in die Präsentation mit einer Folie ein, die Sie jetzt heute bereits mehrfach gesehen haben. Wir sind gestartet mit der weißen Landkarte und es erfolgte zuerst die Anwendung der Ausschusskriterien. Auf das verbleibende Gebiet wurden dann die Mindestanforderungen angewendet. Also es wurde ermittelt, wo sind diese Mindestanforderungen erfüllt. Hieraus ergeben sich die identifizierten Gebiete und basierend auf diesen identifizierten Gebieten findet dann eine Abwägung statt, die geowissenschaftliche Abwägung. Und anhand dieser Abwägung wird ermittelt, welches Gebiet ein Teilgebiet wird und welches nicht. Die Struktur des Vortrags ist, dass ich mit einer Einleitung beginne und Grundlagen der Vorgehensweise dort vorgestellt werden. Es wird auch im Fortgang dann noch Einzelbewertungen vorgestellt werden. Es werden die Referenzdatensätze erläutert werden und die datenbasierte Anwendung. Am Ende werde ich noch eine Gesamtschau geben und ein paar ausgewählte Beispiele vorstellen, wo dann eben auch das Beispiel Gorleben Rambo mit dazugehört. Elementar für uns in der Anwendung ist das Standortauswahlgesetz. Das ist die Richtschnur unseres Handelns gewesen in dem Vorgehen. Von daher ist es zwingend, hier auch noch einmal genau drauf zu gucken. Bei der Ermittlung von Teilgebieten im Rahmen der Arbeit in dem Paragrafen 13 des Stand AG haben wir angefangen damit, dass zuerst der Paragraf 22 Ausschusskriterien und 23 Mindestanforderungen angewendet wurde. Dazu haben wir entsprechend die von den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder zur Verfügung gestellten geologischen Daten entsprechend angewendet. Auch dies ist eben dann auch so der Fall bei den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Und drittens jetzt in dieser Bullet-Point-Liste ist dann, dass aus den identifizierten Gebieten der Vorhabenträger durch Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien Paragraf 24 die Teilgebiete, die sich auf Basis der Abwägung als günstigerweise ermittelt. Dieser Paragraf 24 leitet eigentlich, ich will jetzt hier auf diese Folie nicht näher eingehen, sie dient in erster Linie auch der Dokumentation, um das hier auch nicht zu unterschlagen, dass hier auch noch einmal Dinge auch weiterhin geregelt werden, aber er verweist vor allen Dingen auf elf Anlagen, elf recht umfangreiche Anlagen zum Gesetz, die also direkt das Gesetz entsprechend ergänzen und definieren, die präzise Vorgehensweise, sind die hier im Einzelnen jetzt aufgelisteten elf Kriterien, die ich im Nachfolgenden kurz versuchen will zu erläutern. Was steckt da eigentlich hinter? Das erste Kriterium ist das Kriterium zur Bewertung des Transports radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegung im einschlusswirksamen Gebirgsbereich, häufig dann auch mal als EWG abgekürzt. Hier geht es um Grundwasserströmung, es geht ums Grundwasserangebot und im letzten Punkt um Diffusionsgeschwindigkeit. Grundsätzlich, das war ja heute schon mehrfach das Thema, ist die Anwesenheit von Wasser etwas, was nicht so gut ist in einem Endlagersystem und vor allen Dingen ist es ganz, ganz schlecht, wenn sich dieses Wasser bewegt, weil dadurch Radionuklele heraustransportiert werden können. Das ist quasi das, was über diese ersten beiden Punkte abgebildet wird. Der letzte Punkt ist vielleicht für Lein dann noch etwas schwerer verständlich, die Diffusionsgeschwindigkeit. Das hat was zu tun mit der braunischen Molekularbewegung und es ist so, dass wenn wir Gesteine haben, so wie die Tongesteine, die heute schon mehrfach angesprochen wurden, die zum Teil Durchlässigkeiten haben in der Größenordnung von nur 10 hoch minus 14 Metern pro Sekunde, dann ist dort die Diffusion die treibende Transportkraft und deswegen wird die hier an diesem Punkt eben auch noch einmal genauer als Kriterium herangezogen bei der Abwägung. Das nächste ist das Kriterium 2 zur Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper. Hier geht es, das ist in der Grafik links dargestellt, um die Barrierenmächtigkeit, das sind die Pfeile links neben diesem schematisch dargestellten Einlagerungsbereich und den Grad der Umschließung des Einlagerungsbereichs durch einen einschlusswirksamen, des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. Die Täufe der oberen Begrenzung des erforderlichen einschlusswirksamen Gebirgsbereichs ist der Pfeil, der von nach oben zur Erdoberfläche dann zeigt. Die flächenhafte Ausdehnung bei gegebener Mächtigkeit, das sind die horizontalen Pfeile innerhalb dieses dargestellten Eingelagerungsbereichs. Es gibt dann noch einen weiteren Punkt, es gibt immer so ein paar immer wieder Sonderfälle in diesen Anlagen. Hier ist so einer für das Thongestein. Hier ist noch entsprechend zu ermitteln, inwieweit Potenzialbringer vorliegen. Potenzialbringer kann man jetzt ganz vereinfacht darüber übersetzen, ist jetzt irgendwie ein Grundwasserleiter in der Nähe, sodass eine Potenzialdifferenz existiert. Eine Potenzialdifferenz führt eben potenziell dann zum Grundwasserströmung und deswegen ist es eben hier entsprechend zu berücksichtigen. Das dritte Kriterium ist das der Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit. Das ist hier in den drei Grafiken auch nochmal dargestellt. Also haben wir eine gleichmäßige Verteilung, haben wir eine kontinuierliche Verteilung, das heißt, wir haben zwar unterschiedliche Gesteinstypen, aber die sind sehr kontinuierlich verteilt oder haben wir eine diskontinuierliche Verteilung. Es geht hier also um die Variationsbreite der Eigenschaften der Gesteinstypen, es geht um die räumliche Verteilung und es geht auch um ein Ausmaß der tektonischen Überprägung der geologischen Einheit. Des Weiteren wird es noch ein weiteres Thema, die Gesteinsausbildung beziehungsweise die Gesteinsfazies. Das wurde aber auch vorhin schon erläutert, das ist genau dieses Thema bei den Tongesteinen, wie sandig, wie tonig, wie merkelig sind die entsprechend ausgebildet. Das vierte Kriterium ist das zur Bewertung der langfristigen Stabilität, der günstigen Verhältnisse, auch das hier einmal schematisch dargestellt, also ist es der Blick in die geologische Vergangenheit, wir schauen zurück, hat sich jetzt innerhalb der letzten eine Million Jahre hier die Mächtigkeit, die Aussehnung oder die Gebirgsverlässigkeit verändert, wie war es entsprechend auch in den letzten zehn Millionen Jahren. Das wird entsprechend ermittelt und in die Bewertung mit einbezogen. Das fünfte Kriterium ist das zur Bewertung der günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften, also wir müssen hier im Untergrund logischerweise einen Hohlraum auffahren, in dem der Abfall entsprechend eingelagert wird, dann ist es eben wichtig, dass das Gebirge als geomechanisches, hauptragendes Element möglichst gut ist und dass möglichst geringe Sekundärpermobilitäten entstehen. Sechste Kriterium ist das zur Bewertung der Neigung zur Bildung von Fluidwirksamkeiten. Hier geht es einerseits um das Verhältnis einer repräsentativen Gebirgsdurchlässigkeit zur Gesteinsdurchlässigkeit, also wie verhält sich die Durchlässigkeit auf einer großen Skala mit der Durchlässigkeit auf einer kleinen Skala, inwieweit gibt es Erfahrungen über die Barrierewirksamkeit, inwieweit gibt es Erfahrungen über Rückbildung der Sekundärpermobilität durch Rissschließung und es geht um die Rückbildung durch der mechanischen Eigenschaften durch Rissverheilung. Das siebte Kriterium ist das zur Gasbildung, das ist relativ einfach, hier wird einfach nur geschaut, ist der Einlagerungsraum potenziell trocken oder gibt es hier ein relativ großes Wasserangebot. Trocken ist in dem Fall natürlich selbstverständlich besser. Das achte Kriterium ist das zur Bewertung der Temperaturverträglichkeit, hier wird abgeprüft, wie verhält sich das Gestein in einem konkreten Gebiet mit Blick auf eine wärmeinduzierte Sekundärpermobilität und wie ist die Temperaturstabilität hinsichtlich Mineralumwandlungen. Das neunte Kriterium ist dann die Bewertung des Rückhaltevermögens im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Es geht hier um Serption, um den Gehalt an Mineralphasen mit reaktiver Oberfläche, um die Ionenstärke des Grundwassers und auch um Öffnungsweiten der Gesteinsporen. Hier ist das Thema, dass es gibt eine Rückhaltung, wenn Radionuklide über diesen sehr, sehr langen Zeitraum von einer Million Jahre oder mehr entsprechend austreten sollten aus dem Erlagersystem. So können sie nicht nur über eine Dichtigkeit zurückgehalten werden, sondern auch darüber, dass das Gestein im Untergrund eine reaktive Oberfläche ist, an der es entsprechend die Radionuklide dann bindet und eben auch zurückhalten kann. Das zehnte Kriterium ist das zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse. Hier geht es um pH-Bedingungen, Redox-Milieu, Kolloide und Komplexbildner, auch um ein chemisches Gleichgewicht im Untergrund und um Karbonatkonzentrationen. Im Grunde genommen eben um ganz allgemein die Hydrochemie des Wassers, also welcher Chemismus haben diese tiefen Wasser im Bereich des Endlagersystems. Und schließt schlussendlich noch das elfte Kriterium zur Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge. Hier ist es so, dass die geprüft wird, ob eine Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden Gesteinen vorliegt, wie die Verbreitung und Mächtigkeit von grundwasserhemmenden Gesteinen im Deckgebirge, wie das entsprechend vorliegt. Es geht um die Verbreitung und Mächtigkeit Erosionshemmender, also das Erste war, inwieweit sind die dicht, das Nächste war, inwieweit sind die fest Gesteine im Deckgebirge des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und der dritte Punkt ist, inwieweit eine Ausbringung struktureller Komplikationen vorliegt. Hier taucht wieder das Thema Störungen auf. Störungen, Scheitelgräben, Karstrukturen im Deckgebirge. All dies sind Dinge, die natürlich ungünstig sind. Es geht um den Schutz des Endlagersystems von oben. Da ist natürlich auch ein Stichwort glatiale Prozesse, Gletscherinnen, das sind alles so diese Themen, die der Hintergrund für dieses Kriterium darstellen. Neben den Regelungen des Gesetzes und denen in der Anlage gibt es des Weiteren auch noch die Begründung zum Gesetz, die auch hier in dem Fall der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien noch einige Punkte ergänzt. Es taucht hier ein Punkt auf, dass nicht ein einzelnes Abwägungskriterium hinreichend ist, um eine günstige beziehungsweise eine nicht günstige Gesamtsituation nachzuweisen. Es wird des Weiteren auch dort noch einmal ausgeführt, dass der Gesetzgeber sich wünscht, dass die Abwägung nicht zum Beispiel rechnerisch stattfindet. Das könnte man sich relativ gut vorstellen. Es sind so elf Kriterien, es sind jetzt relativ viele Gebiete und dass man dann entsprechend Zahlenwerte vergibt und dann hinterher irgendwas ausrechnet. Aber genau das ist nicht so gewünscht worden vom Gesetzgeber, sondern dass im Rahmen einer verbal-argumentativen Abwägung am Ende ermittelt wird, ob eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Weil das ist das Maß, um zu sagen, okay, aus diesem identifizierten Gebiet wird ein Teilgebiet. Kurz noch mal so der Verlauf unserer Arbeiten. Wir haben angefangen, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Wir haben ein Bewertungsmodul generiert. Das wird mein Kollege gleich noch detaillierter erläutern. Es wurden Arbeitshilfen geschrieben und Referenzdatensätze entsprechend auch aufgeschrieben. Wir haben begonnen im Sommer 2019. Es erfolgte dann bereits bald danach eine allererste Datenabfrage. Es gab auch parallel, das soll hier auch noch mal extra betont werden, noch eine Vielzahl von Zuarbeiten seitens der BGR, die uns hier unterstützt haben mit bestimmten Beauftragtenberichten, wo sie uns noch mal Vorschläge gemacht haben, wie sie sich, was sie uns empfehlen würden bei der Vorgehensweise bei den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Es gab ein relativ großes Forschungsvorhaben mit dem Namen RESUS, in dem auch die BGR, aber auch die GAS und die BGE-Tech beteiligt waren, die sich ebenfalls mit den Abwägungskriterien beschäftigt haben. Und es gab auch von der Kanzlei Gessner, Groth, Siderer und Kollegen immer wieder auch, haben die uns immer wieder auch unterstützt, weil wir mit sehr, sehr vielen rechtlichen Fragen auch immer wieder angekommen sind als Geowissenschaftler, um einfach noch mal zu klären, machen wir das jetzt richtig an der Stelle, wie ist das aus der rechtlichen Perspektive. Im Januar 2020 erfolgte dann die erste Übergabe von den Kolleginnen und Kollegen, die die Mindestanforderungen bearbeitet haben, also es wurde das identifizierte Gebiet an uns übergeben und wir haben dann angefangen entsprechend mit den Arbeiten zu der Abwägung. Es erfolgte ebenfalls hier eine Online-Konsultation zu der Anwendungsmethodik im Mai 2020 und bereits vor Veröffentlichung des Zwischenbruchts Teilgebiete haben wir die Arbeitshilfe und die Grundlagen zu den Referenzdatensätzen online gestellt, um hier zu dokumentieren, dass wir also wirklich einem klaren Schema folgen, was wir vorab definiert haben und was wir in dieser Schematik dann entsprechend auf alle identifizierten Gebiete angewendet haben. Die Anwendung der Abwägungskriterien endete dann am 11.9. Am 28.9. wurde dann der Zwischenbruch Teilgebiete veröffentlicht. Die Datengrundlage waren eben die schon erwähnte Datengrundlage von August 2019. Es gab dann im Nachgang noch eine Reihe von weiteren Nachfragen zu diesen Daten. Daten, was wir abgefragt haben, waren nochmal Informationen zur Störung. Das macht den einen oder anderen jetzt wundern, weil die kamen doch schon vor. Aber ich hatte es ja erwähnt, dass eben zum Beispiel bei dem Kriterium 11 eben auch das Deckgebirge nochmal genau studiert wird und wir hatten in der ersten Datenabfrage nur aktive, nach aktiven Störungen gefragt und wir wollten einfach sicherstellen, dass wir jetzt wirklich alle Informationen über Störungen im Untergrund von den geologischen Diensten geliefert bekommen haben. Des Weiteren ging es um geomechanische Eigenschaften der Wirtsgesteine, thermische Parameter, hydrochemische Eigenschaften der Tiefenwässer, also die Themen, die hier schon aufgetaucht sind bei den Kriterien und natürlich haben wir auch alle Informationen, die in den vorherigen Datenabfragen entsprechend erfragt worden waren, mit einbezogen. Ein besonderer Punkt sind dann noch die Informationen zum internen Bau von Doppelsalienaren und zu Erosionsstrukturen in Süddeutschland, die hier auch noch eine Rolle gespielt haben. Die Daten liegen häufig eben punktuell nur vor und die Geowk-Fragen häufig dann doch eher nach flächigen Informationen, das war eine gewisse Einschränkung. Dann ist es auch so, dass viele der Daten, wenn sie dann als Punktinformationen vorlagen, nicht zwingend dann auch dort lagen, wo die identifizierten Gebiete geografisch liegen, beziehungsweise selbst wenn sie in dem Bereich lagen, lagen sie halt häufig dann in anderen tiefen Bereichen. Es ist so, dass wir davon ausgehen, dass die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien werden genauso wie die Ausschusskriterien das gesamte Verfahren über bis zur Standortermittlung immer wieder angewendet werden und so ist es so, dass die Bedeutung der Daten in dem Verfahren natürlich immer mehr ansteigen wird, je mehr sich der Suchraum verkleinern wird, desto besser wird die Datensituation werden, das ist etwas, wovon wir sicher sind, dass es so sein wird und es ist auf der anderen Seite so, dass jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt eben die Datensituation hier häufig noch nicht ausreichend war, um eine konkrete Bewertung an lokalen Daten vorzunehmen und deswegen wurden Referenzdatensätze verwendet. Das ist eine Vorgehensweise, wie auch das Gesetz in Anlage 1 zu dem Paragrafen 24 das dem Vorhabenträger auch gestattet und so entsprechend vorzugehen. Damit komme ich dann auch bei uns zu einem ersten Video, in dem nochmal zusammenfassend dargestellt wird, was eigentlich die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind. Wie unterscheiden sich die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien zu den Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen? Stellen Sie sich das Endlager als einen im Untergrund liegenden geologischen Tresor vor. Durch die Ausschlusskriterien und durch die Mindestanforderungen suchen wir einen solchen Tresor an den richtigen Stellen und wir suchen auch explizit nach einem Tresor, nicht etwa nach einer Pappschachtel. Bei den Abwägungskriterien werden dann all die Eigenschaften bewertet, die solch einen Tresor charakterisieren. Welche Kriterien charakterisieren solch ein Tresor? Solch ein Tresor soll bestmöglich sicher sein. Das heißt, er soll nicht aufgehen, er soll nicht herauskommen, er soll dicht sein. Dementsprechend sind wichtige Kriterien, beispielsweise ein stabiles Material, aber auch eine hohe Wandstärke oder eine möglichst hohe Unempfindlichkeit gegenüber Druckspannungen oder Wärmeentwicklung. Das heißt, dieses Material soll stabil sein, es soll dicht sein und es soll auch auf lange Zeit dicht bleiben. Und wie werden diese Kriterien dann abgewogen? All diese Eigenschaften für diese möglichen Tresore werden bilanziert. Das heißt, Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn ich jetzt ein Tresor habe, einer sehr, sehr hohen Wandstärke, aber nach Empfindlichkeit gegenüber Druckspannungen oder gegenüber Wärmeentwicklung, dass dann diese hohe Wandstärke ganz alleine keinen guten Tresor ausmacht. Und durch die Abwägungskriterien werden dann Tresore vorgeschlagen, die alle Kriterien gleichermaßen gut erfüllen. Ja, kommen wir zu den Grundlagen der Vorgehensweise. Sie haben mich im Video gerade eben schon gesehen. Wir haben vorab gesehen, dass bereits Ausschlusskriterien angewendet wurden, dass Mindestallenforderungen ausgewiesen wurden und daraus resultierten dann die sogenannten identifizierten Gebiete. Diese Gebiete bilden dann die Grundlage für die Bearbeitung der geobissenschaftlichen Abwägungskriterien. Das heißt, jedes Gebiet wurde für sich bewertet. Es gibt eine hohe Anzahl von Indikatoren und von Kriterien. Die elf Kriterien wurden eben gerade schon vorgestellt und eben all diese Eigenschaften werden bewertet für jedes Gebiet. Es gibt eine zusammenfassende Bewertung und innerhalb dieser Bewertung wird dann herausgearbeitet, ob es sich um eine günstige geologische Gesamtsituation handelt und das identifizierte Gebiet zu einem Teilgebiet wird oder eben nicht. Es gibt einige Anwendungsprinzipien, die sich durch den gesamten Bewertungsprozess durchziehen. Deshalb stelle ich sie eben hier kurz vor. Es gibt insgesamt 40 Indikatoren und dementsprechend gibt es auch eine hohe Anzahl von Fachexperten, die eben diese Indikatoren bewerten und wir haben dafür gesorgt, dass immer die gleichen Indikatoren auch bei den gleichen Personen landen. Zweitens, die Eingangsdaten sind sehr divers. Es wurden alle Daten verwendet aus den Abfragen der Ausschusskriterien, aus den Abfragen der Mindestanforderungen und aus den Abfragen der Geowika. Des Weiteren wurden im Haus prozessierte Daten verwendet und auf Literatur basierende Referenzdatensätze. Wie auch schon erwähnt wurde, gibt es für einige Kriterien keine ortsbezogenen Daten. Hier wurden Referenzdatensätze verwendet und diese Referenzdatensätze, die haben das Prinzip, dass wir uns an dem oberen Bereich von dem, was für ein bestimmtes Wirtsgestein möglich ist, orientieren. Das heißt, wenn wir es später, im späteren Verlauf des Verfahrens, dann genauer wissen, dann wird entweder dieser Referenzwert bestätigt oder die Bewertung verschlechtert sich. Nummer vier, für jegliche Bewertung, sei es Indikatoren oder Kriterien, wird immer eine verbal-argumentative Begründung ausgearbeitet. Des Weiteren ist es so, dass es für einige Kriterien eine Art Bedingung gibt im Gesetz, formuliert, die gilt es zu erfüllen. Wenn sie erfüllt ist, ist das Kriterium oder der Indikator günstig. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann haben wir die Bewertung nicht günstig gewählt. Das heißt, es ist etwas anderes, aber eben nicht günstig. Des Weiteren wird im momentanen Schritt die Bewertung ungünstig ausgewiesen, aber semantisch mit der Bewertung weniger günstig gleichgesetzt. Und siebtens, sehr wichtig, viele Indikatoren und auch viele Kriterien beziehen sich auf den sogenannten einschlusswirksamen Gewirksbereich und der wird in dem aktuellen Stand noch nicht ausgewiesen, deswegen beziehen sich die Bewertungen der geosunerblichen Abwägungskriterien auf den endlagerrelevanten Bereich, der anhand der Anwendung der Mindestanforderungen ausgewiesen wurde. Ich hatte eben schon erwähnt, dass es da so eine Zweiteilung gibt zwischen ortsbezogenen Daten und Referenzdatensätzen. Das ist hier einmal visualisiert. Also es gibt schlussendlich die Variante, dass wir für ein bestimmtes Kriterium, für ein bestimmtes Wirtsgestein ortsbezogene Daten vorliegen haben, dann wurden diese Daten dementsprechend auch dann für die Bewertung zugrunde gelegt und das Ganze ist schriftlich nochmal niedergelegt in dem Dokument Arbeitshilfe, da gehe ich auch gleich nochmal näher drauf ein. Variante zwei, wir haben nicht ausreichend ortsbezogene Daten und in diesem Fall ist die Bewertung dann auf Basis der Literatur erfolgt und ist in dem Dokument Referenzdatensätze aufgeschrieben. Hier ist visualisiert für welche der elf Kriterien, die auf der linken Seite gelistet sind, ortsbezogene Daten oder Gebietsdaten Vorlagen und für welche Kriterien wir die Referenzdatensätze angewendet haben. Wir können hier erkennen, dass für das Kriterium Nummer zwei, Konfigurationen für sämtliche Würzgesteine ortsbezogene Daten verwendet wurden und ebenso für das Kriterium elf, Deckebirge. Des Weiteren ist das Kriterium drei und vier, wo es um die Charakterisierbarkeit und bei Nummer vier um die langfristige Stabilität geht, zum Teil auch mit ortsbezogenen Daten behandelt worden. Die Arbeitshilfe, ich habe das eben erwähnt, das ist ein Dokument, was schon drei Wochen vor dem Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht wurde am 8. September. Hier steht drin, wie wir bei der Bewertung von den Indikatoren, bei der Bewertung von den Kriterien, wie wir vorgegangen sind. Es gibt auch nochmal eine Beschreibung von dem Bewertungsmodul, wo die Funktionalität erklärt wird anhand von Schaubildern und eben textlicher Erläuterung. Das Bewertungsmodul ich jetzt gerade eben schon mal erwähnt, was ist das Ganze eigentlich? Das ist eine Datenbank mit einer interaktiven Oberfläche und diese dient eben dazu, dass wir die Bewertung, die wir durchgeführt haben, darin erarbeiten können, dass sie dort drin erfasst wird, aber auch, dass sämtliche Begründungen, die wir für jegliche Bewertung aufgeschrieben haben, dort erfasst ist. Das heißt, es gibt sehr viele identifizierte Gebiete, so 181 Stück, es gibt 40 Indikatoren, elf Kriterien, jede Menge Begründungen, jede Menge Bewertungen, deswegen dient das Bewertungsmodul auch ein Stück weit als Hilfestellung oder als Einleitung durch den Bewertungsprozess für den jeweiligen Fachexperten. Es bildet kleine Vollständigkeits- und Klauditätsprüfungen ab, es visualiert Ergebnisse und jetzt, nachdem wir die Bewertungen durchgeführt haben, haben wir einen schnellen Zugang zu sämtlichen Ergebnissen. Aus diesem Grund dient das Bewertungsmodul auch ein Stück weit der Archivierung. Sämtliche Bewertungen und auch textliche Ausarbeitungen, die hier eingepflegt wurden, sind auch im Rahmen des 28. September veröffentlicht worden und Sie finden das Ganze in den Anlagen 1a und 1b zum Fachbericht der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Wie sieht es aus? Hier ist ein Screenshot von dem Hauptformular des Bewertungsmoduls von einem realen Beispiel. Sie können erkennen, dass die Bewertung günstig erfolgt, das ist also ein Teilgebiet geworden. Textliche Gestaltung zieht sich auf die Begründung und auf der rechten Seite sehen Sie visualisiert, wie die elf Kriterien bewertet wurden und rechts daneben noch mal ein bisschen kleiner, wie die zugehörigen Indikatoren bewertet wurden. Wir können dann auch navigieren zu anderen Gebieten oder eben wir können auf die Kriterien draufklicken. Ich mache das mal anhand der nächsten Folie. Hier sieht man das Formular Kriterien. Wir sind jetzt hier beispielsweise im Kriterium Nummer zwei und die Bewertung hier ist bedingt günstig erfolgt. Grau schattiert sehen Sie noch mal Informationen, die wir aus dem Gesetz eingepflegt haben, einfach noch mal als Hilfe oder als Erinnerung. Unten stehen ist dann die Begründung aufgeschrieben, die zu dieser bedingt günstigen Bewertung geführt hat. Und auf der rechten Seite, jetzt äquivalent zu dem vorangegangenen Formular, sehen Sie die Bewertungen der Indikatoren auch jeweils visualisiert und auch hier können wir draufdrücken und kommen dann in das Formular Indikatoren. Dieses Formular zeigt noch mal an welcher Stelle wir uns befinden. Oben links erkennen Sie, wir sind immer noch im gleichen Gebiet und wir sind immer noch bei Kriterien Nummer zwei und in dem Fall sind wir jetzt beim Indikator Barrieremächtigkeit. Dann grau schattiert wieder Informationen aus dem Standortauswahlgesetz. Unten stehen dann die Begründung für die bedingt günstige Bewertung. Neu ist jetzt hier die blauen und die grauen Flächen. Die sind sehr wichtig. An dieser Stelle können wir dann hier in blau dargestellt Literatur verknüpfen, die wir für diese Bewertung hier maßgeblich genutzt haben und in grau können wir Daten verknüpfen, die wir für die Bewertung genutzt haben. Das heißt, im Nachhinein können wir dann genau nachvollziehen, für welchen Indikator, für welches Kriterium, für welches Gebiet haben wir welche Literatur und welche Daten als relevant genutzt, um die Bewertung auszuführen. Die Referenzdatensätze ist auch ein eigenständiges Dokument, was ebenfalls am 8. September schon etwas vorab veröffentlicht wurde. Hier ist eine Zusammenstellung von Literaturwerten erfolgt, auf deren Basis wir dann eine Einschätzung vornehmen können, was die Bewertungseinordnungen angeht für die jeweiligen Kriterien und Wirtsgesteine. Ein positiver Effekt ist, dass wir jetzt ganz am Anfang vom Verfahren dann anhand der Referenzdatensätze in der Lage sind, alle elf Kriterien zu behandeln, wie es auch im Gesetz gefordert ist. Wir sind auf die folgende Art und Weise vorgegangen. Zunächst musste natürlich evaluiert werden, was wir überhaupt für Daten benötigen. Im Gesetz stehen dann Eigenschaften definiert, die bewertet werden müssen, aber das heißt nicht gleich, dass wir diese Eigenschaften auch als Datensatz vorliegen haben, sondern da müssen wir schauen, welche Daten passen überhaupt. Dann war immer noch Teil von Schritt 1, dass wir schauen mussten, ob wir diese Daten, die wir benötigen, dann an den bestimmten Wirtsgesteinen vorliegen haben und falls dem nicht so ist, wurden Referenzdatensätze angefertigt. Hier wurden dann einige Annahmen definiert und zwar ist es so, dass die identifizierten Gebiete eine sehr große Fläche haben. Dementsprechend gehen wir momentan davon aus, dass wir innerhalb dieser großen Fläche ungestörte oder auch nicht geklüpftete Bereiche finden können und auf Grundlage dieser Annahme wurden dann die Literaturrecherchen durchgeführt und dann zusammengestellt. Hier sehen Sie das Ergebnis. Auf Grundlage dieser Recherchen ist dann die Bewertung durchgeführt worden für die entsprechenden Kriterien, hier visualisiert für die verschiedenen Wirtsgesteine. Was jetzt hier blau dargestellt ist, das sind eben die Kriterien, die wir mit ortsbezogenen Daten bewertet haben. Die anderen sind entsprechend farblich gekennzeichnet. Was man auch erkennen kann, ist, dass die vier Wirtsgesteine hier ungefähr ähnlich abschneiden. Jetzt erfolgt ein Video, wo noch mal näher auf die Referenzdatensätze eingegangen wird. Im Rahmen der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien werden sogenannte Referenzdatensätze angewendet. Was können wir uns hierunter vorstellen? Also bleiben wir bei unserer Analogie mit dem Tresor. Der Tresor wird ja durch verschiedene Kriterien charakterisiert. Dafür wurden von den zuständigen Behörden verschiedene Daten geliefert. Zum Beispiel zur Tiefe des Tresors oder zur Wanddicke des Tresors. Zu anderen Kriterien liegen jedoch keine oder keine flächendeckenden Daten vor. Zum Beispiel zur Temperaturverträglichkeit. Und dafür werden dann Informationen und Werte aus der Literatur herangezogen. Und diese werden alle in sogenannten Referenzdatensätzen zusammengefasst. Und was genau beinhalten die Referenzdatensätze und wann kommen diese zur Anwendung? Also die Information aus der Literatur gibt es ja meistens nicht für jedes Gebiet in Deutschland, sondern die Information charakterisiert generell Steinsalz, Tongestein und kristallines Wirtsgestein. Und wenn dann für ein Kriterium nicht die gebietsspezifischen Informationen vorliegen, werden die wirtsgesteinsspezifischen Informationen herangezogen. Das heißt, in den Referenzdatensätzen findet man dann zum Beispiel allgemeine Informationen zur Temperaturverträglichkeit für die drei verschiedenen Wirtsgesteine. Und diese Informationen und Werte werden dann bei der Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien mit betrachtet. Im Laufe des Verfahrens werden Literaturwerte immer mehr durch standortspezifische Messwerte ersetzt, die im Zuge von Erkundungen erhoben werden. Und somit nehmen dann die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien immer mehr an Detail und auch Aussagekraft zu. Als nächstes möchte ich auf eben die Kriterien näher eingehen, die wir nicht mit Referenzdatensätzen behandelt haben, sondern mit ortsbezogenen Daten bewertet haben. Das ist jetzt zum einen das Kriterium 2, dann folgen noch 3, 4 und 11. Bei Kriterium 2, das hatten wir eingangs schon gesehen, geht es um die Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper. Die Indikatoren erkläre ich anhand dieser Folie hier. Zum einen geht es um die Teufel der oberen Begrenzung. Das ist im Prinzip der Abstand von der Geländeoberkante bis zum oberen Rand vom einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Sie können sich vorstellen, wenn der Abstand möglichst groß ist, dann ist das Ganze günstig. 500 Meter ist hier als günstig definiert, wobei wir natürlich ein bisschen Platz brauchen, um auch ein Endlager zu errichten. Dementsprechend wurde nach 600 Meter geschaut, damit wir noch 100 Meter Platz haben, um den oberen Rand dann bei 500 Meter zu haben. Ein anderer Indikator ist die Barrieremächtigkeit. Es ist also der Abstand von dem Einladungsbereich bis zum Rand, aber wie ich eingangs gesagt habe, wir stützen die Bewertung auf die durch die Mindestanforderungen ausgewiesenen Gesteinsabfolgen, das heißt, die Barrieremächtigkeit Bewertung ist erfolgt anhand der gesamten Mächtigkeit von der Formation. Dementsprechend sind die Zahlen aus dem Gesetz dann verdoppelt worden und in dem Fall ist dann eine Mächtigkeit von größer als 300 Meter günstig. Also auch hier ist es so, wenn es mächtiger ist, dann ist das günstiger. Des Weiteren flächenhafte Ausdehnung, die kann sich natürlich in einem 3D-Körper an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich verhalten und auch dies wurde dann abgeprüft. Hier sehen wir die Zahlenwerte zu dem Flächenbedarf. Wie auch schon in anderen Vorträgen erwähnt wurden, ist in der Begründung zum Gesetz zu finden, was der einfache Flächenbedarf ist. Der Vielfache davon als günstig ist dann der jeweils dreifache Wert, also dreifach ist günstig, zwei- bis dreifach der einfache Flächenbedarf ist dann bedingt günstig und weniger günstig ist der ein- bis zweifache einfache Flächenbedarf. Das liegt daran, dass weniger als einfach nicht vorkommt, weil diese Gebiete dann die Mindestanforderung auch nicht erfüllt hätten. Die Zahlen hatte ich auch schon erwähnt. Mächtigkeiten größer 300 Meter sind günstig, bedingt günstig sind 200 bis 300 Meter, weniger günstig 100 bis 200 Meter. Darunter gibt es ebenfalls keine Gebiete, weil die Mindestanforderung bei 100 Meter liegt. Teufel der oberen Begrenzung, günstig ist hier größer 500 Meter. Wie gesagt, wir haben nach 600 Meter geschaut, um ein EWG realisieren zu können, bedingt günstig sind 300 bis 500 Meter. Hier ist ein Beispiel anhand der Opalinus-Ton-Formation, was Sie auch schon aus dem vorangegangenen Vortrag kennengelernt hatten. Von der linken Seite ist eine Karte dargestellt, wo wir die Barrieremächtigkeit visualisiert sehen. In gelb dargestellt ist diese Mächtigkeit im bedingt günstigen Bereich und in rötlich-orange dargestellt, ist diese Mächtigkeit im weniger günstigen Bereich. Auf der rechten Seite die gleiche Formation dargestellt, hier die Teufel der oberen Begrenzung, hier sehen wir grüne, also günstige Werte bis gelbe, bedingt günstige Werte. Es gibt auch einige Bereiche, wo sich dann eben das Grüne auf der rechten Seite mit dem Gelben auf der linken Seite überschneidet. Ich komme zu Kriterium Nummer drei, wo es um die räumliche Charakterisierbarkeit geht. Weitestgehend geht es darum, ob die Gesteine möglichst homoge sind, also ob die variieren und ob sie auch räumlich immer sehr ähnlich sind. Des Weiteren geht es darum, wie die Gesteine abgelagert wurden und es geht um den Ausmaß der tektonischen Überprägung. Hier wurden einige Witzgesteine mit ortsbezogenen Daten behandelt und das kristalline Witzgestein wurde mit Referenzdatensatz bewertet. Für das Stratiformesalz und für Tongestein wurde anhand von geologischen Übersichten und auch anhand von fachregionaler Literatur bewertet und anhand Steinsalz in Steilerlagerung, könnt Sie hier unten sehen, wurden anhand der Internbaustruktur bewertet. Zunächst haben wir geschaut, ob ein Doppelsalinar vorliegt oder nicht. Wenn kein Doppelsalinar vorliegt, ist das Kriterium 3 dann günstig bewertet worden und wenn ein Doppelsalinar vorliegt, das ist hier unten dargestellt, das sind alles Doppelsalinare, diese drei Bilder. Dann wurde genau geprüft, wie der Internbautyp aussieht und Typ 2, wo wir hier oben noch einen sehr großen Bereich an Zechstein sehen, ist eben als günstig bewertet worden, Typ 1 und Typ 3 als bedingt günstig. Kriterium 4 zur Bewertung der langfristigen Stabilität, worum geht es hier? Es geht eigentlich nur darum, dass geschaut wird, ob sich in der Vergangenheit Änderungen ergeben haben, was die Mächtigkeit, Ausdehnung des EWGs betrifft und die Gebirgsflüchtigkeit. Wenn sich in der Vergangenheit die Änderungen ergaben, haben, dann ist das weniger günstig oder bedingt günstig. Jetzt können wir hier erkennen, anhand dieses Schaubildes, zunächst haben wir überprüft, ob sich in den letzten 1 Millionen Jahren hier eine Änderung ergeben hat. Falls es eben so war, ist der Indikator ungünstig bewertet worden. Wenn nicht, gab es eine zweite Prüfung und hier wurde geschaut, ob sich eine Änderung in den letzten 10 Millionen Jahren ergeben hat. Falls ja, ist es bedingt günstig und falls nein, ist der Indikator als günstig bewertet worden. Ortsbezogen wurde das für Stratiformes Steinsalz durchgeführt und für Tongestein. Bei Steinsalz in Steinerlagerung und bei Kristallinwölzgestein wurde mit Referenzdatensätzen gearbeitet. Ich komme zu Kriterium Nummer 11. Zur Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen Gebirgsbereich durch das Deckgebirge. Hier geht es ganz wesentlich um die Überdeckung und um Grundwasserhemmende Gesteine und um Erosionshemmende Gesteine. Also wenn wir über unserem Endlager Gesteine haben, die Grundwasserhemm und die Erosionhemm, dann ist das gut. Hier ist dargestellt, dass es in dem Gesetz gibt es zwei Begrifflichkeiten. Einmal das Wort Deckgebirge und das Wort Überdeckung. Das Überdeckung ist ein Teil vom Deckgebirge und schließt an von dem oberen Rand der Formation bis zur Geländeoberkante. Und eben dies ist relevant für die Bewertung gewesen und wurde dann für alle Wirtsgesteine anhand von ortsbezogenen Daten durchgeführt. durchgeführt. Hier ist das thematische Vorgehen mal skizziert. Für Steinsalz auf der linken Seite, auf der rechten Seite für Torengestein und für kristallines Wirtsgestein ist im Wesentlichen das Gleiche. Der Unterschied ist, dass auf der rechten Seite das Wort flächig vorkommt. Hier wurde eine flächige Prüfung vorgenommen. Auf der linken Seite wurde auch flächig geprüft, aber hier reicht dann eine punktuelle Erfüllung einer bestimmten Bedingung. Zunächst haben wir geschaut, ob in den ersten 100 Meter die Formation hineinreicht. Da der Gesetzgeber die ersten 100 Meter als nicht schützenswert ansieht, ist es nicht gut, wenn das hineinreicht in den ersten 100 Meter. Das heißt, das ist dann ungünstig. Zweite Prüfung, wenn also der erste Fall nicht erfüllt ist. Wir haben uns angeschaut, ob dann die Formation das Quartier schneidet. Das ist deswegen nicht so gut, weil das Quartier eben keine Grundwasser oder erosionshemmenden Gesteine beinhaltet und wenn wir eine Schneidung haben, ist die Bewertung ebenfalls ungünstig. Wenn die beiden Fälle nicht erfüllt sind, dann wurde weitergeschaut, wie hoch ist eigentlich der Abstand zum Quartier. Ein großer Abstand ist gut, dass hier 150 Meter definiert und der Abstand kleiner als 150 Meter sind wir bei bedingt günstig. Hier ist das Ganze schematisiert, der Fall ungünstig. Oben dargestellt, die Wildsgesteinsformation schneidet die ersten 100 Meter, unten dargestellt, die Formation schneidet die Quartierbasis. Die anderen beiden Fälle sind hier aufgemalt. Auf der oberen Seite sehen Sie die bedingt günstige Bewertung. Der Abstand zum Quartier ist kleiner als 150 Meter und unten ist der günstige Fall, der Abstand ist größer als 150 Meter. Hier ist ein Beispiel wieder anhand vom Opalinuston. Was Sie hier erkennen können, ist eine Visualisierung von dem Abstand der Formationsoberfläche zur genannten Quartierbasis. Wie Sie hier auch erkennen können, es gibt keine roten und gelben Flächen. Das heißt, wir liegen auf jeden Fall in dem bedingt günstigen Bereich. Es gibt einige hellblaue Flächen, deswegen ist die Bewertung hier dann auch bedingt günstig ausgefallen. Indikator 3, die ersten beiden Prüfungen waren genau äquivalent zu den Prüfungen für Indikator 1 und 2. Der dritte Punkt ist dann, dass wir uns angeschaut haben, ob es Störungen gab. Wenn da einige vorgelegen haben, ist die Bewertung bedingt günstig erfolgt. Wenn nicht, dann ist der Indikator 3 günstig. Ich komme zur Bewertung der Kriterien. Es erfolgt immer dann, wenn für ein gewisses Kriterium sämtliche Indikatoren bewertet wurden. Auch hier sind wir verbal argumentativ vorgegangen. Das heißt, wir haben einmal aufgeschrieben, aus welchen Gründen wir zu der Bewertung gekommen sind. Generell ist es so, dass wir bei den Kriterien, wo wir ortsbezogene Daten vorliegen haben, es wird diese Kriterien als einen sehr relevanten Aspekt momentan bezeichnen und dementsprechend haben wir die Bewertung des jeweils schlechtesten Indikators verwendet. Allerdings gibt es manchmal den Fall, dass ein Indikator für sämtliche Gebiete oder für alle Gebiete in einem Würzgestein immer gleich bewertet wurde. Um dennoch eine Differenzierung zu ermöglichen, haben wir dann diesen Indikator nicht als ausschlaggebend für das Kriterium verwendet. Ich komme zu der letzten Folie von mir. Es geht um die zusammenfassende Bewertung. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir alle 40 Indikatoren bewertet haben und wo wir alle elf Kriterien ebenso bewertet haben. Und für jedes Gebiet wird dann eine zusammenfassende Bewertung wieder textlich gestaltet und es wird hier festgestellt, ob wir denn eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegen haben. Wenn ja, ist das Ganze dann ein Teilgebiet und wenn nicht, dann wird es kein Teilgebiet. Auch hier wurde aufgeschrieben, wie wir zu der Bewertung gekommen sind. Es wurden die Datengrundlagen und unterschiedlichen Datenabdeckungen berücksichtigt und außerdem wurde angeschaut, wenn es sehr, sehr große Gebiete sind, ob jetzt punktuell eine Bewertung weniger günstig ist oder halt auf der ganzen Fläche. Wir kommen jetzt noch zu einem Video, wo der Herr Michael Seiler vorträgt. Das ist ein uns beratender Fachexperte und ich glaube, nach dem Video ist Zeit für eine Fragerunde. Fachexperte und ich glaube, das ist ein Gesetz für das Gestufte-Auswahlverfahren. Also im Gesetz für das Gestufte-Auswahlverfahren sind verschiedene Begriffe festgelegt. Zunächst werden Teilgebiete definiert. Das sind größere Gebiete in Deutschland, in denen möglicherweise eine gute geologische Situation vorhanden ist. Später werden die Teilgebiete dann eingeengt auf Standortregionen. Soweit bis hierhin. Bevor ich zu Fragen an Sie komme, meine Herren, habe ich noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen, weil das eine ist, wenn mein Kollege gesagt hat, dass es zwischendurch zumindest eine Phase gab, wo die Internetverbindung nicht so klasse war und es zu ruckeln kam und schlechten Bildern. Die Technik hat dann geprüft, woran das denn liegen könnte. Also sprich, ist hier im Raum irgendwas technisch ein Problem? Ist die Bandbreite hier nicht gut genug? Das ist aber nicht der Fall und insofern müssen wir jetzt auf Vermutungen uns zurückziehen. Die Vermutung ist, dass in Deutschland gerade die Leute am Samstagabend auf die Idee kommen, alle Fußball zu gucken und das als Streaming zu machen und deshalb insgesamt die Bandbreite im deutschen Netz ein Problem sein könnte. Aber Vermutung, wie gesagt, ich hoffe, die Probleme sind aktuell nicht mehr so. Wenn ich auf die die Uhr gucke, ist das mit dem Fußball im Moment zwar noch nicht vorbei, aber nicht mehr so gewaltig. Also wir haben eine Chance. Was zur Sache. Also was wir jetzt gehört haben, war wegen der Uhrzeit und wegen der Inhalte zweifellos harte Kost. Also sprich, für Laien ist das, glaube ich, nicht mehr so ganz leicht nachzuvollziehen und wir haben ja eine Gruppe von Laien und von Fachleuten an den Geräten und ich bin mal gespannt. Also die Teilnahme ist auch etwas abgesunken. Wir haben noch 350 immerhin Teilnehmer auf der Veranstaltungsplattform und 140 Gäste sind bei YouTube. Also es ist noch eine große Zahl, aber es fängt an zu bröckeln. Also das heißt, wir brauchen ein bisschen Schwung, was die Inhalte angeht und die Fragen und ich hoffe, ich kann gleich dazu beitragen durch die Weitergabe von Fragen der Teilnehmenden. Vorher muss ich aber noch sagen, ich tauche ja in eine für mich fremde Welt ein. Also was ich von Ihnen so alles höre, führt auch dazu, dass ich neue Wörter lerne. Meine Lieblingswörter aus Ihrem Beitrag waren Rissverheilung und einschlusswirksam. Einschlusswirksam habe ich immer an Gefängnisse gedacht, aber ich weiß, es geht um was anderes und Rissverheilung hört sich auch gut an, aber das hat was mit der Plastizität zu tun. Ich habe das schon verstanden, dass ein Riss wieder zugeht. So, aber kommen wir mal zu den Daten. Das Thema Deckgebirge wird in den Fragestellungen mehrfach angesprochen. Ich glaube, das ist für Ihren weiteren Vortrag und die Beispiele auch nicht so ganz unwichtig, dem, was ich gelesen habe. Und da wird im Deckgebirge, wird gesagt, die gesetzliche Begründung oder die gesetzliche Läuterung sagt, das Deckgebirge, das ist das, was oberhalb des einschlusswirksamen Bereichs ist. Und damit kann auch ein Teil des eigentlichen Gebirges, also Salston oder Kristallin, Teil des Deckgebirges sein. Und die Frage, die gestellt wird, ist das auch Ihr Vorgehen? Ich weiß nicht, wer antworten will, kann ich sagen? Ja, ich fange mal an. Ja, Herr Rüberg, ist das bei Ihnen auch so definiert? Das ist schon richtig, aber der Punkt ist ja hier, denke ich mal, wo die Frage darauf hindeutet, ist eben die Unterscheidung zwischen Deckgebirge und Überdeckung, das ist richtig, also das Deckgebirge ist das, was über dem übereinschlusswirksamen Gebirgsbereich drüber liegt. Also es war auch in der Grafik ja einmal recht gut dargestellt, denke ich eigentlich. Also von der Oberkante des Einlagerungsbereichs bis zur Erdoberfläche, das ist das Deckgebirge. Und im Unterschied dazu, das ist dann wichtig für das Kriterium 11, bei den geowissenschaftlichen Absehnungskriterien gibt es eben noch die Überdeckung. Und die Überdeckung hatten wir dann auch entsprechend dargestellt. Die Überdeckung beginnt dort, wo das Würzgestein endet bis zur Erdoberfläche. Okay, also Sie haben die rechtliche Definition verwandt, das war ja die Frage, Punkt. Da gehen wir von aus, ja. Gut, die zweite Frage zielt auch auf eine Regelung im Gesetz. Ich bin da im Detail nicht drin, ich habe Folgendes verstanden von der fragestellenden Person, die hat gesagt, wenn es denn mangelnde Daten gibt, dann haben Sie ja eine positive Annahme getroffen, nach dem Motto, Sie gehen immer von einem positiven Fall aus. Und im Gesetz soll gefordert sein, dass man das dann gesondert darstellt, was Sie wohl nicht gemacht haben. Sie merken, ich bin nicht in den Details, jetzt frage ich die erste Frage. Insofern haben Sie es gesondert dargestellt? Das ist wieder dieser Passus zu den Gebieten mit unzureichenden Informationen, unzureichenden geologischen Informationen, wo uns das Gesetz in Auftrag gegeben hat, wenn wir der Meinung sind, dass eine Situation vorliegt, dass wir das dann gesondert darzustellen haben in den Zwischenberichtteilgebieten. Da wir bei unserer Bearbeitung der Ansicht waren, dass diese Situation nicht vorliegt, haben wir es auch nicht entsprechend in dem Bericht dargestellt. Wir haben ja immer wieder sehr detailliert dargestellt, wie wir mit natürlich der Datenknappheit, mit der wir da zu tun haben, wie wir damit umgehen, wie wir damit einen Umgang entwickeln. Und ich denke dann auch das Ganze doch auch recht gut so gelöst haben. Ich gebe noch eine kleine Ergänzung. Also ich kann mich dem sonst nur anschließen. Es ist gefordert, dass alle elf Kriterien angewendet werden. Und wie wir gesehen haben, haben wir für einige Kriterien für sämtliche Würzgesteine-Daten vorliegen. Das heißt also, wir können diese Kriterien für alle Gebiete auch anwenden. Für die übrigen Kriterien, weil auch gefordert ist, dass wir eine komplette Bearbeitung machen, haben wir dann die Referenzdatensätze verwendet. Und im fortlaufenden Verfahren werden die dann peu a peu auch mit richtigen oder mit real erhobenen Daten ersetzt. Und dementsprechend ist die Aussagekraft, die wir durch die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien erzielen, die wird sich dann in jeder Phase erhöhen. Das heißt also, Sie beurteilen, auch wenn es mal nicht alle Daten gibt, die Sie sich wünschen würden, das nicht als einen Mangel, das ist ja der entscheidende Punkt, oder als unzureichend, sondern Sie sagen, das, was Sie haben, ist ausreichend, um etwas zu beschreiben. Wir wissen ja, okay, an dieser Stelle hier ist ein identifiziertes Gebiet im Salz. Wir wissen also, da ist Salz. Das ist ja auch eine Information. Und auf Grundlage dieser Informationen haben wir uns ja in der Literatur angeschaut, welche physikalischen Bereiche kann Salz eigentlich erreichen für bestimmte Eigenschaften. Und das ist eigentlich eine ganz konkrete Anwendung, nur dass wir das nicht raumbezogen machen. Also wir haben dann nicht eine Differenzierung von Raum A und B. Wenn beides jetzt Salz ist, hat es für die Referenzdatensätze dann jeweils die gleiche Bewertung erhalten. Ja, das Thema Daten spielt also häufiger mal eine Rolle bei den Fragen. Da geht es auch um Referenzdatensätze. Also die ersten Fragen kamen dazu, bevor Sie es erklärt haben. Dann haben Sie es für mich erläutert. Da war die Frage, was ist das und woher kommen die? Ich sage mal, was ich verstanden habe von Ihnen und Sie korrigieren mich bitte, was falsch ist. Also erstens sind Referenzdatensätze Aussagen aus der Fachliteratur, die Sie irgendwo herholen und zusammenstellen. Zweitens sind diese Referenzdatensätze insofern nicht gesichert nach dem Motto, da liegt eine Messung zugrunde. Ist das richtig? Ja, da liegen schon Messungen zugrunde, aber eben nicht aus dem jeweiligen identifizierten Gebiet, sondern eben aus der Literatur. Typischerweise sind es Messwerte, die aus vergleichbaren Lokationen entsprechend stammen. Ein Beispiel ist, glaube ich, dass für Salz hatten wir zum Beispiel Messungen von den Morseleben verwendet, beispielsweise. Also das sind jetzt keine ausgedachten Werte. Ja, davon gehe ich aus. Okay, und dann haben eine Frage, die da auch in dem Zusammenhang gestellt wird. Ist denn im Zwischenbericht Teilgebiete sichtbar, an welcher Stelle Sie auf diese Referenzdatensätze bauen? Ich glaube, die Tabelle, die Sie zwischendurch mal gezeigt haben, die stellt das dar, wo Sie auf Referenzdatensätze bauen und wo nicht. Genau, das war diese eine Tabelle, in der wird das ganz klar sichtbar. Ja, genau. Die Tabelle ist im Bericht drin, es wird auch an verschiedenen anderen Stellen kenntlich gemacht, für welche Kriterien wir eben die Referenzdatensätze angewendet haben und die Literatur, die dem halt zugrunde liegt, ist nochmal in einem extra Dokument, das heißt auch Referenzdatensätze, abrufbar. Ja, ich meine, das, was Sie machen, jetzt ein bisschen grundsätzlicher, eine Frage, die da reinkam, es ist ja praktisch der Versuch, verschiedene, unterschiedliche Faktoren anzuwenden und zu einer Bewertung zu kommen, also ein berühmter Apfel-Birnen-Vergleich ist da auch drin, der ist immer schwierig, der ist, deshalb haben Sie auch gesagt, Sie versuchen es systematisch darzustellen und machen es letztlich verbal argumentativ. Die Frage ist, welchen Ermessensspielraum hatten Sie dabei? Ich denke, der Ermessensspielraum ist rein der, den wir aus der fachlichen Perspektive heraus haben, also ich denke, das ist, wir, das verstehe ich nicht, es ist eine fachliche Bewertung, die wir dann durchführen und die ist natürlich eine geowissenschaftliche Fragestellung mit all den Ungewissheiten, die dahinter auch steht, das heißt, es ist das Fachwissen, was hier entsprechend, ja, aber jetzt lassen Sie mich da nochmal reingehen, weil letztlich vergeben Sie doch Punkte für diese einzelnen, nein, wir vergeben keine Punkte, nur diese günstig, weniger günstig, das ist sowas ähnliches für Punkte. Nein, würde ich nicht so sagen, es sind die Klassifizierungen, die uns das Gesetz vorgibt, weil es ist ja, das Gesetz sagt ja, wir müssen das tun, wir müssen sagen, ist es jetzt günstig oder ist es bedingt günstig? Alles klar, und die Kategorien, ab wann Sie etwas als günstig und ungünstig haben, besteht da kein Ermessen? In den Kategorien, die sind ja definiert in den Anlagen 1 bis 11 vom Gesetzgeber. Dort ist entweder eine numerische Angabe, also so wie ich genannt hatte, Barrieremächtigkeit muss so und so hoch sein, Teufel der oberen Bremse und 500 Meter ist günstig und weniger ist bedingt günstig. Das ist definiert und genauso wird dann auch die Bewertung erfolgt. Was aber dann immer wichtig ist, das ist jetzt für die Indikatoren. Wenn wir ein ganzes Kriterium bewerten, sind dort keine Werte angegeben. Dort schauen wir uns dann die Indikatoren an, da hatte ich auch eine Folie zu und bei den Kriterien, wo wir Daten vorliegen haben, wo wir also ziemlich genau wissen, wie die Indikatoren dann halt auch ausfallen, da sind wir dann eher streng und schauen uns an, welcher Indikator ist denn der schlechteste. Und das übernehmen wir dann für das Kriterium, schreiben aber immer auf, warum. Und die zweite Stufe ist dann, wir haben alles fertig und wir schreiben auf, wie das Gebiet ausgefallen ist. Und hier machen wir dann auch wieder eine Zusammenschau für alle Kriterien. Aber wir wissen ja auch, wir möchten gerne Teilgebiete haben, die dann günstig sind in der geologischen Gesamtsituation. Aber die, die nicht Teilgebiete wären, die müssen dementsprechend auch schlechter bewertet sein. Also man guckt sich natürlich auch die anderen Gebiete an. Ja, also eine, also ich gehe da noch mal drauf ein, also was die Frage, was die Ergebnisse dann der Bewertung angeht, also der Abwägung, die Sie machen, da wundert sich ein Teilnehmer darüber, dass Sie durch diese Bewertung die Größe der Teilgebiete nicht verändert haben. Ja, wie kommt das? Also Sie hätten ja auch sagen können, so Teilstück A super, Teilstück B vom Teilgebiet nicht so super oder irgendwie anders, wie auch immer. Ja, es war uns sehr wichtig, eine ganze Schematik beizubehalten in der Anwendung der Abwägungskriterien. Sie haben ja gemerkt, die sind schon ziemlich komplex. Wenn wir jetzt angefangen hätten, da jetzt lauter Sonderfälle noch einmal einzuführen, wäre es schwierig geworden. Ich denke, für manche Teilgebiete hätte man das sicherlich sehr gut, für manche identifizierte Gebiete hätte man das sicherlich sehr gut machen können, die aufzuteilen. Für andere wäre es eben nicht so gegangen. Und am Ende des Tages war unser Verständnis für die Abwägungskriterien, dass sie dazu dienen, zwischen zwei oder jedes einzelne identifizierte Gebiet entsprechend zu bewerten. Und in der Anwendung und in der Methodenentwicklung ist uns dann eigentlich auch recht gut klar geworden, dass eine räumliche Eingrenzung mit den Werkzeugen, die wir bei den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien haben, nur sehr, sehr schwierig ist. Also es ist immer die Fragestellung der Grenzziehung. Und es wären die Grenzen, die wir gezogen hätten, wären sicherlich schwierige Grenzen geworden. Also die Grenzziehung erfolgte hier bei der Anwendung der Mindestanforderungen. Okay, also es ist auch etwas, was auf die Zukunft verschoben ist, auf den weiteren Schritt in Phase 1. Okay, ich habe noch eine Frage, nee zwei. Das Bewertungsmodul, was Sie vorgestellt haben, das ist ja eine computergestützte Variante, die Sie geschildert haben, da interessiert, ist das zugänglich? Ist das online? Kann man das nutzen? Ach, dann gebe ich am besten an den Hauptprogrammierer davon. Herr Dr. Kalle. Ja, so, ich hatte vorgestellt, wie das Ganze aussieht. Was momentan online ist, sind sämtliche Ergebnisse. Also alles, was eingegeben wurde, sei es jetzt Bewertung, sei es jetzt Datensatz, der genutzt wurde, Literatur oder eben Begründung, das ist in verschiedenen Dokumenten komplett zugänglich. Das Programm an sich ist nicht auf der Internetseite, aber für die Zukunft wird auch darüber nachgedacht. Das Ganze ist ja jetzt das erste Mal passiert und wir werden noch diverse andere Male die geobissenschaftlichen Abwägungskriterien anwenden und schauen wir mal, wie es sich dann so weiterentwickelt. Okay, Sie denken darüber nach, ob Sie das mal irgendwann nutzbar, öffentlich zugänglich machen. Okay, und bei der Bewertung, Indikatorenbewertung, war die Frage, machen Sie auch da, das so ähnlich wie die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, einen Test durch eine zweite unabhängige Person, die auch drauf guckt und sagt, komme ich zum gleichen Ergebnis oder gibt es da Unterschiede? Also das ist die zweite natürlich Expertenperson, nicht irgendjemand und die Unabhängigkeit davon. Gibt es das in dem Verfahren oder gibt es das nicht? Ja, das war also ein ganz wichtiger Bestandteil in der Bearbeitung. Es war ein großes Team, glaube ich, bei den geobissenschaftlichen Abwägungskriterien, also für mich gefühlt ein großes Team, es waren so um die 15 Leute, die das bearbeitet haben. Das war das Kernteam, aber es wurden dann auch immer mehr Leute auch mit einbezogen aus dem Unternehmen, auch aus anderen Bereichen und es ging auch immer so ein bisschen querbeet, also dass alle mal quer rüber geguckt haben. Da war es eben auch sehr wichtig, dass das Bewertungsmodul ja auch entsprechend immer wieder dieses Ampelsystem hat, dass man auch immer so ein bisschen abgleichen kann. Gibt es da irgendwie so schematische, also systematische Verschiebungen? Irgendwas gibt es, ist da irgendwas auffällig? Und das haben wir, denke ich, sehr, sehr umfangreich gemacht. Ja, ich glaube noch, es gab mehrere Stufen. Die Bewertung wurde von einem Fachexperten durchgeführt. Die Gleichbewertung wurde von einem anderen Fachexperten ebenfalls nochmal überprüft. Dann die dritte Stufe ist, dass dann Ergebnisse aus den Bewertungen vorgestellt wurden in hausinternen Workshops, wo auch viele Experten, die nicht im Bereich Standortauswahl tätig sind, aber z.B. im Bereich Salz sich gut auskennen, auch anwesend waren. Und eine andere Stufe ist dann, dass zum Beispiel das genannte Bewertungsmodul wurde auch von einer Softwarefirma dann qualitätsgesichert. Genau das Gleiche gilt auch für das Dokument der Referenzdatensätze oder der Arbeitshilfe. Auch da wurde ein externer Dienstleister bemüht, um eine Qualitätssicherung durchzuführen. Es gibt da einfach vier, fünf Stufen, die in der Summe durchgeführt wurden. Okay, vielleicht soweit erstmal an Zwischenfragen. Ich habe noch eine Bemerkung, meine Damen und Herren, für die Frage, wie geht es weiter? Wir werden ja jetzt nochmal in Beispiele einsteigen, die die Anwendung dieser ganzen Indikatoren und Kriterien zeigen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, Fragen und Anmerkungen dazu haben, bitte nutzen Sie das Werkzeug tatsächlich Ihre Fragen und Hinweise. Mein Kollege hat mir gesagt, dass einige Ihre Anmerkungen im Feedback-Teil gemacht haben. Das ist immer ein bisschen problematisch, weil das von dem Redaktionsteam nicht so richtig zugeordnet werden kann zu den Fragen, die ich dann stelle. Das heißt, wenn Sie möchten, dass ich Ihre Fragen weitergebe, schreiben Sie die Bitte in das passende Modul Fragen und Hinweise zu diesem Diskussionsblock. So, jetzt haben wir noch zwei Beispiele, ist das richtig? Zwei bis drei Beispiele. Wir schauen mal, wie wir mit der Zeit sind. Zwei Beispiele fände ich besser als drei. Bitte schön. Ich warte jetzt drauf, dass ich die Präsentation wieder sehe. Damit komme ich jetzt erst einmal zu einer Ergebnisübersicht. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir da auch nochmal drüber sprechen, was ist jetzt eigentlich am Ende bei der gesamten Bearbeitung herausgekommen. Das wurde heute sicherlich schon im Laufe des Tages, gerade zu der früheren Zeit, schon mal angesprochen. In Summe sieht es so aus, dass wir zwölf identifizierte Gebiete im Thungestein hatten. Davon sind 900 Teilgebiete ausgewiesen worden. Wir hatten sieben Gebiete im Kristallinwirtsgestein, die alle dann auch zum Teilgebiet geworden sind. Wir haben 13 identifizierte Gebiete im stratiformen Steinsalz, von denen 14 zum Teilgebiet wurden. Wir haben 139 Salzstöcke uns angeschaut, also Steinsalz und Stahllagerung, wovon 60 zum Teilgebiet wurden, sodass wir in der Summe die Anzahl von 181 identifizierten Gebieten durch die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien auf eine Anzahl von 90 reduzieren konnten. Die Karte ist rechts dargestellt. Nochmal ganz wichtig, der Hinweis, die ist natürlich so zugänglich, ja auch online auf unserer Webseite, beziehungsweise auf der Webseite des Space. Und ich möchte jetzt doch auch nochmal ganz kurz, weil das ja auch, die Schichten liegen ja auch übereinander, einfach im Schnelldurchlauf nochmal mal vorstellen, was ist da eigentlich jetzt im Einzelnen ausgewiesen worden. Das sind zum Beispiel bei den Thungesteinen jetzt Tertiäre-Tone in Norddeutschland. Es sind für die Oberkreide entsprechende Tone ausgewiesen worden in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland. Es sind für die Unterkreide-Tone ausgewiesen worden in der Mitte von Deutschland, ebenfalls für den Dogger und auch für den Lias. Also es sind jeweils immer jeweils ältere zeitliche Horizonte in der Erdgeschichte. Es gab auch ein Gebiet, was entsprechend hier nicht ausgewiesen wurde. Das kann ich gerade hier nicht auf meiner Darstellung erkennen. Für Süddeutschland ist es so, dass hier ebenfalls im mittleren Tertiär ein Gebiet ausgewiesen wurde, Molassebecken. Und des Weiteren, jetzt muss ich mal zurückgehen, einmal hier und einmal hier. Genau, die liegen übereinander. Das ist tricky an der Stelle. Das sind eben zwei Gebiete, die jeweils im Tertiär übereinander liegen im Molassebecken. Des Weiteren, der Opalinuston, der heute schon mehrfach angesprochen wurde im Molassebecken. Es gab auch einige Gebiete, die dann entsprechend nicht ausgewiesen wurden. Die liegen im Bereich des Oberrheingrabens, wo das eben dann eben auch in der Abwägung entsprechend mit einbezogen wurde, das Störungsinventar im Oberrheingraben. Für das Kristalline-Würzgestein, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch. Da sieht man hier jetzt nochmal die gesamte Fläche in Süddeutschland und eben auch noch kleinere Areale im Norden, eben auch eben zum Beispiel der Brocken. Für stratiforme Steinsalz sind als Teilgebiet ausgewiesen worden im Malm ein Bereich. Hier einmal in Norddeutschland, im mittleren Köpergebiete. Fürs Röth in der Mitte, also im südlichen Niedersachsen, beziehungsweise auch im nördlichen Bereich. Das Gebiet kann ich gerade nicht zuordnen. Dann in Zechstein wurden acht Gebiete ausgewiesen, stratiforme, die sich über Deutschland entsprechend verteilen in der Mitte. Das letzte hier, das ist Helgoland, was hier ausgewiesen ist. Genau, das kann ich jetzt wieder nicht zuordnen. Es gab auch eine Reihe von Gebieten, die dann entsprechend nicht als Teilgebiet ausgewiesen wurden, die aus dem Terzehr im Oberrheingraben, aus den bekannten Gründen, im mittleren Kuiper, mittleren Muschelkalk, eine ganze Reihe. Da gehe ich jetzt zügig durch und auch im Röth. Im Steinsalz von in steiler Lagerung ist hier nur einmal die Gesamtschau dargestellt, schraffiert die Gebiete, die dann nicht als Teilgebiet ausgewiesen wurden, mit einer flächigen Signatur dargestellt, die entsprechenden Teilgebiete. Zum Abschluss dieses ersten Teils des Vortrags dann nochmal hier die verwendete Literatur und dann komme ich jetzt tatsächlich zu den schon erwähnten ausgewählten Gebieten, die ich dann entsprechend vorstelle. Das ist einmal Steinsalz in steiler Lagerung, Seilstock-Gorlem-Rambo und, hups, da war ich zu schnell, Steinsalz in steiler Lagerung, der Seilstock-Off-Lebener-Sattel. Mit dem Opalinus-Ton müssen wir mal schauen, wie die Zeit reicht. Seilstock-Gorlem-Rambo, Steinsalz in steiler Lagerung, hier einmal dargestellt, das ist der Steckbrief, das ist so, wie wir das auch auf unserer Internetseite entsprechend veröffentlicht haben, in den Zwischenbericht Teilgebiete und in den entsprechenden Anlagen zu dem Bericht. Es handelt sich hierbei um Steinsalz in steiler Lagerung, die Stratigraphie ist Sechstein, der Name der Struktur ist Gorleben-Rambo. Die Struktur liegt in den Bundesländern Niedersachsen und Brandenburg, hat eine Mächtigkeit von 1030 Metern. Die Tiefenlage des identifizierten Gebietes liegt im Bereich 470 bis 150 Metern unter der Geländeoberkante und die Gesamtfläche beträgt 66 Quadratkilometer. Die Bewertung für das Kriterium 2 erfolgt so, wie sie hier jetzt summarisch dargestellt wird, mit einer Gesamtbewertung günstig. Es wurde hier geschaut auf die Fläche mit einer Mächtigkeit von mehr als 300 Metern. Diese beträgt hier 56,4 Quadratkilometer und wurde entsprechend günstig bewertet. Der zweite Indikator dieses Kriteriums 2 war der Grad der Umschließung. Der wurde für alle Gebiete im Salz-Steiler-Lagerung gleich bewertet und günstig. Der dritte Indikator ist dann die obere Begrenzung des EWGs. Die minimale Tiefenlage des Teilgebiets ist 470 Meter unter Geländeoberkante und wir gehen davon aus, dass ausreichend Raum ist, um ein EWG dort zu positionieren. Von daher ist die Bewertung günstig. Das vierte Kriterium ist die flächenhafte Ausdehnung bei gegebener Mächtigkeit. Diese ist eben angesichts der Fläche auch hier als günstig angesehen worden, weil es mehr als der dreifache Flächenbedarf ist, so wie es vorhin als Kriterium in unserer Schematik entsprechend dargestellt wurde. Für das Kriterium 3 zur Charakterisierbarkeit ergibt sich in Summe eine günstige Bewertung. Sie sehen jetzt einmal hier, dass es auch eine bedingt günstige Bewertung gab und eigentlich müssten wir ja nach unserem Schema jetzt sagen, okay, dann ist die Gesamtbewertung hier dieses Kriteriums auch nur bedingt günstig. Da das aber für alle Salzstöcke entsprechend so bewertet wurde, da die ja nun einmal eine Aufstiegsgeschichte haben und entsprechend dabei auch eben verfaltet wurden, ist eben davon auszugehen, es gibt zwar eine tektonische Überprägung, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass es eine grundsätzliche Eignung gibt. Damit komme ich dann zu dem Kriterium 11, was in allen Indikatoren mit ungünstig bewertet wurde. Ich gehe dann jetzt nochmal im Einzelnen durch. Das Kriterium 1 und 2 ist dann die Indikatoren 1 und 2. Zu dem Kriterium 11 sind die Überdeckung durch Grundwasser bzw. erosionshemmende Gesteine. Das ist hier entsprechend dargestellt. Erstmal in einer Kartendarstellung ist für die Salzstruktur dargestellt der Abstand der Strukturoberfläche zur Geländeoberkante. Hier sehen wir, dass eine Entfernung von ungefähr mehr als 100 Metern erreicht wird. Im zweiten Schritt, so wie der Kollege das vorher auch schon erläutert hatte, in diesem Flowchart, also in diesem Fließdiagramm, was wir dort entsprechend dargestellt hatten, schauen wir jetzt auf den Abstand der Strukturoberfläche zur Quartierbasis. Hier ergibt sich dann eine ungünstige Bewertung. Sie können hier sehen, dass das Strukturtop entsprechend von direkt ansteht, an der Quartierbasis bzw. in großen Bereichen nur einen sehr geringen Abstand zur Quartierbasis aufweist. Dies führt dann für diesen Indikator dann entsprechend oder für diese beiden Indikatoren zu einer ungünstigen Bewertung. Des Weiteren ist es so, dass wir dann noch einmal auf die strukturellen Komplikationen geguckt haben, in diesem Fall eben Störungszonen, die auch oberhalb des Salzstocks sind. Das sind im Wesentlichen vermutlich die schon mehrfach erwähnten Scheitelstörungen, die auch entsprechend als aktive Störungszonen von den geologischen Diensten klassifiziert wurden, wo wir die jetzt eben nicht zum Ausschluss geführt haben, da dieser Ausschluss oberhalb des Salzstocks endet. Aber aufgrund der Bewertungsschematik kommt es auch hier im Rahmen der Abwägung zu einer ungünstigen Bewertung. Damit komme ich dann zu der zusammenfassenden Bewertung für diesen Salzstock. Aufgrund der geringen Tiefe des Strukturtops wird die ungünstige Bewertung des Deckgebirges stärker gewichtet. Aus diesem Grund ist nur eingeschränkt, damit zu rechnen, dass ein geeigneter einschlusswirksamer Gebirgsbereich gefunden werden kann. Der erfolgt nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien die zusammenfassende Bewertung des identifizierten Gebietes mit nicht günstig. Rechts ist dann nochmal dargestellt, diese Symbolik, also die gesamte Bewertung für die einzelnen Kriterien. Wir sehen hier eben auch, wie schon erwähnt, dass es eben nicht nur ein Kriterium ist, was jetzt zu einer ungünstigen Bewertung geführt hat, sondern eben in zwei Fällen auch zu einer nicht günstigen Bewertung. Also zweimal nicht günstig und einmal ungünstig. Damit komme ich zu einem anderen Beispiel. Recht ähnlich. Steinsatz in steiler Lagerung, Salzstock, oft lebender Sattel. Es handelt sich ebenfalls um Steinsatz in steiler Lagerung, ebenfalls um Zechstein, namens der Struktur oft lebender Sattel. Diese Struktur liegt innerhalb der Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Mächtigkeit beträgt maximal 1200 Meter. Die Tiefenlage der Teilgebietsoberfläche erschrickt sich von 300 Metern bis 1500 Metern unter der Geländeoberkante. Die Gesamtfläche beträgt 19 Quadratkilometer. Bei der Bewertung des Kriteriums 2 kommt wieder eine günstige Bewertung dabei zustande. Die Fläche mit einer Mächtigkeit von mehr als 300 Metern beträgt 16,6 Quadratkilometer. Das ist dann eben auch hier das mehr als dreifache der erforderlichen Fläche. Es erfolgt eine Bewertung mit günstiger. An dieser Stelle möchte ich schon einmal darauf hinweisen, dass in dieser 3D-Sicht, die hier angezeigt wird, eben aus den 3D-Modellen. Das hatte ich vorhin bei Gorleben vergessen zu erwähnen, dass hier entsprechend die sichten, wir bei der Bewertung die entsprechenden Modelldaten auch in den 3D-Modellierungssoftwaren entsprechend uns auch angeschaut haben. Denn wir sehen ja diese etwas auffällige Erhöhung in der Mitte des Seilstocks und die wird später noch eine Bedeutung spielen haben. Ich komme dann wieder zu dem zweiten Kriterium, Grad der Umschließung. Dieser wurde für alle identifizierenden Gebiete gleich bewertet. Der EWG ist immer irgendwie so zu positionieren, dass er vollständig umschlossen ist, ist deswegen Bewertung günstig. Die minimale Tiefenlage des Teilgebiets ist 300 Meter unter Geländeoberkante. Das wurde dann wieder, reichte für eine günstige Bewertung, aber genau das zu diesem Punkt. Damit komme ich zu dem vierten Kriterium, flächenhafter Ausdehnung, zum vierten Indikator für das Kriterium zwei, Entschuldigung, komme ich zur flächenhaften Ausdehnung bei gegebener Mächtigkeit. Die Gesamtfläche des Gebiets beträgt 19 Quadratkilometer, also Bewertung günstig. Das dritte Kriterium, hier wieder nur in einer Gesamtschau, ergibt ebenfalls wieder ein günstig. Auch hier ist wieder die Regel, dass gesagt wird, okay, die bedingt günstige Wertung für das Tektonische Überprägung, er wird hier nicht mit einbezogen. Bei der Bewertung des Kriteriums 11 ergibt sich hier ebenfalls, so wie bei dem Salzstock vorher, eine ungünstige Bewertung. Ich gehe die jetzt im Einzelnen mal durch. Der Abstand der Strukturoberfläche zur Geländeoberkante wird hier dargestellt. Wir sehen hier bereits, dass ich glaube, hier weniger als 100 Meter erreicht werden. Es geht hier um die Überdeckung durch Grundwasser und erosionshemmende Gesteine. Und wir haben uns dann auch hier wieder angeschaut, wie ist der Abstand zur Quartärbasis. Und hier sehen wir dann wiederum dargestellt mit dem Pfeil markiert, eine sehr, sehr kleine Stelle, an der der Abstand der Strukturoberfläche zur Quartärbasis 0 Meter oder sehr wenige Meter nur beträgt. Dies ist in unserer Bewertungsvorgehensweise und in der Schematik, die wir angewendet haben. Das ist das, was ich vorhin auch schon kurz erwähnt hatte bei den Fragen. Wir wollten jetzt nicht zu viele Sonderfälle einführen, sondern wir wollten hier bei der Bewertung der Indikatoren und auch der Kriterien immer eine ganz klare Stringenz anwenden. Es ist zwar nur ein einziger Punkt hier an dieser Stelle, der zu dieser ungünstigen Bewertung führt, aber wir haben gesagt, okay, ein Punkt reicht, das ist ungünstig. Ich komme dann noch abschließend zu den strukturellen Komplikationen im Deckgebirge und auch hier liegen entsprechende Störungen oberhalb des Seilstocks vor, so wie das eigentlich im Regelfall immer zu erwarten ist. Aufgrund der Schematik der Bewertung muss auch hier wieder eine ungünstige Bewertung des Indikators erfolgen. Damit komme ich zu der zusammenfassenden Bewertung, die ja entsprechend dargestellt ist und ich lese einfach mal den Text an der Stelle vor, den wir dann entsprechend in den Checkbrief geschrieben haben zu diesem Teilgebiet. Im Rahmen der Unsicherheiten der Modellhorizontiefen und aufgrund der in Relation zur Fläche des identifizierten Gebiets begrenzten betroffenen Fläche wird die Bewertung des Abstands zur Quartierbasis mit bedingt günstig und des Abstandes zur Geländeoberkante mit ungünstig geringer gewichtet. Somit ist dennoch zu rechnen, dass ein geeigneter einschusswirksamer Gebirgsbereich gefunden werden kann. Die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien lässt daher eine günstige geologische Gesamtsituation für die sichere Endlager radioaktiver Abfälle erwarten. Also was haben wir hier gemacht an der Stelle? Wir haben die gesamte Zeit bis zur zusammenfassenden Bewertung ein ganz klares Schema F, sage ich jetzt mal, verwendet. Wir haben immer sehr, sehr bürokratisch das abgearbeitet und jetzt ist dieser Punkt in der zusammenfassenden Bewertung. Jetzt machen wir nochmal eine Gesamtschau über diese einzelnen Bewertungen und prüfen nochmal ab, inwieweit trägt das? Inwieweit ist es hinlänglich nur wegen eines einzelnen Pixels, der eben diese ungünstige Bewertung zur Folge hatte, zu sagen, okay, der gesamte Salzstock fliegt heraus. Also wir gehen aus unserer Erfahrung, aus unserer geowissenschaftlichen Erfahrung davon aus, weil das hat man schon öfters gesehen, dass es sich hier auch einfach um Modellfehler handeln kann, dass es sich hier um Artefakte handelt. Insgesamt ist solch eine Struktur, wie man sie dort sehen konnte, relativ ungewöhnlich für einen Salzstock. Das ist etwas, das muss man überprüfen. Wir werden das überprüfen im Fortgang des Verfahrens. Es kann sein, dass es sich bestätigt, dass tatsächlich der Salzstock so nah an der Oberfläche ansteht, dann fliegt er raus im Zweifelsfall aus dem Verfahren oder wir finden heraus, dass es tatsächlich ein Fehler war in der Datenlage und dann würde der Salzstock gegebenenfalls im Vergleich, das würde dann auch immer noch mit dem Vergleich mit anderen Salzstrukturen abhängen oder auch anderen Wirtsgesteinen. Da muss man vorsichtig sein, dass hier nicht der Eindruck entsteht, wir würden nur die Salzstöcke miteinander vergleichen, sondern im Grunde genommen, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben jedes identifizierte Gebiet für sich selber bewertet. Wir haben die Indikatoren bewertet, wir haben die Kriterien bewertet und wir haben am Ende eine zusammenfassende verbal-argumentative Bewertung durchgeführt, in der dann eben auch ganz klar der geowissenschaftliche Sachverstand, so wie er auch, denke ich, auch gedacht ist, es soll ja ein wissenschaftsbasiertes Verfahren sein, also der wissenschaftliche Blick auf die Daten dann am Ende das Gesamtergebnis zu einem Gesamtergebnis geführt hat. Damit wäre ich mit diesem Beispiel durch und wenn Sie meinen, wir sollten jetzt besser in die Fragerunde einsteigen, dann können wir das gerne tun. Fünf Minuten? Das kann ich gerne machen. Dann machen Sie das für fünf Minuten, ja. Das würde das Ganze etwas abrunden, da ja die Zuschauer, die jetzt heute den ganzen Tag durchgehalten haben, jetzt ja schon immer wieder auch den Opalinus-Ton kennengelernt haben in Süddeutschland und jetzt vielleicht ganz gespannt sind, obwohl ich habe es ja schon ein bisschen verraten, was mit diesem Identifizierten passiert ist, also der Opalinus-Ton in Süddeutschland. Wirtsgesteinstyp Tongestein, stratigraphischer Horizont ist hier der mittlere Jura, Name der Struktur Schwäbische Alb. Diese Struktur liegt innerhalb der Bundesländerbahn Württemberg und Bayern, die Mächtigkeit beträgt 100 bis 300 Meter, die Teufellage der Strukturbasis liegt im Bereich 400 bis 1500 Meter unter Geländeoberkante. Die Gesamtfläche ist, man sieht jetzt den Unterschied zu den Seilstrukturen, sehr groß, mit über 4000 Quadratkilometern. Hier wurde dann zuerst das Kriterium 2 entsprechend bewertet. Wir kamen hier zu einer nur bedingt günstigen Bewertung, die ich jetzt im Einzelnen dann kurz vorstellen will. Wir haben hier wieder die Mächtigkeit, die Barrierenmächtigkeit überprüft, das ist hier visuell dargestellt. Wir haben Bereiche, die sind nur 100 bis 200 Meter mächtig und dann haben wir andere Bereiche, die sind 200 bis 300 Meter mächtig. Für eine günstige Bewertung hätten Sie mehr als 300 Meter erreichen müssen, das war hier nicht der Fall. Deswegen die Bewertung bedingt günstig. Der Grad der Umschließung ist auch hier so wie bei allen anderen identifiziert und gleich bewertet worden mit günstig. Die Täufe der oberen Begrenzung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs ist hier entsprechend dargestellt. Wir sehen hier, dass die Tiefe der Basis unter der Geländeoberkante, das sehen wir hier in der Karte dargestellt, das sind die grünen Flächen, hier Tiefen von 600 bis 1500 Metern erreicht. Also ich spreche jetzt von Tiefe, vielleicht um das nochmal klar zu sagen, die Täufe ist einfach nur bergmännisch der Abstand von der Geländeoberkante nach unten und eben Tiefe könnte auch immer wieder sich auf Metern unter normalen Null beziehen, aber hier beziehen wir uns immer auf die Geländeoberkante. Die Gesamtfläche des Gebiets beträgt über 4000 Quadratkilometer, damit ist natürlich das erforderliche Dreifache des Flächenbedarfs von 30 Quadratkilometern erfüllt. Die Bewertung erfolgt mit günstig. Dann klang es ja auch vorhin an, es gibt dann noch für Ton diesen Sonderfall, dass wir noch den Potenzialbringer abprüfen müssen, ist so etwas gegeben oder nicht. Dies wurde für alle identifizierten Gebiete im Wirtsgestein, Tongestein gleich bewertet. Die Datenlage war jetzt in dem aktuellen Verfahrensschritt noch nicht ausreichend, um hier eine individuelle Bewertung durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass ein Bereich gefunden werden kann, der eine günstige Situation zulässt. Das ist eben im Fortgang des Verfahrens weiterhin zu prüfen. Bei der Gesamtbewertung zum Kriterium 2 geht es noch einmal darum, ob das überprüft werden muss, ob eine günstige Tiefe und eine bedingt günstige Mächtigkeit bei Erfüllung des einfachen Flächenbedarfs, also ob sich das auch schneidet oder ob das in unterschiedlichen Bereichen der Fall ist. Und das ist jetzt hier in dieser Karte dargestellt in den grünen Flächen. In diesen Bereichen übersteigen sich die günstige Mächtigkeit und die günstige Teufel. Wir sehen, dass dieses Gebiet ist ja aufgeteilt in einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Das ist ursächlich durch die Arbeit im Rahmen der Ausschusskriterien bedingt. Und wir sehen eben, dass sowohl in beiden Bereichen entsprechend eine bedingt günstige Situation gegeben ist. Die Charakterisierbarkeit wird hiermit günstig entsprechend bewertet. Für die alle einzelnen Indikatoren, ich gehe da jetzt etwas zügiger durch. Die langfristige Stabilität wurde nur mit bedingt günstig bewertet. Ich gehe dann darauf ein, vor allen Dingen auf den Aspekt mit der Gebirgsdurchlässigkeit. Diese wurde mit bedingt günstig bewertet, da oberhalb der Struktur K-Strukturen auftreten. Und wie auch da es Hinweise gibt, dass diese sich auch in der jüngeren Vergangenheit immer noch an eine gewisse Aktivität aufweisen. Dann komme ich zum Kriterium 11, auch in diesem Beispiel. Wir haben für eine Gesamtbewertung mit bedingt günstig, die ist hier dargestellt. Der Abstand der Teilgebietsoberfläche zur Geländeoberkante beträgt in manchen Bereichen nur 100 Meter, aber in anderen Bereichen erreicht er eben auch sehr große Täufen. Der Abstand zur Quartärbasis ist hier dargestellt, der ist eben dann günstig. Und die Komplikationen im Deckgebirge werden hier dargestellt. Das sind eben eine Reihe von Störungen, aber auch entsprechende von K-Strukturen, die zu einer bedingt günstigen Bewertung führen. Hier ist dann die Ampel wieder dargestellt für die Bewertung dieses Teilgebiets. Die bedingt günstige Bewertung des Indikators Zeitspanne. Über die sich die Gebirgsdurchlässigkeit nicht wesentlich verändert hat. Resultiert aus der Tatsache, dass im nördlichen Teil hier ein bedeutender Kastgrundwasserleiter vorliegt. Diese Verkastung beeinflusste auch in jüngerer Vergangenheit noch zunehmend tiefere Bereiche. Aber es ist eben davon auszugehen, dass im Süden des identifizierten Gebietes entsprechend nicht verkastete Abfolgen vorliegen. Und damit komme ich dann zum Schluss der zusammenfassenden Bewertung für den Opalinuston, dass eben aufgrund dieses südlichen Teils wir davon ausgehen, dass entsprechende Gebiete vorliegen, die eine günstige geologische Gesamtsituation entsprechend erwarten lassen. Damit wäre ich auch mit diesem Abschnitt dann durch. Vielen Dank. Ja, das war in der Tat Schweinskalopp jetzt. Vielen Dank. Zeit ist fortgeschritten. Insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie ein bisschen gekürzt haben. Ich habe natürlich noch ein paar Fragen reinbekommen. Und bevor wir zum Abschluss der Veranstaltung kommen, haben wir ein paar Minuten Zeit, um diese Fragen tatsächlich auch aufzurufen. Sie können sich vorstellen, dass das Thema Kriterium 11 einige Fragen umfasst, weil es so eine große Relevanz hat für den Umgang mit dem Salzstock in Gorleben. Die eine Frage ist, dreht sich um den Sonderbericht. Also für diejenigen, die das noch nicht gelesen haben, meine Damen und Herren, in dem Zwischenbericht Teilgebiete ist Gorleben nicht ausführlich abgehandelt. Dafür gibt es einen Extrabericht, den finden Sie aber problemlos auf den Seiten der BGE. Und dieser Sonderbericht Gorleben ist jetzt Gegenstand der Frage. Und da wird darauf hingewiesen, dass dieses Kriterium einschlusswirksamer Gewerksbereich, also Kriterium 11, ja entscheidend war. Und die Frage ist, haben Sie dabei auch Erkenntnisse aus der Erkundung und Erforschung des Salzstocks genutzt? Indirekt schon, also ein Beispiel ist ganz einfach, dass wir für die Quartärbasis Daten, also als wir jetzt eben geschaut haben, die Entfernung der Quartärbasis zum Top des Salzstocks, das sind Daten, die im Rahmen der Erkundung Gorleben ermittelt wurden. Das ist aber auch in Ordnung, diese Daten zu verwenden, weil der Paragraf, also die entsprechenden Regelungen zu Gorleben sagen ja nur, er soll kein Referenzstandort sein oder also die besondere Situation von Gorleben soll nicht dazu führen, jeder soll nicht das Zünglein an der Waage sein, aber entsprechende Informationen über eine Quartärbasis zu verwenden erscheinen jetzt natürlich absolut zielführend, weil wir wollen ja eine qualifizierte Aussage treffen. Ja, vielleicht das Thema Quartärbasis, also Quartär ist ja ein Zeitalter, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau, das sind die Ablagerungen der letzten 2,6 Millionen Jahre über den Daumen ungefähr, die eben durch glaziale Prozesse vor allen Dingen geprägt wurden. Ja, und an dem Alter von Gesteitsformationen, da gibt es auch einiges, was sich an Kritik, an Fragen entwickelt hat, deshalb gehe ich da gerade mal darauf ein, ich komme nachher zu Kriterium 11 zurück, weil da sagt jemand, Quartärbasis, das wäre der falsche Maßstab, man müsste Neogen nehmen, was immer das ist, ich habe wahrscheinlich auch einen Zeitraum Neogen und generell gibt es mehrere, die sagen, die Philosophie oder vom Ergebnis her ist einiges von dem, was Sie dargestellt haben, so, dass die älteren Gesteitsformationen rausgefallen sind und vergleichsweise jüngere reingekommen sind als geeignet. Also, das kann eigentlich nicht sein, also im Sinne von Sicherheit für die kommenden 1 Millionen Jahre, wäre das der falsche Schluss. So, aber erstmal, können Sie zu dieser Basis, Quartär, Neogen was sagen? Also, für uns war es so, in der Methodenentwicklung war es so, dass wir geprüft haben, okay, es geht ja jetzt um das Thema Grundwasserhemd, also ist dann entsprechend die Überdeckung Grundwasserhemd und Erosionshemd. Wir haben eine relativ schematische Vorgehensweise und wir hatten das ja schon dargestellt, wir schauen uns die stratigraphischen Einheiten entsprechend an und wir waren für uns einig, dass wir gesagt haben, für das Quartär kann man diese Aussage nicht treffen. Das Quartär ist grundsätzlich nicht Erosionshemd bzw. Grundwasserhemd. Wir haben es hier mit Lockersedimenten zu tun, durchgängig, das Quartär besteht einzig und alleine aus Lockersedimenten. Also sprich, da ist ganz viel Luft dazwischen oder was auch immer. Genau, da besteht ganz viel Luft dazwischen und das heißt, es hat weder einen ernstnehmenden Widerstand gegenüber irgendwelchen Erosivenkräften, sei es eben durch, dass sich ein Fluss einschneidet oder eben durch Gletscher, die darüber hinweg gleiten und es ist eben auch nicht durchgängig Grundwasserhemd. Es gibt natürlich durchaus mächtige Tonpakete, aber die sind eben aufgrund des Ablagerungsregimes, in dem sie gebildet wurden, in dem glazifluviatilen Regime, wie sich das nennt, sind die doch relativ fleckenartig verteilt. Das heißt, da finden sich immer wieder Bereiche, wo dann doch das Grundwasser zwischen unten und oben ein Austausch stattfinden kann. Und da haben wir gesagt, okay, für das Quartär kann man das nicht sagen. Quartär ist nicht Grundwasserhemd und ist nicht Erosionshemd. Der nächst ältere Horizont in unserer sehr schematischen Vorgehensweise war dann eben das Tertia. Und da haben wir uns überlegt, okay, dann müsste man eher das Tertia abprüfen. Und für das Tertia sagen wir, da sind wir uns jetzt auch nicht sicher, inwieweit das Grundwasserhemd ist oder Erosionshemd, aber wir können es dem Tertia nicht absprechen. Und deswegen war es so diese Grenze, die wir dann gewählt haben. Und die Quartärbasisfläche ist eben auch in den Geowissenschaften eine prominente Grenzfläche. Da gibt es auch eine gute Datenlage. Das war eine unserer ersten Datenabfragen, bezog sich sogar schon auf diese Quartärbasis. Die wurden uns entsprechend von den Ländern auch bereitgestellt. Und wir hatten hier eine quasi deutschlandweite Abdeckung und konnten hier natürlich auch gerade für diese schematische Vorgehensweise, hatten wir einen guten Datensatz, um das entsprechend durchzuführen und fanden das auch fachlich so entsprechend absolut sinnvoll. Wir haben ja vorhin schon über diese Begrifflichkeiten gesprochen. Wie heiß, was über dem Wirtsgestein ist, das ist das Deckgebirge. Und dann gibt es aber die Überdeckung. Das war der Bereich sozusagen zwischen dem einschlusswirksamen, also noch Teil des Wirtsgesteins. Andersrum. Die haben es gerade andersrum gesagt. Ja, genau andersrum. Haben es falschrum gesagt. Dann sagen Sie es nochmal richtig rum, bitte. Das Deckgebirge ist also der größere Begriff. Und das startet vom einschlusswirksamen Gebirgsbereich und geht bis zur Geländeoberkante. Die Überdeckung ist ein Teil davon. Man startet an dem Wirtsgestein, an der Oberfläche und geht auch bis zur Oberfläche des Geländes. Weil die Frage oder die Bemerkung hier im Stream war, dass laut Standortausfallgesetz das Deckgebirge zu beurteilen sei und weniger die Überdeckung. Genau, also in den Indikatortabellen von dem Gesetz in Anlage 11 sind eben beide Begriffe genannt, mit einem Komma getrennt. Also es wird das Deckgebirge betrachtet, Komma und dann kommt Überdeckung. Und dieses Komma ist für uns als ein Und interpretiert, also beides muss stimmen. Und dementsprechend, da das eine eine Teilmenge von dem anderen ist, ist die Überdeckung das Maßgebliche. Der Umkehrschluss, wenn man kein Komma setzt, dann braucht man auch nicht beides hinschreiben. Jetzt kommen wir wirklich ins extrem Kleingedruckte. Ja, dann braucht man wirklich nicht beides hinschreiben, das ist ganz wichtig. Und da der Gesetzgeber zwei Wörter verwendet hat, gehen wir davon aus, dass wir auch beides anwenden oder anschauen müssen. Ja, okay, beim Thema Deckgebirge, da fragt jemand, ob der Schluss richtig ist, dass alle Salzstöcke in steiler Lagerung über ausreichendes Deckgebirge verfügen und alle anderen nicht. Kann man das so sagen? Das habe ich nicht wirklich verstanden. Also Botschafter, alle Salzstöcke in steiler Lagerung haben so die Schlussfolgerung ein ausreichendes Deckgebirge und alle anderen nicht. Ja, alle, die jetzt im Verfahren geblieben sind, da gehen wir davon aus, dass das erstmal nicht widerlegt wurde, dass dieses ausreichende Überlagerung entsprechend gegeben ist. Also ich weiß nicht, ob die Frage darauf abzielt, auf den Unterschied zwischen Salz in steiler Lagerung und den anderen Wirtsgesteinen oder intern von Salz in steiler Lagerung. Es ist generell so, dass das Deckgebirge für alle Wirtsgesteine mal günstig, mal bedingt günstig oder ungünstig bewertet wurde. Und innerhalb von Salz steil sind 139 Salzstöcke, 79 davon wurden kein Teilgebiet und 40 von diesen 79 haben eine ungünstige oder bedingt günstige Bewertung für Kriterium 11 erfahren. Es gibt allerdings auch Teilgebiete, eins wurde gerade vorgestellt, wo das Kriterium 11 aufgrund der Schematik als ungünstig bewertet wurde. Wir hatten gesehen, das ist dann dieser eine kleine Bereich gewesen, ist aber ein Teilgebiet geworden. Also so ganz pauschal kann man das nicht beantworten. Ja, okay. Zu den Auswertungen, die Sie gemacht haben, haben Sie ja die Tiefe bis zu 1500 Meter zugrunde gelegt. Das ist richtig, ne? Also bis zu. Nein. Lassen Sie mich erst die Frage stellen, dann wird es klar, worauf ich hinaus will. Weil da fragt jemand, wenn man die Grenze, bis wohin man geht, nach unten, bei nur 1200 Meter ziehen würde, inwieweit würde sich Ihr Ergebnis ändern? Oh, das, also ich würde erstmal den ersten Punkt gerne loswerden wollen. Also bei uns ist es so, bei der Abwägung im Grunde genommen, wir haben ja das genommen, was wir gekriegt haben. Ja. Also das war, diese identifizierten Gebiete endet, also wurden dann eben entsprechend ausgewiesen bis zu einer Suchraumtiefe von 1500 Metern. Aber es war für uns eigentlich gar kein Kriterium. Also wir hatten keine Täufenbereiche, sondern für uns ist entscheidend, das identifizierte Gebiet, was wir bekommen haben. Was wäre jetzt gewesen, wenn der Suchraum in 1200 Metern geendet hätte? Genau. Hintergrund ist bestimmt die Debatte, die wir vor zwei Stunden geführt haben. Wärmeentwicklung kann ein Problem sein, so tief zu gehen. Wissen wir nicht so genau. Ich glaube, was die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien angeht, würde das jetzt nicht sehr viel ändern. Das würde sicherlich vielleicht bei den Mindestanforderungen Auswirkungen haben. Aber wenn die Frage jetzt an uns geht, es gibt Indikatoren, Teufel der oberen Begrenzung, ist günstig tiefer als 500. Und das ist ja erreicht, ob wir jetzt bei 1200 oder 1500 sind, weil schon bei 500 ist es günstig. Es gibt dann die Mächtigkeit mit 300 Meter, die günstig ist. Das heißt, wenn wir dann 500 sind plus 300 sind 800. Auch da kommen wir nicht an diese 1200 Meter, die dann eventuell dann diese Bewertung ändern würde. Im Detail kann ich es nicht sagen, aber jetzt ad hoc denke ich, dass es auf die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien keinen so großen Unterschied machen würde. Jetzt gibt es eine sehr direkte Frage. Welchen günstigen Salzstock gibt es denn? 60. 60. Und es gibt insgesamt 90 Teilgebiete, die alle eine günstige geologische Gesamtsituation nach der aktuellen Bearbeitung haben. Und die ja auch alle gleichwertig im Verfahren jetzt sind. Und 60 möglich, also 60 prinzipiell geeignete Salzstöcke. Ja, mit dieser sehr schematischen Vorgehensweise, die wir jetzt entsprechend angewendet haben. Das muss man jetzt im nächsten Verfahrensschritt, Schritt 2 der Phase 1 entsprechend dann überprüfen. Okay, die letzte Frage von meiner Seite für heute an Sie ist, wie können Sie denn eigentlich sicher sein, dass das eine Million Jahre hält? Das ist ja eine schöne letzte Frage. Schöne letzte Frage, da habe ich mir bewusst zum Schluss aufgehoben. Ja, diese Frage, die taucht ja gerne auf. Wir wollen den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit finden. Das Kriterium ist, dass wir nach wissenschaftlichen Maßstäben, nach Stand von Wissenschaft und Technik davon ausgehen und auch ausgehen damit mit Abschluss des Verfahrens, mit der Standortsuche, mit den umfassenden Sicherheitsuntersuchungen und den letzten Abwägungen am Ende, dass wir uns sicher sind, dass dieser Standort das erfüllt. Und dann immer wieder im Vergleich suchen wir uns den Besten aus. Und jeder dieser Besten muss ja die Anforderungen des Standortausfallgesetzes erfüllen. Und damit ist eben dann die Ausgangslage, dass er das erfüllen kann. Ansonsten bräuchte man halt, denke ich, eine Zeitmaschine oder ähnliches. Die ist leider nicht zur Verfügung. Ich würde sonst noch was hinzufügen, dass wir momentan ja beim ersten Schritt der Phase 1 uns befinden. Und dementsprechend haben wir jetzt erstmal sortiert, wo es eigentlich grundsätzlich geeignet, wo finden wir grundsätzlich günstige Geologie. Und es gibt ja noch weitere Schritte, weitere Phasen. Auch hier werden dann, Herr Rueck hat es gerade erwähnt, umfangreiche Berechnungen durchgeführt. Die sogenannten Sicherheitsuntersuchungen sind da ein Beispiel. Und im Zuge dieser Sicherheitsuntersuchungen wird eben auch genau auf diesen Grenzwert auch hinzugearbeitet. Also es werden Rechnungen durchgeführt, die auch wesentlich weiter als eine Million Jahre reichen. Dann werden viele Möglichkeiten durchgespielt. Was könnte alles passieren? Das wird für alle Gebiete, die dann noch da sind, gemacht. Und das wird dann verglichen. Weil wir rechnen mehr als eine Million Jahre. Okay. Es kommen noch Fragen rein. Und deshalb habe ich gesagt, im Moment haben wir noch. Deshalb würde ich das gerne noch aufrufen. Da fragt jemand, ob es einen einfachen Grund gibt, betone das, warum alle kristallinen identifizierten Gebiete zu kristallinen Teilgebieten wurden. Die sind sehr groß. Was? Das ist der einfache Grund? Ja, der einfache Grund ist, sie sind sehr groß. Ich hätte jetzt noch eine etwas andere Antwort, eine Ergänzung vielleicht dazu. Das ist einfach der relativ schlechte Erkundungsgrad der kristallinen Gebiete. Weil einfach, wir Deutschland, der Erkundungsgrad ist dort gut. Der geowissenschaftliche Wissen ist dort gut, wo man nach Erdöl, Erdgas gesucht hat oder nach anderen Rohstoffen. Und das ist halt in vielen kristallinen Gebieten neu. Ausnahmen gibt es da natürlich auch. Klar, es gibt die Erzsuche in kristallinen Gebieten. Klar, aber in der Fläche ist einfach der Erkundungsgrad sehr schlecht. Und deswegen lassen sich hier am schlechtesten... Und sie schlecht abgrenzen. Oder eingrenzen. Und dann ist es ja auch noch so, dass das Kristallin ja quasi komplett bis... Also eigentlich nach unten immer weiter geht. Also kein natürliches Ende nach unten hinfindet. Also das kristalline Grundgebirge ist ja quasi überall. Es steht dann eigentlich fast quasi überall unter Deutschland entsprechend an. Den Eindruck kann man haben, wenn man auf die im Süden vor allen Dingen guckt. Süden und Osten. Ich habe... Wie gesagt, kommen da Fragen rein. Ich springe deshalb. Aber wir haben eine Chance, das noch mitzunehmen. Und da sagt jemand, dass in der allgemeinen Erklärung zum Salzstock-Gorleben Rambo berichtet wurde, dass der Salzstock 470 Meter unter der Geländeunterkante, Oberkante glaube ich, beginnt. Und in der Detailbeschreibung wurde dann richtig beschrieben, dass die Oberfläche weniger als 200 Meter unter Geländekante steckt. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Angaben? Beides ist korrekt sozusagen. Also der Wert des identifizierten Gebietes. Der liegt bei 470 Meter. Da sind immer noch mal 300 Meter Salzschwebe abgezogen worden. Ah, okay. Das ist dieser einschlusswirksame Bereich. Der Salzstock geht noch weiter nach oben. Das hat Frau Renegger-Burschel ja vorhin relativ detailliert dargestellt. Ja, der Einschlusswirksame. Das habe ich verstanden. Und der obere Rand vom Salzstock ist dann bei ungefähr 170 Meter. Das schreibt das Standortausfallgesetz vor, dass eben diese Sonderregelung, das ist § 23 Mindestanforderung, dass dann gesagt wird, bei Salz in steiler Lagerung muss eben halt noch einmal die Salzschwebe entsprechend von 300 Metern entsprechend abgezogen werden. Ja, das war der Grund dafür. Gut, dann darf ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Rüger, Herr Dr. Kreier bedanken für diesen Input. Ich habe ja schon gesagt, harte Kost. Bin mal gespannt, was das noch für weitere Diskussionen um gerade die Abwägung geben wird. Aber interessantes Thema. Schönen Dank für das bisher. Ja, danke. So, wir kommen in die Schlusskurve und als erstes steht neben mir wieder mein Kollege Gregor Schnitger, der den Blick auf Feedback und andere Rahmenbedingungen dieser Fachkonferenz geworfen hat. Was gibt es Neues? Genau, wir betrachten mit dem Redaktionsteam ja die Resonanz in den verschiedenen Bereichen, Online-Plattformen, was kommt rein, was sind Botschaften, was sind Fragen. Und vielleicht ist ja auch so eine Nachricht des Tages, dass wir vor wenigen Minuten über YouTube von 100 Personen verfolgt wurden und 410 angemeldete Personen über die Veranstaltungsplattformen, was ja nach, ich glaube, jetzt inzwischen acht Stunden, neun Stunden Vortrag immer eine richtige Leistung ist. Also ich glaube, da kann man herzlichen Dank sagen für das Interesse. Ja, es kommen Botschaften rein, zum Teil verirren die sich mal in den Feedback-Bereich, also sehr fachliche Fragen oder sehr fachliche Aussagen. Die gehen auch dort nicht verloren, auch wenn sie nicht zugeordnet werden an den Ort, wo sie vielleicht hingehört hätten. Sie werden beantwortet und da sei nochmal verwiesen auf die Internetplattform endlagersuche-info-plattform.de. Dort werden also alle Fragen und Botschaften, die hier adressiert wurden, also die Fragen werden in der Dokumentation angesprochen, sodass das nicht verloren geht. Ja, Botschaften gibt es, wie beispielsweise auch bei einer strengeren Auslegung der Auswahlkriterien, schreibt eine Person online, hätte man die Teilgebiete deutlich weiter eingrenzen können, diese Chance wurde leider vertan. Also eine Einschätzung, eine Meinung, die da adressiert wurde und gleichermaßen gibt es auch, ich glaube, das kann man am Ende des Tages auch sagen, viel Wertschätzung hier in unseren Tablets. Die sehen Sie ja, das sind immer unsere Schnittstellen zu Ihnen online. Beispielsweise wurde gesagt, ich habe es mir sehr gut aufgeschrieben, ein sehr markantes Feedback, welch ein Unterschied zur Auswahl, also in An- und Abführung geschrieben, zu Gorleben vor 40 Jahren. Was also den heutigen Tag, den morgigen Tag und den Prozess in Gänze angeht. Zurückgemeldet wird eine spürbare Hinwendung zu einem nicht sichtbaren Publikum, also insofern eine positive Resonanz dafür, dass wir das in Pandemiezeiten online gestalten. Schön fand ich auch das Zitat, eine schöne Veranstaltung zu einem nahezu unlösbaren Problem, Gesteins- und Standortfindung als beste Lösung, beste Lösung in An- und Abführung. Auf Grundlage von viel Geostatik und Geomodellierung wird ein Endlager-Kompromiss gefunden werden müssen. Ich bestaune die junge Generation von Geowissenschaftlern, die das durchzieht bzw. durchziehen muss. Ich denke, das ist ja auch ein großes Kompliment an die Referenten und an die Menschen, die sich da gerade kümmern. Schön fand ich auch, man lernt nebenbei auch eine Menge Geologie. Frank, das wirst du ähnlich empfinden, ich tue das auch. Und vielleicht der Spruch des Tages im Rahmen von Anerkennung und Dank online zugesandt ist, die erste Fachkonferenz, während der ich elf Händen und zwei Tischdecken bügeln konnte. Das fand ich also auch sehr schön, das ist so ein bisschen so die Resonanz, also Spotlights aus dem, was uns online zugespielt wurde im Bereich Feedback. Ja, danke. Das mit dem Bügeln finde ich witzig. Ja, ich habe noch ein paar Ansagen und einen Ausblick und ich habe noch eine Bitte an Sie, meine Damen und Herren, um Feedback. Das heißt also Fragen, wie Sie diese Veranstaltung heute erlebt haben. Damit wollen wir dann gleich schließen. Aber lassen wir vorher eine kleine Vorschau machen und was aktuell ist vorweg. Gregor Schnittke hat gerade gesagt, diese Antworten auf die Fragen, sowohl die gestellten als auch die, die noch offen sind, werden Sie in Kürze sehen. Ich lese hier, dass aktuell schon von BGE und BASE Fragen beantwortet werden und auf der Informationsplattform schon etwas sichtbar sein soll. Also insofern, das scheint sehr schnell zu gehen, das finde ich prima. Die Vorschau. Die Vorschau, wir haben ja morgen einen Tag, der um 9.30 Uhr beginnen wird und fangen damit an, dass wir einen Bericht haben werden von Ralf Meister, Landesbischof aus Hannover. Warum sagt dieser Landesbischof hier was? Der sagt deshalb etwas, weil er Mitglied der Endlagerkommission war und insofern einer der Väter des Standortauswahlgesetzes. Er hat das Gesetz nicht geschrieben, aber das Konzept dahinter natürlich in Diskussion mitgestaltet. Von ihm zu hören, wie er die jetzige Situation erlebt, was er künftig erwartet, denke ich, ist ein interessanter Beitrag. Wir haben danach einen weiteren Beitrag vom Nationalen Begleitgremium, genauer gesagt von Miranda Schröers, die eine der Vorsitzenden dieses Begleitgremiums ist. Das ist ja für diejenigen, die es nicht kennen, ein Gremium, was ebenfalls im Rahmen des Gesetzes vorgesehen ist, genau wie BASE und BGE. Und dieses Nationale Begleitgremium hat die Aufgabe, die Beteiligung, Information, Transparenz zu begleiten und da Vorschläge zu machen, wie man das gut machen kann. Frau Schröers, wie gesagt, meldet sich morgen persönlich zu Wort und wir haben dann den wesentlichen Teil des Tages für alle Fragen rund um die Selbstorganisation. Wir haben ja heute vor allen Dingen Information gehabt. Morgen geht es vor allen Dingen um die Frage, wie wollen Sie, meine Damen und Herren, künftig denn eigentlich zusammenarbeiten? Was sind die Themen? Was sind die Formen? Und dazu gibt es eine Reihe von Fragen, die ich heute Morgen schon mal kurz vorgestellt habe. Aber ich möchte Sie auf eins besonders aufmerksam machen. Und zwar ist das die Frage, wer bestimmt künftig Programm und Ablauf einer solchen Veranstaltung wie heute? Und eine der Optionen, die zur Diskussion stehen morgen, ist die, dass es dafür eine Arbeitsgruppe gibt aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Falls Sie das denn wählen morgen, also morgen gibt es auch Voting-Möglichkeiten, anders als heute. Falls Sie das wählen sollten, ist natürlich die Frage, wer kandidiert dafür? Das heißt, falls Sie überhaupt an so einer Lösung interessiert sind, wäre das super, sich Gedanken zu machen, würden Sie gegebenenfalls auch dafür Ihren Hut in den Ring werfen, um in so einer Vorbereitungsgruppe natürlich in Zusammenarbeit mit Geschäftsstelle und Moderation eine Vorbereitung, eine Programmaufstellung zu machen. Also machen Sie sich über Nacht Gedanken zu dem Thema. Wir wissen für morgen nicht so genau, wie lange es dauert, weil das hängt vom Diskussionsumfang ab. Im Gegensatz zu heute, wo wir so eine Idee hatten, wie lange können wir für was eigentlich verbrauchen, ist das morgen nicht so klar. Es hängt an den Diskussionsbeiträgen von Ihnen, an den Kontroversen, die sich hier und da auftun werden. Und deshalb kann ich Ihnen nur versprechen, dass es spätestens um 15.30 Uhr endet. Aber es kann auch früher enden. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, es liegt an Ihnen. Ja, mein letzter Punkt für heute ist die Bitte um Ihr Feedback. Und kann die Regie bitten, dazu eine Chart gleich einzublenden mit Voting-Möglichkeiten. Dann können Sie insofern heute schon mal ein Werkzeug erleben. Ein Werkzeug, was sich mit Voting beschäftigt, also wo Sie abstimmen können. Ich gucke hier auf den Bildschirm. Noch dauert es einen kleinen Moment. Und dann sollte für Sie sichtbar sein, was wir von Ihnen gerne wissen möchten. Verspreche Ihnen, da ist dann gleich danach, nach dem Ergebnis ist Schluss. Also insofern noch ein klein wenig Geduld. Vielleicht kann man noch was bügeln. Und zuhören. Ja, uns bügeln. Und zuhören und bügeln. Und gucken. Gucken, zuhören und bügeln. So, das Voting ist ja die Frage, wie zufrieden oder wie unzufrieden sind Sie mit dem Informationsgehalt des ersten Tages der Auftaktveranstaltung. Sie sehen da so eine Art Schieberegler und können mit Schulnoten sozusagen sehr gut, überwiegend gut, teils, teils weniger gut oder gar nicht gut sagen, den Informationsgehalt bewerten. Das ist die erste Frage. Es gibt noch zwei oder drei weitere. Die Frage ist gestellt und warte jetzt auf das Signal, dass die Antwort da ist. Also 120 Personen haben sich beteiligt und ich denke, dann nehmen wir die 120 mit, auch wenn noch weitere online sind und gucken uns das Ergebnis einmal an. Ergebnis ist so, dass 58 der Personen, die das jetzt gemacht haben, einen sehr guten Informationsgehalt sehen, 48 überwiegend gut, 20 teils, teils und in der Summe 5 weniger gut oder gar nicht gut. Ich denke, das ist eine gute Quote. Wenn man daraus eine Schulnote machen würde, hätte man auf jeden Fall bestanden. Die nächste Frage bezieht sich nicht auf den Informationsgehalt, sondern auf die Arbeit der Moderation, wenn ich das richtig sehe. Und auch da sehen Sie gleich eine Frage in einer ähnlichen Art und Weise, wo Sie die Möglichkeit haben, Ihre Einschätzungen abzugeben. Ich muss gerade nochmal an die Regie zwischendurch fragen. Es gibt eine dritte Frage, ist das richtig? Das ist richtig, okay. Okay. Da müssen wir natürlich wieder warten, wie denn, bis denn einige Leute tatsächlich ihre Stimme abgegeben hat, das ist die Leistung der Moderation. Da geht es natürlich um den Kollegen Schnittger und um mich. Es gibt auch noch eine vierte Frage. Es gibt noch eine vierte Frage, okay, gut, dass du es sagst. Die Frage ist noch online. Wir warten noch auf Beteiligung. So, das Ergebnis liegt vor. Und die Leistung der Moderation kriegt von 100 Personen ein sehr gut, von 40 ein überwiegend gut, 16 teils, teils und irgendwie so um die 10, 20 Leute ein weniger gut oder gar nicht gut. Vielen Dank. Wo gucke ich hin? In die Kamera. Vielen Dank für dieses Feedback. Das freut uns natürlich, dass Ihnen unsere Arbeit heute gefällt. Die dritte Frage, bitte. Die dritte Frage sollte jetzt online sein. Noch nicht ganz. Jetzt aber, das ist das Konferenz-Tool. Also Sie haben ja gemerkt, wie Redaktionsteam Technik daran gearbeitet haben. Und hier geht es um die Frage, wie Sie diese Arbeitsweise im virtuellen Raum angesichts der Pandemie bewerten. Jetzt haben wir 130 Teilnehmer. Ja, also da sind nicht ganz so viele dabei. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt eine Teilnehmerzahl von Tool. Tool ist, ja, kriegt überwiegend gute Noten. Hier gibt es ein paar Abstriche. Also 36 immerhin sagen sehr gut, 61 überwiegend gut, teils, teils bei 28. Und weniger gut sagen 17, gar nicht gut sagen 6. Also nach dem Motto, es gibt noch tatsächlich etwas, was sich ändern kann. Und die letzte Frage, die ich Ihnen stellen kann, wir arbeiten dran im Übrigen. Die letzte Frage für heute ist eine Textfrage. Das ist die schlichte Frage an Sie. Was können wir besser machen, sei es morgen oder beim ersten Beratungstermin? Ob wir morgen technisch so viel noch verändern können, da bin ich unsicher. Aber auf jeden Fall haben wir ja Zeit, bis zum Februar noch etwas zu verändern. Und wir bitten Sie um Ihre Meinung, um Ihre Vorschläge, was wir besser machen können als Eingabe in dem Textfeld. Die Dauer des Votings verkürzen. Ja, der Kollege raunt geradezu, was wir besser machen können. Diese Abstimmungsprozesse könnten schneller gehen, aber da habe ich Zweifel. Das muss ich sagen, das ginge nur, wenn wir sie selber produzieren würden. Wie real, mit Präsenz. Ja, ja, nein, danke. Das ist es nicht. Hier kommen jetzt so die ersten Ergebnisse rein. Und ich denke, ich kann Ihnen schon mal so ein bisschen was sagen. Also mehr, es war sehr gut, die Vernetzung können wir auf den Weg bringen. Gut genug, Umgangssprachenübersetzer, Antwort auf Beiträge erlauben, Rückfragen an die Referenten stellen, die Spielräume der Konferenz deutlicher machen, einen Chat einrichten, mehr Diskussionen, umschalten der Folien, verbessern und so weiter und so weiter. Ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, aber ich will sagen, okay, ich bin sicher, einiges Ihrer Vorschläge kriegen wir morgen hin und andere Dinge wahrscheinlich bis zum Februar. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen für Ihre Beteiligung an dieser Veranstaltung. Für mich war es ziemlich kräftezehrend. Und ich kann mir vorstellen, für die einen oder den anderen an den Endgeräten auch nicht ganz einfach. Insofern erholen Sie sich gut. Seien Sie morgen wieder dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir morgen wieder in großer Besetzung die Frage der Selbstorganisation klären könnten. Ich bedanke mich noch einmal und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.